Christoph Hardebusch, Der Zorn der Trolle, Band 2 Gelesen von Michael Pan Ich denke, wir haben es geschafft, verwundert blickte Kernatiole an. Was geschafft! Wir werden noch heute Nacht mit dem Abstieg beginnen. Morgen früh wird die Sonne uns im goldenen Imperium vorfinden. Neugierig blickte Kern sich um, aber die Landschaft hatte sich nicht verändert. Sie waren noch immer umgeben von Felsen und Gestein, von Bergen, die weit über ihnen in den Himmel ragten und deren karge Silhouetten sich vor dem Nachthimmel abzeichneten. Es roch wie in Vlachkis, die Luft schmeckte wie in Vlachkis, und auch wenn die Dreg schwächer waren, fühlte sich die Umgebung dennoch an wie Vlachkis. Über dem Troll war immer noch der unbegreiflich ferne Himmel mit seinen seltsamen Lichtern. Es wehte ein Wind durch den Pass, der um die Felssprünge heulte, und die Luft war kühl. »Ist Dürien wie Vlachkis?«, erkundigte er sich vorsichtig. »In Sargans Erzählungen war ihr Ziel immer ein fantastisches Land gewesen, ganz anders als Vlachkis, größer, bedeutender, schöner und in allem besser. Davon sah Kerr hier nichts, und es ließ sich nicht einmal erahnen, dass Sargans Worte auch nur einen Kern von Wahrheit enthielten. Wie meinst du das? Natioles Stimme war gedämpft, denn der junge Mensch hatte sich ein Stück Stoff um Hals und Kinn geschlungen, das seinen Mund bedeckte. Früher hätte Kerr nach dem Grund dafür gefragt, doch inzwischen reichte es ihm zu wissen, dass es einen Grund gab. Die Menschen taten viele seltsame Dinge, gerade im Kleinen, und kaum etwas davon hatte sich auf Nachfrage hin als hilfreich für Trolle erwiesen. Das Land. Ist es wie dein Land? Ich war noch nie im Imperium, geschweige denn in Dyria oder in Colchers. Es soll dort wärmer sein, die Winter sind kürzer und weit weniger kalt. Die Menschen tragen deshalb kaum Kleidung. Also, Ionis hat erzählt, dass die Landschaft karger ist als bei uns. Viele Felder und Gräben dazwischen, aber kaum Bäume. Anders als in Vlachkis. Ist es größer? Oh ja, viel größer. Das Imperium ist gewaltig, viele Male so groß wie Vlachkis. Es dehnt sich im Osten bis zum Largischen Meer aus, im Norden bis in die Wüsten der Barbaren und im Osten weit in die Steppen, wo die Sülken und andere seltsame Völker hausen. Also groß, meinte Kerr und stapfte weiter. Die Vorliebe der Menschen, Land zu nehmen und zu sagen, es würde ihnen gehören, hatte er nie ganz verstanden. Natürlich bauten sie darauf Dinge wie diese Burgen, aber die konnte man kaputt machen. Am Ende war das Land ewig und die Menschen nicht. Solange er stehen kannte, hatte der Mensch Krieg und Streit mit den Masriden und ihren Sonnenmagiern gehabt, wegen des Landes, das sie teilten. Das Land zwischen den Bergen war gespalten, und es fanden sich immer wieder Menschen, die sich gegenseitig mit Freude umbrachten. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um das Land, sondern es macht ihnen einfach Spaß, vermutete Kerr. Pard hatte auch Freude am Krieg, nur brauchte er keine Ausrede und keinen Grund dafür. Wir können jetzt wieder langsamer reisen, erklärte Nathiole und riss den Troll aus seinen Gedanken. Warum? Selbst wenn unser kleines Zusammentreffen mit den Masriden Folgen hätte, würde uns niemand über den Pass verfolgen. Wir sind bald im Imperium und die Macht der Masriden endet hier. Aber können sie uns nicht jagen und im Imperium einholen? Schon, aber die Menschen des Imperiums würden es nicht erlauben. Es gäbe Probleme zwischen dem Imperium und Ardoli. Probleme? Politische Probleme. Wenn man Feinde hat, dann muss man sie töten, warf Zran ein. Egal, wo sie sind. Kerr nickte bedächtig. Das war eine Strategie, die schon Pard verfolgt hatte und die dem Wesen der Trolle entsprach. »So einfach geht das nicht«, erwiderte Nathiole. »Warum nicht?« Kerr nahm mit seinen scharfen Ohren ein leises Seufzen des Menschen wahr. Dennoch antwortete Nathiole, »Das Imperium ist mächtig, und sowohl Vlachkis als auch Ardoli treiben viel Handel mit ihm. Wenn jetzt Soldaten aus Ardoli im Imperium kämpften, würde der Handel unterbrochen. Oder das Imperium würde sogar Soldaten senden. Das wird niemand riskieren.« »Dann können eure Feinde einfach davonlaufen? Sie können sich im Imperium verstecken, und eure Soldaten tun nichts dagegen?« »Genau.« »Das ist schwach«, erklärte Zran. »Wie soll man gegen Feinde kämpfen, die sich verstecken? Wenn man stark ist, kämpft man überall und gegen jeden.« »Ihr Trolle vielleicht, bei uns geht das nicht. Es ginge natürlich schon, aber Vlachkis und Ardoli sind zu klein. Das Imperium hat viel mehr Soldaten, Kriegsgerät und dergleichen.« »Aber ihr habt uns als Freunde.« »Und das ist gut so.« Nach diesen Worten schwiegen sie. Nathiole saß nach vorn gebeugt im Sattel, während sein Pferd langsam vorantrottete. Kerr und Zran schritten neben ihm her, aber nicht sehr schnell, denn die Wagen kamen nur langsam voran. Niemand wußte, wo Vrag war. Anderskind war in die Dunkelheit verschwunden, wie er es so gut wie jede Nacht tat, und hielt sich von dem kleinen Trupp fern, was Kerr nur recht war. Pünktlich kurz vor Morgengrauen tauchte er dann wieder auf, mürrisch, meist schweigsam, und legte sich anstandslos auf den Karren, bevor die Sonne aufging. Auch wenn Kerr es nicht zugegeben hätte, war ihm dieses Verhalten lieber als die ständigen wütenden Kommentare, die Vrag vorher abgegeben hatte. Vor ihnen öffnete sich der Pass langsam und gab den Blick auf eine hügelige Landschaft frei, die von den Himmelslichtern beleuchtet wurde. An den Hängen der Berge wuchsen zunächst vereinzelt Bäume, die sich in den tiefer gelegenen Regionen zu ganzen Wäldern vereinten. Wieder einmal staunte Kerr über die vielfältige Pflanzenwelt, die an der Oberfläche schier keine Grenze zu kennen schien. Bis auf die Berge, dachte der Troll, als er zu den Gipfeln empor schaute. Dort oben gab es keine Bäume, keine Sträucher, sondern nur Fels und Eis. Das ist das dyrische Imperium, erklärte Natiole und deutete voraus in unbestimmte Ferne. Irgendwo am Fuße dieses Weges liegt eine Ortschaft, wo der Einfluss des Imperiums beginnt, »Aber die eigentliche Grenze werden wir schon vorher überschreiten.« »Was müssen wir dafür tun?« erkundigte sich Zran. »Klettern?« »Was? Nein, die Straße führt uns hin.« »Über die Grenze?« »Ja.« Verwundert blickte Natiole den großen Troll an, und Kerr konnte an den Zügen des Menschen ablesen, dass er die Frage nicht verstand, also versuchte er zu vermitteln. »Wie sieht diese Grenze aus? Eine Mauer?« »Ach so, nein, nein, es gibt keine Befestigungen oder so. Die Berge markieren die Grenze.« »Aber wie erkennst du sie dann?« »Wir achten sie einfach. Jeder weiß, dass jenseits der Sorkaten die Dyria herrschen.« Jetzt war auch Kerr verwirrt, und Zran schüttelte brummend den Kopf. Wieder einmal taten die Menschen vollkommen unverständliche Dinge. Dass sie fest an Besitz glaubten, hatte Kerr natürlich begriffen, und dass sie das Land für sich beanspruchten auch. Aber warum sollte man das achten, wenn hier doch überhaupt niemand wohnt? Und was, wenn ich jetzt das Land nehmen will?« Aber er stellte die Frage nicht laut. Früher hätte er es getan und versucht, mehr zu verstehen. Doch jetzt wusste er, dass manche Handlungen eben menschlich waren und nicht trollisch. Und dass die Trolle niemals so sein würden, weswegen er es nicht unbedingt verstehen musste. Aus den Schatten löste sich Wrack. Die Fähigkeit von Anders Kind, sich lautlos und ungesehen zu bewegen, war selbst für Kerr, einen erfahrenen Jäger, beeindruckend. Unter den Himmelslichtern war zu erkennen, dass Blut auf seinen Hauern und auf seinen Klauen glitzerte. »Ein Jäger ist immer ein Jäger, egal wo er ist«, ging es Kerr durch den Kopf. Ohne ein Wort schlich Wrack zu seinem Wagen und kletterte während der Fahrt hinten auf die Ladefläche. Kerr warf Zran einen Blick zu, den dieser mit einem Schulterzucken quittierte. Auch der andere Troll empfand Wracks Schweigen wohl als besser als seine kaum gebändigte Wut. Beide legten sie sich ebenfalls auf die Wagen, und als die Sonne aufging, verschwand die Welt um Kerr herum. Als Kerr die Augen aufschlug, blickte er in ein fremdes, bärtiges Gesicht. Beinahe hätte der Troll zugeschlagen, konnte sich aber gerade noch zurückhalten. »Wrack«, dachte er entsetzt und richtete sich auf. Aber Wrack saß missmutig auf seinem Karren, und die fremden Menschen machten einen großen Bogen um Anderskind. Die Wagen standen in einem Innenhof, in dessen Mitte sich ein niedriges Becken voller Wasser befand. Es war gerade eben genug Platz für die langen Karren, die um das Becken herumstanden. Von den Ochsen war nichts zu sehen, aber Kerr konnte sie riechen. Sie waren nicht weit weg. Mit großen Schritten näherte sich Natiole, der mit den Armen fuchtelte und die Menschen von Kerrs Wagen mit lauten Rufen vertrieb. Manche antworteten in einer Zunge, die Kerr nicht verstand, aber obwohl er Angst roch, klangen ihre Worte verärgert, als störe sie Natioles Verhalten. »Ihr seid wach? Das ist gut«, eröffnete der junge Mensch das Gespräch. »Dann beeilen wir uns lieber, weiterzuziehen.« »Wo sind wir?« »Der Ort heißt Makatsa, das erste Dorf des Imperiums jenseits der Sorkaten. Wir haben hier eine Rast eingelegt, aber irgendwer hat euch gesehen, und jetzt ist das halbe Dorf hier, um euch anzugaffen.« Wieder warf Kerr einen besorgten Blick zu Wrack hinüber, doch die Menschen waren entweder schlau oder ängstlich genug, um sich ihm nicht weiter zu nähern. Wracks Miene versprach jedem, der es dennoch tat, einen grausamen und blutigen Tod. Stattdessen versammelten sich die Dörfler um Kers Wagen und wiesen mit dem Finger auf ihn, tuschelten, und manche kicherten sogar. Unsicher entblößte Kerr seine Zähne zu einem Lächeln, wie er es von den Menschen kannte, das die Menge jedoch verängstigt zurückweichen ließ. Wenigstens lachen sie jetzt nicht mehr. »Was wollen Sie?« flüsterte er Nathiole zu, der mit gerunzelter Stirn neben dem Wagen stand. »Ihr seid exotisch, fremdartig.« »Wir sind Trolle,« ließ Zran vernehmen, der sich nun ebenfalls aufrichtete und erneut Wellenbewegungen in der Menge der Menschen hervorrief, als diese vor ihm zurückwichen, dabei aber respektvoll Abstand von Wrack hielten. »Ja, und meine Leute und ich sind an euren Anblick gewöhnt, aber für diese Menschen seid ihr die ersten Trolle, die sie in ihrem Leben sehen. Leider spreche ich ihre Sprache nicht, und es ist schwer, sich zu verständigen, sonst würde ich es ihnen erklären. Nur der eine oder andere versteht einige Brocken Vlachkisch, den Händlern sei Dank.« »Wir sollten bald aufbrechen,« befand Kerr, dem die Aufmerksamkeit so vieler Menschen unangenehm war. Nathiole nickte und drängelte sich durch die Reihen der Gaffer davon. »Ich lasse die Ochsen anspannen.« Suchend blickte sich Kerr nach den anderen Vlachhaken um, doch die Trolle waren nun allein mit den Fremden. »Wrack, was immer Sie tun, töte keinen!«, rief er an das Kind vorsichtig zu. »Wenn mich einer anfasst, wird er es bereuen!« »Nicht töten!« »Keine Sorge, aber ich reiß Ihnen vielleicht den Arm aus oder so!« Auch wenn die Menschen furchtsam waren, erkannte Kerr die Gefahr der Situation. »Wrack, wenn Wrack sich bedroht fühlte, würde er wie ein wahres Kind anders handeln, und das bedeutete Kampf. Und bei so vielen Menschen würde es ein blutiger Kampf werden, und es würde viele Tote geben.« »Hm, vielleicht wäre ich besser allein gereist.« »Kein Arm ausreißen! Kein Kopf abbeißen! Das sind keine Gegner für dich!« Wrack antwortete nicht, aber Kerr war sicher, dass er verstanden hatte. Ob er sich an die Anweisung halten würde, war allerdings weitaus weniger sicher. Vorsichtig, um die Menschen nicht wieder zu erschrecken, stand Kerr auf und ging zwei Schritte vom Karren weg. Er bewegte sich bedächtig, lächelte wieder, aber ohne die Zähne zu zeigen, eben wie ein Troll es tun würde. Der Geruch von Angst war immer noch stark, aber zumindest schienen die Menschen nicht mehr kurz vor einer Panik zu stehen. Auch bei genauem Hinsehen konnte Kerr keinen Unterschied zu den Menschen in Vlachkis feststellen. Sie hatten überwiegend dunkle Haare und waren nicht besonders groß, wobei in den Augen des Trolls mangelnde Größe ohnehin ein Merkmal von Menschen war. Ihre Nahrung roch anders, aber ihre Körper nicht, und ihre Kleidung bestand hauptsächlich aus einfachen Hosen und Hemden, wie sie auch von den Menschen im Land zwischen den Bergen getragen wurden. Vielleicht war die Kleidung etwas bunter, und vielleicht war die Haut etwas dunkler, aber Kerr hätte es nicht beschwören können. Mit langsamen Schritten ging er zu Zran und trieb die Menge so vorsichtig von Vlachk fort. Der Jäger nahm die Blicke der Menschen viel gelassener als Anderskind auf, auch wenn Kerr sah, wie wachsam und reaktionsbereit Zran war. Aber zumindest äußerlich ließ er sich von der Masse von Fremden nicht beeindrucken, auch wenn er ihre Bewegungen genau im Auge behielt. Es war Kerr, als verginge eine ganze Ewigkeit, bis Nathiole endlich mit den Vlachaken wiederkehrte, die ihre Ochsen an Stricken hinter sich herführten. Als der junge Mensch die angespannten Minen der Trolle erblickte, rief er Kerr zu, »Wir brechen schon auf! Arwan folgt uns mit den Wagen und den Pferden!« Erleichtert nickte Kerr und folgte Nathiole durch den Hof. Zran und Vrak blieben dicht bei ihm und ließen ihre Blicke über die Menschen wandern. Eine falsche Bewegung, ein zu lauter Ruf, alles hätte Vraks Wut erregen können. Doch sie erreichten das Tor und schritten aus dem Hof hinaus auf eine breite, staubige Straße. Unbewusst atmete Kerr auf. Nathiole beschleunigte seine Schritte, und schon bald ließen sie die einfachen Gebäude Makatzas hinter sich. Kerr hatte kaum einen Blick auf das Dorf werfen können, um Unterschiede zu Vlachkes festzustellen, sondern war einfach dem jungen Menschen gefolgt. »Wird das jetzt immer so sein?« fragte der Troll. »Ich fürchte, ja. Es war vielleicht nicht besonders schlau, die Wagen einfach im Hof des Gasthauses abzustellen, und das ist etwas, was wir künftig vermeiden können. Aber ihr werdet wohl überall im Imperium Aufsehen erregen.« »Wenn mich einer anlangt, wird er es bereuen,« wiederholte Vraag grimmig. »Wir werden das verhindern,« versprach Nathiole. »Die Wagen werden ab jetzt bewacht, und wir sorgen dafür, dass niemand euch sieht, wenn es Tag ist, und nachts schlafen die meisten Leute hoffentlich auch im Imperium.« Die Stimme des Menschen klang nicht halb so hoffnungsvoll, wie es seine Worte waren. »Skeptisch blickte Kerr zu Vraag hinüber, dessen Mine noch verschlossener als sonst war.« »Ich hätte allein gehen sollen.« »Aus dem Weg! Macht Platz! Verflucht doch mal, sonst ist es nicht meine Schuld, wenn ihr viermal verfluchten Idioten zu Schaden kommt!« Ein schweres Fuhrwerk, von Pferden gezogen, bahnte sich seinen Weg durch die Menschenmenge, begleitet von den lauten Rufen seines Lenkers. Cornel musste hastig zur Seite springen, um dem vollbeladenen Wagen auszuweichen. Die Stadt Turdui war seit seinem letzten Besuch noch einmal stark gewachsen. Hatte es schon damals zwischen den dicht gedrängt stehenden Häusern zahllose, hastig gebaute Hütten gegeben, die kaum noch Platz für Straßen und Gassen ließen, war die Bevölkerung jetzt so weit gestiegen, dass die Wachen am Tor angeblich angewiesen waren, bei Neuankömmlingen genau zu prüfen, ob diese nicht etwa vorhatten, sich auch noch innerhalb der Mauer niederzulassen. Wenn Cornel sich umsah, konnte er diesen Erlass durchaus verstehen. Die Stadt platzte aus allen Nähten. Nicht nur, dass während Marzek Tamars Herrschaft neuer Reichtum Turdui hatte glänzen lassen und zahlreiche Menschen angelockt hatte, abgerissene masridische Flüchtlinge aus Vlachkis bettelten gegenwärtig jeden an, der aussah, als habe er selbst auch nur ein Bett für die Nacht und ein Stück Brot zur Verfügung. Unter aufgespannten Stoffbahnen drängten sich ganze Familien zusammen, und der Gestank so vieler zusammengepferchter Leiber lag an diesem warmen Tag beinahe unerträglich schwer über der Stadt und dem Morgi, der breiten Wasserstraße, die täglich neue Flüchtlinge nach Ardoli brachte. Aber an einigen Stellen werden wohl bald neue Häuser entstehen, dachte der Sonnenpriester grimmig, während er sich durch die Stadt vorwärts bewegte. An manchen Plätzen hatten offensichtlich erst kürzlich Feuer gewütet, und an einer Brücke entdeckte er die Überreste einer verkohlten männlichen Leiche, die achtlos in den Fluß geworfen worden war. Blachaken ohne Zweifel Wie in Terremi hatte auch in Turdui die Nachricht vom Tode des Marzex und seiner Geliebten für Unruhe unter der Bevölkerung gesorgt. Doch wer immer nun das Sagen im Tscherewa hatte, es war ihm offenkundig nicht allzu wichtig, die vlachkische Bevölkerung vor Übergriffen zu schützen. Ich hoffe, mein Priestergewand ist über jeden Zweifel erhaben, dachte Cornel. Als Vlachake erkannt zu werden, erschien ihm im Augenblick nur wenig ratsam. Mit raschen Schritten steuerte er auf den großen Tempel des göttlichen Lichtes zu, der auf dem Marktplatz von Turdui stand. Schon aus weiter Entfernung konnte er das große, prachtvolle, weiße Gebäude erkennen. Anders als in Vlachkis war der Orden des Albussunas in Ardoli hochgeehrt, und viele Masriden hingen dem Glauben an das göttliche Licht voller Inbrunst an. So überraschte es den Sonnenpriester nicht, dass das Innere des Tempels auch jetzt zur Mittagsandacht mit Gläubigen nahezu überfüllt war. Still stellte er sich in die letzte Reihe derer, die der Predigt lauschten, und folgte demütig den Worten des noch jungen Priesters, der das Licht pries, aber auch um Schutz und Gnade für all jene bat, die sich neu unter den Schutz des Ordens gestellt hatten. Erst als die Gläubigen den Tempel verlassen hatten, sprach er den Mann an. »Ich bin Cornel, vom Tempel in Terremi, Bruder.« Sein Gegenüber, der gerade einen Novizen mit einem Besen zu sich gewinkt hatte, schaute ihn prüfend an. »Aus Terremi, sagst du? Dann bist du gewiss mit den Flüchtlingen gekommen, oder nicht?« Der Priester trug ein makelloses Gewand und war offenbar frisch rasiert. Sein kurzes, blondes Haar war akkurat geschnitten, und Cornel konnte erkennen, dass neben der Sonnenscheibe auf seiner Brust auch goldene Armreifen seiner Handgelenke schmückten. Sein Gesichtsausdruck verriet deutlich, dass er keine große Bruderliebe für den weitaus bescheidener gekleideten Cornel empfand. Dieser schüttelte den Kopf. »Ich reise im Auftrag des Wojvoden«, erklärte er nicht ohne Stolz. »Ich musste nicht fliehen.« »Dann wollen wir das Licht dafür preisen. Ich hörte, dass die Vlachhaken wie wilde Tiere über unsere Brüder und Schwestern hergefallen seien.« Cornel, der an die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche im Morgi denken musste, zog es vor, darauf nichts zu erwidern. »Mein Name ist übrigens Wiklas, aus dem Hause Silas«, stellte sich der jüngere Priester mit einer gewissen Arroganz in der Stimme vor. »Ein masridischer Adeliger. Natürlich. Vermutlich der dritte Sohn, der, um seinem Haus wenigstens etwas zu nutzen, nun im Tempel dient.« »Aber was führt dich her, wenn es nicht die Suche nach Schutz ist?« fragte Wiklas. »Der Wojvode wünscht zu erfahren, wer derzeit Ardoli regiert, jetzt, da Marzek Beckes sah, nicht mehr unter den Lebenden weilt.« Der junge Sonnenpriester verzog das Gesicht zu einer grimmigen Mine, während er den Novizen beobachtete, der sich eifrig darum bemühte, den Fußboden des Tempels von allem Schmutz zu reinigen. »Das ist keine leicht zu beantwortende Frage, Bruder«, begann er langsam. »Wie du wohl weißt, hinterlässt Marzek Tamar keinen ehelichen Sohn, und er hat auch keine Geschwister, die seinen Thron erben könnten. Aber der alte Marzek, Gula, hatte zwei Brüder und eine Schwester, deren Kinder und Kindeskinder Tamar beerben könnten. Den legitimsten Anspruch erhebt derzeit wohl Siglos Beckesar, ein Cousin Tamars von seines Vaters Seite her, und Neffe Zorpat Diminus über seine Mutter. Er ist von zweifachem Adel, und sein Temperament ist dem seiner beiden Onkel sehr ähnlich, nach allem, was über ihn zu hören ist. »Dann gnade das Licht dem Land Vlachkis«, dachte Cornel, »Sowohl Zorpat als auch Gula waren Männer voller Jähzorn, und Zorpat ein Kriegstreiber und Schlechter.« Tiradar Beckesar und Vikuli Arkos erheben auch Anspruch auf den Titel und das Land. Beide sind ebenfalls Vättern des verstorbenen Marzeks, und manch einer sagt, sie wären bessere Anwärter auf seinen Thron, da sie vielleicht eher in Tamars Sinne regieren würden und Nachsicht gegenüber den schmutzigen Vlachaken zeigten. Sollte Siglos sich als Herrscher durchsetzen, wird es Krieg geben, so viel ist sicher. Schon jetzt holt er jeden, der Waffen tragen kann, hier zu sich nach Toduri. »In Vlachkis munkelt man, dass Marzek Tamar Beckesar noch eine leibliche Tochter hat«, warf Cornel vorsichtig ein. »Pah!« Sein Gegenüber sah aus, als ob er ausspeien wollte. »Eine Tochter, gezeugt mit einer Vlachkischen Hure! Das Mädchen kann niemals den Thron erben. Wenn Siglos erst Marzek ist, wird er den Vlachaken wieder zeigen, wo ihr Platz ist.« »Das wird der Volvode aber anders sehen, Bruder«, grübelte Cornel. »Optimas reden es sich nicht zu einfach vorstellen, einen hitzköpfigen Heerführer an ihre Spitze zu stellen, der dann Vlachkis rasch angreifen und besiegen soll. Stehenkalter Braun ist kein Dummkopf, und es könnte sein, dass ein neuer Marzek eine blutige Überraschung erlebt, wenn er Hals über Kopf gegen Terremi zieht.« Laut sagte er jedoch bloß, »Befindet sich der Körper des Marzeks noch im hiesigen Tempel?« »Ich würde ihm gern die letzte Ehre erweisen.« »Ja, oben auf der Burg, wie es Sitte ist. Sie können ihn nicht verbrennen, nicht bevor nicht der neue Herrscher seine Waffe aus den Händen des Toten empfangen hat. Aber im Vertrauen, Bruder, der Einball Samira hat ganze Arbeit leisten müssen. Der Marzek war kein schöner Anblick, als seine Gefolgsleute ihn hierher brachten.« Kornell neigte den Kopf. »Kann ich heute Nacht hier im Tempel unterkommen?« fragte er. »Gewiss, Bruder, für einen der »unseren« ist hier immer Platz.« Er sprach das Wort »unseren« mit einer so auffälligen Betonung aus, dass Kornell sofort klar war, dass er ihn vielleicht für alles Mögliche hielt, jedoch nicht für ein vollwertiges Ordensmitglied. »Ich danke dir«, entgegnete er schlicht, »dann werde ich jetzt zur Burg gehen.« Die Nachmittagssonne brannte heiß auf die Straßen hinunter, die sich unterdessen mit noch mehr Menschen gefüllt hatten. Oder zumindest kam es dem Sonnenpriester so vor. Ich hätte den jungen Gecken fragen sollen, ob der Albus Sunas in Ardoli überall dasselbe denkt wie er.« Schoss es Kornell durch den Kopf. Wobei er vermutete, dass er darauf ohnehin keine befriedigende Antwort erhalten hätte. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn, als er endlich den Burgberg erklommen hatte. Zahlreiche Wimpel und Wappen schmückten die Burgmauern. Offenbar waren die Adeligen aus ganz Ardoli hergekommen, um dem alten Marzek das letzte Geleit zu den Flammen zu geben und Zeuge zu werden, wie ein Neuer aus ihrer Mitte zum Herrscher gekrönt wurde. Es war eine ungewohnte, aber durchaus angenehme Erfahrung für Kornell, dass ihn die Wache am Tor respektvoll grüßte und ihm ohne weitere Schikanen Einlass gewährte. »Beeilt euch bitte, er wird gleich beginnen«, raunte ihm eine junge Frau unter dem Visier ihres Helmes zu. Zunächst vermochte er ihre Worte nicht zu deuten, doch dann wurde ihm klar, was sie gemeint hatte. Inmitten der Burganlage hatten sich mehrere Dutzend Krieger versammelt, Männer und Frauen in den typischen schweren Panzerhemden der Masriden, mit dicken Schilden und scharfen Waffen. Vor ihnen stand ein großer, vierschrötiger Mann mittleren Alters in einer prunkvollen Rüstung, deren Intarsien im Sonnenlicht silbern und golden leuchteten. Sein Kopf war bis auf eine blonde Strähne, die ihm bis in den Nacken hing, völlig kahl geschoren. Mit festem Blick betrachtete er die Gerüsteten, bevor er das Wort an sie richtete. »Soldaten! Eine neue Ära bricht an! Lange Zeit haben wir Frieden an der Grenze gehalten, einen schmählichen Frieden, den unsere Feinde uns aufgezwungen haben. Doch jetzt mehren sich die Zeichen, dass die hündischen Vlachhaken bereit sind, den Waffenstillstand zu brechen. Nicht nur, dass einige von ihnen unseren geliebten Marzek erschlagen haben. Nein, die Feindseligkeiten nehmen kein Ende. Erst gestern erhielt ich Nachricht, dass einige von ihnen versucht haben, mit ihren Trollverbündeten nach Ardoli einzufallen. Zweifellos, um zu plündern und zu brandschatzen. Dies dürfen wir nicht zulassen. Wollt ihr, dass eure Familien Opfer von Trollpranken werden? Wollt ihr, dass diese Monstren alles bedrohen, was uns lieb und teuer ist? Wenn ihr das nicht wollt, dann kann es nur eine Antwort auf diese Provokation geben. Krieg! Bei der Gnade des göttlichen Lichts, dachte Cornel, sie haben Prinz Natiole mit seinen Begleitern getroffen. Und dieser Großsprecher hier nutzt dessen Reise offenbar bedenkenlos für seine Zwecke aus. Doch er schien der Einzige zu sein, der so dachte, denn die Männer und Frauen vor ihm brachen in Jubel aus. »Krieg!« riefen viele und »Tod den Trollen!« Doch nach und nach setzte sich ein anderer Ruf durch, wurde von Mund zu Mund weitergegeben, pflanzte sich von Reihe zu Reihe fort, bis schließlich alle Soldaten wie aus einem Mund skandierten »Sieglos! Sieglos! Sieglos!« Der Mann an der Spitze betrachtete mit regloser Miene sein Werk. Endlich nickte er den Versammelten noch einmal kurz zu und verschwand dann durch eine schmale Seitentür im Inneren der Burg. Die Gerüsteten im Hof zerstreuten sich allmählich. Die Furcht vor den Trollen hatte unter den Masriden beinahe schon mystische Züge angenommen. Während die Vlachhaken die großen Wesen zumeist als gefährlich, aber letztendlich doch als einfache Kreaturen betrachteten, waren sie für die Masriden Dunkelgeister, die einer älteren Zeit entstanden. Einer Zeit, als Vlachkis noch gänzlich ungeformt gewesen war und die Vlachhaken sich nächtens in ihren Lehmhütten zusammengekauert hatten, wenn draußen die finstersten Monstren umhergingen. Natürlich waren die Trolle auch für den Albus Sunas von Bedeutung. Wesen, die das göttliche Licht nicht ertragen konnten und sich in dunklen Spalten der Erde verbargen. Und dass die Trolle bereits zweimal verheerend in Schlachten wieder die Masriden gewirkt hatten, erhöhte ihr Ansehen bei diesen nicht. Dennoch waren Siglos Worte unwahr, denn die Trolle hielten sich an die Abkommen und lebten weit unter der Welt der Menschen. Ich hätte mir denken können, wer er ist. In der Tat ein würdiger Nachfahr des Zorpat-Diminu. Ob für Natiole und seine Begleiter Gefahr besteht? Aber wenn die Masriden den Prinzen gefangen genommen hätten, dann hätte Siglos sicher nicht gezögert, mit einem solchen Fang zu prahlen. Ich würde zu gern den anderen Thronanwärtern begegnen, um herauszufinden, wie sie zu diesem Kriegszug stehen. In jedem Fall sind das alles Neuigkeiten, die den Voivoden sehr interessieren dürften. Ich sollte meinen Aufenthalt in Turdui so kurz wie möglich halten. Aber zuerst wollte er erledigen, wofür er den Burgberg ursprünglich erklommen hatte. Der Tempel des Albusunas war kaum zu übersehen. Seine Kuppel ragte hoch in den Himmel, auch wenn die Kapelle selbst klein war, da hier nur die Andachten für die Fürsten und ihre Familien abgehalten wurden. Dafür war das Innere des Tempels umso kostbarer geschmückt. Funkelnde Edelsteine warfen das Licht zurück, das von der Decke her einfiel, und der Boden war mit goldenen Mosaiken ausgelegt. Kostbare Teppiche, die Szenen aus dem Leben heiliger Männer und Frauen zeigten, die ganz im Dienst des göttlichen Lichtes gestanden hatten, bedeckten die Wände. In der Mitte des runden Raumes lag der Leichnam Tamar Bekesars aufgebart. Kornell dachte an Wiklers Worte, dass der Einballsamierer gut gearbeitet hatte, und er musste ihm Recht geben, denn der Raum roch nur schwach nach den Kräutern, die in kleinen Metallschalen verbrannt wurden, nicht aber nach dem Toten. Man hatte dem Marzek seine Rüstung angelassen, die bei seinem letzten Gefecht übel in Mitleidenschaft gezogen worden war, wie Kornell feststellte, als er näher trat, um den Toten zu betrachten. Sein Kriegshammer lag in seinen gefalteten Händen auf seiner Brust. Sein Gesicht war von einer wechselnden Totenmaske bedeckt, wie es üblich war. Die strengen Züge Tamars sahen dadurch beinahe friedlich aus. Kornell hatte den Marzek zu Lebzeiten nur selten getroffen, aber er wusste, dass dieser einige schwere Entscheidungen getroffen hatte, die es ihm nicht immer leicht gemacht hatten, das Tscherewa und das Valeduara im Süden zu regieren. Tamar hatte bei seinem Volk als ein unnachgiebiger, harter Herrscher gegolten. Aber er hatte den Masriden auch zwanzig Jahre des Friedens beschert. Im Tod wirkte er friedlicher, obwohl die Rüstung an einigen Stellen gespalten war und nur ungenügend die darunterliegenden klaffenden Wunden bedeckte. Sein Leib kündete vom Leben des Kampfes, das er geführt hatte, doch ihn umgab eine Aura der Ruhe. Man hatte den Marzek gewaschen, seine Wunden gereinigt, aber nicht verborgen. Alle sollten sehen, dass er im Kampf gestorben war. Ein Marzek, der niemals von anderen verlangt hatte, was er selbst nicht zu tun bereit gewesen wäre. Kornell trat noch einen Schritt zu dem Leichnam hin und legte ihm die Hand auf die Brust. »Ihr wart ein großer Mann, Tamar Bekesar. Möge das göttliche Licht euch aufnehmen. Sichere Wege!« Gerade als er sich abwenden wollte, entdeckte er eine Wunde am Bein des Marzeks. Aus seinem Oberschenkel ragte noch immer der Schaft eines Pfeils etwa zwei Finger breit hervor. Etwas an dem Pfeil zog die Aufmerksamkeit des Sonnenpriesters an. Das Holz war so dunkel gemasert, dass es beinahe schwarz aussah. Vorsichtig ließ sich Kornell auf ein Knie nieder und zog an dem hervorstehenden Stück, doch der Pfeil ließ sich kaum bewegen. Kornell beugte sich vor, um besser sehen zu können. »Kein Baum in Vlachkis hat so dunkles Holz«, schoss es ihm durch den Kopf. Plötzlich lief ihm ein eiskalter Schauer über den Körper. »Das hier könnte der Beweis sein, den ich gesucht habe. Jetzt muss ich nur noch Wicklers und meine lieben Brüder hier davon überzeugen, dass sie mir erlauben, die Pfeilspitze aus dem Bein des toten Marzeks zu schneiden.« Sein neues Pferd unter Kontrolle zu bringen, bereitete Nathiole noch Schwierigkeiten. Es war leichtfüßiger als Arian, feuriger, aber auch störrischer. Noch mussten sich Ross und Reiter aneinander gewöhnen, und deshalb war Nathiole besonders aufmerksam. Dennoch war er dankbar, dass Arian sich ausruhen konnte. Die lange Reise hatte den Hengst strapaziert, und jetzt konnte er, ohne beladen zu sein, locker neben den Karren hertraben. Ihre kleine Karawane, wie die Dyria sie nannten, war angewachsen. Der Satrap hatte ihnen nicht nur frische Pferde zur Verfügung gestellt, sondern auch berittene Soldaten als Eskorte mitgegeben. Zwar waren diese in etwa so schweigsam und unnahbar wie Wrack, aber allein ihre Anwesenheit sorgte dafür, dass die Reise deutlich angenehmer geworden war. Dabei hatten die Vlachhaken den Satrapen, der diesen Landstrich beherrschte, nicht einmal getroffen. Eines Morgens waren ihnen einfach die Soldaten samt Pferden entgegengekommen und hatten in gebrochenem Vlachkisch ihre Hilfe angeboten. Erst später hatte Natiole verstanden, dass ihre Reise nicht unbemerkt geblieben war und dass man ihnen nun für den Weg nach Kolschers eine Eskorte bereitstellte. Er vermutete, dass es dabei nicht nur um ihren Schutz oder seine Ehre ging, sondern genauso darum, ein wachsames Auge auf die riesigen Trolle und ihre Begleiter zu haben. Der junge Vlachhake hatte in Gesprächen nie mit der Wahrheit hinter dem Berg gehalten und so war das Wissen um ihre Reise bis zu dem Satrapen gelangt. Ein Trupp dürischer Soldaten musste ihnen sogar vorausreiten, denn die Gasthäuser und Karawanereien entlang des Weges waren nun stets auf ihre Ankunft vorbereitet und verlangten keine Bezahlung mehr. Die Organisation innerhalb des riesigen Reiches beeindruckte Natiole. Auch die Disziplin ihrer Eskorte war imponierend. Die Soldaten waren mit leichten Kettenhemden gerüstet, trugen aber dicke Helme und große tropfenförmige Schilde, und sie waren allesamt geübte Reiter. Man musste nicht auf die exzellenten Schwerter und langen Speere schauen, um zu wissen, dass jedermann ein gut ausgebildeter und erfahrener Krieger war. Sie blieben tagsüber zusammen, hielten sich des Nachts fern von den Trollen und bauten ihr eigenes Lager stets etwas abseits auf. Natürlich wurden sie nicht nur von Natiole, sondern auch von den Trollen kritisch beäugt, aber bislang hatte es keine Zwischenfälle gegeben, wofür Natiole im Stillen allen Geistern dankte. Die Dörfer, Marktflecken, Städte und Weiler zogen an dem Trupp vorüber. Schon bald hatte Natiole jedes Gefühl für die Namen der Ortschaften und Gegenden verloren. Die Trolle interessierten solche Informationen ohnehin nicht, aber auch Natioles Wissensdurst war bald mehr als gestillt. Alles, was noch zählte, war die Tatsache, dass sie sich Colchers näherten. Er hatte sich noch nie sonderlich für die Geografie des gewaltigen Reichs interessiert, ganz anders als Ionis, der jedes bisschen Information über das Goldene Imperium geradezu aufgesogen hatte. Dank der tatkräftigen Hilfe ihrer neuen Begleiter und ihrer frischen Reittiere kamen sie inzwischen erheblich schneller voran. Die Handelswege im Imperium waren zudem gut ausgebaut, breit, gepflastert und scheinbar schnurgerade, was den Transport der Trolle erleichterte. Die Soldaten flößten den Bewohnern des Imperiums Respekt ein, und Szenen wie zu Beginn ihrer Reise wiederholten sich nicht. Tatsächlich verlief die Reise so ereignislos, dass Natiole sich schon darüber wunderte. Aber die Erklärung lag wohl einfach in der unsichtbaren, aber stets fühlbaren Macht des Satrapen, die sie durch das Reich lotste. Sie begegneten häufig anderen Reisenden, vornehmlich Händlern, die mit Wagen und Lasttieren durch die Lande zogen. Hin und wieder wurden sie von Booten überholt, deren hohes Reittempo Natiole zunächst überraschte, da die Pferde eine solche Geschwindigkeit unmöglich lange durchhalten konnten. Aber schon bald entdeckte er die zahlreichen Stationen entlang der Straße, an denen die Booten ihre Tiere wechseln und schnell weiterreiten konnten. Es stand zu vermuten, dass sich die Nachricht von ihrer bevorstehenden Ankunft auch auf dem Wege weiterverbreitete und dass man sie selbst in Colchers bereits erwarten würde. Der Kontakt mit den Einheimischen beschränkte sich auf wenige Worte und Gesten. Kaum einer verstand Vlachkisch, und nur Arwan sprach einige Brocken dürisch. Jedoch wurde es auch nur selten nötig, direkt mit den Einheimischen zu sprechen, da ihre Begleiter sich um alles kümmerten. »Trotzdem, vielleicht hätte ich die Anwesenheit der Dürierin in Teremin nutzen sollen, um ein paar Worte ihrer Sprache zu lernen«, dachte Natiole. »Vielleicht ließ ich das später noch nachholen.« So vergingen die Tage, aneinandergereiht wie Perlen auf einer Schnur, kaum zu unterscheiden. Aus dem Vorgebirge der Sorkaden wurde eine Ebene, in der Gräser und Sträucher vorherrschten, wenn es nicht ausgedehnte Felder gab. Die Ebene ging nahtlos in eine hügelige Landschaft über, die spärlicher besiedelt war, dafür aber einige Wälder bot. Tag für Tag schien es wärmer zu werden. Sie folgten dem Verlauf eines breiten Flusses, nicht der Morgi, wie ihm die Soldaten glaubhaft versicherten, obwohl er auch aus dem Süden stammte. Über den größten Teil seiner Länge hieß der Strom Eurys, und an seinen Ufern lagen viele Siedlungen. Obwohl es immer wärmer wurde, blühte die Landschaft geradezu auf. Die Ortschaften wurden größer und zugleich häufiger. Die Hügel wurden sanfter, die Felder immer weitläufiger, durchzogen von einem labyrinthartigen Gewirr von Bewässerungsgräben. Hier gab es mehr Reisende von einzelnen Fußgängern bis hin zu vielen schrittlangen Karawanen. Da Natiole fast jedes Gefühl für die zurückgelegte Distanz verloren hatte, überraschte es ihn, als der Anführer ihrer Begleiter schließlich zu ihm geritten kam, nach vorn wies und dabei rief, »Kolschers!« Tatsächlich! Als sie über die letzte Hügelkuppe kamen, erblickten sie eine so gewaltige Stadt, dass dem jungen Vlachhaken vor Staunen der Mund offen stehen blieb. Eine hellgraue Wehrmauer umgab die Stadt, und sie erstreckte sich von einem Hügel durch das Tal bis über den nächsten Hügel hinaus. Unzählige Gebäude standen dicht an dicht, immer wieder von breiten Straßen unterbrochen. Es gelang Natiole nicht, die Anzahl der Häuser auch nur zu schätzen. Hier und dort ragten Türme empor, teilweise zu Palästen gehörend, teils freistehend. Die meisten Gebäude waren aus dem gleichen hellen Stein errichtet wie die Mauer, und viele waren mit heller oder gar weißer Farbe gestrichen. Sie waren größer als die Häuser selbst in Terremi, oft mussten es drei oder vier Stockwerke sein. Doch die Blicke jedes Reisenden wurden unweigerlich von den goldenen Kuppeln in der Mitte der Stadt angezogen, den gewaltigen Gebäuden mit ihren Erkern und Vorsprüngen, Säulen und Hallen und den vereinzelten Bäumen, die zwischen diesen Kolossen standen, und im Vergleich überhaupt erst ahnen ließen, wie groß die Gebäude und auch die Stadt eigentlich waren. Neben sich hörte Natiole das leise Keuchen einer Soldatin, und selbst Arwan schwieg beeindruckt, obwohl er bereits in Kolschers gewesen war. An dem Hügel zur rechten Hand gab es weite grüne Flächen und einzeln stehende Paläste. Jede dieser Anlagen mochte größer sein als so manches vlachkische Dorf. Über der Stadt lag ein Flirren in der Luft, eine leichte Trübheit, die von aufgewirbeltem Staub stammen mochte, oder einfach von der unvorstellbaren Anzahl von Menschen, die dort im hellen Sonnenlicht ihrem Tagwerk nachgingen. Der Verkehr um die Stadt herum war ebenso gewaltig wie Kolschers selbst. Menschen, kaum mehr als winzige Punkte vor dem Panorama, wuselten umher, bestellten die Felder, bevölkerten die Straßen, waren selbst auf diese Entfernung allgegenwärtig. »Komm!«, bat der Anführer der Dürier und trieb sein Pferd an. Immer noch schockiert von dem Anblick folgte ihm Natiole, und auch die Wagen setzten sich wieder in Bewegung. Bislang hatte der junge Vlachake keinen Grund gekannt, sich selbst für unerfahren zu halten. Er kannte Terremi und Tordui, die beiden größten Städte des Landes zwischen den Bergen. Er hatte Texte über das Imperium gelesen und mit dyrischen Gästen bei Hofe gesprochen, wenn auch widerwillig. Aber niemals hätte er vermutet, dass ihre Erzählungen, die stets so blumig und übertrieben wirkten, der Wahrheit entsprechen könnten. Eine Stadt so groß und gewaltig, dass man fast glauben konnte, ganz Vlachkis hätte hinter ihren Mauern Platz. »Vielleicht verstehe ich Ionis jetzt besser«, dachte der junge Vlachake. Die Erinnerung an seinen Bruder versetzte ihm einen Stich. »Zumindest weiß ich jetzt, was du meintest, wenn du von Kolschers der Prächtigen sprachst.« Schon bald fanden sie sich innerhalb eines Menschenstroms wieder, indem sie nur wenig Beachtung fanden. Immer wieder ritten die dyrischen Soldaten vor, trieben die Menge auseinander und schufen ihnen eine Gasse. Doch während sie zuvor staunend angegafft worden waren, hatte man hier nur finstere Blicke und gemurmelte Flüche für sie übrig. Die Menschen überwältigten in ihrer Verschiedenheit Natioles Sinne. Er sah große und kleine, dunkelhaarige und blonde, hell- und dunkelhäutige. Einige der Reisenden, die durch das Tor strömten, hatten sogar eine beinahe tintenschwarze Haut, wie Natiole verblüfft feststellte. Bunte Stoffe, weite Roben, enge Hemden, Kopfbedeckungen in unterschiedlichsten Formen und Farben wurden von den Vorübereilenden getragen. Eine Myriade von Eindrücken strömte auf den jungen Vlachhaken ein, die ihn ermattet zurückließen. Er war froh, als sie das große Tor in der Mauer problemlos passierten und von den überfüllten Hauptstraßen auf weniger volle Seitenstraßen auswichen. Aber selbst hier waren viele Menschen unterwegs, saßen auf flachen Schemeln vor Häusern, tranken dampfende Getränke aus Tassen, boten ihre Waren an und unterhielten sich lauthals miteinander. Der größte Teil dieser Menschen hatte schwarzes Haar und sonnengebräunte Haut. Ihre Kleidung war eher schlicht, bestand zumeist aus einfachen Hosen und Weiten, mit gurtengeschnürten Hemden. Kaum jemand trug Schuhwerk, nur hier und da sah Natiole einfache Sandalen. Keiner der Vlachhaken sprach, und Natiole sah seinen Leuten an, dass sie ebenso beeindruckt waren wie er selbst. Er war froh, dass sie die Trolle auf den Karren vor allen neugierigen Blicken verborgen hatten. Ein Menschenauflauf so vieler Fremder hätte hier nur allzu leicht zu einem Zusammenstoß mit Vrag führen können, wenn der tiefen Troll inmitten der Menge aufwachte. Endlich ließen sie die engen Straßen hinter sich und näherten sich dem Zentrum der Stadt, einem gewaltigen Komplex aus mächtigen Gebäuden, der im Herzen des flachen Tals lag. Ihre Begleiter führten sie auf eine breite Straße, die fast menschenleer war. Krieger in weitaus prächtigeren Rüstungen standen dort Wache, jeweils zwei auf ein Dutzend Schritt. Sie trugen geschuppte Panzer, bei denen jede einzelne Schuppe wie eine Feder geformt und vergoldet war. Selbst im strahlenden Sonnenschein, der dem ungerüsteten Natiole den Schweiß auf die Stirn trieb, standen sie stoisch ruhig in den Händen lange Schilde und Speere. Sie reagierten mit keiner Regung auf die Vlachhaken und ihre Wagen. Fast hätte man sie selbst für Statuen halten können, hätten sie sich nicht anderen Reisenden in den Weg gestellt und ihnen den Durchlass verweigert. Die breite, mit perfekt quadratischen Steinen gepflasterte Straße führte vorbei an einem flachen, von Säulen umrahmten Gebäude über einen Platz, auf dem zwei Dutzend mannshohe Statuen standen, zu einem gewaltigen Palast, dessen goldene Kuppel von der Macht und dem Selbstbewusstsein des Imperiums kündete. »Jetzt weiß ich, warum man es das goldene Imperium nennt«, flüsterte Natiole angesichts der Pracht. »Auf den Stufen des Palastes erwartete sie schon ein Empfangskomitee, bestehend aus mehreren der goldgeschubbten Soldaten und zwei großen Männern, von denen einer ihnen sogleich entgegen eilte. Bevor Natiole etwas sagen konnte, warf sich der Mann auf den Boden und berührte mit der Stirn die Pflastersteine. »Ich entbiete euch das Willkommen und die Aufnahme meines großherrlichen Herrn, des von Akdele gesalbten und mit ihrer Liebe bedachten, des geflügelten Hauptes, des Besamers der irdenen Kuh, des Trägers des Firmamentes und von den Kindern seines Reiches geliebten Imperators, dessen Antlitz Gottes liebkost ist, von Arkides, dem neunzehnten seines Namens und damit das Willkommen des dyrischen Imperiums, dessen Geburt im Feuer lag und von Akdele's Willen gelenkt wurde.« Sein Vlachkisch war makellos. Erstaunt blickte Natiole zu Arwan, der jedoch stur gerade ausschaute. Der Mann, dessen kahlgeschorener Kopf im Sonnenlicht glänzte, bewegte sich nicht. Der junge Vlachake war unsicher, wie er auf den Mann zu seinen Füßen reagieren sollte. »Ich danke dir und deinem Herrn«, sagte er schließlich schlicht. »Ich überbringe Grüße von Sten Karl da Braun, dem Wollwurden von Vlachkis.« Jetzt erhob sich der Mann und legte feierlich seine Hände auf die Brust. Sein dunkelblaues, mit goldenen Stickereien besetztes Gewand erinnerte Natiole an die weiten Gewänder von Arteinis. Es fiel in Falten an ihm herab und bedeckte seinen fülligen Leib beinahe zur Gänze. Nur Kopf, Hände und Füße, die in einfachen Sandalen steckten, schauten heraus. Ähnlich wie die Dürierin war auch er geschminkt, mit dunklen Strichen um die Augen, die ihm einen mysteriösen, tiefen Blick verliehen. »Ich bin Pilon, Mund des goldenen Imperators und für alle Annehmlichkeiten eures Aufenthaltes zuständig. Mir obliegt es, euch die Gemächer zu zeigen, die Gästen, wie ihr sie seid, angemessen sind. Ich danke euch dafür. Dies sind die Trolle?« fragte der füllige Mann mit einem Blick auf die Karren, wo die Trolle unter den Decken lagen. In der Hitze hing ihr erdiger Geruch wie eine Dunstglocke über den Leibern. »Äh, ja, das Sonnenlicht schwächt sie,« untertrieb Natiole. »Bei Nacht werden sie aufwachen.« »Ich weiß,« entgegnete Pilon. »Ich habe das Buch »Roch der Troll« gelesen. Ich weiß alles über diese Wesen, was es zu wissen gibt.« Natiole nickte freundlich, dachte aber bei sich, »das bezweifle ich.« Mit einigen Schritten kam ihr Gastgeber näher und redete in seiner Zunge auf die Soldaten ein, die sie begleitet hatten. Der Anführer gab einsilbige Antworten, die Pilon nicht zufriedenzustellen schien. Seine Mine wurde immer zorniger. Fragend sah Natiole zu Arwan, der jedoch unmerklich den Kopf schüttelte. Das Gespräch war wohl zu komplex und schnell für den Soldaten. Dann wedelte Pilon mit den Händen, als wolle er unliebsame Fliegen von seinem Frühstückstisch vertreiben, und die Soldaten wendeten ihre Pferde und ritten davon. »Ich bin zutiefst betrübt, dass euer erster Kontakt mit unserem wundervollen Land diese unzivilisierten Barbaren waren,« erklärte Pilon, »und seine Mine zeigte tatsächlich eine derartige Trauer, dass Natiole insgeheim befürchtete, er würde gleich in Tränen ausbrechen. Ihre Dienste waren sehr hilfreich,« versuchte der junge Vlachake, sein Gegenüber zu beruhigen. »Es sind Fischfresser aus dem Westen,« »spie Pilon beinahe aus,« »ungebildet, ohne Manieren, kaum besser als Söldnerpack.« »Nichts, was den Glanz des Imperiums repräsentiert, der alles Übel von meinem Herrn und von uns allen abwendet.« Seine beringte Hand wies auf die Soldaten, die sich immer noch nicht bewegt hatten. »Juckt es die nicht irgendwann irgendwo?« sinierte Natiole, wurde aber von einem lauten Ruf aus seinen Gedanken gerissen. »Wenn das mal nicht Vlachaken sind!« Ein kleiner Mann kam würdevoll aus dem Gebäude, die Arme ausgebreitet und ein breites Grinsen auf seinem spitzbübischen Gesicht. Seine Haare waren grau und seine Züge wiesen viele Falten auf, doch sie wirkten eher so, als ob er viel gelacht und nicht viel getrauert habe. Sein außerordentlich kostbares, gefaltetes Gewand und seine betont aufrechte Haltung trugen dazu bei, ein ansehnliches Bäuchlein zu verbergen, wie Natiole bemerkte. »Vlachaken und Trolle, wie man riecht!« fuhr der Neuankömmling fort. Pilon stellte sich ihm in den Weg, aber er ignorierte ihn einfach und schritt an ihm vorbei. »Meine Güte, das muss Natiole sein! Als ich dich das letzte Mal sah, warst du nicht größer als so!« Mit der rechten Hand deutete er Hüfthöhe an. »Ihr könnt nicht!« murmelte Pilon flehend. »Ihr müsst!« »Ach!« unterbrach ihn der Fremde und zwinkerte Natiole vertraulich zu. »Mach dir keine Sorgen, Pilon, das ist alles erlaubt. Ich begrüße lediglich alte Freunde.« Jetzt verstand der junge Vlachake endlich und verbeugte sich. »Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Sargan Vulpon.« Bei ihrem letzten Treffen war Natiole tatsächlich erst so groß gewesen und Sargan erheblich weniger beleibt. »Nenn mich einfach Sargan.« »Willkommen in Kolschas, Herle von Dyria und Herz des Goldenen Imperiums, Natiole. Willkommen im Zentrum der Welt!« Die Stimmung in Terremi ist deutlich besser geworden, seit der Voivode wieder mehr er selbst ist, dachte Arteinis, während sie die letzten Schritte auf der belebten Straße zurücklegte, die zu Saikos Laden führte. Obwohl das Land sich auf einen Krieg vorbereitete, obwohl der Voivode um Nemes Flores trauerte, hatte sich doch ein schwerer Schatten von ihm gelöst, seit sein jüngerer Sohn wieder aufgewacht war. Und Stain Karl de Braun überwachte seither die Geschehnisse auf der Burg und in der Stadt mit großer Tatkraft und Umsicht. Beides war auch notwendig, denn die Zahl der Bewaffneten in der Festung stieg mit jedem Tag, und es war nicht immer leicht, die Männer und Frauen, die zu einem Kriegszug aufgebrochen waren und sich nun in untätigem Warten üben mussten, unter Kontrolle zu halten. Und auch die verbliebenen Masriden in der Stadt konnten sich wieder sicherer fühlen, seit Stain hatte verkünden lassen, dass er keine Übergriffe auf sie dulden würde. Die Untergebenen des Voivoden folgen ihm in allem. Wenn er Hoffnung hegt, dann hegen sie sie auch. Was würden die Vlachhaken wohl tun, wenn sie ihn verlieren würden? Für einen Moment schweiften ihre Gedanken zu Nathiole, der sich auf dem Weg nach Dyrien befand. Eines Tages würde er seinem Vater nachfolgen müssen. Sie hoffte inständig, dass es dem Trupp aus Trollen und Menschen gelang, die Sorkaten zu überqueren, bevor die ersten Schneefälle einsetzten. Das Wetter in Vlachkis war unberechenbar, und es gab Jahre, in denen die Pässe durchgängig unpassierbar blieben. Vielleicht wird Nathiole diese Reise und die Verantwortung, die er dabei trägt, helfen, sich auf seinen künftigen Platz vorzubereiten. Arteinis warf noch einen letzten Blick zum grauen Himmel, an dem sich eben schwere Wolken zusammenballten, dann betrat sie das Geschäft. »Früka, welche Ehre!« Seikos begrüßte sie mit der gewohnten Höflichkeit. »Es war sehr freundlich von euch, mir einen Boten mit der Nachricht zu schicken, dass ihr wieder über Kaffee verfügt.« Angesichts des sich stets verschlechternden Wetters war die dyrische Karawane, von welcher der Bote des Händlers ein Straßenjunge aus Terremi gesprochen hatte, sicher eine der letzten, die Vlachkis in diesem Jahr erreichen würde. »Ich hielt es nur für angemessen, Früka, euch die Möglichkeit zu geben, eure Vorräte aufzustocken, bevor die Sylken euch erneut zuvorkommen.« »Die Sylken?« erkundigte sich Arteinis überrascht. »Sind sie denn zurückgekehrt?« Der Händler neigte bedächtig den Kopf. »So ist es, ihr geheimniskrämerischer Anführer zumindest. Ich glaube, dass diese Sylken ein Lagergans hier in der Nähe aufgeschlagen haben, Herren.« Als Arteinis ihn ungläubig ansah, beeilte sich Seikos hinzuzufügen, »Vielleicht irre ich mich auch, Früka. Die bescheidenen Geistesgaben, die mir Akdele gab, reichen nicht immer aus, um die richtigen Schlüsse aus meinen ungenauen Beobachtungen zu ziehen. Doch die Häufigkeit, mit der ihr ungehobelter Anführer meinen Laden beehrt, verrät mir, dass das Quartier der Sylken nicht allzu weit entfernt sein kann.« Diese Neuigkeit beschäftigte Arteinis. Sylken lagern in der Nähe Teremis. Das werden sie kaum tun, weil sie die Wunde eines Landes kennenlernen wollen, das beinahe ebenso barbarisch ist wie ihre eigenen Stämme. Sie müssen einen Auftrag haben. Aber von wem? Und wie lautet er? Vermutlich würde ihr Vater von der Aufgabe der Sylken wissen. Im Imperium geschah kaum etwas von größerer Bedeutung, was Sargan-Wulpon entging, auch wenn er gern mit geheuchelter Bescheidenheit erzählte, dass die Tage vorbei seien, in denen er die Geschicke des Reiches mitbestimmt hatte. »Und wer bin ich, wenn nicht meines Vaters Tochter?« Nach einiger Überlegung sagte sie, »Seikos, würdet ihr mir noch einen weiteren Gefallen tun?« Der Händler verneigte sich tief, »selbstverständlich, Fröker.« »Wenn der Herr der Sylken euch das nächste Mal aufsucht, dann behauptet, ihr hättet eine der gewünschten Waren nicht vorrätig und bittet ihn, zu einem bestimmten Zeitpunkt einige Tage später wiederzukommen. Dann schickt mir euren Boten, Jungen. Ich würde zu gern herausfinden, wo sich dieses sylkische Lager befindet.« Falls Seikos dieses Anliegen seltsam fand, so ließ er es sich zumindest nicht anmerken. »Das werde ich, Herrin, und nun kümmere ich mich um euren Kaffee.« In Gedanken versunken ging Arteines die möglichen Bedeutungen der Neuigkeiten, die sie von Seikos erfahren hatte, durch. »Vielleicht hat nur irgendein Adeliger in Kolschers Interesse daran, aus erster Hand zu erfahren, was hier in Vlachkis vor sich geht,« grübelte sie. »Die Anwesenheit der Sylken muss nichts zu sagen haben. Dennoch war sie fest entschlossen, zumindest herauszufinden, wo die Reiter lagerten und wie viele es waren. Es ist besser, erst genaueres zu wissen, bevor ich dem Woiwoden oder seinem Sohn davon erzähle. Sie war hin- und hergerissen zwischen ihrer Freundschaft zu Steen und seiner Familie und der Loyalität, die sie gegenüber ihrer Heimat empfand. Wenn die Sylken im Auftrag eines Dyrias im Lande waren, stand es ihr kaum zu, sich einzumischen. Ihre Taten würden auf ihren Vater und damit auf ihre ganze Familie zurückfallen. Andererseits ist Wissen natürlich Macht, und man sollte nicht vergessen, wie neugierig ich bin. So furchtbar neugierig. In diesem Moment kehrte Saikos mit einer kleinen Schatulle wieder, die er ihr mit einem selbstgefälligen Lächeln entgegenhielt. Als er den Deckel fast schon ehrfürchtig öffnete, erhob sich der unvergleichliche Duft von Kaffee, und Arteinis schloß verzückt die Augen. Als sie auf dem Rückweg an der Tür zu Iones Gemächern vorbeiging, hörte sie ein lautes Poltern, gefolgt von einem blumigen, wlachkischen Fluch. Offenkundig war er gerade wach. Neugierig geworden klopfte sie an die Tür. Als sie eintrat, bot sich ihr ein Bild, das sie zum Lachen reizte. Iones saß nur mit einer Hose bekleidet auf dem Bett. Vor ihm stand eine Waschschüssel. Der zugehörige Wasserkrug lag zerbrochen auf dem Boden, und der Prinz hielt unschlüssig einen Schwamm in der Hand. Arteinis verkniff sich mühsam das Grinsen und setzte eine gespielt besorgte Miene auf. »Nemes Iones, was macht ihr denn da?« rief sie. »Ich versuche, meine Haare zu waschen«, gab er möglichst würdevoll zurück, was allerdings kaum zu seinem sonstigen Erscheinungsbild passen wollte. »Warum hast du keinen deiner Diener gefragt, ob er dir hilft?« fragte sie leiser, während sie in den Raum trat. Er richtete sich auf und verzog den Mund. »Weil sie mich ohnehin schon den ganzen Tag bemuttern«, entgegnete er, »ich kann keinen Handgriff tun, ohne dass man mir hilft.« »Vielleicht zurecht«, neckte ihn Arteinis. Grimmig funkelte Iones sie an. Diese Erkenntnis schien ihm nicht zu gefallen. Zwar erholte sich sein Körper erstaunlich gut von seinen Verletzungen, aber er verschlief immer noch gut die Hälfte des Tages, und jede kleine Anstrengung ermüdete ihn schnell, was dazu führte, dass sowohl sein Vater als auch das Gesinde sich ständig um ihn bemühten. Bislang hatte er nur einige Schritte im Zimmer getan, und man hatte ihm angesehen, wie schwer sie ihm fielen. »Zumindest, wenn ich das Resultat deiner Bemühungen betrachte«, fügte sie mit einem vielsagenden Blick auf die Tonscherben hinzu. »Dann kam ihr eine Idee. Würdest du mir vielleicht gestatten, dir zu helfen?« Er bedachte sie mit einem Blick, den sie nicht deuten konnte. »Verlegenheit? Dankbarkeit?« »Gerne,« murmelte er schließlich mit gesenktem Kopf. Arteinis nahm ihm den Schwamm aus der Hand und tauchte ihn in die Waschschüssel. Das Wasser war kaum mehr als lauwarm. Vorsichtig, um die verschorfte Wunde an seinem Hinterkopf nicht zu berühren, fuhr sie mit dem nassen Schwamm über seine Haare und strich mit der linken Hand das Wasser heraus. Ionis schloss die Augen. Ein Schauer lief ihm über die Haut. Plötzlich nahm Arteinis alles überdeutlich wahr. Seine hellbraune Haut, unter der sich nun, nach den Tagen seiner Krankheit, die Rippen abzeichneten, den schwachen Duft des Seifenwassers, die hässlichen Wundränder, die langen Wimpern seiner geschlossenen Augen. Er ist ein anderer für mich geworden, dachte sie, nicht mehr der fremde Prinz aus dem kalten Vlachkis, den mein Vater als Gast beherbergt hat, nicht mehr mein einziger Freund in diesem barbarischen Land. Unsicher atmete sie tief ein, als sie erkannte, dass sie beide im Begriff waren, eine Grenze zu überschreiten, die bislang immer zwischen ihnen bestanden hatte. Iones musste dasselbe gedacht haben, denn er hob eine Hand und umschloss vorsichtig die Finger ihrer Linken. Langsam führte er ihre Hand zu seinem Mund und küßte sie. Arteinis ließ den Schwamm sinken. Sacht zog er sie zu sich hinunter und sie gab nach, ließ sich neben ihm auf dem Bett nieder. Er öffnete die dunklen Augen und sah sie lächelnd an. Wassertropfen liefen über sein Gesicht, perlten auf seine Brust. Sie strich die Tropfen fort und er folgte ihren Fingern mit den Lippen. Sie war ihm so nah, dass sein Atem warm über ihre Haut strich. Schließlich beugte er sich vor und küßte sie auf die Lippen. Sein Mund war warm, weich. Sie umarmten sich, und die Küsse wurden länger und forschender, doch als sie ihre Hand in seinen Nacken legte, stöhnte er auf und zuckte unwillkürlich zurück. Arteinis öffnete die Augen. Ist alles in Ordnung? Ionis grinste verlegen. Wie fühlst du dich? fragte sie besorgt. Er vergrub sein Gesicht in ihrem Haar. Lebendig, murmelte er, ich fühle mich lebendig. Er ließ seine Lippen langsam ihren Hals hinab wandern. Sie schloss die Augen, genoss das Gefühl, ihm so nahe zu sein. Doch dann rückte sie abrupt ein Stück von ihm ab. Was ist, wenn jemand hereinkommt und dich dabei erwischt, wie du die Tugend deiner Gäste gefährdest? Ich glaube nicht, dass ich schon unter diesen Verdacht geraten könnte, obwohl ich gern ein bisschen gefährlicher für deine Tugend wäre, erwidert Ionis einigermaßen kläglich. war es noch eine ziemliche Herausforderung. Sie lachte, dann legte sie ihren Kopf auf seine Schulter. Wenn es dir wieder besser geht, werden wir hoffentlich noch reichlich Zeit für uns haben. Er nickte, Gedanken verloren. Er weiß es genauso gut wie ich, dachte Artheinis. Schließlich ist er kein Dummkopf. Zeit ist ein rares Gut für uns. Der Tag konnte nicht mehr allzu fern sein, an dem ihr Vater sie nach Tyrien zurückrief. Aber heute bin ich hier, ermahnte sie sich selbst, bei ihm. Soll ich uns etwas zu essen holen? fragte sie, bemüht, die Stimmung nicht schwermütig werden zu lassen. Vermutlich wird mich niemand aufhalten, wenn ich in die Küche schleiche, wohingegen bei deinem Anblick ja angeblich die Köche hat mein Vater etwa angefangen, dich mit Geschichten über meine früheren Missetaten zu erfreuen? Sie winkte ab. Nein, das hat Natiole mir erzählt, bevor er aufgebrochen ist. Mit gerunzelter Stirn sah er sie an. Du hast mit Natiole über mich gesprochen? Ja, warum auch nicht? Dein Bruder kann sogar ganz freundlich sein, wenn er sich nicht gerade bemüht, möglichst unausstehlich zu wirken. Aus irgendeinem Grund schien Ionis diese Ansicht nicht zu erfreuen, aber sie beschloss nicht weiter darauf zu achten. Heute bin ich hier, wiederholte sie in Gedanken, bevor sie das Zimmer verließ. Einige Augenblicke standen sie sich schweigend gegenüber, dann lächelte Denixer Skleron. Ein schelmisches Lächeln, das gar nicht zu dem großen hageren Mann mit den asketischen Zügen zu passen schien. Aber Kamros hatte bereits beim Festmahl gemerkt, dass Denixer zwar asketisch wirken mochte, wohl aber einen von Akdele gesegneten Appetit besaß. Du bist ein gefährlicher Mann! Bescheiden schlug Kamros die Augen nieder, lächelte dann jedoch und blickte wieder auf. Einige Herzschläge lang hielt er Denixers Blick gefangen, bevor er antwortete, wir sind alle gefährliche Männer, deswegen sind wir hier. Sein Gegenüber mochte es vielleicht als einen Hinweis auf ihr konspiratives Treffen verstehen, aber eigentlich meinte Kamros mehr als nur die Besucher des Palastes seines Schwiegervaters, er sprach von Kolschers und seinen Mächtigen vom Herzen des Imperiums. Die Skleron werden dein Anliegen unterstützen. Mit diesen Worten wandte sich Denixer ab und ließ sich von den Sklaven hinaus auf den Platz vor dem Palast führen, wo seine Sänfte schon warten würde. Erleichtert durchquerte Kamros die Vorhalle und kehrte in das Atrium zurück. Larzanes trank einen Schluck Wein aus einem gläsernen Pokal und sah Kamros fragend über den vergoldeten Rand des Bechers hinweg an. Mit einem Seufzen ließ sich Kamros auf die niedrige Bank nieder und rückte ein Kissen in seinen Rücken. Er ignorierte die Blicke seines Schwiegervaters und kostete den Moment voll aus. Und? Der Nixer hat ja eine große Schau daraus gemacht, nicht auf unsere Anspielungen einzugehen. Erwartet er einen größeren Anteil oder Lächelnd griff Kamros nach seinem eigenen Pokal und schwenkte ihn. Der rote Wein kreiste schwerfällig in seinem gläsernen Gefängnis. Er hat zugestimmt, Vater, erklärte der Beamte schließlich. Ich glaube, er wollte uns nur ein wenig schwitzen sehen. Ha! Ich wusste es! Das stimmt, dachte Kamros bei sich. Du wusstest es, alter Mann. Du weißt sehr viel. Müßig überlegte er, ob dieser Gedanke ein Lob oder eine Drohung war. Damit hast du die Skleron und die Virus in deinem Beutel. Damit hast du dich der Unterstützung zweier der vier mächtigsten Kriege Aristokratenfamilien versichert. Ich würde nicht sagen, dass sie in meinem Beutel sind, auch wenn der Gedanke schmeichelhaft ist. Sie stehen Schulter an Schulter mit mir. Aber nur um sich selbst zu antworten, nein, mit Barückses Geld im Rücken hätten wir sie auch einfach kaufen können. Aber so ist es natürlich besser, denn wir schonen Barückses Schatullen und erhöhen so den Gewinn, den er aus der ganzen Angelegenheit ziehen wird. Und es ist klug, das Wohlwollen eines Mannes wie Barückses zu erhalten. Auf jeden Fall, aber deine Taktik war ja auch fehlerlos. Jetzt winkte Larzanes bescheiden ab. Du hättest es auch allein geschafft, mein Sohn. Dennoch gebührt dir Dank und Ehre, Vater, ein so simpler Gedanke und doch so wahr, Kriegerfamilien brauchen den Krieg. Der Imperator hat mich dies gelehrt vor langer Zeit. Finde heraus, was dein Gegenüber wirklich braucht, und du bekommst alles, was du verlangst, alles. Jedenfalls sind wir jetzt gut aufgestellt. Mit den Skleron und den Virus haben wir einen nicht zu unterschätzenden Einfluss bei den Armeen erlangt, und das zu einem durchaus vertretbaren Preis. Für nicht mehr als das Versprechen eines Krieges, der Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitglieder der Familien bieten wird, die Aussicht, sich unsterblichen Ruhm zu sichern. Was ist mit Söldnern? fragte Larzanes überraschend. Um Zeit zu gewinnen, trank Kamros noch einen Schluck Wein und langte in die verzierte Schale mit den gezuckerten Datteln, die vor seinem Schwiegervater stand. Bedächtlich erwiderte er, sie stellen eine Möglichkeit dar. Mindestens zwei der größeren Verbände sind in oder nahe Kolschers, erklärte sein Gegenüber. Einen Teil der benötigten Truppen selbst zu bezahlen und nicht die imperialen Schatzkammern zu beanspruchen, könnte von Vorteil sein. Der Beamte ließ sich diese Worte durch den Kopf gehen. Militärischer Ruhm und Eroberungen waren natürlich vom Imperator gern gesehen, und ihr Geschmack wurde noch süßer, wenn er sie nicht aus der Staatskasse bezahlen musste. Andererseits würde ein Anheuern von Söldlingen sofort das Interesse weiter Kreise nach sich ziehen. Ist es das wert? Ich denke nicht, stellte er schließlich fest, oder noch nicht. Ich will niemandem ein Signal geben. Je später sich der sicherlich auftretende Widerstand formieren kann, desto besser für uns. Ich bin sicher, wir können dafür Sorge tragen, dass ein oder zwei Verbände längere Zeit hier stillhalten. Sehr diskret, versteht sich. Es kostet ein wenig Geld, aber wir haben ja gerade etwas gespart. Gut, erwiderte Kamros bestimmt, das wird reichen. Söldner waren immer ein zweischneidiges Schwert. Schon lange kam das Imperium nicht mehr ohne die fremden Truppen aus, die sich aus allen Teilen des Reiches und auch von jenseits der Grenzen rekrutierten. Meist wurden sie von Satrapen angeworben, um deren Macht auch gegen die mächtigen Kriegearistokraten zu sichern, die ansonsten mit ihren Armeen zu viel Einfluss in den Satrapien gehabt hätten. In Zeiten der Not und des Krieges standen die Söldlinge bereit und konnten schnell eingesetzt werden, während die Aushebung anderer Truppen teilweise recht langwierig sein konnte. Söldner waren, anders als frisch ausgehobene Truppen, erfahren und kampfgestählt und bildeten so manches Mal den Kern einer Armee, auch wenn dies im Imperium niemals offen ausgesprochen wurde. Also haben wir eine Armee und die finanziellen Mittel, um sie zu versorgen, auszurüsten und eventuell Söldlinge anzuheuern. Eine Armee stark genug, um eine Provinz zu erringen. Wir haben eine schlagkräftige Streitmacht, konstatierte Larzanes erneut. Was uns fehlt, ist der passende Krieg. Ein Ziel wird sich schon finden lassen, entgegnete Kamros, wenn wir nur danach suchen. Stille senkte sich über das Atrium. In der Luft hing noch der Geruch des Festmahls. Einige Köstlichkeiten waren von den Sklaven bereits abgeräumt worden, aber es stand immer noch eine Fülle bereit, an der sich zwanzig Männer hätten laben können. Selbstverständlich hatten sie keinerlei Kosten gescheut, um Denixer zu verwöhnen und zu beeindrucken, Muscheln und Taubenbrüstchen Zicklein in Milch, Wachteleier, exotisches Obst und Honiggebäck. Und das war nur ein kleiner Teil der Auswahl, die den ganzen Tisch bedeckte und in silbernen Schalen ansprechend dekoriert war. Auch Kamros hatte gut gespeist und war mehr als satt. Dennoch griff er nach der letzten Feuertraube, die noch auf der einzigen goldenen Servierplatte lag. Falsch zubereitet konnte die Feuertraube tödlich sein, denn in ihrer Schale hauste ein schreckliches Gift, das einem Mann den Atem stahl, bis er blau angelaufen starb. Richtig zubereitet war sie eine sündhaft teure Delikatesse, ein besonderer Luxus, anders die Waffe eines Assassinen. Ob sie deshalb so teuer ist, weil die Meuchelmörder so großen Bedarf an ihr haben? Fragte sich Kamros ins Geheim, während er die Frucht genüsslich aß. Natürlich wurden die Feuertrauben mit äußerster Sorgfalt geschält, und die entsprechenden Sklaven hafteten mit ihrem eigenen Leben für die Sicherheit ihrer Herren. Dennoch blieb eine letzte Ungewissheit, ein winzig kleines Risiko, das den Genuss umso vollendeter machte. Wusstest du, Trolle in der Stadt sind? Fragte Larzanes unvermittelt. Nein. Trolle? Wie aus diesem Buch des Sargan Vulpon? Bist du sicher? Ja, ein Vertrauter im Imperialen Palast hat es mir erzählt. Sie wollen um eine Audienz beim Imperator ersuchen. Trolle, die eine Audienz wünschen? Hat man so etwas schon mal gehört? Wir sprechen doch von großen Menschenfressern, nicht wahr? Monstern aus dem dunklen Süden, aus den unzugänglichen Bergen? Wem gehören sie? Wem sie gehören, kann ich nicht sagen, aber sie kommen wohl aus Vlachkis, ebenso wie ihre menschlichen Begleiter. Du weißt schon, dieses barbarische kleine Land, das einst eine Provinz des Reiches war. Als hätte man ihn geschlagen, zuckte Kamros zusammen und blickte zu seinem Schwiegervater, der ihn bedeutungsvoll ansah. Das Glück ist wahrhaftig mit den Tüchtigen. Versucht gar nicht erst, euch den Weg zu merken, erklärte Sargan und lächelte leicht, selbst ich verlaufe mich immer noch. Eigentlich wollte Kerr dem Menschen sagen, dass er sich nicht verlaufen würde, da er ihrem Geruch einfach zurückfolgen konnte. Aber der Troll vermutete, dass es einer der Scherze der Menschen war, und schwieg, um ihn nicht zu zerstören. Es ist unglaublich, so riesig. Natiole war sichtlich beeindruckt. Der junge Mensch lief mit großen Augen in der gewaltigen Konstruktion aus Holz und Stein herum. Auch Kerr empfand eine Art Ehrfurcht vor den Gebäuden, zwischen denen sie sich bewegten. In Vlachkis waren manche Häuser hoch und die feste Remis war sehr groß, aber gegen die Paläste und Tempel von Kolschers wirkten sie winzig. Die ganze Stadt war unvorstellbar groß. Kerr war von den neuen Eindrücken nahezu überrollt worden. Als die Trolle erwacht waren, befanden sie sich bereits mitten in Kolschers. Und der Herzschlag des Landes war hier schwach, kaum wahrnehmbar, und die Echos, die er in Kerrs Geist hinterließ, waren undeutlich und bildeten die Welt nur ungenau ab. Sie hatten sich auf ihrer Reise immer weiter vom Dunkelgeist entfernt, und sein Atem war hier kaum mehr als eine Erinnerung in ihrem Geist. Besonders Wrack litt darunter, auch wenn Anders Kind das niemals zugegeben hätte. Er war schweigsam und war mit Zran in den großen unterirdischen Räumen zurückgeblieben, die man ihnen gezeigt hatte. Aber Natiole und Kerr waren Sargans Einladung gefolgt, der angeboten hatte, ihnen Kolschas zu zeigen, oder zumindest den wichtigen Teil, wie der grauhaarige Mann augenzwinkernd gesagt hatte. Es muss groß sein. Dies ist das Zentrum des Imperiums. Von hier aus wird es regiert. Hier sind alle wichtigen Tempel, alle entscheidenden Verwaltungsgebäude. Hier sitzen die Beamten, deren Wort Kriege auslöst oder verhindert. Und natürlich ist dies der Sitz des goldenen Imperators. Aber es sind so viele Gebäude, so viele Tempel, Kuppeln und Türme. Es ist eine eigene Stadt, erwiderte Natiole. Dafür, dass es laut Sargan ein wichtiger Ort sein sollte, war es erstaunlich ruhig. Kaum Menschen auf den Straßen, außer den goldenen Kriegern, die an jeder Ecke standen. Viele Straßen waren von Säulen gesäumt, die flache Dächer trugen, unter denen die wenigen Menschen gingen. Ja, so könnte man es nennen. Du musst bedenken, dass die Stadt auch in Jahrhunderten gewachsen ist. Jeder Imperator hat neue Gebäude bauen lassen, um eine bleibende Erinnerung an seine Regentschaft zu hinterlassen. Neue Tempel gestiftet, neue Paläste errichtet. Nicht selten mussten dafür Wohngebiete aufgegeben werden. Wie viele Menschen leben in Kolschers? fragte Kerr. Eine Zählung ist unmöglich, aber es sollen mehr als eine Million sein, entgegnete Sargan Stolz. Arkides, der Siebzehnte seines Namens, hat die große Mauer im Norden einreißen und erweitern lassen, um mehr Platz zu schaffen, aber selbst die neue Mauer beschränkt das Wachstum inzwischen zu sehr. Früher war es verboten, außerhalb der Mauer zu siedeln, aber unser gütigster Imperator hat dieses Verbot aufgehoben und die Felder direkt vor den Toren der Stadt im Norden und Osten den Großgrundbesitzern ab und dem Imperium selbst zugesprochen. Dort wachsen jetzt die ersten Stadtviertel außerhalb der Mauer und ich bin mir sicher, dass Kolschers noch einmal weitaus mehr Bewohner gewinnen wird. Unter uns die Macht der Großgrundbesitzer war dem Imperator ein Dorn im Auge. Was ist, wenn ihr angegriffen werdet? erkundigte sich Nathiole. Oh, zum einen ist die Zahl unserer Feinde gering und dann sind sie nicht stark genug, um bis hierher vorzudringen und selbst wenn sie es könnten, müssten sie weite Ebenen überqueren, genug Zeit für die Reiter, um uns Warnungen zu überbringen und unser Volk in den Schutz der Stadt zu rufen. Unser Land ist von Akdele gesegnet. Heißen alle eure Imperatoren Arkides? Nein, erwiderte Sargan lächelnd, aber seit Arkides, dem ersten seines Namens, nehmen viele diesen Namen an, wenn sie zum Imperator gesalbt werden. Er war ein großer Herrscher, und er hat das Goldene Imperium zu dem gemacht, was es ist. Aus dem einfachen Land Dyria wurde unter seiner Ägide ein mächtiges Reich. Manchmal nennt man die Imperatoren in ihrer Gesamtheit sogar die Arkiden, aber ich folge dieser Mode nicht. Was ist mit dem, äh, mit dem Geschriebenen? warf Kerr ein, dem die letzten Worte des Dyrias zu verworren erschienen. Dem Geschriebenen? Das sein Mädchen dir gegeben hat, versuchte der Troll Natiole zu erklären. Einen Augenblick lang sah der Mensch ihn verständnislos an, dann nickte er. Der Brief, natürlich! Verzeih, Sargan, deine Tochter gab mir ein Schreiben für dich, mit, das ich glatt vergessen habe. Der Anblick der Stadt, die Reise, kein Grund, sich zu entschuldigen. Außerdem bin ich sicher, dass ihr Zorn über mich weder durch die Entfernung noch durch die Zeit gemildert wurde. In manchen Dingen ist sie ein Ebenbild ihrer Mutter. Du kannst ihn mir geben, wenn wir zum Quartier zurückkehren. Ich habe ihn dabei, also hier bei mir. Der junge Mensch griff unter sein Wams und zog das flache Lederbündel heraus. Interessiert sah Kerr, wie Sargan Natiole anlächelte und dieser unvermittelt rot im Gesicht wurde. Dann nahm der Tyria den Brief an sich. Ich werde ihn später lesen, erläuterte er und steckte ihn in eine der Falten seines weiten Gewandes. Ihre Sprache kann sehr blumig werden, wenn sie ihrem alten Vater sagen möchte, was sie von ihm hält. »Tatsächlich?« Tatsächlich?« Natiole klang erstaunt. In Termi war sie ein Muster an Höflichkeit. »Und Zurückhaltung?« »Nun, das nicht unbedingt«, erklärte der junge Mensch verlegen, »sie ist sehr willensstark.« »Ein Ebenbild ihrer Mutter, wie schon gesagt«, erwiderte Sargan seufzend, aber Kerr konnte riechen, dass er eher amüsiert war. »Übrigens, das dort ist der Hundert-Säulensaal, wo der Goldene Imperator üblicherweise rauschende Feste ausrichtet. Vielleicht wird er euch dort vor dem versammelten Hofstaat empfangen.« Das Gebäude, auf das Sargan wies, war ein hoher und langer Baum mit zwei Flügeln, zwischen denen ein flaches Dach von Dutzenden von Säulen getragen wurde. Selbst auf die Entfernung konnte Kerr erkennen, dass die Säulen mit Tierreliefs verziert waren. Am oberen Ende waren Stierköpfe, auf denen das Dach ruhte, während unten katzenähnliche Wesen vorherrschten. Die Reliefs waren bemalt, ebenso die Stierköpfe. Und das Gebäude wirkte selbst in der Nacht prächtig, da es von Dutzenden Feuerschalen erhält wurde. Der eigentliche Saal ist natürlich im Inneren, und es sind mehr als hundert Säulen, wenn man diese hier mit zählt, erklärte Sargan und deutete dann auf ein kleineres, aber nicht weniger prunkvoll verziertes Gebäude, das von ähnlichen Säulen umgeben war. Oder er empfängt euch im Appadar. Hier gab es nur Dächer, die von Säulengruppen getragen wurden. Es war eine offene Halle, die Kerr verwunderte. Keine Wände? Welchen Schutz bietet es dann? Oh, das Appadar ist nicht zum Schutz gedacht. Dort werden Versammlungen abgehalten, manchmal auch kleinere Feste gefeiert. Es ist alt, viel älter als die meisten Teile der Stadt. Es war einst der Palast des Imperators, aber jetzt ist es viel zu klein dafür. Auf Kerr wirkte das Gebäude keineswegs klein, aber er behielt seine Meinung für sich. Dass die Menschen sich Gebäude gegen Wind, Wetter und Kälte errichteten, hatte er schon lange begriffen. Dass sie aber welche bauten, die nicht einmal davor schützten, erschien ihm noch seltsamer als ihre sonstigen Verhaltensweisen. Im Imperium sind die Menschen noch verwunderlicher als in Vlachkis. Schwer zu glauben, aber so ist es. Wenn es zur Audienz kommt, werde ich euch vorher instruieren. Instru was? Ehe ihn der Dyria abhängte, fragte Kerr lieber nach. Ich erkläre euch, auf was ihr achten müsst. Das Protokoll ist sehr streng, und auch wenn für fremde Ausnahmen gemacht werden können, wird man euch wohlwollender betrachten, wenn ihr die Regeln beachtet, zumindest einige. Jetzt war es an Kerr zu seufzen. Immer mehr Regeln. Wir sollten zurück, stellte der Troll fest. Ich will Wrag nicht zu lange alleine lassen. Die beiden Menschen nickten und Sargan führte sie langsam durch die breiten Straßen zurück zu dem Gebäude, in dessen Keller sie untergebracht waren. Laut Sargan war es ein Palast, der nur für Gäste des goldenen Imperiums gedacht war. Hier wurden Gesandte untergebracht, die aus allen Teilen des Reichs und darüber hinaus kamen. Die Sklaven kümmerten sich auch um die ausgefallensten Wünsche, wie Pilon würdevoll versichert hatte. Im Vergleich zu den gewaltigen Hallen und Säulen, die sie auf ihrer Wanderung durch das Zentrum der Stadt gesehen hatten, war ihre Unterkunft klein, aber dennoch konnte Kerr erhobenen Hauptes durch die Türen gehen, und die Decken waren beinahe doppelt so hoch, wie ein Troll groß war. Selbst Wrag hatte sich nur ganz wenig bücken müssen, als er durch die Tür in den Keller gestiegen war. Sie haben diese Räume extra für euch ausgebaut, erläuterte Sargan. Ursprünglich gab es hier nur einen kleinen Keller, um Essen und Getränke kurzfristig kühl zu halten. Ein ganzes Heer von Arbeitssklaven hat sie erweitert, als die Nachricht von eurer Ankunft im Imperium uns erreichte. Das ist sehr großzügig, entgegnete Nathiole, aber Sargan winkte grinsend ab. Nein, nicht wirklich. Es ist bei uns Brauch, dass wir unsere Gäste beeindrucken. Für manche Besucher ist es die erste Stadt, die sie sehen, und in anderen zeigen wir unsere Hallen und Tempel, die Paläste und natürlich die Soldaten. Das Imperium will sicherstellen, dass jeder Gast erkennt, wie mächtig wir sind. Deswegen haben eure Hallen auch keine Wände, überlegte Kerr, was Sargan lachen ließ. Damit man auch von drinnen noch nach draußen sehen kann. Richtig erkannt, Freund Troll. Schweigend gingen sie durch das Tor in einen großen Innenhof, in dem sich ein wunderbarer Brunnen befand. Reich verzierte Fischskulpturen waren auf dem Rand des Brunnens angeordnet, und aus ihren Mäulern floss klares Wasser in das Becken des Brunnens. Obwohl er dieses Wunder schon lange bestaunt hatte, erfreute Kerr sich erneut an seinem Anblick. Manchmal sind die Erfindungen der Menschen schon großartig. Als sie die flache Treppe hinab in ihre Gemächer stiegen, machten ihnen die vier goldgeschubbten Soldaten Platz. Sie gehören zur Garde von Kolschers. Sie sind die einzigen Gerüsteten, die langfristig in der Stadt bleiben dürfen. Alles erfahrene Krieger aus den entferntesten Provinzen des Imperiums. Vor allem allerdings Sylden. Keiner von ihnen kann Beamter oder Imperator werden. Es ist verboten, deswegen vertraut man ihnen. Man preist sie auch für ihre Verschwiegenheit. Aber ihr könnt sicher sein, dass sie eure Zunge verstehen. Keine Regung in den Gesichtern der Männer zeigte, ob es sich tatsächlich so verhielt. Aber Kerr glaubte Sargan. Der Dürier war ein Freund. Nicht Tarek wie Sten, aber er würde sie nicht anlügen. Zumindest riecht er nicht so unter seinem komischen Blumen Wasser Gestank. Zurück, brummte Wrack, und Sran fügte hinzu, mit Halbzwerg. Die beiden Trolle hatten Sargan in Kolschas zum ersten Mal getroffen und brachten ihm dementsprechend Misstrauen entgegen. Aber Kerr hatte sie alles in allem beruhigen können. Der Keller war groß und in mehrere Räume unterteilt. Im größten hatte man den Trollen Lager eingerichtet, die Wrack nach einem kurzen Blick auf einen Haufen in eine Ecke geworfen hatte. Es gab einen niedrigen Tisch, auf dem Tonschalen voller frischer Fleischbrocken standen, sowie metallene Krüge mit Wasser und anderen Getränken, deren Halbzwerg? Was bei Akdelis feurigem Atem habt ihr Trolle nur mit Halbzwergen? Nun ja, so wirst du genannt in den Aufzeichnungen. Aufzeichnungen? Was für Aufzeichnungen? Trollaufzeichnungen? Die Aufzeichnungen, in denen ich von Druan, Pard und Ander berichtet habe, an den Wänden unserer Höhlen, die Geschichte der Trolle. Fabelhaft, zischte Sargan, ich schreibe ein Buch über Trolle und Trolle schreiben ein Buch über mich und darin nennen sie mich Halbzwerg. Eigentlich hat Pard dich so genannt, begann Kerr, aber Sargan wedelte mit der Hand und unterbrach ihn. Ja, ja, schon gut, schweigen wir doch jetzt lieber, oder wollt ihr, dass es die ganze Welt erfährt. Ein neuer Geruch mischte sich unter die anderen. Kerr antwortete nicht, sondern blickte zu der offenen Tür, wo sich eine Gestalt näherte. Zu spät, Sargan Wulpon, nicht die ganze Welt, aber meine Ohren haben es bereits gehört. Seufzend legte der Dürer den Kopf in die Hände. Anna, und wenn du es weißt, wird es Arteines auch erfahren, und dann werde ich meine alten Tage nicht in Ruhe genießen können, sondern werde sie unter dem beißenden Spott meiner reizenden Tochter verbringen müssen. In der Tür stand eine junge Menschin, die von der Anwesenheit der Trolle kaum beeindruckt zu sein schien. Kerr konnte nicht einen Hauch von Angst an ihr riechen, und sie stand breitbeinig und selbstbewusst da, die Hände auf zwei Schwerter in ihrem Gürtel gestützt. Kurz hielt sie inne. Ihr braunes Haar war sehr kurz geschnitten, und anders als die meisten trug sie lederne Kleidung. Gerade als sie eintreten wollte, trat ihr eine der Wachen in den Weg und sagte etwas, das Kerr nicht verstand. Wütend ging sie einen Schritt zurück und fixierte den Mann. Dann sagte sie ruhig und leise einige Worte in der fremden Zunge des Imperiums und zog eine Klinge ein winziges Stück aus der Scheide. In der Ecke richtete sich Zran spürte die Gewalt, die in der Luft lag. Die anderen Wachen umkreisten die junge Menschen, die ihre Bewegungen genau beäugte. Noch hatte keiner eine Waffe gezogen, aber Kerr konnte den Augenblick kommen spüren. Hastig sprang Sargan vor und redete schnell in seiner Sprache auf sie ein. Seine Worte waren wie ein Wasserfall, wie ein Regenguss, der die Kontrahenten auseinander trieb. Er stellte sich zwischen die Wachen, deutete auf die Menschen, auf Natiole, auf die Waffen und auf sich unablässig redend. Schließlich traten die Soldaten zurück, auch wenn sie die junge Frau nicht aus den Augen ließen. Sei gegrüßt, Anna, sagte Natiole und nickte ihr zu. Was wolltest du tun? Dich mit der Garde von Kolschers schlagen? Nati, erwiderte Anna und tippte sich mit zwei Fingern an die Stirn. Wenn es hätte sein müssen, manchmal verstehen diese Arschlöcher eben nur eine Sprache. Mit zwei Schritten war sie an den Vlachhaken heran und umarmte ihn. Schön, dich wieder zu sehen, Vetter, und natürlich deine Freunde kennenzulernen. Trolle, wie? Ja, das sind Kerr, Zran und Wrack, der tiefen Troll. Grüße vom Wojvoden. Ist Floris auch in der Stadt? Nein, sie wollte nach Vlachkis reisen, aber sie sollte schon längst zurück sein. Ich hatte gedacht, dass sie bei euch ist. Verwundert blickte Nathiole die Menschen an. Nein, wir wussten nicht einmal, dass sie kommen wollte. Vermutlich haben wir uns verpasst. Jetzt erkannte Kerr, an wen ihn die Menschin erinnerte. Sie hatte eine Haltung wie Sten. Oder wie seine Schwester Flores. Das muss ihr Kind sein. Mit einem schmatzenden Geräusch löste sich die Beinschiene vom Oberschenkel des toten Marzecks. Obwohl Cornell sich ein Stück in Essig getränkten Tuchs um Mund und Nase geschlungen hatte, trieb der Geruch, der von dem verwesenden Fleisch aufstieg, ihn dazu, einige Schritte zurückzuweichen. Mit der Hand wedelte er etwas Weihrauch aus einer bereitstehenden Räucherschale in Richtung des Leichnams, bevor er sich dem Toten wieder näherte und sich über die bloß gelegte Wunde beugte. Er war dankbar, dass Wigglers nicht nur eingewilligt hatte, dass er den Pfeil im Bein des ermordeten Fürsten untersuchen konnte, sondern sich auch dazu bereit erklärt hatte, für sein Vorhaben die Kapelle zu schließen. Das Letzte, was sich im Moment gebrauchen könnte, wäre eine Bande dieser Siglos Anhänger, die einen Vlachhaken dabei überrascht, wie er den Totenkörper ihres geliebten Herrschers schändet. Kornell hatte genug gesehen, um zu wissen, dass sich mit jedem Tag, der verging, der verblendete Hass von Masriden und Vlachhaken weiter steigerte, und er verspürte nicht die geringste Neigung dazu, hier in Turdui in eine ähnliche Situation zu geraten, wie Garias sie in Teremie erlebt Fetzen und galatartige Masse vom Schaft des Pfeils, der tief in Tamar Bekesars Bein eingedrungen war. Die Wunde war sicherlich nicht tödlich gewesen, zumindest nicht auf der Stelle. Vermutlich hatte der Marzek den Pfeil selbst abgebrochen, damit er ihn nicht allzu sehr behinderte. Die Schwert- und Axthiebe seiner Gegner waren es wohl gewesen, die ihn schließlich gefällt hatten. Endlich erreichte Kornells Messer das metallische Ende des Pfeils. Obwohl es ihn Überwindung kostete, steckte Kornell zwei Finger in das klaffende graue Fleisch und löste die Spitze mit einem Ruck vom Knochen. Blut floss keines mehr, dafür war der Leichnam zu alt. Hastig schob Kornell danach die Metallschiene wieder über das Bein. So würde kein Masride, der nicht mehr als einen flüchtigen Blick auf den Toten Warf erkennen können, was vorgefallen war. Mit einem Tuch rieb sich der Sonnenpriester die Hände ab, aber er wusste, dass er zumindest ein Bad benötigen würde, um sich auch nur halbwegs wieder sauber zu fühlen. Vorsichtig wickelte er die Pfeilspitze in ein Stück Leder und verstaute sie in seiner Tasche. Dann entriegelte er die Tür der Kapelle und trat hinaus auf den nächtlichen Innenhof. Wiklas erwartete ihn bereits. Sein Gesicht zeigte eine Mischung aus Furcht, Ekel und Neugier. Und, Bruder, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? erkundigte er sich. Kornell nickte vage. Dann lass uns zurück zum Tempel gehen. Heute Nacht will Wikuli Arkos zu uns kommen, und ein Höflichkeitsbesuch wird das sicher nicht. Vermutlich will er versuchen, den Albus Sunas auf seine Seite zu ziehen, damit unser Orden seinen Anspruch auf den Thron des Marzex unterstützt. Verwundert hob Kornell die Augenbrauen. Und? Wird der Albus Sunas seinen Wünschen nachkommen? Wiklas lächelte arrogant. Das wird wohl ganz davon abhängen, was er uns im Gegenzug anbietet. Aber ich bezweifle, dass seine Angebote mit denen von Siglos Bekesar konkurrieren können. Darauf erwiderte Kornell nichts. Natürlich, grübelte er, der Orden verfügt über viel Macht in Ardoli. Ohne seine Unterstützung dürfte es allen Anwärtern schwerfallen, die Herrschaft zu erlangen. Schweigend verließen sie die Burg und begaben sich in die Stadt hinunter. Selbst selbst zu dieser nächtlichen Stunde waren die Straßen und Plätze Turduis belebt, aber die Gestalten, denen sie begegneten, wirkten im Finsteren bedrohlicher als am Tage. Doch die beiden Sonnenpriester wurden nicht behelligt. Ob es an ihrer Kutte lag oder daran, dass das Straßengesindel einfachere Opfer bevorzugte, vermochte Kornell nicht zu sagen. Helles Licht drang aus der Pforte des Tempels, als Wiglas sie öffnete. Fünf Ordensmitglieder hatten sich bereits im Inneren versammelt, vier Männer in schlichten Priestergewändern und eine Frau, die eine besonders kostbare Robe trug. Sie ist die Keralja des hiesigen Tempels, erkannte Kornell erstaunt. Frauen waren im Orden nicht allzu häufig anzutreffen, und noch seltener kam es vor, dass eine von ihnen als höchste Priesterin eines Tempels fungierte. Die Keralja war noch nicht alt, aber ihr kurzes Haar war schon vollkommen weiß, was die Würde ihres Amtes unterstrich. Ihre blauen Augen lagen tief in ihrem ernsten Gesicht, und sie musterte Kornell eindringlich. Ah, Wiglas und unser vlachkischer Gast! Kommt herein, Brüder, dann sind wir vollzählig, sagte sie mit einer tiefen, volltönenden Stimme, und Kornell und sein Begleiter kamen ihrer Aufforderung unverzüglich nach. Ich will, fuhr die Keralja fort, dass ihr dem hohen Gast, den wir heute erwarten, alle Ehre erweist, die er verdient. Keine hastigen oder respektlosen Bemerkungen. Bei diesem Satz streifte der Blick ihrer blauen Augen kurz wie Klas, und Kornell fragte sich, in welcher Situation der Priester sich wohl derart ungebührlich verhalten haben mochte, um diesen Tadel zu verdienen. Wir werden den Worten des Wesets lauschen, uns eine Meinung bilden und uns später über alles beraten, was wir gehört haben. Aber solange unser Gast hier ist, sprechen wir mit einer Stimme, meiner. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Ihre Worte waren kraftvoll und überzeugend. Alle Priester nickten und bezogen an den Tempelwänden zeremoniell Aufstellung. Sie hatten kaum ihre Plätze eingenommen, als sich Schritte näherten und kurz darauf an die Tür geklopft wurde. Herein kam ein noch junger Mann, der ein einfaches Kettenhemd und lederne Arm- und Beinschienen trug. Seiner Rüstung fehlte jeglicher Zierrad, dafür sah sie aus, als ob er sie nur zum Schlafen ablegte. Begleitet wurde er von einer Frau und einem Mann, die beide masridische Plattenpanzer trugen. Verwundert erkannte Kornell Batzai. Er hat sich schnell einen neuen Herrn gesucht, dachte er. Aber was sollte er sonst auch machen? Ein Krieger ohne einen Anführer ist machtlos. Jeder Masride muss muss die Entscheidung treffen, wem er folgen wird. Der Mann in ihrer Mitte wirkte seltsam glanzlos gegen seine beiden Begleiter. Sein Haar war mittelbraun, seine Züge grobknochig und seine Nase offenkundig mehrfach gebrochen. An den Seiten trug er zwei schlichte, lange Jagdmesser, die aussahen, als seien sie häufig in Benutzung. Zielstrebig bewegte er sich auf die Keralja zu. Beide legten die Hände auf die Oberarme ihres Gegenübers und berührten sich formell mit den Wangen. Esyre, meinte der Mann erfreut, es tut gut, dich zu sehen. Wie Koliarkos. Die Keralja löste sich aus der Umarmung und deutete auf die Priester, die an den Tempelwänden standen. Unser Orden heißt euch gern willkommen, Veset. Durch die förmliche Anrede machte sie dem Adeligen unmissverständlich klar, dass dies kein Besuch unter Freunden war. Was immer sein Anliegen sein mochte, er brachte es einer Priesterin des Albussunas vor. Wie Koliarkos trat zurück und räusperte sich nervös. Seine Begleiterin und Batsai hatten hinter ihm Stellung bezogen und rührten sich nun nicht mehr. Ihr Auftreten wirkte zwar nicht bedrohlich, sie sahen aber doch angespannt aus. Arcos muss ihnen unbedingt vertrauen, wenn er sie zu einer solchen Besprechung mitnimmt, schoss es Cornell durch den Kopf. Dann will ich gleich zur Sache kommen, viermal verflucht, hob der Besucher an. Du weißt, wie sehr mich all die Förmlichkeiten langweilen, die der Hof von mir verlangt. Mir wird übel, wenn ich nur das Geschwafel höre. Ich bin kein Mann des Wortes, Esuer. Das war ich noch nie. Aber ich bin ein Mann, der weiß, wann er zu kämpfen hat und wann er Frieden halten muss. Siglos hat nur seinen Ruhm im Sinn, und den sucht er in Vlachkis. Für einen siegreichen Kriegszug wäre er bereit, selbst die Knochen des alten Zorpat herauf zu beschwören und diesen in die Schlacht zu schicken. Neben sich hörte Kornell einen Laut, der sowohl ein unterdrücktes Lachen als auch ein Husten hätte sein können. Doch als er sich zu Wiklas umsah, blickte dieser angestrengt gerade aus. Die Keralja nickte zu den Worten des Adeligen. Ich verstehe eure Bedenken, Veset, sagte sie langsam. Aber viele Masriden lieben Siglos Bekesar. Nicht nur wegen seiner unbestreitbar edlen Vorfahren, sondern auch weil er die Masriden zu neuer Größe führen will. So mancher denkt, dass der lange Friede zu unserem Schaden und zu Vlachkis Nutzen war. Unsinn, warf Wikuli mit einem Knurren ein. Selbst ein Mann mit dem Verstand eines Maultiers muss doch erkennen, dass es Ardoli unter Marzek Tamar gut ergangen ist. Sogar sein fetter Tiradar hat das erkannt, und dem hat das göttliche Licht am Tage seiner Geburt auch nicht gerade auf Er hielt einen Moment inne, räusperte sich erneut und spuckte dann geräuschvoll auf den Boden, bevor er fortfuhr. Ich sage, wir warten zumindest ab, was dieser Hundesohn von einem Woivoden im Schilde führt. Bis dahin können wir genug Truppen sammeln, um auf alles vorbereitet zu sein. Und selbst wenn es zum Krieg kommt, sollten wir bis zum Frühjahr damit warten, sonst besteht die Gefahr, dass wir alle im viermal verfluchten Winter elend verrecken. Esyra sog die Luft ein und wartete einige Momente, bevor sie dem aufgebrachten Mann antwortete. Der Albus Sunas muss vor allem dem göttlichen Licht gehorchen, Veset, erwiderte sie schließlich milde. Und in Vlachkis werden unsere Brüder und Schwestern nicht so geehrt, wie wir uns das wünschen würden. Unser Bruder Cornel hier, sie deutete auf den Angesprochenen, kann das sicher bestätigen. Cornel nickte, da er vermutete, dass weder die Keralia noch der kriegerische Vikoli darauf erpicht waren, eine genauere Darstellung der Umstände zu erhalten. Wenn wieder ein Marzek über ganz Ardoli herrschen würde, wäre es sicher leichter, den Glauben an das allumfassende göttliche Licht weiter zu verbreiten, fuhr sie mit ihrer dunklen, angenehmen Stimme fort. Das mag sein, Esuer, entgegnete Vikoli Arcos überraschend besonnen, aber du weißt, dass es kaum möglich ist, den sturen, vlachkischen Hunden unseren Glauben mit Gewalt aufzuzwingen. Was wir in zweihundert Jahren nicht geschafft haben, werden wir auch in diesem Herbst nicht erreichen. Oder was denkst du? Die Priesterin nickte bestätigend, wenn auch scheinbar nicht allzu erfreut darüber, dem Adeligen Recht geben zu müssen. Dass ich treu dem Orden des Albussunas anhänge, sollte außer Zweifel stehen. Stellt euch hinter mich, und ich werde euren Einsatz nicht vergessen. Darauf mein Wort. Wenn ich erst Marzek bin, werde ich dich zur ersten Beraterin machen, Esuja. Sieglos hingegen wird euch lediglich für seine Zwecke benutzen, und wenn er diese erreicht hat, dann wird er vielleicht keine weiteren Verbündeten aus euren Reihen brauchen. Wir werden eure Worte überdenken, Veset, sagte die Priesterin würdevoll. Offenkundig erkannte der Adelige, dass er damit entlassen war, denn nach einer schweigenden Verbeugung wandte er sich zur Tür, begleitet von den beiden Gerüsteten. Die drei waren noch nicht auf der Straße angelangt, als eine junge Soldatin in der Tür des Tempels auftauchte. Keralja, rief die Soldatin. Dann erst sah sie den Adeligen und grüßte auch diesen mit einer tiefen Verbeugung. Veset Vikuli, Siglos Bekesar hat mich zum Tempel geschickt. Er erbittet eure und die Anwesenheit der edlen Esuer, um eine wichtige Frage zu besprechen. Vikuli fluchte laut. Sicher ist es keine angenehme Überraschung für ihn, herauszufinden, dass Siglos ihn überwachen lässt, dachte Kornell. Auch die Priesterin sah nicht sonderlich erfreut aus, dass Siglos sie in dieser Weise zu sich zitierte. Gemurmelte Fragen wurden unter den Priestern laut, denen Esuer schließlich mit einer Handbewegung Einhalt gebucht. Ich werde mit Veset Vikuli zur Burg gehen. Wartet hier auf mich, ich werde euch später berichten, was dort oben passiert ist. Zu Kornells Überraschung blickte sie in seine Richtung. Würdest du uns begleiten, Bruder? bat sie. Gewiss, Keralja, beeilte er sich ihr zu versichern. Gemeinsam brachen sie auf, ein schweigender Trupp, in dem jeder seinen Gedanken nachhing. Erst nachdem sie bereits eine Weile unterwegs waren, bemerkte Kornell, dass die Soldatin einen anderen Weg zum Burgberg eingeschlagen hatte, als den, den er schon mehrfach benutzt hatte. Sie führte sie über eine sanfter ansteigende Straße, die das Stadtzentrum umrundete und an der schon bald nur noch kleine Hütten standen, aus deren Fenstern ein schwacher Lichtschein drang. Esyre, die zuerst mit der Soldatin vorangegangen war, ließ sich nach einer Weile zurückfallen. Scheinbar zufällig berührte sie Kornells Ärmel. Als der Sonnenpriester sich ihr zuwandte, hielt sie die Augen auf den Weg gerichtet und murmelte so leise, dass nur er es verstehen konnte. Vorsicht, Bruder, eine Falle! Kornell war von ihren Worten zu überrascht, um nicht mit den Augen die Umgebung abzusuchen, die von bewegungslosen schwarzen Schatten geprägt war. Doch er konnte nichts Bedrohliches entdecken. Dennoch nickte die Keralja noch einmal bestätigend, bevor sie ihre Schritte wieder beschleunigte, um zu Vikuli und seinen Begleitern aufzuschließen. Doch sie erreichte den Adeligen nicht mehr. Wie aus dem Nichts tauchten vor ihnen fünf vermummte, bewaffnete Angreifer auf, die ohne Warnung mit gezückten Schwertern und Dolchen auf den Trupp einstürmten. Auch die Soldatin, die sich bis dahin als ihre Führerin ausgegeben hatte, drehte sich nun mit gezogener Klinge um. Sechs gegen vier, zuckte es Kornell durch den Kopf. Das wird ein schwerer Kampf. Vikuli und seine Begleiter reagierten beinahe sofort. Barzei zog blank und wehrte gerade noch rechtzeitig einen mächtig geführten Hieb ab, der auf seinen Schützling gezielt hatte. Zwei der Angreifer drangen auf die zweite Leibwächterin ein. Einen der Vermummten traf sie mit einem Hieb ihres Streithammers am Kopf, doch dann sah Kornell, wie sich ein Dolch zwischen Halsberge und Helm in ihren Nacken grub und sie zusammenbrach. Vikuli stieß einen Angreifer mit einem Tritt zur Seite, während Barzei ihre vormalige Führerin mit einem tiefgezielten Hieb in die Kniekehlen zu Fall brachte. In diesem Moment drang ein helles Leuchten aus den Händen der Keralja hervor und blendete die verbliebenen Angreifer. Das gleißende Licht verschaffte Barzei genug Zeit, sich wieder aufzurichten und Vikuli mit seinem Körper zu schützen. Doch die Angreifer schüttelten die Köpfe und sammelten sich wieder. Kornell hob ebenfalls die Hände und beschwor das göttliche Licht auf die Krieger herab. Laut brüllte er, Zurück, ihr Hunde, weichet dem göttlichen Licht! Ein Blitz fuhr aus dem Himmel nieder und traf einen von ihnen. Der Mann schrie auf und brach in die Knie, geblendet und verbrannt. Jetzt weiß die ganze Stadt, dass hier der Albus Sunas um sein Leben kämpft. Möge die Hilfe schnell kommen! Zwei der Verbliebenen hatten sich nun Batsai zugewandt und brachten den Kämpfer mit schnell geführten Schlägen und Paraden in Bedrängnis. Die Keralja hatte einen Dolch vom Boden aufgehoben und wehrte sich damit gegen den dritten Angreifer. Kornell sprang ihr zur Seite. Ein gut gezielter Faustschlag brachte den Mann genug aus dem Konzept, einen Stich zu ermöglichen. Doch der nächste Schlag mit dem Kriegshammer des Attentäters traf Kornell in die Seite. Es war nur ein schwacher Rückhandschlag, doch der Priester fühlte wie seine Rippen brachen und stürzte nach Luft schnappend zu Boden. Von unten sah er, wie Vikuli von Schlägen getroffen ebenfalls zusammenbrach. Mit letzter Kraft rief der Sonnenpriester noch einmal das göttliche Licht an, legte allen Glauben und alles Vertrauen in seine Anrufung. Dann hüllte blendende Helligkeit den Schauplatz des Kampfes ein, und Kornell verlor das Bewusstsein. Als er die Augen wieder öffnete, fiel ihm zwar das Atmen schwer, aber er konnte dennoch Luft in seine Lungen zwingen. Neben ihm kniete die Keralja, blutend, aber nicht tödlich verletzt. Sie hielt Batzeis Kopf auf dem Schoß. Der Krieger atmete schwer und presste eine Hand auf seine Brust. Zwischen seinen Fingern quoll Blut hervor. Ihre Angreifer lagen um sie herum verstreut. Einige von ihnen waren mehr als eine Mannslänge nach hinten geschleudert worden und ein intensiver Geruch nach verbranntem Fleisch hing in der Luft, der Kornell würgen ließ. Dein Glaube ist stark, Bruder, sagte die Keralja leise. Wir verdanken dir unser Leben. Und Vikuli Arcos? Sie schüttelte traurig den Kopf und als Kornell den Kopf drehte, sah er den Adeligen in einer sich rasch ausbreitenden Blutlache liegen. Du musst zurück nach Vlachkis reisen, Kornell, meinte die Priesterin sanft, und ihre Stimme gewann bei jedem ihrer Worte wieder an Sicherheit. Wer auch immer hinter diesem feigen Anschlag steckt, sicher ist, dass der Krieg nun immer näher rückt. Der Hieb kam von oben, schnell und hart geführt. Er ließ Anna keine Zeit für eine Parade. Sie sprang zurück und die Waffe pfiff an ihrem Gesicht vorbei. Der zweite Gegner nutzte den Augenblick und trat hinter sie. Ohne zu zögern warf die junge Frau sich herum, fiel auf ein Knie. Der Rückanschlag ihres Feindes glitt harmlos über sie hinweg und sie parierte den Angriff des zweiten mit dem linken Schwert und zielte mit dem rechten auf seine Brust. Noch während er zurücktaumelte, sprang sie auf, fing einen weiteren Angriff ihres ersten Gegners mit beiden Waffen ab und trat ihm so gegen den Oberschenkel, dass er einknickte. Mit erhobenen Waffen sah sie ihn fragend an. Schon gut, schon gut, erklärte Berofan und ließ sein Übungsschwert fallen. Sie riskierte einen Blick über die Schulter, wo sich Narkern die schmerzende Brust rieb. Das gibt blaue Flecken. Kannst du dich nicht wenigstens bei den Übungen ein wenig zurückhalten? Das ließ Anna schnauben, aber sie senkte die Holzklingen. Im Gefecht nimmt sich auch niemand zurück. Wenn ihr Schmerz nicht ertragen könnt, solltet ihr vielleicht das Gewerbe wechseln. Ich hörte, dass immer Bedarf an guten Gerbern besteht. Oder sind eure Nasen so empfindlich wie eure Haut? Seufzend schob sich Narkern den leichten Helm in die Stirn und sah sie an. Beide wussten natürlich, dass Anna bei den Übungen niemals zurückstecken würde. Wenn sie allein war, bewegte sie sich in den tradierten Formen und arbeitete mit den effektiven Tricks und Kniffen, die Floris ihr beigebracht hatte. Aber im Übungskampf mit anderen galt das alles nichts. Vorgegebene Bewegungen machten vorhersehbar und Zurückhaltung konnte tödlich sein. Wer sich daran gewöhnte, nur gegen Tod schlecht vorbereitet. Und schon wieder auf die Brust, beklagte sich Narkan. Man könnte meinen, dass du sie besonders magst. Eine Brustwunde schaltet den Feind aus und ist häufig tödlich. Und bei Feinden, die eine so schlechte Deckung wie du haben, bietet es sich doch geradezu an, oder? fragte Anna zuckersüß und setzte ebenfalls ihren Helm ab. Schweiß lief ihr über die Schläfe den Hals hinab. In den Handschuhen waren ihre Hände feucht und sie spürte die Anstrengung des Morgens am ganzen Leib. Du hattest ja auch zwei Waffen, erwiderte Narkan und verzog das Gesicht, als er sein gepolstertes Wams öffnete und eine Hand darunter schob. Als wenn es daran läge, warf Berofan ein. Der große Mann trat zu Narkan und packte ihn am Die beiden Söldner sahen sich an. Einen Herzschlag lang war sich Anna unsicher, ob sie noch scherzten oder ob Narkan tatsächlich ungehalten war. Der Largote hatte ein aufbrausendes Temperament, so wie die See, von der er stammte, und seine Stimmung konnte sich innerhalb weniger Worte verdunkeln. Aber jetzt lachte er und packte Berofan ebenfalls am Nacken. Mit einem dumpfen Laut schlugen ihre Stirnen gegeneinander. Dann hob Narkan sein Übungsschwert wieder auf. Ich gehe mich waschen, genug blaue Flecken für einen Tag. Morgen gerne wieder, Anna. Morgen, entgegnete sie nickend und hob ihre Holzschwerter ebenfalls auf. Gemeinsam mit Berofan sah sie dem Largoten nach. Er ist zu hitzig, stellte die junge Söldnerin fest, als er außer Hörweite war. Er hätte nur warten müssen. Du hattest mich in der Defensive, dein nächster Angriff hätte mich ihm direkt in die Arme getrieben. Möglich, brummte Berofan. Seine Stimme war dunkel, ebenso wie sein Haar und seine Haut. Alles an dem großen Mann war dunkel, sogar seine Stimmung, in der stets eine Ahnung von Melancholie mitschwang. Bislang war Anna noch nicht durch diesen Panzer hindurchgedrungen, doch es machte ihr nichts aus. Berofan war ein außergewöhnlicher Krieger und guter Anführer, dem die Söldner vertrauten. Gemeinsam verließen sie das Übungsgelände, das sich zwischen den Zelten befand, und gingen zu einem niedrigen Tisch, auf dem sie ihre Habe abgelegt hatten. Wir haben ihn andererseits gelehrt, den Todesstoß so schnell wie möglich zu setzen, fuhr Berofan fort. Er weiß, wie gefährlich du bist, und er hat eine Gelegenheit gesehen, dich auszuschalten. Es war ein guter Angriff. Ich konnte ihn parieren, widersprach Anna und nahm einen Schluck Wasser aus einem Krug, der auf dem Tisch stand. Das Wasser war warm von der Sonne, aber die junge Söldnerin kümmerte sich nicht darum. Ihr Begleiter wartete respektvoll, bis sie getrunken hatte. Ja, du hast ihn pariert, aber du, Anna, bist die Tochter deiner Mutter. Sein Angriff hätte den meisten den gar ausgemacht. Er hätte warten sollen, wiederholte Anna stur. Möglich. Wie auch immer, vielleicht lernt er etwas draus, und uns tut die Übung auch ganz gut, sonst werden wir noch ebenso faul und fett wie die halbe Stadt hier. Sie warf einen prüfenden Blick auf den Stand der Sonne. Ich werde mich ebenfalls waschen und dann meinen Vetter besuchen. Kümmere du dich darum, dass endlich das viermal verfluchte Fleisch geliefert wird. Wenn es heute Abend wieder brummte Berofan, jetzt nahm auch er einen großen Schluck Wasser. Auf seiner dunklen Haut stand der Schweiß. Obwohl er gut doppelt so alt wie Anna sein musste, hatte er den Morgen voll harter Übungen ebenso klaglos ertragen wie Narkan und sie. Der dunkelhäutige Söldner war ein Offizier ihrer Mutter gewesen, solange Anna sich erinnern konnte. Seine Haut legte Zeugnis davon ab. Überall trug er die Narben ihrer Kämpfe, wie die Soldaten der imperialen Armeen ihre Feldabzeichen tragen mochten. Er war für Anna ein Fels in der sich ständig verändernden Welt ihres Haufens, eine der wenigen verlässlichen Konstanten ihres Lebens. Auf Berofan konnte man sich verlassen, am Abend würde es wieder Fleisch geben. »Müssen wir uns wegen Flores Sorgen machen?« erkundigte Anna, die sich gerade den Schwertgurt anlegte, hielt in der Bewegung inne und sah ihn an. »Ich denke nicht. Vielleicht wurde sie aufgehalten, oder sie wollte doch noch länger in Ardoli bleiben, aber wir können ihr Reiter entgegenschicken, wenn du es für richtig hältst. Es wird geschehen. Und was ist mit einem Auftraggeber? Soll ich weiterhin alle auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten? Anna konnte die Unsicherheit in seiner Stimme hören. Es war ungewöhnlich, dass sie potenzielle Auftraggeber nicht einmal anhörten, aber man hatte ihnen genau dafür Geld gezahlt, eine nicht unerhebliche Summe, mit der sie die Kosten bestreiten und den Söldnern einige Zeit in Colchers ermöglichen konnten. Ausgang tut allen gut, und wir müssen eh auf Loris warten. Ja, es ist zwar ein seltsamer Pakt, aber es ist einer. Bis er ausläuft, suchen wir offiziell nichts Neues. Obwohl Berofan mit keiner Wimper zuckte, wusste sie, dass er sie verstanden hatte. Gold hin oder her, es würde kaum Schaden, schon einmal die Fühle auszustrecken, falls die Option, wie es ihr mysteriöser Gönner genannt hatte, nicht zustande kam. Dass jemand so viel Geld investierte, damit sie nichts taten, deutete auf eine große und damit lukrative Angelegenheit hin. Aber Floris hatte sie gelehrt, dass für Söldner die Kleinen schlechter bezahlten und dafür weniger riskanten Aufträge angenehmer sein konnten. Tote geben keinen Sold aus. Sie schlug ihm mit der flachen Hand auf die Schulter und er erwiderte den Abschiedsgruß, dann trennten sie sich. In ihrem Zelt wusch sich Anna schnell und legte dann ihre leichte lederne Rüstung an. Als gerüstete und bewaffnete Frau war sie im Imperium immer ein Fremdkörper, ganz besonders in Colchers, wo die Strukturen und Meinungen noch verknöcherter und unbeweglicher als anderswo waren. Hier zählte nur eines Tradition und Frauen trugen traditionell keine Waffen. Glücklicherweise galten Söldlinge ohnehin als gefährlich, unberechenbar und auch verrückt. Sie waren Außenseiter in jeder Bedeutung des Begriffs. Das erleichterte ihr Leben ein wenig. Natürlich half es auch, dass sie häufig mit einem großen Haufen bewaffneter Kriege auftrat, denen nur die wenigsten Vorschriften zu machen wagten. Aber selbst wenn sie allein war, ließ Anna es sich nicht nehmen, ihre Waffen gut sichtbar zu tragen. Probleme damit bekamen immer nur diejenigen, die ihr in den Weg traten. Als sie sich den Gästequartieren näherte, wartete Natiode schon auf sie. Er hatte sich an eine Säule gelehnt, wohl nicht wissend, welch kulturellen Frevel er damit beging. Schon bald würden sich die Beamten und Reichen in Kolschas das Maul über den Barbaren zerreißen, der sich nicht benehmen konnte. Die Wachen waren sicherlich empört, auch wenn sie das kaum zeigen konnten. Lächelnd näherte sich Anna. Ihr Ungemach erfreute sie, da es schon mehrfach Zusammenstöße mit den arroganten und pompösen Soldaten der Goldenen Garden gegeben hatte. Ihr Vetter hatte sich verändert, seit sie ihn zuletzt in Vlachkis gesehen hatte. Dies war wenig verwunderlich, waren inzwischen doch einige Jahre vergangen. Natiole war in die Höhe geschossen und nun vermutlich noch ein Stück größer als sein Vater. Das schwarze Haar trug er lang, wie es bei den Vlachhaken Sitte war, und er hatte es zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Man konnte ihm ansehen, dass er mit dem Schwert an seiner Seite umzugehen verstand. Er war schlank, aber er hatte die Muskeln an den richtigen Stellen und er bewegte sich selbstbewusst. Besonders interessant war jedoch sein Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den dunklen Augen. Er war von der Sonne gebräunt und bot alles in allem eine ganz andere Erscheinung als der Jüngling, an den sie sich von ihrem letzten Besuch in Vlachkis erinnerte. Er bemerkte ihr Kommen und löste sich aus dem Schatten des Vordachs, um sie zu begrüßen. Zwei Außenseiter mitten im Herzen des Imperiums, umgeben von Prunk und Protz eines fremden Reiches. »Sei gegrüßt, Anna«, sagte er steif. »Na, Theole, lass uns ein Stück gehen«, erwiderte sie mit Blick auf die Wachen. Hier mochten Mitglieder der Goldenen Garden postiert worden sein, die Vlachkisch verstanden, doch an den meisten anderen Orten Colchers würden sie sich ungestört und unverstanden unterhalten können. »Du warst gestern schnell wieder verschwunden«, stellte Natiole mit einem Hauch von Vorwurf in der Stimme fest. »Geschäfte, außerdem denke ich, dass es besser ist, wenn wir uns allein unterhalten.« Natiole blieb stehen und sah sie erstaunt an. »Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten?« »Nein, ich meinte, ohne die Trolle und ohne Sargan und erst recht ohne die neugierigen Ohren der Gardisten.« »Ah, vor denen hat Sargan uns auch gewarnt. Aber was ist mit ihm? Er ist doch ein Freund der Familie. Wenn man Vaterreden hört, könnte man fast denken, er gehöre dazu.« »In Vlachkisch vielleicht, aber wir sind hier in Colchers«, gab Anna zu bedenken. Sargan ist ein hohes Tier, auch wenn er gerne so tut, als sei er nur ein harmloser alter Mann. Selbst ohne offiziellen Posten hat er seine Finger in vielen Töpfen. Aber er hat uns geholfen. Er ist unser Freund. Zumindest hat er das beste Netzwerk von Spionen und Zuträgern im Land zwischen den Bergen, das stimmt. Er verdient gut am Handel. Kaum eine Kaffeebohne verlässt dieses Land, von deren Verkauf er nicht einen Teil abbekommt. Jetzt wirkte Natiole nachdenklich. Der junge Mann strich sich über die Haare und schwieg einen Moment. Die Bewohner der Stadt machten einen Bogen um das fremdländische Paar, und Anna konnte es ihnen nicht verübeln. Beide waren auf den ersten Blick als Ausländer zu erkennen, barbarisch gekleidet und noch dazu bewaffnet. Man warf ihnen neugierige Blicke zu, senkte aber das Haupt, wenn Anna auffordernd zurückstarrte. Wie steht es um Ionis? fragte sie. Ihrem anderen Vetter war sie in der Vergangenheit öfter begegnet. Sein Aufenthalt im Imperium als Gast in Sargans Haushalt hatte dafür gesorgt, dass ihre Wege sich einige Male gekreuzt hatten. Anders als Natiole war Ionis aufgeschlossen und weniger grüblerisch, und sie hatte sich recht gut mit ihm verstanden. Wenn man von den Übungskämpfen absah, die er nach einiger Zeit nur noch geschwänzt hatte. Deswegen betrübte es sie, dass er verletzt worden war. Ich habe gestern schon alles gesagt, was ich weiß. Als wir abgereist sind, war er noch nicht aufgewacht, aber seine Wunden sind versorgt worden, er war in guten Händen. Ich hoffe, dass es ihm schon besser geht. Ich bin sicher, dein Vater wird dir Nachricht senden, sobald sich etwas verändert, versicherte sie ihm. Dabei fällt mir ein, meine Jungs und ich üben jeden Morgen, wenn du mitmachen magst. Üben? Den Kampf? Ich muss gestehen, dass ich keine guten Erinnerungen an die Duelle mit dir habe, erwiderte Natiole vorsichtig. Vater sagte immer, dass du in diesen Dingen wie Tante Floris seist. Ha! Wer austeilen will, muss auch einstecken können. Du trägst ein Schwert an der Seite. Du solltest den Umgang damit immer üben. Eine Klinge ist nur so scharf wie derjenige, der sie führt. Wo übt ihr denn? versuchte ihr Vetter abzulenken. Sie sah ihm das Unbehagen an. Tatsächlich hatte sie vor vielen Jahren einige Zusammenstöße mit ihren Vettern gehabt und ihre Duelle waren unter den Soldaten der Feste Remis wohl bekannt gewesen. Obwohl Anna jünger und auch kleiner war, hatte sie es den beiden Brüdern so gut zurückgegeben, dass sie oft siegreich das Feld verlassen hatte. Draußen vor der Stadt, im Lager. Wir dürfen immer nur in kleinen Gruppen herein und nicht mit schwerem Gerät, deswegen errichten die Söldnerhaufen immer Zeltstätte. Eigentlich ist dort rund ums Jahr Betrieb, weil hier in Colchers traditionell die Anwerber warten, oder wenigstens die Anwerber, die wirklich Geld in ihren Schatullen haben. Ich komme vorbei, wenn ich kann. Morgens schlafe ich leider lang, weil ich fast die ganze Nacht auf bin. Und das in dem Trollmief? Du bist härter, als du aussiehst, Vetter. Ha! Ich wünschte nur, die Beamten würden uns endlich sagen, wann wir die Audienz bekommen, oder an wen wir uns überhaupt wenden müssen. Die Trolle sind nicht gut darin zu warten, vor allem Wrag nicht, Tiefentrolle sind noch gefährlicher. Ich befürchte jede Nacht, dass Kerr die Kontrolle über dieses Wesen verliert. Dann solltest du lieber überlegen, wie du das verhindern kannst, erwiderte Anna ernst. Das Imperium braucht für alles lang. Ihr werdet warten müssen, lange warten, sehr lange. Arteinis hob die Hand, um eine Efeuranke aus ihrem Gesichtsfeld zu schieben, die auf den von Bäumen und Gestreu fast überwucherten Pfad hing. Mittlerweile hatte die Dämmerung eingesetzt, und es wurde immer mühsamer, den Sülken zu suchen, dessen Spuren sie von Saikos laden bis hierher gefolgt war. Die junge Dürierin folgte einem schmalen Trampelpfad durch einen dichten Wald, der ein Stück abseits der Landstraße lag, die dem Verlauf des Flusses folgend aus der Stadt hinaus führte. Ihr Pferd hatte Arteines angebunden zurückgelassen, nachdem sie den sylkischen Reiter aus großer Entfernung beobachtet hatte, wie er an einer bestimmten Stelle abgestiegen und zwischen den Bäumen verschwunden war. Sie hatte den schmalen Weg entdeckt, der durch das Unterholz führte, und während sie ihn entlang ging, versuchte sie nicht an die Geschichten zu denken, die Ionnes ihr über den Vlachkischen Wald erzählt hatte, von wilden Tieren und menschenfressenden Zreikers. Bei den Vlachhaken ist es eine Strafe, einen Menschen im Wald auszusetzen, erinnerte sie sich schaudernd, eine Strafe, die oft genug tödlich endete. Auch Steen Calder Braun war einst in einem Käfig dem Wald übergeben worden, als er als junger Mann die Rebellion gegen Marzek Zorpat angeführt hatte. Allerdings hatten ihnen keine Wölfe und auch keine Bären angefallen, sondern die Trolle hatten ihn in seinem luftigen Gefängnis gefunden, als sie zum ersten Mal seit Menschengedenken wieder an die Oberfläche des Landes gekommen waren. Nur dass mir Trolle über den Weg laufen, ist wohl eher unwahrscheinlich, dachte Artheinis. Und wenn, wären sie vielleicht noch umgänglicher als Zreikas. Aber dann schallt die Dürierin sich selbst eine Nerrin. Sie war noch nicht weit von Terremi entfernt, und sie konnte sich selbst bei den unberechenbaren Sylken nicht vorstellen, dass sie ihre Zelte inmitten eines Waldes voller blutgieriger Bestien aufgestellt hatten. Allmählich verbreiterte sich der Trampelpfad. Nach einigen weiteren vorsichtigen Schritten konnte Artheinis zwischen den Bäumen eine Lichtung schimmern sehen, und als sie stehen blieb, um sich zu orientieren, nahm sie gedämpft auch die Geräusche des Lagers wahr, das sich vor ihr befinden musste. Die junge Dürierin verließ den Pfad und ging gebückt im Unterholz in Deckung. Ihr weiteres Fortkommen war im Dickicht mühsam, und Zweige und Dornen schienen keinen anderen Zweck zu haben, als sich in ihrer Hose oder ihrem Hemd zu verfangen. Mit den behandschuten Händen zog sie vorsichtig Gestrüpp und Äste zur Seite und schob sich weiter vorwärts, in Richtung Schließlich lag die Lichtung vor ihr, eine beinahe kreisrunde Fläche, auf der vier Rundzelte aufgebaut waren. Zwischen ihnen saßen und standen Männer umher, dem Aussehen und der Kleidung nach Sylten, wie der Mann, der in Termi Vorräte gekauft hatte. Sie fühlten sich offenkundig völlig sicher, denn sie redeten laut miteinander und machten grobe Scherze. In der Mitte zwischen den Zelten hatten sie eine Feuerstelle errichtet, neben der ein Berg aus Decken, Vorräten und Wasserschläuchen lag. Die Stelle war für ein Lager exzellent gewählt, da sie von der Straße her nicht einsehbar war und in der Nähe eines kleinen Bachs lag, der vermutlich unterhalb des Waldes in den Morgi mündete. Nach ihrer ersten Zählung kam Arteinis auf zwanzig der Steppenreiter, aber natürlich konnten sich in den Zelten oder außerhalb des Lagers noch mehr aufhalten. Ihre Pferde müssen sie an einer anderen Stelle untergebracht haben, dachte sie. Jedenfalls konnte sie die Reittiere der Männer nirgends entdecken. Einige der Sylt trugen Lederhosen und lederne Hemden, andere eher vlachkische Lederrüstungen und wieder andere typisch dyrische Kleidung. Viele hatten Schwerter an der Seite, andere Messer oder Knüppel. An den Zelten konnte Arteinis auch Reiterbögen entdecken. Es war typisch für die nomadisch lebenden Sylt sich auf ihren ausgedehnten Streifzügen ihrer Umgebung und den Gegebenheiten anzupassen. Das war einer der Gründe, warum sie im Goldenen Imperium als Söldner geschätzt wurden. Ein weiterer war, dass sie als wilde und schnelle Kämpfer galten, die ohne Etikette und Regeln schon oft einen Sieg auch gegen eine Übermacht davon getragen hatten. Sie sind gut ausgerüstet, sowohl für das Wetter als auch für das Land, dachte Arteinis, während sie die Männer beobachtete, die im Lager würfelten, Pfeile schnitzten oder schmatzend auf harten Brotstücken herumkauten. Der Anführer der Reiter, dem Arteinis erst in großem Abstand auf der Straße gefolgt war, bevor sie im Wald seinen Spuren nachgegangen war, kam eben aus einem der Zelte. Seine Kleidung war dem Land angepasst, und auf einen flüchtigen Blick mochte er wie ein Vlachake wirken. Zuvor hatte er einen ledernen Helm getragen, der den Großteil seines Gesichts verborgen hatte und sich mit einem um Mund und Nase geschlungenen Tuch zusätzlich unkenntlich gemacht. Doch jetzt hatte er die Kopfbedeckung abgelegt und Arteinis konnte sein Gesicht sehen. Für die eher klein gewachsenen Sylken war er ein großer Mann und überragte die meisten seiner Begleiter um Haupteslänge. Sein schwarzes Haar wies schon viel grau auf und sein hageres Gesicht war von tiefen Furchen durchzogen. Ein struppiger Bart bedeckte sein Kinn. Dass dieser Mann tatsächlich der Anführer der Sylken war, erkannte Arteinis sofort. Alle anderen Männer im Lager begegneten ihm mit Respekt und nickten ihm zu, als er vorüber ging. Er hatte seinen Ledertornister vom Rücken genommen und trug ihn nun zur Feuerstelle, wo er verschiedene verschnürte Pakete daraus auf den Vorratshaufen legte. Der große Sülke stellte sich ans Feuer, an dem sich eben zwei weitere Männer zu schaffen machten. Sie hatten aus Baumstämmen einen Dreifuß gebaut, an dem sie nun einen Kochtopf befestigten. »Wie war's in der Stadt Tochar?« fragte einer der Umstehenden den Anführer. Dieser zuckte die Achseln. »Ich habe Kaffee und Brot mitgebracht.« Er wies mit der Hand auf den Haufen. »Und Weiber gab es keine?« fragte einer der Männer am Dreifuß, was für Gelächter sorgte. »Keine, die bereit war, für Geld in deine hässliche Fresse zu blicken,« erwiderte der Anführer grimmig. »Aber wenigstens hat mir diesmal der Hundesohn von einem Händler keine überflüssigen Fragen gestellt. Ich glaube, er hat eingesehen, dass es so besser für ihn ist. Und was passiert in der Stadt? Hier draußen ist es so langweilig, dass ich schon überlegt habe, mal ein paar Dörfer in der Nähe zu besuchen. Vielleicht findet sich ja dort ein nettes Mädchen. Der Sprecher machte bei diesen aus und legte bedeutungsvoll seine Hand auf sein gebogenes Schwert, das er in einer Scheide am Gürtel trug. »Tu das, Baka, und du wirst dir nie wieder sorgen um irgendwelche Frauen machen. Das kann ich dir versichern. In Teremi selbst ist es ruhig. Ein paar vlachkische Dreckfresser mehr sind dazugekommen, die es gar nicht erwarten können, sich endlich mit den Masriden anzulegen. Sein Gegenüber zuckte die Schultern. Er sah nicht so aus, als ob ihn die vlachkische Tagespolitik interessierte. »Wann wird unser Auftraggeber uns endlich wieder etwas zu tun geben?« fragte er stattdessen. »Oder wird erwarten, bis wir in diesem Wald vor Untätigkeit den Verstand verlieren und uns alle gegenseitig umbringen.« Der Angesprochene stieß ein raues Lachen aus. »Das glaube ich nicht. Unsere Dienste sind zu kostspielig, als dass der Dreckfresser es sich leisten könnte, sie zu lange ungenutzt zu lassen. Wir werden schon noch genug zu tun bekommen.« »Sie haben also einen Auftraggeber, wie ich es vermutet habe,« grübelte Arteines in ihrem Versteck. »Und er muss hier ganz in der Nähe sein, vermutlich in Terremi. Das ist außerordentlich interessant und es verrät mir noch etwas. Mein Vater hat wohl nichts mit der Anwesenheit der Sylten hier zu tun, sonst hätten seine Verbindungsleute kaum darauf verzichtet, mich zu kontaktieren.« Vorsichtig darauf bedacht, kein Geräusch zu machen, schob sich Arteines rückwärts aus dem Unterholz und wieder in Richtung des Weges. Erst als sie sich sicher war, dass sie vom Lager aus nicht mehr gesehen werden konnte, lief sie auf dem Trampelpfad zurück in Richtung ihres Pferdes. Egal, was der Auftrag der Sylten war und wer ihn gegeben hatte, bei einer so großen Truppe fremder Söldlinge in der Nähe Terremis verdiente der Woivode es einfach Bescheid zu wissen. Mittlerweile war es fast vollständig dunkel geworden und weder Mond noch Sterne waren zu erkennen. Dunkle Wolken hatten sich am Himmel zusammengeballt und versprachen baldigen Regen. Das Gewitter brach los, noch bevor Arteines die Burg erreichte und noch in den Stallungen wrang sie sich die völlig durchnässte Kleidung zumindest notdürftig aus, ehe sie rasch das momentane Hauptwohngebäude betrat. Einer Eingebung folgend hielt sie zuerst an Iones Gemächern an und klopfte. Vielleicht war er gerade wach? Als er ihr antwortete, öffnete sie die Tür. Iones lag auf seinem Bett neben sich eines der Bücher, die sie ihm geliehen hatte. Sie hatte nicht viele der kostbaren Bänder aus der Bibliothek ihres Vaters mitgenommen, aber einige wenige doch, die nun ihm zugute kamen. Als Iones sie sah, strahlte er. Sie setzte sich neben ihn und schüttelte ihr Haar aus. Hey, du bist ja ganz nass, protestierte er halbherzig, was ihn aber nicht daran hinderte, ihr Gesicht zwischen die Hände zu nehmen und sie zu küssen. Sie erwiderte den Kuss, streckte dann aber die Hand aus und griff nach dem ledergebundenen Pergament, das neben ihm lag. Die Geschichte der Imperatoren Dyrias las sie vor. Und ist die Lektüre interessant? Oh, unbedingt! Gibt es eigentlich auch nur einen einzigen dyrischen Imperator, der friedlich in seinem Bett gestorben ist? Arteines lachte. Nicht, dass ich wüsste. Die meisten hatten schon viele Kämpfe auszufechten, bevor sie auf den Thron kamen und danach wurde es nicht besser. Der mächtigste Mann eines so gewaltigen Reiches zu sein, bedeutet eben auch, viele Feinde zu haben. Und viele Familien haben imperiales Blut in den Adern, zumindest ein bisschen. Ansprüche gibt es also stets genug. Aber das scheint mir in Vlachkis auch nicht viel anders zu sein. Oder gibt es viele Voivoden, die an Altersschwäche gestorben sind? Er stimmte in ihr Lachen ein. Wohl nicht. Ich hoffe, mein Vater wird der Erste sein, dem das gelingt. Vielleicht, wenn ich doch ein neuer Krieg ausbricht, dachte sie, sprach ihre düsteren Gedanken aber nicht aus. Eigentlich wollte ich sofort mit deinem Vater sprechen, sagte sie stattdessen. Ich habe herausgefunden, dass sich ein ganzer Haufen sylkischer Söldner in euren Wäldern herumtreibt. Ich könnte mir denken, dass Sten sich ihr Lager gern einmal ansehen würde. Du hast ein sylkisches Lager ausgekundschaftet, das noch niemand außer dir gefunden hatte? Deshalb bist du durch dieses Unwetter geritten? Ionis schüttelte lachend den Kopf. Warum hast du niemanden von unseren Leuten mitgenommen? fragte er dann wieder ernst. Weil vermutlich ein ganzer Trupp wlachkischer Soldaten den Mann aufgeschreckt hätte, den ich verfolgt habe. Außerdem wollte ich mir sicher sein, dass ich keinem harmlosen dyrischen Reisenden hinterherjage. Und jetzt bist du dir sicher, dass er kein harmloser Reisender ist. Arteines nickte. So viele Sylken auf einem Haufen, da steckt etwas dahinter. Wenn du willst, können wir gleich zu meinem Vater gehen, ich glaube nämlich auch, dass ihn deine Neuigkeiten sehr interessieren werden. Ionis stand hastig auf und blieb dann einen Augenblick an den Bettpfosten gelehnt stehen und schloss die Augen. Arteines erhob sich ebenfalls und legte einen Arm um ihn. Langsam ermahnte sie ihn freundlich. Es geht schon, beeilte er sich ihr zu versichern. Er ließ den Pfosten los und umarmte sie. Obwohl vielleicht musst du mich doch stützen, murmelte er mit einem verschmitzten Grinsen. Sie schlug spielerisch nach ihm, als es plötzlich an der Tür klopfte und diese so schnell aufgerissen wurde, dass Ionis und Arteines förmlich auseinandersprangen. Sten Sten Karl da Braun stand in der Tür und der Blick, mit dem er seinen Sohn und seinen dyrischen Gast bedachte, verriet, dass er am liebsten auf der Stelle kehrt gemacht hätte. Ionis, sagte er stattdessen gedehnt, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass du nicht allein bist. Dann lächelte er plötzlich, als sei er zu einer Entscheidung gelangt. Ich wollte dich bitten, mich zu einer Ratsversammlung zu begleiten, fuhr er fort, und wie es der Zufall will, ist Arteines bei dir, die ich als nächstes geholt hätte. Ionis blickte seinen Vater fragend an, offenkundig überrascht, dass dieser neuerdings seine eigenen Botengänge erledigte. Da ihm jedoch keine Erwiderung einzufallen schien, sprang ihm Arteines zur Seite. Wir begleiten euch gern, Wojwode, aber dürfen wir erfahren, zu welchem Zweck ihr uns gesucht habt? Was? Oh ja. Sten, der das Paar Gedanken verloren angesehen hatte, zögerte mit der Antwort. Cornel ist eben zurückgekehrt, sagte er schließlich. Er hat Nachrichten aus Turdui und von den Masriden mitgebracht. Und keine guten, wie ich fürchte. Wie lange noch? Schon vor einigen Nächten hatte Kerr aufgehört, die Fragen zu zählen. Er wusste natürlich, dass es Wrag nicht um eine Antwort ging, denn Anderskind musste klar sein, dass es noch keine Neuigkeiten gab. Vielmehr hatte Kerr die Vermutung, dass Wrag sie provozieren wollte, einen Streit beginnen, seinem Unmut irgendwie Luft machen. Wissen wir nicht, antwortete Zran ruhig, was Kerr leise seufzen ließ. Der große Jäger fand wie immer den richtigen Tonfall, um Wrags Wut zu dämpfen. Dieses verdammte Loch, knurrte Anderskind und setzte sich wieder hin. In Terremi war er unruhig gewesen, hatte sich häufig bewegt, war durch den Keller geschlichen, hatte gelauscht und wie auf der Jagd innegehalten. Hier war er antriebsloser, zwar nicht weniger wütend, aber hier zeigte er seinen Zorn weniger körperlich, als fehle ihm der Wille dazu. Der Herzschlag des Landes ist leise, Wrag ist fern vom Dunkelgeist, vielleicht liegt es daran, vielleicht ist sein Einfluss hier schwächer. Die Gedanken bestärkten den Troll in seinem Anliegen. Wenn schon die Entfernung vom Herzen des Landes ausreichte, um Wrag zu verändern, dann würde eine Heilung des Herzens vielleicht alle Kinder anders ebenfalls heilen, wieder zu richtigen Trollen machen. Bei dem Gedanken musste Kerr grinsen. Noch immer konnte er für sich nicht sagen, ob anders Kinder Trolle waren oder nicht. Und wenn ich mich nicht entscheiden kann, wie sollten es die Menschen dann können? Die Vlachhaken waren über ihnen untergebracht und er konnte sie oft riechen. Aber bis auf Natiole und Arwan sah er nur wenige von ihnen. Die Soldaten waren nun wieder tagsüber wach und schliefen nachts. Lediglich die beiden Anführer hatten ihr Leben in die Nachtstunden verlagert. Manchmal waren sie abends aber auch nicht da, sondern in der Stadt unterwegs. Die Menschen des Imperiums waren offenbar freundlich, obwohl sie so merkwürdig waren, denn sie luden die Vlachhaken häufig zu sich ein. Heute Nacht jedoch kam Natiole die Treppe hinab und gesellte sich zu den Trollen. Er hatte seine alte Kleidung abgelegt und trug leichtere Stoffe, wenn auch bei Weitem nicht so bunt wie die Dyria. Keine Neuigkeiten, berichtete er. Ich habe Pilon wieder einmal gefragt und seine Antwort war wie immer dieselbe. Wir sollen warten. Warten, warten, warten. Wird es schneller gehen, wenn ich ein Paar der lächerlichen Menschlinge erschlage, zischte Wrag und Kerr konnte es ihm nicht verübeln. Das ist nicht gut, erklärte er ernst. So habe ich es nicht gewollt. Ich auch nicht, erwiderte Natiole, aber ich kann wenig tun, außer ständig mit Pilon zu reden. Ich habe schon Sargan um Hilfe gebeten und er hat mir versichert, dass er seinen Einfluss geltend macht, aber, aber, er sagte auch, dass er noch mit einigen Tagen Wartezeit rechnet, wenn nicht sogar länger. Eine Audienz beim Imperator ist eine besondere Ehre, und diese Warterei ist einfach normal. Nicht für uns, ich weiß, ich weiß, zu Hause wäre es anders, aber hier haben die Menschen ihre eigenen Traditionen und Regeln. Du würdest nicht denken, wie schwer es ist, hier auch nur ein simples Abendessen mit Freunden zu genießen. Wir wollen doch gar nicht zum Imperator, gab Kerr zu bedenken, wir suchen doch nur den Speer. Sein Wunsch kam dem Troll inzwischen töricht vor. Er hatte sich vieles einfacher vorgestellt. Wie hätte ich wissen sollen, dass eine alte, kaputte Waffe so schwierig zu bekommen ist. Alles, was mit den Imperatoren, ob lebend oder tot zu tun hat, läuft durch die Hände des jetzigen Imperators. So hat es mir Sargan erklärt, niemand kann uns Erlaubnis geben, in das Grab zu gehen, niemand außer dem goldenen Imperator selbst. Unsicher kratzte sich Kerr am Kopf. Unter der Erde konnte er abwägen, überlegen, sich auf seine Erfahrung verlassen. Hier war er ganz auf Fremde angewiesen, noch dazu auf Menschen. Viel mehr noch als in Vlachkis, wo die Menschen zwar anders, aber zumindest noch in einem für Kerr verständlichen Rahmen handelten. Im Imperium war alles anders. Es gab für den Troll keine erkennbaren Erklärungen, keine verständlichen Regeln. Alles war fremd, doppelt fremd, dreifach fremd. Selbst Natiole schien es zwar zu akzeptieren, aber auch er war sichtlich hilflos gegenüber diesem Auswuchs von einer Stadt. Was tun wir? fragte Kerr schließlich. Wir können doch nicht für immer hier bleiben. Vrag wird immer ungehaltener, das Essen schmeckt ihm nicht, und er hasst es, dass er jeden Brocken Fleisch vorgesetzt bekommt. Selbst ich werde ungeduldiger, und Zran auch. Wir vermissen die Jagd, wir gehören nicht hierher, Natiole. Mir geht es ja nicht anders, ich fühle mich hier auch nicht heimisch, aber wir können nur auf Sargan vertrauen. Ein neuer Geruch lag in der Luft. Kerr erkannte ihn sofort. Pilon kommt. Tatsächlich stieg der Mann die Treppen hinab, begleitet von zwei Soldaten. Sein Gewand war wie immer prächtig, aber Kerr verzog dennoch das Gesicht, als ihn der Geruch mit voller Stärke erreichte. Warum schmieren sich die Menschen hier diese verfluchten, toten Gräser auf die Haut? Er nieste geräuschvoll. Ist alles zu eurer Zufriedenheit, geehrte Gäste des goldenen Imperiums? Kerr und Natiole blickten sich an. Vorsichtig erklärte der junge Vlach Hake, nein, leider nicht. Sofort senkte der Dyria das Haupt. Was kann ich tun, um diesen bedauerlichen Umstand zu beheben? Womit haben wir dies verursacht? Sprecht bitte! Nun, wir warten schon lange. Die Trolle würden ihr Anliegen gern endlich vortragen. Sicherlich, erwiderte der Dyria, ich werde noch einmal darauf hinweisen, aber es liegt außerhalb meiner Möglichkeiten, diesen Vorgang zu beschleunigen. Das größte Problem ist sicherlich, dass noch niemals Trolle bei Hofe zu Gast waren. Wieso sind wir dann ein Problem? wunderte sich Kerr. Es gibt kein Protokoll, keine Präzedenzfälle, keine Regeln und keine Verfahrensweisen. Es muss alles neu erarbeitet werden, und die zuständigen Beamten geben sich sicherlich jedwede Mühe, dies so schnell und effizient wie möglich zu tun. Aber selbstverständlich bedeutet es viel Arbeit. Viel Arbeit kann nicht auf Tradition beim Empfang anderer zurückgegriffen werden, hakte Natiole nach. Kerr verstand kaum noch die Hälfte der Diskussion und er nahm sich vor, jetzt nicht nachzufragen, sondern sich von Natiole alles später erklären zu lassen. Oh nein, das ist leider nicht möglich und es muss natürlich jeder Aspekt bedacht werden. Zum Beispiel wurde mir ja bereits mitgeteilt, dass unsere geehrten trollischen Gäste beinahe ausschließlich rohes Fleisch verzehren. Es ist sicherlich verständlich, dass dies bei einem Empfang zu Schwierigkeiten führen kann, die vorab umfassend und umsichtig gelöst werden müssen. Ich muss beim Reden nicht essen, erklärte Kerr, aber Pilon winkte mit einem Lachen ab. Zu gütig, aber die Bereitstellung der richtigen Nahrung ist eine wichtige Pflicht des Hausherrn. Was wären wir für Gastgeber, wenn wir euren Vorlieben nicht allumfassend entsprechen würden? Meine Vorliebe wäre es endlich hier wegzukommen, dachte Kerr für sich, schwieg aber, da ihm die Bemerkung nicht hilfreich schien. Aber eigentlich bin ich aus einem anderen Grund gekommen. Einige hochrangige Beamte haben den Wunsch geäußert, Gäste sehen zu dürfen. Besuch? erkundigte sich Nathiole und sah Kerr an. Ich weiß nicht. Nicht direkt, es handelt sich vielmehr um eine Einladung. Es ist uns schmerzlich bewusst, dass unsere Quartiere nicht den Geschmäckern unserer geehrten Gäste entsprechen, und das hat uns dazu inspiriert, über ein wenig Ablenkung nachzudenken. Ablenkung? Ich weiß nicht. Was für Ablenkung? fragte Kerr neugierig, dem ein wenig davon gerade recht gekommen wäre. Ein Festmahl vielleicht, oder eine Jagd, oder Kämpfe? Kämpfe? dröhnte es aus Wrags Richtung. Was für Kämpfe? Mit trippelnden Schritten schob sich Pilon an Kerr vollem Abstand direkt an. Gladiatoren Kämpfe? Nachts ist das natürlich eine besondere Herausforderung, aber die Ausrichter haben da sicherlich genügend Erfahrung. Es gab schon mehrfach nächtliche Vergnügungen dieser Art. Gladiatoren? Was ist das? fragte Wrag, doch bevor Pilon antworten konnte, rief er, egal, ich kämpfe gegen See. Ich halte das für keine gute Idee, erklärte Nathiole, aber Kerr sah das anders. Kämpfen gegen Gladoren, das klingt doch gut, oder Zran? Jo! Gladiatoren, berichtigte Pilon, aber ihr würdet nicht kämpfen, ehrenwerte Gäste, ihr sollt einem solchen Kampf nur als Gäste beiwohnen. Bäh, beiwohnen, kämpfen will ich, verkündete Wrag lauthals und sprang auf. Zeig mir die Gladoren, ich werde sie jagen, sie besiegen und mein Stamm wird ihr Fleisch essen. Gladiadoren, ich meine Gladiatoren, ich weiß nicht, ehrenwerte Gäste, ich wurde eigentlich gesandt, um euch eine andere Einladung zu überbringen. Knurrend trat Wrag vor. Kerr musste den beiden Soldaten in Pylons Begleitung zugestehen, dass sie nur einen Schritt zurückwichen. Doch ließen sie ihren Anführer auf diese Weise allein, was kein Troll je getan hätte. Wrag erhob sich über Pilon wie ein Berg über das Land. Anders Kind funkelte den Dürer an und Schatten huschten aufgeregt über seinen Leib. Ich will kämpfen. Hilflos nickte Pilon und Kerr roch die Angst des Mannes. Neben ihm hatte Natiole die Hand auf den Griff seiner Waffe fallen lassen. Der junge Mensch roch auch nach Furcht, aber Kerr konnte ebenso Entschlossenheit in seinen Bewegungen lesen. Er zweifelte nicht, dass Natiole seine Angst besiegt hatte und Wrag angreifen würde, wenn Anders Kind vom Zorn überwältigt wurde. Einige Herzschläge lang war nur Wrags Schnauben zu hören. Auf diesen Moment hatte Kerr schon lange gewartet. Irgendwann mussten die Untätigkeit und das Gefühl der Hilflosigkeit in Wrag sich Bahn brechen und Anders Kinder kannten nur eine Lösung für viele Probleme. Wir wollen kämpfen, sagte er ruhig, ohne Wrag auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen. Gegen wen oder was auch immer. Langsam löste sich der Blick des Dyrias von Anders Kind und wanderte zu Kerr. Dann schluckte Pilon und nickte. Ich werde es arrangieren lassen, ehrenwerte Gäste, in den nächsten Nächten, ganz wie ihr wünscht. Gut, brummte Wrag und zog sich wieder in die Ecke zurück. Anders Kind war zufrieden, zumindest für den Augenblick, und die Aussicht auf Kampf erfreute auch Kerr und Zran. Unter einigen Verbeugungen lief Pilon aus dem Keller, dicht gefolgt von den Kriegern der Menschen. Ihre Erleichterung hing noch einige Zeit in der Luft, ebenso wie ihre Todesfurcht. Hältst du das für eine gute Idee? raunte Natiole Kerr zu. Der junge Mensch wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn und sah misstrauisch zu Wrack hinüber. Ich weiß nicht, erwiderte Kerr wahrheitsgemäß, aber es ist besser, als weiterhin hier in diesem Loch festzusitzen, bis Wrack sich seinen Kampf selbst sucht. Der Troll konnte spüren, dass Natiole ihm nicht unbedingt zustimmte, aber der junge Mensch schien auch keinen besseren Vorschlag zu haben, denn er schwieg eine Weile, ehe er sagte, »Na, wer weiß, vielleicht überzeugt ein Auftritt Wracks als Gladiator die Beamten ja, dass sie sich beeilen sollten. Er ist nicht der sanftmütigste aller Gäste. »Genau, entgegnete Kerr. Aber was sind das eigentlich Gladiatoren?« Natiole sah ihn verwundert an, und Kerr ahnte, dass sie das Thema dringend ausführlicher besprechen sollten. Der Austragungsort der Kämpfe entpuppte sich als eine Art kunstvoll konzipierte Grube, allerdings von gewaltigen Ausmaßen. Sargan hatte es eine Pferderennbahn genannt, aber der Name wurde dem Bauwerk nicht gerecht. Die Seiten der Grube waren in flachen Stufen angelegt, jeweils groß genug, um zwei oder drei Reihen von Sitzen Platz zu bieten. Die Aufgänge waren mit hellem Stein gepflastert, ebenso wie ein Teil der Grundfläche. Es gab Treppen, Gänge hinter den Sitzreihen und mehrere große Logen, die in gewissen Abständen wie breite Türme über den Sitzreihen aufragten. Natiole schätzte, dass die Fläche am Boden der Grube über 300 Schritte lang sein musste und vielleicht ein Drittel davon breit. In der Mitte erhoben sich Säulen und zwei flache Gebäude, an deren Dachkanten vergoldete Ornamente im Licht glänzten. Hunderte von Feuerschalen waren aufgestellt worden, die das Feld in ein unruhiges Licht tauchten. Überhaupt war die ganze Atmosphäre von Unruhe erfüllt. Es lag Spannung in der Luft, eine Vorfreude, die in unzähligen Stimmen Niederschlag fand. Noch nie hatte Natiole so viele Menschen an einem Ort erlebt. Es waren sicherlich viele Tausend, die sich auf den Rängen drängten, aßen, lachten, riefen, sich unterhielten, scherzten und sangen. Es roch nach Menschen, so stark, wie Natiole es niemals für möglich gehalten hätte. Es befanden sich mehr Menschen an diesem Ort, als Teremi Bewohner hatte, dessen war er sich sicher. Eine schwindelerregende Vorstellung. Hier sehen mehr Dürier zu, als in der Trollschlacht Krieger kämpften. Zu Natioles Linken saß Sargan, der in teuerste Gewänder gehüllt war, vor Soße triefendes Fleisch mit den Fingern aus einer aus Brot bestehenden Schüssel aß und sich königlich zu amüsieren schien. Er hatte seine ganze Familie mitgenommen, aber Natiole hatte schon Schwierigkeiten, sich die Namen seiner vier Frauen zu merken, geschweige denn die seiner zahlreichen Kinder und Kindeskinder, Vettern und Basen, Nichten und Neffen und des Rests der Familie, der sich wie ein Lindwurm über den halben Rang ausbreitete. Rechts von Natiole saß Anna, diesmal ohne ihre üblichen Begleiter. Sie schien von dem Spektakel weitaus weniger beeindruckt zu sein, als der junge Vlachake und er war froh, dass sie ihn begleitete. Und auch, dass keiner ihrer Söldner dabei war, denn das war raues Volk, dem Natiole mehr als skeptisch gegenüberstand. Das ist die imperiale Loge, erklärte Sargan und deutete auf einen reich verzierten, flachen Turm, auf dessen Wänden sich die Flammen der Feuerschalen spiegelten. Der Stein war so poliert, dass er glänzte und Reliefbänder zeigten Figuren, die Natiole fremd und exotisch erschienen. Geflügelte Stiere, gekrönte Schlangen und Menschen mit einem dritten Auge auf der Stirn. Auf der überdachten Plattform des Turms war es jedoch dunkel. Wird der goldene Imperator noch kommen? Nein, damit würde er ja die Anwesenheit der Trolle anerkennen und auch, dass ihr schon lange in der Stadt seid. Das ist nicht möglich, also wird er der Arena fernbleiben. An ihrer Situation hatte sich also nichts geändert. Natiole seufzte, so interessant das Leben in Colchas auch sein mochte, er hatte eine Aufgabe und er wollte sie erfüllen. Und dann möchte ich nach nach Vlachkis zurückkehren. Unterhalb der Loge sitzen die ranghöchsten Beamten. Wenn der Imperator anwesend ist, lädt er ausgesuchte Gäste in seine Loge ein. Der Status aller anderen bemisst sich nach ihrer Nähe zur imperialen Loge. Wir sitzen weit von ihr entfernt, gab Natiole zu bedenken, worauf Sargan lachte und sich die fettige Soße von den Fingern leckte. Natürlich, du als Außenstehender hast keinen Status. Lediglich durch Assoziation mit einem Bürger des Imperiums könntest du einen Abglanz davon erlangen. Aber was ist mit dir? Unsicher blickte Natiole den Dyrier an. Vielleicht war diese Frage unhöflich oder sogar frech, aber Sargan grinste immer noch. Ich bin kein Beamter mehr, nur ein einfacher Bürger. Er wusste, dass der goldene Imperator nicht erscheinen wird, mischte sich eine von Sargans Gemahlinnen ein, eine noch immer schlanke, schwarzhaarige Frau, deren Augen mit schwarzer Schminke umrandet waren. Sie saß direkt neben ihrem Mann und war Natiole zu Beginn vorgestellt worden, was ihn vermuten ließ, dass sie seine erste Frau war. Wenn der Imperator erscheint, fuhr sie fort und sah Sargan giftig an, dann sitzen wir in seiner Nähe oder in seiner Loge. Sargan ist gar nicht bescheiden, er tut immer nur so. Nun, Perixis, mäßige dich, was soll unser junger Freund von uns halten? fragte Sargan milde. Aber seine Frau brummte nur und lehnte sich wieder zurück. Ihr Vlachkisch war überraschend gut, auch wenn sie mit dem üblichen dyrischen Akzent sprach, in dem die Worte eher wie Wasser flossen und jeder Satz fast wie Gesang ertönte. »Dort drüben sitzen die Kriege Aristokraten«, erklärte Sargan weiter. »Es ist verboten, in der Armee und gleichzeitig in der Verwaltung zu dienen. Tatsächlich ist sogar ein Wechsel kaum möglich, allerdings weniger wegen der Gesetze, sondern eher wegen der Traditionen. So sehr sich Natiole auch anstrengte, er konnte keinen Unterschied zwischen Beamten und Kriegern erkennen. Beide Gruppen trugen prachtvolle Gewänder ähnlicher Machart, beinahe alle eine Variation des hier beliebten Kypasses. Kräftige Farben, mit goldenen Applikationen abgesetzt, bestimmten ihr Erscheinungsbild. Die sind gefährlich, warf Anna ein. Die vier größten Familien kontrollieren einen Gutteil der Armee, und die kleineren Familien schließen sich ihnen oft an. Arrogante Bastarde, alle miteinander. Glauben, sie wären die geborenen Anführer, Strategen und Taktiker? Du kannst mir glauben, immer wenn das Imperium irgendwo einen militärischen Tiefschlag erlebt hat, steckt so ein junger Karrierist dahinter, der sich und seine Fähigkeiten heillos überschätzt hat. Und am Ende waren es immer die anderen. Bei dieser Schilderung musste Natiole lächeln. Anna konnte ihre Herkunft nicht verbergen, auch wenn sie an diesem exotischen Ort lebte. Anders als die Dürier schien sie den Abend auch nicht sonderlich zu genießen. Ihre Blicke wanderten ruhelos und sie rutschte auf dem niedrigen Sitz umher. Sargans Familie hatte weiche Kissen mitgebracht, aber Anna zog es vor, auf dem blanken Holz zu sitzen. Sie sind gefährlich, jeder, der im Imperium Macht an sich reißen konnte, ist dies. Man muss sich gegen unzählige Feinde durchsetzen, kann niemandem vertrauen und muss ständig kämpfen. Die Familien der Kriege Aristokraten stellen im Imperium seit Jahrhunderten die militärischen Führer. Ihre Linien sind lang und bedeutend, sie waren an jeder wichtigen Schlacht beteiligt. Der Imperator behält sie genauestens im Auge, denn ihr Einfluss bei der Armee gibt ihnen große Macht. Zum Glück hassen sie sich gegenseitig noch mehr als alles andere, sagte Anna und lachte kurz. Manche Besprechungen sind wie Hahnenkämpfe, wenn Mitglieder zweier Familien beteiligt sind. Diesen Gockeln schwillt der Kamm an und sie krähen wild rum. Und wer darf das dann ausbaden? Natürlich die einfachen Soldaten und Söldner. Wer sonst? Anna und ihre Mutter haben selbstverständlich ihre eigene Sicht auf die Dinge, erwiderte Sargan diplomatisch. Ich selbst habe nur wenig mit ihnen zu tun gehabt. Als Beamter ist mir der Dienst in den Armeen ja ohnehin verboten. Gibt es solche Ereignisse öfter? erkundigte sich Natiole bei Sargan, um das Thema zu wechseln. Kämpfe? Eher selten. Eigentlich werden hier vor allem Pferderennen zelebriert, manchmal auch Wagenrennen, aber Reiten gilt als die höhere Kunst. Und diese Gladiatoren? Ein hochtrabendes Wort aus alten Zeiten. Vor vielen Jahrhunderten, als Tyria nur ein kleines Land war, wenig mehr als Colchers und Umgebung, da kämpften Sklaven gegeneinander, die dafür ausgebildet wurden. Das ist schon lange vorbei. Heutzutage sind es Gefangene, Verbrecher und Gesindel, das hofft, hier ein wenig Geld zu verdienen. Ein Vergnügen für die Massen. Und blutig. Die Leute können kaum ein Schwert halten, geschweige denn damit umgehen. Was der Reiz daran ist, Unfähigen dabei zuzusehen, wie sie sich langsam zu Tode prügeln, habe ich nie verstanden, warf Anna ein. Manche Bürger mögen es. Aber wer auch nur ein Mindestmaß an Ansehen und Geld besitzt, was ja Hand in Hand geht, und sich dessen bewusst ist, der die bloßen Wagenrennen ziehen viele Leute an und die Lenker sind wahre Helden, doch von den Bürokraten werden die Reiter geschätzt. Ja, aber die Kriegearistokraten lieben die Wagenrennen. Die Rennstelle verfügen über viel Geld und glühende Anhänger, gab Anna zu bedenken. Wagenrennen sind eher für das einfache Volk, erwiderte Sargan pikiert. Wir, also die Beamten, ziehen Reitrennen vor. Natiole versuchte all diese Informationen aufzunehmen und sich nicht von der Kulisse ablenken zu lassen, doch es gelang ihm nur mäßig. Zu gewaltig waren die Eindrücke, die unablässig auf ihn einströmten. Ging man durch Kolschers, sah man immer nur einen Teil der Stadt und abgesehen von den Palästen war es eben eine Stadt. Ihre wirkliche Größe blieb einem verborgen. Aber hier sammelte sich das Volk, reich und arm, jung und alt, in einer einzigen unfassbaren Versammlung. Wie viele mögen das sein, murmelte er. Hm, wenn alle Logen besetzt sind und jeder Stehplatz eingenommen, dann sollen hier vierhundert Hundertschaften Platz finden, sagt man. Ich habe es persönlich nicht gezählt. Es dauerte einige Momente, bis Natiole diese Zahl klar wurde. Seine Schätzung von einigen Tausend war viel zu niedrig gewesen. Und sie alle wollen die Trolle sehen. Ihr Geister sorgt dafür, dass Wrack nichts Dummes tut. Als hätte der tiefen Troll Natioles Gedanken gehört, traten die drei mächtigen Wesen aus einem Tor an der Seite. Nah der imperialen Loge erklangen einige Trompeten, aber das wäre kaum notwendig gewesen, denn das bloße Erscheinen der Trolle ließ eine unheimliche Stille über den Sitz rein entstehen. Die mächtigen Wesen liefen selbstbewusst auf die offene Fläche. Trotz der Feuerschalen blieb Wrack wie in Schatten gehüllt, und der tiefen Troll wirkte so urtümlich und bedrohlich wie schon lange nicht mehr. Selbst auf die Distanz konnte Natiole seine rohe Gewalt wahrnehmen. Zran schritt stoisch neben Kerr einher, der sich immer wieder umblickte und die ganze Szenerie erfasste. Der Troll war offenbar auf der Hut, anders als Wrack, der seine Arme baumeln ließ, seine Hauer entblößte und laut brüllte. Noch einmal sandte Natiole ein stummes Stoßgebet zu den Geistern. Sie werden doch nicht gegen Menschen kämpfen, fragte Anna, was Sargan verneinte. Das wäre nun wirklich nicht schicklich, vermutlich gegen einige Tiere oder ähnliches. In diesem Moment öffnete sich eine Pforte in einem der Gebäude in der Mitte und eine massige Gestalt preschte hervor. Ein vergleichbares Wesen hatte Natiole bislang noch nie gesehen. Es lief vierbeinig und geduckt, war aber dennoch größer als ein Mensch und maß sicherlich drei Schritt an der Schulter. Sein Körper war von sandfarbenem Fell mit einer Musterung aus dunklen Streifen bedeckt und sein Kopf war breit und groß. Es hatte vier lange Reißzähne und die Beine endeten in großen klauenbewehrten Tatzen. Es bewegte sich überraschend geschmeidig für eine Kreatur dieser Größe und als Wrack erneut brüllte, warf es sich herum und fixierte die Trolle. Ein Onschlag Erläuterte Sargan aus dem Norden ziemlich blutrünstig sagt man. Verwundert blickte Natiole zu dem kleinen Mann, der ruhig ein Stück mit Soße getränktes Brot abriss und aß. Der Dürer schien sich keine Sorgen zu machen, sondern das Geschehen unverändert zu genießen. Unten wirbelten die Tatzen des Onschlags Staub auf, als es mit großen Sprüngen auf die Trolle zustürzte. Unwillkürlich hielt Natiole den Atem an. Man lässt sie hungern, sagte Sargan mit vollem Mund, und man macht sie vor dem Kampf rasend. Die sind dann kaum sie selbst. Alles eine Frage der Tierkunst. Die besten Pfleger können selbst aus Ziegen mörderische Kreaturen machen. Angeblich nutzen sie seltsame Essenzen und Ähnliches. Ich denke nicht, dass diese Bestie viel Ansporn benötigte, dachte Natiole bei sich. Kerr und Sran wichen zur Seite aus, während Wrag dem Angreifer in den Weg trat. Der Zusammenprall war gewaltig. Kurz wirkte es, als könne Wrag sich auf den Beinen halten, aber dann stürzte er gemeinsam mit dem Onschlag zu Boden. Ein tiefes Brüllen des tiefen Trolls ertönte und das Tier stieß ein seltsames hohes Heulen aus. In dem Gewirr aus Gliedmaßen konnte Natiole nur wenig erkennen. Beide Gegner fuhren sich mit den Klauen über den Leib, verbissen sich im Feind, rissen und zerrten aneinander. Die anderen Trolle hielten einige Schritt Abstand und schienen nicht gewillt in den Kampf einzugreifen. Die Menge schrie und brüllte, viele sprangen auf, wedelten mit den Armen. Der Anblick riss auch Natiole mit, sein Blut kreiste wie wild in seinen Adern, pochte in seinen Gliedern. Der junge Vlachake verfolgte den Kampf, hörte das Brausen der Menschen, erlebte sich als ein Teil der gewaltigen, mächtigen Menge. Neben ihm aß Sargan genüsslich mehr Brot und wirkte völlig gelöst. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? fragte Natiole irritiert. Sag du zu mir, erwiderte Sargan entspannt, so ist es bei uns Brauch. Wie kannst du so ruhig bleiben? Es schien, als überlege Sargan, was er sagen wolle. In der Grube hatte Wrag das Onschlag auf den Rücken geworfen und kniete auf ihm. Die Klauen fuhren dem großen, tiefen Troll über den Bauch, aber er beachtete den Angriff gar nicht. Seine Fäuste trafen den Kopf seines Gegners, die Brust, bis die Gegenwehr alarmte. Dann stürzte Wrag nach vorn und schlug seine Hauer in den Hals seines Gegners. In der plötzlichen Stille über den Sitzrein war das reißende Geräusch gut zu hören, als er den Kopf zurückzog und wild schüttelte. Sein Triumphgeheul begleitete den Tod des Unschlags, das rasch verblutete. Weil es in den Hallen unter der Arena kein Wesen gibt, das einem Troll ebenbürtig wäre, erläuterte Sargan, als der Jubel der Zuschauer aufbrandete. Du vergisst, dass ich sie bereits habe kämpfen und töten sehen. Nichts und niemand übertrifft sie in diesen Künsten. Als Wrag sich erhob, von Wunden übersät, dunkles Blut auf dunkler Haut und doch siegreich, war Natiole geneigt, dem Dyrier unbedingt Glauben zu schenken. Schon am Vormittag waberte die Luft auf dem staubigen Platz bereits vor Hitze. Während einer Kampfpause legte Anna ihre Rüstung ab und knüpfte ihr gefüttertes Wams so weit auf, wie sie konnte. Sie betrachtete interessiert die Kämpfenden. Natiole machte sich gut, sein ungestümer Stil war vorsichtiger geworden. Zu oft war er in den vergangenen Wochen finden aufgesessen und in Riehposten hineingelaufen. Jetzt kämpfte er überlegter, was ihn noch gefährlicher machte. Mit sicheren Schritten umkreisten sich ihr Vetter und Narkahn. Für das ungeübte Auge mochte der Kampf langweilig erscheinen, aber Anna sah, wie die Gegner sich taxierten, auf den kostbaren Moment zwischen den Momenten lauerten, in dem der eigene Angriff erfolgreich sein mochte. Sie erfreute sich an ihrem Können, an dem langsamen Schwerttanz, der jederzeit in einen Hagelsturm der Schläge übergehen konnte. Aber noch war es nicht so weit, noch suchten sie die Lücke, und bei Kämpfern, wie sie es waren, konnte diese Phase dauern. Keiner gab sich eine Blöße, nicht einmal als Narcan einen unsicheren Schritt vortäuschte. Natiole nahm den Ködern nicht an. Das ließ Anna grinsen, denn noch vor wenigen Wochen wäre er angesichts eines eingebildeten Vorteils vorgestürmt und hätte sich vermutlich in der sorgfältig vorbereiteten Falle des Söldners fangen lassen. Jetzt jedoch ignorierte er den scheinbar ungeschickten Schritt einfach und ließ seinen Gegner nicht aus den Augen. Die Veränderung, die mit Natiole vorgegangen war, ließ sich auch äußerlich erkennen, wie Anna feststellte. Er hatte sich an die hiesigen Kleidermoden angepasst, was vermutlich hauptsächlich dem Wetter geschuldet war. Vlachkisches Lederzeug eignete sich eben nicht für die heißen, sonnendurchfluteten Tage von Kolschers. Aber auch sein Blick war steter geworden, und in seinen Schritten lag mehr Schwung, als habe er an Selbstbewusstsein gewonnen. Vielleicht lag es an den Erfahrungen, die er in den Übungsstunden mit den Söldnern machte, an der Verbesserung seiner Kampfkunst, die ihm selbst auch klar sein musste. In Vlachkis kämpft man auf eine bestimmte Weise. Man kennt seine Gegner. Wir haben viele Gegner, fast jedes Jahr andere. Wir müssen auf viele Weisen kämpfen, erkannte die junge Söldnerin. Er war vorher schon gut mit dem Schwert, aber wir bringen ihm mehr bei, bis er exzellent wird. Unvermittelt brach der Kampf los. Narkan attackierte schnell wie eine Schlange, sein stumpfer Speer zuckte vor, aber Natiole wich aus, ließ die Waffe harmlos durch die Luft gleiten. Sein Gegenangriff war präzise, das hölzerne Schwert glitt am Schaft des Speers entlang und schlug gegen Narkans Finger. Eine echte Waffe hätte sie abgetrennt, so aber riss der Söldner nur die Hände hoch. Natioles Rückhandschlag traf ihn am Bauch mit einem dumpfen Knall, der Staub von dem gesteppten Wams aufwirbelte. Der Treffer warf Narkan aus der Balance, er taumelte nach hinten und der den sonst so gewandten Söldner zu Boden stürzen ließ. In den aufwallenden Staubwolken sah Anna nur, wie er sich überschlug, während Natiole sich zu seiner Cousine umwandte und sie angrinste. Sie erwiderte das Grinsen. Hinter Natiole sprang Narkan auf. Seine Mine war wutverzerrt und er holte mit dem Speer aus. Vielleicht sah Natiole es in ihrem Gesicht oder er spürte den Angriff. Jedenfalls wirbelte er herum und sprang zur Seite. Wieder verfehlte ihn der Hieb, als er sich über die Schulter abrollte. Narkan setzte nach. Wütend wollte Anna eingreifen, doch Berophans Hand auf ihrer Schulter hielt sie zurück. Warte! Sie funkelte ihn an, aber der dunkelhäutige Söldner beachtete sie gar nicht. Es gelang Natiole in geduckter Haltung wieder auf die Beine zu kommen, was seinen Gegner nur noch zorniger machte. Mit wilder Kraft griff Narkan an, aber seine Wut blendete ihn und stumpfte seine Instinkte ab. Sein Stoß war schnell, doch ungenau, und Natiole nutzte diesen Fehler gnadenlos aus. Seine Holzklinge traf den Söldling an der Hüfte, glitt hinab, verfing sich zwischen Narkans Beinen und wieder stürzte der Söldner lautfluchend zu Boden. Er rappelte sich auf, aber jetzt ließ Berofan Anna gewähren. Aufhören! Narkan runter mit der Waffe! Der Largote zögerte kurz. Seine Weigerung, ihr zu gehorchen, ließ kalte Ruhe in Anna aufsteigen, so als befände sie sich in einer Schlacht. Dann senkte er den Holzspeer und atmete tief durch. Ich werde es nicht vergessen, schwor sich die Söldnerin. Guter Angriff! erklärte Nathiole lachend und schlug Narkan auf die Schulter. Verdammt schnell bist du! Der Söldling blickte ihn an. Schweiß lief über seine Haut und er atmete schwer. Nach einigen Momenten grinste er unsicher. Hat nicht geholfen! Reines Glück, erwiderte der junge Vlachake. Beim nächsten Mal fresse ich Staub und du stehst noch. Jetzt grinste Narcan breiter. Ein guter Kampf, alle beide, gestand Berofan ihnen zu. Das Lob aus seinem Mund bedeutete dem Largoten viel, und er stützte sich gelassen auf seinen Speer. Erst als er Annas Gesichtsausdruck sah, verschwand sein Lächeln wieder. Schluss für heute, erklärte sie kühl. Just in diesem Augenblick näherten sich zwei Reiter dem Übungsplatz. Anna erkannte zwei Krieger ihres Haufens, die unübersehbar von einer langen Reise kamen. Ihre Kleidung war staubbedeckt und sie wirkten erschöpft. Sofort war Narcans Verhalten vergessen. »Bringt ihr Neuigkeiten?« rief sie den Reitern zu, aber die schüttelten die Köpfe. »Nein«, erklärte einer, ein junger blonder Mann aus dem Süden, dessen Namen Anna im Augenblick nicht einfallen wollte. Er wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß aus dem Gesicht und verschmierte dabei den Schmutz auf seiner Haut, so dass es fast wie eine fremdländische Kriegsbemalung wirkte. »Keine Spur von Floris. Wir haben in den Gasthäusern gefragt, aber keiner konnte sich wirklich an sie erinnern. Wenn sie vom Süden her kommt, dann nicht über die großen Straßen. »Danke«, erklärte Anna. »Berofan, kümmere dich um sie.« Der große Mann brummte zustimmend und schritt zu den Reitern. Unsicher strich Anna sich über die Schläfe. Dass ihre Mutter so lange nichts von sich hören ließ, beunruhigte die junge Söldnerin. »Was haben sie gesagt?« erkundigte sich Nathiole, der bereits die lederne Rüstung abgeschnallt und auf den Boden gelegt hatte. Sein gepolstertes Wams hatte große, feuchte Flecken, und er goss sich Wasser aus einem Krug über den Kopf. Zwar hatte der junge Vlachake sich mittlerweile einige Brocken dürisch angeeignet, aber nicht genug, um den schnellen Worten zu folgen, die sie mit den Reitern gewechselt hatte. Nathiole konnte mit Mühe auf dem Markt ein Brot kaufen, wenn die Händler bemerkten, dass er sie mehr schlecht als recht verstand. Allerdings halfen ihm die paar Sätze nicht beim Feilschen, wie sich Anna amüsiert erinnerte. Ohne Sargans oder ihre eigene Hilfe wäre Nathiole inzwischen vermutlich ein armer Mann. Wir hatten Sie kehren unverrichteter Dinge zurück. Sie ist wohl noch nicht auf dem Rückweg, obwohl sie schon längst wieder hier sein sollte. Machst du dir Sorgen? fragte Nathiole, während er die Bänder seines Wamses öffnete und das dicke Kleidungsstück über den Kopf streifte. Mit dem letzten Rest Wasser spülte er sich den Schweiß von seinem Oberkörper, der im Sonnenlicht glänzte. Es ist zögern fest. Sorgen ist vielleicht ein zu hartes Wort. Ich mache mir Gedanken, ja. Flores hält sich üblicherweise an das, was sie sagt. Sie muss einen triftigen Grund haben, wenn sie noch nicht wieder hier ist. Vielleicht hat mein Vater sie dazu überredet, seinem Rat beizutreten, scherzte Nathiole. Er fand es immer bedauerlich, dass sie Vlachkis verlassen hat. Nein, es muss etwas anderes sein. Wie stehen die Dinge in Terremie, Vetter? Der Brand in der Feste, könnte er Streit mit sich gebracht haben? Ich weiß nicht mehr als das, was ich dir schon berichtet habe, aber wenn es Ärger in Vlachkis gäbe, würde Flores dann bleiben? Jetzt schüttelte Anna den Kopf. Ihre Mutter würde sich nicht in einen Streit zwischen Vlachhaken und Masriden verwickeln lassen. In all den Jahren war dies der einzige Konflikt, dem sie stets aus dem Weg gegangen war. Eine Entscheidung zwischen Annas Vater und Sten zu treffen, hätte Flores vermutlich das Herz gebrochen. Vielleicht hilft sie bei irgendwelchen Verhandlungen. Immerhin hat sie gute Verbindungen in alle Lager. Sein Tonfall missfiel Anna, und sie kniff wütend die Augen zusammen. Wenn das ein Scherz sein sollte, war er schlecht, fetter. Seufzend neigte Nathiole das Haupt und schlüpfte in ein weites helles Hemd, das er vor einigen Tagen auf dem Markt erworben hatte. Während er sich sorgfältig den Gürtel um die Hüfte schlang, sagte er ebenso bedächtig, es war kein Scherz. Wenn es jemanden gibt, der in einem Streit zwischen Vater und dem Marzek vermitteln könnte, dann deine Mutter. Beide hören auf sie und achten ihr Wort. Floris und du, ihr seid geehrt in eurer Heimat. Hast du niemals daran gedacht, zurückzukehren? Nach Vlachkis? Vater würde dich mit offenen Armen empfangen. Zurückkehren? Zurück? Nati, ich war nie länger als einen Sommer im Land zwischen den Bergen. Mit großer Geste wies sie auf die auf die Zellte, die Söldner, die Feuerstellen, die Pferde, die Karren, auf all die Betriebsamkeit des Lagers. Das hier ist meine Heimat. Dort, wo der Haufen hinzieht, bin ich daheim. Floris ist meine Familie, sie und Berrofan sogar der viermal verfluchte Dummkopf Narkahn. Aber du bist Vlachakin, du bist Anna Karl Dabran und du solltest den Titel einer Bojarin tragen, protestierte Natiole, was Anna Spöttisch lächeln ließ. Ich bin auch Anna Bekesar. Mein Vater ist der Marzek von Ardoli. Schon vergessen? Als er schwieg, fuhr sie fort, welche Heimat kann mir das Land zwischen den Bergen schon bieten. Nirgends wäre ich willkommen, im Osten wäre ich stets eine halbe Vlachakin und im Westen würde man mich dort nicht als masridischen Bastard sehen. Floris wusste schon, warum sie fortgegangen ist, selbst sie, deren Blut nicht diesen Makel trägt, wollte nicht dort bleiben. Niemand würde es dir gegenüber an Achtung fehlen lassen, widersprach Natiole leise. Du gehörst zu unserer Familie, bist unser Fleisch und Blut. Floris hat für die Freiheit unseres Volkes gekämpft. Ihr Name wird geehrt. Ich bin ebenso Masriden, wie ich Vlachakin bin. Fleisch und Blut eurer Erzfeinde. Egal, wer mich betrachtet, sie würden immer nur das sehen, was mich zu einem Feind macht. Aber begann er, doch Anna fiel ihm ins Wort, nicht du, nicht dein Vater, aber wie viele gibt es, die Masriden in ihrer Mitte dulden? Wie viele Bastarde werden geehrt? Was ist mit den gemeinsamen Kindern von Vlachaken und Masriden? Er musste nicht antworten. Sie konnte die Antwort in seinen Augen sehen. Selbst bei ihren kurzen Besuchen im Land zwischen den Bergen hatte sie es gespürt. Die Ablehnung, ja sogar den Hass. Für die einen war sie eine Vlachkische Hure wie ihre Mutter, die anderen nannten sie Masridische Metze. Sie hatte schon damals beschlossen, niemals das Schicksal der Bedauernswerten zu teilen, die im Land zwischen den Bergen Bastarde waren, deren Eltern aus zwei Völkern stammten und die von allen gehasst wurden. Floris hatte das gewusst. Deswegen war sie über die Sorkaten gegangen und hatte all das hinter sich gelassen. Eine neue Existenz gesucht, fern von der jahrhunderte alten Verbitterung, die alles durchdrang. Im Imperium mochten Söldner wenig gelten, besonders wenn sie Frauen waren. Doch wenigstens trachtete man ihnen hier nicht allein wegen des Makels ihrer Geburt nach dem Leben. Du bist Vlach Haken, wiederholte Natiole schließlich, starrsinnig wie er war. Ich bin Masridin, erwiderte sie kalt und wandte sich ab. Sie verließ den Übungsplatz und drehte sich nicht um, obwohl sie den Drang verspürte, es zu tun. Ein Teil von ihr wollte mit Natiole reden, sich erklären, den Dorn aus der Wunde in ihrem Herzen ziehen, aber ein anderer Teil war zu stolz dafür. Und dickköpfig. Eine Eigenart, die man sowohl Vlach Haken als auch meinem Vater nachsagt. Natiole lief ihr nicht hinterher, als sie zwischen den Zelten verschwand, in das Lagerleben eintauchte, in ihre Familie, in deren Mitte sie doch allein war. Während Ionis und Arteinis Steen die Gänge hinunter folgten zur kleinen Halle, fragte sich die junge Dürierin, welche Nachrichten der Priester des Albussunas wohl aus Turdui mitgebracht haben mochte. Vielleicht noch keine Kriegserklärung, aber zumindest wird der neue Marzek der Masriden Vlachkis nicht gerade mit Freundschaftsbeweisen überhäuft haben, sonst würde der Woivode weniger besorgt wirken. Ionis stieß sie leicht mit dem Ellbogen an. Ich frage mich, ob es Neuigkeiten von Anna gibt, flüsterte er, und darüber, ob die Masriden wohl eine halbe Vlachhakin als Thronfolgerin anerkennen werden. Arteinis erwiderte darauf Angst nicht nicht mehr an alle Namen Der alte Geistseher Vintila war natürlich anwesend, Riklea, Steens engste Beraterin und viele der Vlachkischen Adeligen, die in den letzten Wochen in die Hauptstadt gekommen waren. Aber auch viele der Händler und Handwerker, die eine Stimme im Rat Steen Karl da Brons hatten, waren gekommen und so war der Raum mit Menschen gefüllt. Der Woivode nahm seinen angestammten Platz an der Stirnseite der Tafel ein und Ionis belegte den Platz zu seiner Rechten. Zu Arteinis Überraschung deutete Steen auf den Platz zu seiner Linken und forderte sie mit einem Nicken auf, sich dort hinzusetzen. Sie war sich der Ehre, die er ihr damit erwies, voll bewusst und verbeugte sich erst tief vor dem Vlachkischen Herrscher, bevor sie seiner Aufforderung nachkam. Aus dem Augenwinkel konnte sie sehen, dass Ionis lächelte. Vorstolz schoss es ihr durch den Kopf, aber dann wurden ihre Gedanken von Cornels Anblick eingenommen, der soeben den Saal betrat und zu einem Stuhl in der Mitte des Tischgefiertes ging. Der Sonnenpriester sah aus, als habe er die Strecke von Turdui in einem scharfen Ritt ohne Pause bewältigt, seine Kleidung war schmutzig, seine Stiefel mit Schlamm verkrustet. Selbst in seinen kurzen dunklen Haaren konnte sie den Staub der Straße erkennen. Er war wohl nicht dazu gekommen, sein Schädel neu zu rasieren. Sein Gesicht zeigte deutliche Spuren der Müdigkeit. Dunkle Schatten lagen unter seinen Augen, auf seinen Wangen zeigte sich Bart wuchs, und er bewegte sich so vorsichtig, als ob er verwundet sei. Er wirkte älter als vor seinem Aufbruch nach Turdui, als hätten die wenigen Tage ihn um Jahre altern lassen. Schließlich ließ er sich mühsam auf dem vorbereiteten Platz nieder. Steen wartete ab, bis Ruhe im Saal eingekehrt war, dann erhob er sich und sagte mit lauter Stimme, »Karnel, ihr habt mir berichtet, dass es in Turdui bis vor kurzem drei Anwärter auf die Würde des Marzex gab. Ist das richtig?« Mit angespannter Miene nickte der Sonnenpriester. »Ja, das ist richtig. Bis Vikuli Arkos feige ermordet wurde, gab es drei Männer, die glaubten, ein Anrecht auf den Thron Ardolis zu besitzen. Jetzt sind es nur noch zwei. »Und welche zwei wären das?« fragte der Woivode, weder seine Stimme noch sein Gesicht zeigte eine Regung, doch Arteines konnte erkennen, dass die Kraft, mit der er die Hände zu Fäusten ballte, auch dazu diente, seine Anspannung zu verbergen. »Tiradar und Siglos Bekesar, beides Vettern des toten Marzex. Das bedeutet, dass die Masriden nicht daran denken, Nemes Anna, den ihr rechtmäßig zustehenden Platz einzuräumen, nicht wahr? Vintila hatte sich gleichfalls erhoben und wies mit vor Zorn zitternder Hand auf den Sonnenpriester. Weder die Familie Bekesar noch euer Orden halten sich an die heiligen Gesetze des Landes. Der Geist von Flores Calder Braun wandelt noch nicht lange auf den dunklen Pfaden und schon spucken sie auf das Andenken der Bojarin. Das entrüstete Murmeln und die geflüsterten Flüche, die seinen Worten folgten, zeigten deutlich, dass viele im Saal dem Geistseher zustimmten. Cornel blickte den Alten direkt an. »Ich muss euch Recht geben. In Turdui wird nicht von Anna Bekesar gesprochen, wenn es um die Thronfolge geht. Wintila schnaubte verächtlich, als Cornel Anna den Namen ihres Vaters gab. »Und welche Pläne haben die beiden anderen Bekesars?« erkundigte sich der Voivode mit erzwungener Ruhe. »Über Tiradas Pläne kann ich euch nichts berichten, Herr, hob der Sonnenpriester langsam an. Aber Siglos Bekesar wird vor keiner Tat zurückschrecken, die ihn dem Thron näher bringt. Er strebt nach der Macht, und dafür wird ihm kein Preis zu hoch sein. Und wenn er die Macht errungen hat, wird er Krieg gegen Vlachkis führen, daran hat er keinen Zweifel gelassen. Bei diesen Worten sprang eine junge Frau auf. Herr, das dürfen wir nicht zulassen, ihr müsst verhindern, dass die Masriden Vlachkis wieder unterjochen. Der Woivode wandte sich ihr zu. Das werden wir sicherlich, Mihaleja. Dieser Rat und ich, wir werden unser Bestes geben, um das Land zu beschützen. Die Angesprochene ließ sich wieder auf ihren Platz sinken, so rot im Gesicht, als ob der Herrscher sie getadelt hätte. Herr, es gibt noch etwas, was ihr wissen müsst. Der Sonnenpriester war nun ebenfalls aufgestanden und steckte die rechte Hand unter sein Wams, unter dem er ein kleines Bündel hervorzog. Ich hatte in Turdui die Gelegenheit, Marzek Tamars Leichnam zu untersuchen. In seinem Körper dyrischen Imperiums. Er öffnete das lederne Täschchen und hielt eine eiserne Pfeilspitze empor, an der noch Reste eines dunklen Holzes zu erkennen waren. Wieder schwollen die Stimmen im Saal an. Einige der weiter entfernt Sitzenden erhoben sich, um einen Blick auf die Spitze zu werfen. Glaubt ihr nur, diese Fremden benutzen Pfeile? fragte Wintiler höhnisch. Die Masriden könnten schon lange Waffen bei den Dyrian kaufen, nach allem, was wir wissen. Tatsächlich läuft ein Großteil des Handels über Turdui. Wer weiß schon, wie lange die Masriden bereits auf einen solchen Augenblick harren? Sein vorwurfsvoller Blick, der sich auf sie richtete, entging Arteinis zunächst beinahe, da plötzlich eine Erkenntnis siedentheiß in ihr aufstieg. Der Pfeil eines Söken. Und sylkische Reiter, die sich in den Wäldern in der Nähe Theramis verstecken. Wenn Cornel eine sylkische Pfeilspitze im Körper des toten Marzex gefunden hat, dann können wir das nicht einfach übergehen. Es muss eine Bedeutung haben, sagte Ionis mit sehr lauter Stimme. Einen Moment lang begegneten sich ihre Blicke. Arteinis erhob sich. Wojvode, ich gehöre nicht zu eurem Rat, aber ich habe etwas zu berichten, was für diese Angelegenheit von größter Wichtigkeit sein mag. Darf ich sprechen? Sten richtete seinen unergründlichen Blick auf sie. Wenn ihr etwas beizutragen habt, dann bitte ich darum, forderte er sie auf. Mit ruhiger Stimme, wie sie es von ihren Lehrern in Kolschers gelernt hatte, berichtete Arteinis, wie sie in Termi von den Sylten gehört hatte und ihrem Anführer von Seikos Laden bis in die Wälder gefolgt war. Es sind vielleicht zwei Dutzend Reiter, ich habe sie nicht alle gesehen, und sie halten sich unweit der Stadt verborgen, denn sie haben in Termi einen Auftraggeber. Ihr Anführer ist ein Mann namens Tochar, beendete sie schließlich ihren Bericht. Wie Arteinis vermutet hatte, löste ihre Erzählung beinahe einen Tumult aus. Stimmgewirr ertönte, einige sprangen gar auf, deuteten auf Kornell und auf sie. Die wildesten Mutmaßungen wurden laut. Möglich ist vieles, begann der Woivode langsam, nachdem er eine Weile den aufgeregten Kommentaren seiner Ratgeber gelauscht hatte. Doch sicher wissen können wir nichts. Deshalb schlage ich vor, dass wir so schnell wie möglich einen Trupp ausrüsten, der zu diesen Sylken reitet und herausfindet, was im Namen der Geister sie vorhaben. Zustimmende Rufe antworteten Steen. Arteinis konnte erkennen, dass praktisch alle Anwesenden froh waren, endlich etwas zu tun zu bekommen und dass die Zeit des langen Wartens endlich vorbei war. Wir reiten morgen bei Sonnenaufgang, bestimmte der Woivode. Praktisch jeder Mann und jede Frau im Saal erklärte sich bereit, Steen Karl Karl da zu begleiten, als er danach fragte. Nur zwei Händler und der alte Wintiler hoben nicht die Hände. Ernst blickte der vlachkische Anführer in die Runde. Dann also morgen früh und morgen Abend kommen wir wieder hier zusammen. Die Versammlung löste sich langsam auf. Nur Steen, sein Sohn und Arteinis blieben noch sitzen. Im Hinausgehen warf Kornell ihr einen Blick zu, den sie kaum deuten konnte. Dankbarkeit? Misstrauen? Der Sonnenpriester hatte seine Züge zu gut unter Kontrolle und seine Augen waren kühl. Vater, sagte Ionis leise, wenn es wirklich zu einem Krieg mit Ardoli kommt, dann muss Nathiole zu uns zurückkehren und jemand muss ihn warnen, damit er den Masriden und ihren sylkischen Schergen nicht in die Arme läuft. Ich weiß, antwortete Steen gepresst, Nathi und die Trolle müssen davon erfahren, was mit Tamar und Flores geschehen ist. Am liebsten würde ich selbst gehen, aber das kann ich nicht dreimal verflucht. Ich könnte ihn holen, schlug Ionis vor. Der Woivode sah ihn mit einem Blick an, der nur für seinen Sohn bestimmt war und Arteines zu Boden schauen ließ. Dir geht es noch nicht gut genug und außerdem gerade wenn es Krieg gibt, kann ich nicht auf euch beide verzichten. Ionis, das Land braucht einen Erben, wenn ich falle. Ich brauche dich hier, Ionis. Vater, dem jungen Vlachhaken fiel es sichtlich schwer, etwas darauf zu erwidern und die Dürrierin wünschte sich, sie hätte die Halle mit den Rats Mitgliedern verlassen. Welchen Vlachhaken kann ich denn überhaupt schicken? Unterbrach Steen ihn. Die Grenzen sind nicht mehr sicher und wenn ich einen offiziellen Boten schicke, mache ich die Masriden nur auf Natiole aufmerksam. Ihn gefangen zu nehmen, wäre ein zu gutes Druckmittel für die Kriegstreiber in Todui. Arteinis schloss die Augen. Sie konnte erkennen, dass der Volvode Recht hatte. Er konnte kaum einen Vlachkischen Boten durch Feindesland reisen lassen. Der Erköl-Pass war der einzig gangbare Weg durch die nördlichen Sorkaten und der Weg zum Pass führte durch Ardoli, wo nun die Masriden mit Adleraugen auf alle Reisenden blicken würden. Aber eine Fremde hätte es sicher leichter, Ardoli zu durchqueren, ohne Verdacht zu erwecken. Und ihr Vater würde gewiß dringend zu erfahren wünschen, dass ein neuer Krieg im Land zwischen den Bergen auszubrechen drohte. Arteinis Augen wanderten zu Ionis und sein Anblick versetzte ihrem Herzen einen Stich. Ich könnte gehen, meinte sie schlicht. Und ein Teil von ihr war beinahe ebenso überrascht wie die beiden Männer, als sie es aussprach. Ich könnte gewiss ohne große Schwierigkeiten nach Kolschas und zu eurem Sohn gelangen. Zu ihrer Überraschung sprang Ionis auf. Das meinst du nicht ernst, oder? Du willst allein die Soldaten überqueren, um Natiole in Dürien zu erreichen? Ionis, vielleicht hat sie... Doch weiter kam Steen nicht. Der junge Vlachake verneigte sich vor seinem Vater und der Dürierin, als er seinen Vater unterbrach. Wenn der Woivode ebenfalls dieser Meinung ist, dann werde ich hier wohl nicht mehr gebraucht. Er verließ den Saal, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen. Nachdem sie eine lange Weile geschwiegen hatten, erhob sich Steen schließlich. Würdet ihr einen kleinen Spaziergang mit mir machen? fragte er. Arteinis nickte und folgte ihm hinaus. Von den Zinnen der Feste Remis blickten sie schweigend auf die Stadt hinab, die sich unter ihnen ausbreitete. Es war klar, und ein kühler Wind wehte von den hohen Bergen. Der Geruch nach verbranntem Laub und Holz lag in der Luft. Ihr wisst, dass ich niemals von euch fordern würde, begann der Woivode endlich das Gespräch. Natürlich, aber wenn ihr darüber nachdenkt, fällt euch eine Lösung ein, die besser wäre? Oder auch nur dem nahe käme? Ich kann es mir nicht vorstellen. In diesem Fall bin ich die perfekte Botin. Steen nickte zögernd. Arteinis atmete tief ein und wandte der nächtlichen Stadt den Rücken zu, um ihr gegenüber ganz anzusehen. Aber wenn ich nach Kolschers reise und meinem Vater die Nachricht überbringe, dass es Krieg zwischen Ardoli und Vlachkis geben wird, was meint ihr, was dann geschieht? Noch wissen wir nicht, ob es Krieg geben wird, erwiderte Steen sanft, noch ist es nur eine Gefahr, auch wenn ich diese nicht unterschätzen will. Aber vielleicht kommen die Masreden noch zur Vernunft, und dieser Siglos wird niemals Marzek. Vielleicht, antwortete Arteinis, und sie konnte selbst hören, dass ihre Stimme bitter klang. Doch selbst wenn es so wäre, glaube ich nicht, dass mein Vater mich hierher zurückkehren lässt. Er wird wollen, dass ich im Imperium bleibe, bis er eine andere Aufgabe für mich gefunden hat. Sie schluckte. Ionis weiß das auch, fügte sie dann leiser hinzu. Und würdet ihr gern nach Flachkist zurückkehren, Arteinis? erkundigte sich der Woivode. Sie konnte nur nicken und kam sich in diesem Moment verlorener vor als seit vielen Jahren. Vielleicht könnte ich mit eurem Vater reden, wenn sich die Situation hier beruhigt hat. Bot Sten an, ich kenne Sargan schon sehr lange und ich kann mir nicht vorstellen, dass er euch unglücklich machen möchte. Arteinis biss sich auf die Lippen, um die Tränen zurückzuhalten, die ihr in die Augen stiegen. Er ist nicht wie ihr, Wojvode. Dass er mich liebt, bedeutet nicht, dass er auf die Pläne verzichten würde, die er mit mir hat. Es würde nichts nutzen, wenn ihr mit ihm redet. Zu ihrer Überraschung lächelte der Wojvode. »Vie Vielleicht würde es nicht. Aber ihr solltet euren Vater nicht unterschätzen, Arteinis. Vieles von dem, was er in der Vergangenheit getan hat, tat er um seiner Familie willen. Sie blickte wieder zur Stadt hinunter, zu all den Menschen, die sich vielleicht bald auf einem Feldzug befinden würden. Was macht es aus, ob ich ein paar Tage länger glücklich oder unglücklich bin, wenn dieses Land im Krieg versinkt, dachte sie. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Er trägt keine Schuld an dem, was jetzt kommt. »Wir werden sehen, stehen Karl de Braun, meinte sie schließlich, und wenn ihr keine Lust hat, euch anzuhören, ich habe seinen Dickkopf geerbt. Ich weiß, erwiderte der Voivode mit einem Schmunzeln, und ich glaube, das ist es, was meinen Söhnen so gut an euch gefällt, und ich bin euch dankbar, dass ihr bereit seid, meinen ältesten Sohn zu mir zurück zu schicken, Arteinis. Er beugte sich vor und küßte die Dürierin auf die Stirn. »Willst du das nicht lieber mir überlassen? Er tönte plötzlich hinter ihm eine Stimme. Ionnes stand hinter dem Woivoden und lächelte verlegen. Ich habe euch gesucht, um mich zu entschuldigen, und jetzt muss ich feststellen, dass mein Vater dabei ist, mich bei dir auszustechen. Spielerisch hob stehen die Hand, und dann legte ihm nur auf die Schulter. Durch die Kinder strafen die Geister die Alten dafür, wie sie als Junge waren. Zitierte er ein altes vlachkisches Sprichwort. Arteinis war froh, den Prinzen zu sehen, froh, dass er sie gesucht hatte und sie heute Nacht nicht allein zu sein brauchte. Der Volvode wandte sich lächelnd ab, als die Dürierin einen Schritt auf Ionis zumachte und er sie umarmte. Die Nähe des anderen Trolls brachte Azoth dazu, seine Schritte zu beschleunigen. Er konnte ihn wahrnehmen wie ein Loch in der Welt, in dem die Dreg versickerten. Der andere würde ihn ebenfalls spüren, daran zweifelte Azoth nicht. Obwohl er nur ein Ziel hatte, war Azoth nicht weniger vorsichtig. Feinde lauerten überall, und sie scherten sich nicht darum, was er tat. Für ihn gab es keinen Moment der Unachtsamkeit. Wer sich seiner Umgebung nicht immer bewusst war, wurde zur leichten Beute. Doch er lief schneller als gewöhnlich, durchquerte zwei Höhlen, deren Decken sich weit über ihm in der Dunkelheit verloren. Seine feine Nase roch Pilze, essbare noch dazu, und er merkte sich die Stelle, um später hierher zurückzukehren. Es gab keinen Ersatz für Fleisch, aber diese Pilze waren schmackhafter als die meisten Pflanzen. Sie trafen trafen einem Gang aufeinander. Der andere war groß und er roch nach frischer Jagd, nach Blut, Schweiß und Wunden. Er hatte etwas über die Schulter geworfen und Azoth erkannte den Kadaver eines Grauen. Die Tiere kamen nur selten so tief hinunter und allein der Gedanke an diese Köstlichkeit ließ Azoth das Wasser im Munde zusammenlaufen. Sie blieben stehen, einige Trollschritt voneinander entfernt. Azoth wartete ab. Manchmal wurde er erkannt, diesmal jedoch ließ sein Gegenüber seine Beute fallen und baute sich bedrohlich vor ihm auf. Er schüttelte die langen Arme, ließ den Kopf kreisen und präsentierte seine Hauer. Sofort nahm Azoth die Herausforderung an. Er entblößte seine eigenen Hauer und hob die Fäuste. Er ließ die Schultern kreisen und trat langsam vor, ohne seinen Gegner aus den Augen zu lassen. Schritt für Schritt näherten sie sich einander, zeigten Hörner und Hauer, ließen die Muskeln spielen, kratzten mit den Klauen über die Felswand und bewiesen, dass sie Krieger waren. Das letzte Stück sprangen beide, in der Luft prallten sie gegeneinander. Schnell schlug Azot zu, riss mit der Pranke Haut und Fleisch von der Brust des Anderen. Hiebe prasselten auf ihn ein, starke, harte Schläge. Er packte einen Arm, riss ihn herum, freute sich am Schmerzens Geheul des Gegners. Ein Schlag traf ihn am Auge und er taumelte zurück. Blut lief ihm an der Schläfe hinab, geriet in sein Auge, brannte, aber er brauchte keine Sicht in diesem Kampf. Wieder stürmten sie gegeneinander. Diesmal gelang es Azot, das Bein des Anderen zu packen, und er spannte alle Muskeln an. Mit einem dumpfen Schlag stürzte sein Gegner rückwärts zu Boden. Azot ließ ihm keine Zeit, sondern warf sich auf seine Brust, packte den Kopf mit beiden Pranken. Unvermittelt erlarmte die Gegenwehr des Trolls und erhob das Kinn. Grinsend stand Azot auf und ging einige Schritte rückwärts. Azot, sagte er schlicht. Der andere kam auf die Füße, schüttelte das Haupt und schlug sich auf die Brust. Mesp, erwiderte er. Dein Fleisch, knurrte Azot und wies auf die Beute, gib mir davon. Der Unterlegene hob seine Beute kommentarlos auf und warf sie Azot zu. Dem Sieger die Beute. Aber der mächtige Troll nahm nur ein Stück, das er mit seinen scharfen Klauen vom Rest des Kadavers trennte, den er wieder zurückschleuderte. Auf dem zähen Fleisch kauend ließ er sich auf die Fersen nieder. In der absoluten Dunkelheit konnte er den anderen nicht sehen, aber er hörte seinen Atem, roch seinen Leib, und er spürte ihn innerhalb der Dreg. Auch Mesb nahm sich ein Stück von dem Fleisch. Sie schwiegen, während sie sich gegenüber saßen und das Fleisch verzehrten. »Azot«, stellte Mesb schließlich fest, »ich habe von dir gehört.« Zur Antwort brummte Azot nur. Viele hatten von ihm gehört, aber er kannte Mesb nicht. »Dort hinten«, fuhr Mesb fort und wies mit dem Kopf hinter Azot, »liegt das Herz des Landes. Warst du dort?« Azot nickte. »Ich gehe dorthin, den Schlag spüren, jeden Dreg, es ist gut.« Darauf wußte Azot nichts zu erwidern, was nicht sinnloses Gerede gewesen wäre. Es war gut, und Mesb hatte es gesagt. »Hast du von Kerr gehört?« fragte er stattdessen. Jetzt war es an seinem Gegenüber, den Kopf zu schütteln und zu knurren. Er ist schon lange weg, erklärte Mesb nach einigem Nachdenken. Die Kunde, dass der Troll mit zwei Gefährten an die Oberfläche gegangen war, hatte sich schnell verbreitet. Anders Brut traf sich nur selten, aber bei diesen Treffen wurde immer alles berichtet, was wichtig erschien. Manchmal gab es Versammlungen. Der Herzschlag rief dann mehrere von ihnen zusammen, als würde das Land selbst es bestimmen. So ist es richtig, grübelte Azoth. Immer, wenn wir uns treffen, geschehen wichtige Dinge. Auf dem Weg gibt es Spinnen, erklärte Azoth und erhob sich. Auch Mesb stand auf. Mehr gab es nicht nicht sagen und sie liefen aneinander vorbei in die Dunkelheit. Der gerade angebrochene Morgen war klar und kalt und die Männer und Frauen, die sich vor der Fest der Remis versammelt hatten, waren in wollenem Mäntel und Umhänge gehüllt, die sie über ihre Waffen und Rüstungen geschlungen hatten. Von ihrem erhöhten Platz aus konnte Kornell sehen, dass sich der Frühnebel über dem Tal des Morgi eben zu lichten begann, als die Sonne am Horizont aufstieg. Der Woivode hatte seinen Rappen ein Stück abseits gelenkt und überblickte von dort aus die gut zwei Dutzend Männer und Frauen, die sich versammelt hatten, um das sylkische Lager im Wald auszuheben, von dem die junge Dürierin gesprochen hatte. Ionnes ritt an der Seite seines Vaters und der Priester wusste, dass dieser nicht damit einverstanden war, sich der Junge aber dennoch durchgesetzt hatte. Der jüngere Sohn des Woivoden war mit einem dyrischen Kettenhemd gerüstet und hatte zwei Klingen in Scheiden am Gürtel hängen. Steenkalter Braun selbst trug ein ledernes Wams und an seiner Seite hing ein Schwert. Er trug weder Helm noch Kapuze über seinem langen grau-schwarzen Haar und war so für jedermann gut zu erkennen. Auch Cornell hatte sich entschieden, die Zeichen seines Glaubens nicht zu verhüllen. Die strahlend weiße Kutte hob ihn aus der Menge der anderen heraus und die goldene Scheibe auf seiner Brust fing die ersten Strahlen des Sonnenlichts ein und spiegelte sie wieder. Er fühlte sich noch immer erschöpft nach dem Angriff in Turdui und dem scharfen Ritt, der ihn zurück nach Vlachkis geführt hatte, aber eine durchschlafene Nacht und ein Bad hatten dafür gesorgt, dass er sich nun in der Lage fühlte, seinen Orden auf diesem Ritt würdig zu vertreten, wenn ihm das göttliche Licht Beistand gewährte. Aber vielleicht ist unser Weg ja auch umsonst, dachte er, und wir finden den Lagerplatz verlassen vor. Mit ihren schnellen Pferden könnten die Sylken schon über alle Berge sein, doch die Dürierin hat berichtet, dass sie auf einen Auftrag aus Terremi warteten. Nun, wir werden sehen. Als der Priester bereits glaubte, dass alle Mitglieder des Trupps versammelt waren, öffnete sich das Tor noch ein weiteres Mal, und Arteinis kam herausgeritten. Sie saß auf einer Fuchsstute, an deren Sattel einige Taschen befestigt waren, und die Dürierin trug festes Leder, als ob sie sich zu einer weiten Reise aufmachen wollte. Als sie Cornel sah, winkte sie ihm zu, und er lenkte sein Pferd neben ihres. Im fahlen Licht der Sonne sah sie so müde aus, als ob sie die ganze Nacht über nicht geschlafen hätte. Aber der Schönheit des Mädchens tut das keinen Abbruch, dachte Cornel, schämte sich dann allerdings des Gedankens. Guten Morgen, meinte er freundlich, ich hätte nicht gedacht, dass ihr uns selbst begleiten würdet, um eure Sülken zu fangen. Sie erwiderte sein Lächeln. Das werde ich auch nicht. Ich habe ein anderes Ziel und ich fürchte, meine Worte erstaunten den Sonnenpriester. Ihre Zeit hier ist zu Ende. Bedeutet das, dass sie in ihre Heimat zurückkehrt? Aber warum so plötzlich? Wenn ihr mehr darüber sagen wolltet, hättet ihr das eben getan, nicht wahr? fragte er vorsichtig. Ihr Lächeln vertiefte sich. Ihr seid ein kluger Mann, Cornel. Der Woivode tut gut daran, euch an seiner Seite zu behalten. Er neigte leicht den Kopf, um sich für ihre freundlichen Worte zu bedanken. Dann bleibt mir nur, euch eine gute Reise zu wünschen. Sichere Wege, Arteinis Vulpon. Auch für euch. Die Dürierin lenkte den Fuchs in Richtung des Woivoden und seines Sohnes, und Cornel beobachtete die drei interessiert, auch wenn er nicht verstehen konnte, was gesprochen wurde. Sie wechselten einige Worte, und Ionis drückte dem Mädchen etwas in die Hand, was der Priester nicht genau erkennen konnte. Erst jetzt fiel Cornel auf, dass die Blässe des Prinzen vielleicht nicht von seiner kürzlich überstandenen Verwundung stammte, sondern einen anderen Grund haben mochte. Sten sagte etwas, und Arteinis nickte entschlossen und gab ihrem Pferd die Sporen. Sie ritt einen schmaleren Weg hinunter, der sie schon bald im Osten aus der Stadt herausführen würde. Der Woivode gab das Zeichen zum Aufbruch und langsam setzten sich die Reiter auf der breiten Straße in Bewegung, die sie in die Mitte Therremis führen würde. Die Gassen und Plätze der Stadt waren auch zu dieser frühen Uhrzeit schon bevölkert mit Handwerkern und Händlern, die ihre Geschäfte öffneten und mit Bauern aus der Umgebung, die zum Markt unterwegs waren. Wo immer sie vorüberritten, hielten die Menschen inne, um sie neugierig anzuschauen. Der Woivode und sein Sohn wurden von vielen erkannt und respektvoll begrüßt. Erst als sie die Tore der Stadt hinter sich gelassen hatten, beschleunigte Steen die Schritte seines Pferdes. Der Zug fiel in einen leichten Trab, den sie beibehielten, bis sie den Rand des Waldes erreichten, den die Dürierin beschrieben hatte. Mit einer Handbewegung brachte der Woivode sie zum Stehen. Er stieg von seinem Pferd und wartete, bis alle es ihm nachgetan hatten. Ab hier kommen wir nur begann er mit halblauter Stimme. Wir werden leise und vorsichtig sein, denn wir wissen nicht, ob die Sylken Wachen haben. Wir wissen auch nichts über ihre Absichten, also sollten wir alle darauf achten, sie nicht zu früh und vor allem nicht unnötig zu provozieren. Mialäa und Istwan, ihr bleibt hier bei den Pferden, die anderen folgen mir. Es ist kaum wahrscheinlich, dass die Sylken es nicht merken, wenn sich ihnen so viele Bewaffnete nähern, dachte Kornell und tastete mit den Fingern nach der Sonnenscheibe auf seiner Brust. Und wenn sie wirklich finstere Absichten haben, wird ein Kampf wohl unvermeidlich sein. Mit wenigen Gesten sandte Steen zwei weitere Krieger vor, die als ihre Späher fungierten. Die beiden duckten sich ins Unterholz und verschwanden bald außer Sicht. Der Trampelpfad schlängelte sich durch den Wald, der eben zum Leben erwachte. Vögel zwitscherten und im Gebüsch raschelten kleine Tiere. Die friedliche Stimmung, die über dem Forst lag, wirkte beruhigend, und Kornell konnte sehen, einige aus ihrer Gruppe keine große Vorsicht mehr walten ließen, je weiter sie vorankamen. Schließlich öffnete sich der Wald vor ihnen, und die Vlachhaken drängten vor, nur um feststellen zu müssen, dass die Lichtung leer war. Ihre zwei Späher traten aus dem Schatten der Bäume und schüttelten den Kopf, als den sie fragend anblickte. Der Lagerplatz zeigte deutliche Spuren eines hastigen Aufbruchs, das verbrannte Holz in der Feuerstelle schwelte noch, überall lagen Reste von Essen, Leder und Stoff und die kreisrunden Abdrücke im Boden verrieten, wo die Zelte der Sylten gestanden haben mussten. Es waren bestimmt mehr als ein Dutzend, murmelte der Voivode grüblerisch, der die Spuren untersuchte. Er folgte den Fußabdrücken über die Lichtung hinweg bis dahin, wo die Bäume wieder begann. Kommt, ich will sehen, wo sie ihre Pferde versteckt hatten, forderte er seine Begleiter auf. Cornel beschleunigte seine Schritte, um an Stains Seite zu gelangen. Glaubt ihr, es war Zufall, Herr, dass sie heute Nacht aufgebrochen sind? Grimmig schüttelte der Voivode den Kopf. Ich wäre ein Narr, wenn ich das glauben würde. Die Frage ist jedoch, Vater, unterbrach Ionnes das Gespräch leise. Ich glaube, wir werden beobachtet. Was? Von wo aus? Schau über meine linke Schulter. Vorsichtig! Ich glaube, ich habe dort gerade Metallblitzen sehen. Gut, wartet hier. Ich will sehen, ob ich denjenigen zu euch treiben kann, flüstertes den. Dann sagte er laut, ich hole mir leer. Er drehte sich um und lief über die Lichtung zurück, scheinbar zufällig in Richtung des Spähers, den Ionnes zu sehen geglaubt hatte. Als er den Waldrand fast erreicht hatte, änderte der Voivode sein gemächliches Tempo plötzlich und lief los. Noch im Lauf zog er seine Klinge und stürmte mit langen Sätzen auf den Wald zu. Ein Pfeil kam ihm entgegen, zischte jedoch wirkungslos an seiner linken Schulter vorbei, als er sich zur Seite warf. Dann war Stane zwischen den Bäumen verschwunden und Kampfgeräusche erklangen. Soldaten riefen, eine Handvoll lief dem Voivoden hinterher, während Ionnes weitere mit Rufen um sich schrarte. Mit einem Mal gingen noch mehr Pfeile auf die Lichtung nieder. Das schreckte auch die letzten Vlachhaken auf. Mit einem Schrei rannte Ionnes vor und stürmte ebenfalls auf den Wald zu, gefolgt von seinen Kriegern. Cornel beobachtete wachsam die Umgebung. An der Stelle, an welcher der Voivode im Wald verschwunden war, stürmte plötzlich ein leicht gerüsteter Sülke hervor. Hakenschlagend versuchte er, an den Vlachhaken vorbeizugelangen. Der Sonnenpriester konnte nur vermuten, dass den mit einem zweiten Mann beschäftigt war. Unterdessen warf Ionnes sich dem Sylken in den Weg, der mit einer gebogenen Waffe auf seinen Gegner eindrang. Ionnes duckte sich unter dem ersten Schlag weg und holte mit seiner längeren Klinge aus. Cornel hob die Sonnenscheibe und rief das göttliche Licht an. Ein heller Lichtstrahl leuchtete auf, doch der Sylke sprang bereits zurück und so verfehlte das Licht sein Ziel, so dass der Sylke Ionnes Angriff blocken konnte und nun selbst wieder zustieß. Diesmal war der Vlachake schneller und mit zwei rasch nacheinander geführten Hieben fällte er seinen Gegner. Schweratmend blieb er über dem Toten stehen und sah aus, als würde er gleich neben diesem umfallen. Der Sonnenpriester eilte an seine Seite. Wird es gehen? fragte er und Ionnes nickte unfähig zu sprechen. Der Woivode kam wieder aus dem Wald hervor. Blut schimmerte auf seiner Klinge und seine Miene war düster. Nehmt sie gefangen, rief er seinen Gefährten zu, die zwischen den Bäumen kämpften. Ich will welche lebend! Im Dickicht des Waldes war es kaum möglich, gezielt gegen die Sylken vorzugehen, und so drangen die Vlachhaken an vielen Stellen gegen ihre Feinde vor. Statt eines großen Gefechts gab es einige kleine, und Cornell konnte nur schwer abschätzen, wie viele Späher die Reiter hier zurückgelassen hatten. Von der Anzahl der Pfeile her vermutete er allerdings, dass es nicht mehr als ein halbes Dutzend war. Zu seiner Rechten entdeckte er plötzlich eine Bewegung im Unterholz. Einer der Sylken hatte sich unbemerkt zwischen den Büschen von hinten dem Woivoden genähert und war nun kaum noch fünf Schritte von diesem entfernt. Stehen! brüllte Cornell aus vollem Hals. Der Woivode wirbelte ohne weitere Verzögerung herum und ließ sich auf ein Knie fallen. Der Sprung, mit dem der Sylke dem Vlachhaken einen Dolch in den Rücken treiben wollte, ging ins Leere. Der Sonnenpriester fauchte eine Anrufung und ein Lichtblitz fuhr auf den Angreifer nieder, der taumelnd zusammenbrach. Der Woivode kam wieder auf die Füße und sah sich nach einem neuen Gegner um. Reklea kam eben aus dem Wald, aus einer Wunde am Arm blutend, ansonsten jedoch unverletzt. Bald endeten auch die anderen Kämpfe. Der Übermacht der Vlachhaken waren die Sylken nicht gewachsen, vier von ihnen wurden tot aus dem Wald gezogen und auf die Lichtung gelegt. Nur ein Vlachkischer Kämpfer war so schwer verletzt, dass Kornell sich augenblicklich um seine Wunden kümmern musste und das göttliche Licht brannte durch die Schnitte, stoppte den Blutfluss und rettete das Leben des Kriegers. Erschöpft erhob sich Kornell. Der Geruch des verbrannten Fleisches ließ ihn beinahe würgen und er musste sich zusammenreißen, um seinen Ekel nicht zu zeigen. Auch der Sülke, den der Sonnenpriester niedergestreckt hatte, lebte noch. Seine Haut wies einige Verbrennungen auf, aber nichts, woran er in nächster Zeit sterben würde, wie Kornell bei einer oberflächlichen Untersuchung feststellte. Fesselt ihn! Wir nehmen ihn mit nach Theremi, bestimmt es den. Die übrigen Leichen begraben wir hier. Ich glaube, uns ist nur einer entkommen. Postiert Wachen! Immer zu zweit! Ich will nicht noch mehr unliebsame Überraschungen erleben! Die Vlachhaken machten sich an die anstrengende Arbeit, ein flaches, notdürftiges Grab auszuheben, nachdem sie sichergestellt hatten, dass im weiteren Umkreis keine sylkischen Späher mehr lauerten. Der Boivode gesellte sich zu seinem Sohn und Kornel. Noch bevor er eine Frage stellen konnte, hatte Ionnes schon abwehrend die Hand erhoben. Es geht mir gut, Vater! Du siehst nicht so aus, stellte Sten nüchtern fest, ging aber nicht weiter darauf ein. Stattdessen wandte er sich an Kornel. Ich muss mich bei euch für mein Leben bedanken, Priester. Hättet ihr weniger schnell reagiert, wäre Ionnes heute Nacht wohl zum Boivoden ausgerufen worden. Ich habe gehandelt, ohne nachzudenken, Herr, erwiderte Kornel ehrlich. Ich wollte euch nicht bei eurem Namen rufen, Herr, aber in diesem Moment ... Sten lachte auf. Handeln ohne zu denken klingt nach einem echten Vlachhaken, sagte er. Ich bin sicher, Vicinia hätte mir einiges zu sagen gehabt, wenn sie gehört hätte, dass ich allein auf die Sylken zugestürmt bin. Mit der behandschuten rechten schlug er Kornel sanft auf die Schulter. Es ist leicht, euch falsch einzuschätzen, Priester, aber es wird mir nicht wieder geschehen. Kornel lächelte ihn dankbar an, auch wenn er nicht sicher war, ob der Voivode ihn In dem muffigen Keller mochten Wrack und Zran ruhig sitzen bleiben, Kerr jedoch lief auf und ab. Die Zeit ran ihnen zwischen den Fingern davon, und noch immer schienen sie ihrem Ziel nicht ein Stück näher gekommen zu sein. Die Dürrier beschwichtigten sie immer wieder, und jede Frage wurde geschickt nicht beantwortet. Die Hilflosigkeit machte Kerr zu schaffen. Es erinnerte ihn an seinen ersten Ausflug an die Oberfläche, an das furchtbare Gefühl, als morgens die Sonne aufging und sie alle den Menschen schutzlos ausgeliefert gewesen waren. Auch damals hatte er nichts tun können, um etwas an ihrer Lage zu ändern. Die Kämpfe in der Arena waren schon viele Dreh her. Wrack hatte danach einige Zeit lebendiger gewirkt, war aber schließlich in seine antriebslose Starre zurückgefallen. Anderskind fehlte der Atem des Herzens, aber in Kerr brannte das Feuer der Ungeduld mit jeder Nacht heißer. Wir sollten zurückgehen, brummte er leise, aber laut genug, dass Zran ihn hören konnte. Wieso? Weil wir hier nichts tun. Wir warten nur und warten. Wir wissen nicht, was bei den Stämmen geschieht. Was ist, wenn es Krieg gibt? Was ist, wenn die Zwerge uns angreifen? Ins Geheim fügte er hinzu, Was ist, wenn Anders Kinder den Frieden brechen? Aber er würde diesen furchtbaren Gedanken nicht laut aussprechen. Dann würden drei mehr oder weniger keinen Unterschied machen, erwiderte Zran bestimmt und gähnte. Der Halbzwerg sagt, dass es nicht mehr lange dauern wird. Das sagen sie schon die ganze Zeit. Menschen sind eben anders, aber wenn wir jetzt aufbrechen, war alles umsonst. Die weite Reise auf den verfluchten Kern, die ganze Warterei, wir hätten nur Zeit verschwendet. Der große Troll hatte natürlich recht, und es nagte an Kerr, dass der ganze Mist seine Schuld war. Er hatte den Plan gefasst, hatte sie hierher geführt und nun warteten sie und warteten und warteten ohne dass etwas geschah. Er konnte es nicht ändern, aber trug die Verantwortung dafür. Aber wir verschwenden nur noch mehr Zeit. Selbst Nathiole und die anderen Menschen werden ungeduldig. Es ist doch nicht richtig, dass wir hier nichts tun. Menschen, erklärte Zran erneut, das war alles, was er zu sagen hatte, aber Kerr verstand ihn dennoch. Ihn ja, aber nicht die Menschen hier im Imperium. Was soll ich nur tun? Er fand keine Antworten auf seine Fragen. Das Leben unter den Bergen war niemals einfach gewesen, aber zumindest hatten die Trolle dort immer selbst handeln können. Sie hatten ihre Kriege geführt, ihre Fehler gemacht und daraus sie waren stark geblieben. Doch im Imperium waren sie nichts. Sie galten nichts, wurden nicht gefürchtet. Inmitten dieser unbeschreiblich großen Stadt, in der unvorstellbar viele Menschen wohnten, war es, als wären sie gar nicht da. Sie gingen in der Masse der Leiber unter, verschwanden in den Schatten der riesigen Gebäude, waren nicht mehr als seltsame Besucher, denen man kaum einen zweiten Blick gönnte. Es kribbelte in seinen Fingerspitzen. Das Gefühl zog sich durch seine ganze Hand, seinen Arm, bis sein ganzer Körper nicht mehr stillstehen konnte. Die Untätigkeit fraß ihn auf, und für einen Moment stellte er sie sich als dunkles Wesen aus den Gebäuden der Stadt vor, mit einem riesigen Tor schlund und leeren Fensteraugen, das sich an seiner Ungeduld labte und ihn ganz verschlang. Ein neuer Geruch lag in der Luft. Mehr Menschen, mehr Metall, mehr Leder und Tierfett, mit dem es behandelt worden war. Erwartungsvoll drehte Kerr sich zum Eingang um, wo kurz darauf eine Gruppe gerüsteter Menschen erschien. Es war ein Dutzend von ihnen, und sie trugen keine goldenen Rüstungen, sondern nur Leder und stumpfes Metall, dessen Geruch Kerr in die Nase stach. Vor allem aber rochen sie nach Angst, wie viele Menschen, die zum ersten Mal Trolle sahen. In ihrer seltsamen Zunge sprachen sie mit den Wachen, bevor sie in den Keller traten, allen voran ein Mann und einem geflochtenen Bart. Seine Fingerknöchel traten weiß hervor, so fest hielt er seinen Speer in der Hand. Ja? fragte Kerr freundlich. Wir sollen euch abholen, erklärte der Mann, dessen Stimme überraschend festklang. Euch und eure Begleiter. Wohin? Zur Audienz. Erleichterung machte sich in Kerr breit. Audienz. Das war das Wort, das die Menschen immer wieder gebraucht hatten, um zu beschreiben, worauf sie warteten. Seine Sorgen schienen ihm nun plötzlich lächerlich, seine finsteren Gedanken, die ihm noch vor wenigen Dreg durch den Kopf gegangen waren, wirkten nun töricht. Gut, erklärte er aufgeräumt, sehr gut. Wrag, Zran, wir gehen. Die Trolle folgten den Menschen die Treppe hinauf, wo schon Natiole und die anderen Vlachaken in Begleitung von gut einem Dutzend Soldaten warteten. Endlich Mindest nicht alle wie Kerr wieder einmal feststellte. Man sah Lichter, Feuerschalen, Wachen, hörte Schritte, Rufe. Selbst in Terremi war es nachts ruhig gewesen, doch in dieser gewaltigen Stadt lief ein Teil des Lebens auch in der Dunkelheit weiter. Sie liefen über viele der Straßen, die Kerr bereits gesehen hatte, als sie mit Sargan unterwegs gewesen waren. Aber dann bogen sie ab, gingen fort von den ganz großen Gebäuden. Hier waren kaum noch Menschen zu sehen. Selbst ihr Geruch war fern, als kämen nur selten Menschen an diesen Ort. Dennoch gab es rechts und links der Straße Häuser mit Statuen und Säulen und Fresken, die Kerr nicht deuten konnte. Da vorn ist das Mausoleum, erklärte Nathiole leise, und wies auf ein flaches Gebäude, das von Säulen umgeben war. Auf dem Dach thronte ein großer Stier aus Stein, dessen Flügel bis über das Gebäude hinausragten. Zwischen seinen Hörnern trug er eine goldene Scheibe, die im Licht zweier Feuerschalen glänzte. Da drin ist der Speer. Vermutlich. Das können wir den Imperator fragen, sobald wir da sind. Ich frage mich, wo er uns empfangen will. Die Hallen, die Sargan uns gezeigt hat, liegen jedenfalls in der anderen Richtung. Vermutlich haben sie so lange gebraucht, um zu besprechen, welchen Ort sie richtig finden, murmelte Kerr. Hier begraben sie ihre Toten, erwiderte Nathiole. In diesen Gebäuden, ein ganzer Palast für jeden Toten, stell dir das nur einmal vor. Verschwendung, zischte Wrack. Ja, die Stadt ist ohnehin zu eng. Stadt? Sie verschwenden das gute Fleisch. Äh, ja, das auch. Eine Zeit lang folgten sie den Dyrian. Die Vlachaken unterhielten sich leise, aber Kerr hörte ihrem Gespräch nicht zu. Ihr Weg führte sie weiter weg vom Zentrum der Stadt, tiefer in diesen Teil, in dem die Menschen hauptsächlich Gebäude für ihre Toten errichtet hatten. Von allen seltsamen menschlichen Gebräuchen ist das vielleicht der seltsamste, dachte er. Zunächst beunruhigte Kerr ihr Weg dennoch nicht, aber ein Geruch lag in der Luft, der stärker und stärker wurde. Angst! Die dyrischen Soldaten strömten ihn aus, und der Troll bemerkte ihre Blicke, die aus den Augenwinkeln immer wieder auf ihn fielen. Der Geruch drang auch in Wracks- und Zrahensnasen, die ihre Nüstern blähten. Sie schauten Kerr fragend an, der unsicher die Schultern hob. Natiole, flüsterte er schließlich und achtete darauf, dass kein Dyria ihn hören konnte. Was? Irgendwas stimmt nicht, erklärte Kerr. Die haben Angst, und sie bringen uns immer weiter weg. Wie meinst du das? Der junge Mensch schaute sich aufmerksam um. Auch Arwan war hellhörig geworden. Beide Menschen griffen nach ihren Schwertern, ohne sie jedoch zu ziehen. Ich weiß nicht, ich kann es riechen. Es wird schlimmer, als erwarteten sie, dass etwas passiert. Der junge Mensch nickte nachdenklich. Einige Schritte liefen sie weiter, und jetzt waren es Natiole und Arwan, die ihre Begleiter beäugten. Stehns Sohn flüsterte dem älteren Krieger etwas zu. Dann rief er unvermittelt »Hey!« Er blieb stehen und brachte so die ganze Kolonne ins Stocken. Der Anführer der Dürier drehte sich um und funkelte Natiole finster an. Dann wies er mit der behandschuten rechten die Straße hinab. »Weiter!« »Wohin bringt ihr uns?« Nervös blickte der Mann sich um. Seine Untergebenen standen im Halbkreis um die Vlachaken und die Trolle herum. Ihre Furcht lag nun fast greifbar in der Luft. Ein Signal, das Kerr unruhig werden ließ. Dies war nicht die normale Angst der Menschen. Dies war mehr. Eine urtümliche Furcht vor dem Tod. »Noch ein Stück! Wir sind gleich da!« erklärte der Anführer zögerlich. Wieder zeigte er die Straße hinab. »Dort!« Angestrengt blickte Kerr in die Dunkelheit. Hier standen kaum Feuerschalen und nur wenige der Totenhäuser waren beleuchtet. Dennoch durchdrangen seine scharfen Augen die Finsternis. Aber der Troll konnte nichts erkennen. Keine Halle, keinen großen Platz, keinen geeigneten Ort, um den Anführer der Menschen zu treffen, der sich so lange vor ihnen verborgen hatte, der, laut Sargan, von vielen Menschen umgeben war und nur an den prächtigsten Plätzen lebte. »Wer hat euch geschickt?« forschte Natiole weiter. »Der goldene Imperator! Kommt! Wo ist Pilon?« Noch bevor der Mann den Mund öffnete, wusste Kerr, was geschehen würde. Er konnte es riechen. »Zran! Wrak!« brüllte der Troll, als der Dürier seinen Speer hob und Worte in seiner Zunge schrie. Seine Krieger legten die Speere an, Natiole brüllte laut auf und zog sein Schwert. Die Menschen reagierten schnell, aber die Trolle waren schneller. Der erste Feind fiel unter Wraks klauen, als die Schreie noch nicht verhalt waren. Kerr stürmte vor, Speere bohrten sich in seine Haut, in sein Fleisch, brachen unter seinem Ansturm ebenso wie die Schilde, die er mit seiner Faust spaltete. Alle Fragen waren vergessen, als der Kampf begann. In diesem Moment war Kerr endlich wieder ganz troll, und er stürzte sich mit unbändiger Macht auf seine Feinde. Er wusste Zran und Wrag an seiner Seite, hörte ihr Brüllen, und gemeinsam trieben sie die Menschen vor sich her. Die Wunden, die sie ihm zufügten, kümmerten ihn nicht, waren sie doch nur ein Zeichen, dass er noch lebte, noch kämpfen konnte. Seine Pranken packten einen Feind, er schlug seine Hauer in den Leib, bis auf Metall, das sich verbog, bis das Fleisch riss und die Knochen brachen. Sein Mund füllte sich mit Blut, seinem eigenen und dem des Menschen, den er erst brüllend zu Boden schleuderte, als alles Leben aus ihm gewichen war. Um ihn herum hatten die Vlachhaken ihre Waffen gezogen, doch sie trugen keine Rüstungen und hatten keine Schilde. Drei lagen bereits am Boden, in ihrem Blut. Der Rest erwehrte sich wild ihrer Feinde. Während Zran und Wrack weiter vordrangen, sprang Kerr Natiole zur Seite, deckte den jungen Menschen mit seinem Leib und drängte die Angreifer zurück. Schon wollte der Troll froh locken, weil der Sieg nahe war, doch dann bemerkten seine scharfen Sinne noch mehr Menschen, die sich ihnen näherten. Sie kamen die Straße hinunter gerannt und brachten mehr Speere, Schilde, dunkle Rüstungen. Eine Falle, keuchte Natiole unnötigerweise. Die Angreifer zögerten nicht, ihren Kameraden zu Hilfe zu eilen. Sie bildeten eine Wand aus Schilden und rückten gegen die Trolle vor. Noch einmal griff Kerr die Dyria an der Flanke an, trieb sie zurück, dann lief er zu Zran, der aus mehreren Wunden blutete und sich wild gegen die Menschen warf. Natiole packte den Schild eines Gefallenen, andere Vlachhaken taten es ihm gleich, und sie kämpften gegen ihre eigenen Gegner, während die Trolle die neuen Feinde aufhielten. Kerr konnte nicht zählen, wie viele es sein mochten. Er tötete viele, doch es schienen immer neue nachzukommen. Die Schilde splitterten unter seinen Hieben, die Rüstungen schützten nicht vor seinen Pranken. Speere stachen ihn, verletzten ihn, machten ihn immer wütender. Vrag tobte, ein finsterer Koloss der Zerstörung, dessen dunkles Blut sich mit den Schatten auf seiner Haut vermengte. Kein Mensch konnte gegen Anders Kind bestehen, kein Speer ihn genug verletzen, um seinen Angriff aufzuhalten. Von hinten hörte Kerr einen Alarmruf und wirbelte herum. Weitere Dyrier kamen rennend zum Kampf hinzu, diesmal vier in den goldenen Rüstungen der Garde. Sie fielen den Vlachhaken in die Seite, und Kerr erkannte sofort die Gefahr, die von ihnen »Zran, Wrag, bleib zusammen«, brüllte er, dann rannte er zurück, ohne auf ihre Antwort zu warten. Vor ihm kämpfte Natiole gegen zwei der neuen Gegner, duckte sich unter einem Schlag weg, blockte einen weiteren mit dem Schild. Überall lagen Leiber, tote, verwundete. Es roch nach Blut, nach Exkrementen, nach Angst und nach Zorn. Kerr sprang heran, als Natiole gerade einen Ausfallschritt machte und den einen Feind mit dem Schwert durchbohrte. Der andere wich zurück, seinen Speer abwehrbereit erhoben, aber Kerr fegte die Waffe mit einer verächtlichen Geste zur Seite. Seine Klaue traf den Mann am Hals, brach ihm die Knochen und schleuderte ihn leblos zu Boden. Neben Kerr tötete Natiole einen dann wieder den anderen Feinden zu, die den Vlachhaken hart zusetzten. Nur noch vier der Menschen aus Vlachkis standen, Schulter an Schulter, deckten sich gegenseitig und ihre Verwundeten. Kerr kam ihnen zu Hilfe, verschaffte ihnen Luft, indem er brüllend auf die Feinde zusprang. Gemeinsam schufen sie eine Lücke, in die sie vordrangen, brüllend und schlagend, hauend und tötend. Natiole focht wie sein Vater, schnell und hart, mit kühler Kühnheit. Als ihr letzter Gegner fiel, wandte Kerr sich zu Vrak und Zran um. Die beiden Trolle waren auseinander gedrängt worden. Vrak kämpfte sich durch ein wahres Knäuel von Feinden, vor Freude brüllend. Seine Fäuste fanden mit jedem Schlag ein Ziel, seine Wunden schlossen sich, noch während er und er achtete nicht auf die Angriffe seiner Feinde. Zran hingegen war in die Enge getrieben worden. Der mächtige Jäger kämpfte grimmig, geschickt, doch seine Gegner hielten Abstand, stachen mit ihren Speeren zu und sprangen zurück, wenn der Troll angriff. Vrak brüllte Kerr, aber Anderskind hörte seinen Ruf nicht oder reagierte nicht darauf. Mit großen Schritten lief Kerr zu Zran, doch bevor er ihn erreichte, bohrte sich ein Speer in dessen Brust. Der Jäger wankte, schlug seltsam kraftlos nach dem Schaft des Speeres, wich zurück. Doch die Menschen ließen nicht von ihm ab, sondern stürzten sich auf ihn wie ein Rudel Schlinger. Kerr war heran, packte den ersten Feind, hob ihn hoch über den Kopf, schleuderte ihn gegen eine Säule. Neben ihm griffen Natiole und die Seinen an. Sie drängten die Dürier zurück, aber Zran sank auf ein Knie und blickte verständnislos auf seine Brust hinab. Dann fiel der große Jäger vorn über und regte sich nicht mehr. Unbändiger Zorn erfasste Kerr. Er spürte die Finsternis des Dunkelgeists in sich aufsteigen, ließ sie gewähren. Die lächerlichen Stiche der Menschen waren egal, ihre angsterfüllten Schreie fachten seine Wut nur weiter an. Er tötete ohne Gnade, bis auch der letzte Feind am Boden lag. Schwer atmend kam Kerr langsam wieder zur Besinnung. Die Wunden schmerzten nun, und das warme Blut, das über seine Haut lief, erinnerte ihn daran, dass auch er sterben konnte. Wrag kniete neben einem sterbenden Dürier und brach dessen Genick mit einem Griff seiner Pranken. Kerrs Blick wanderte zu Zran, der Tod inmitten seiner Feinde lag. Der große Jäger war allein gefallen, im Kampf, mutig zwar, aber doch sinnlos. Wieder sah Kerr zu Wrag, der gerade breitgrinsend Blut von seinem Mund abwischte. »Nein, er ist wirklich nicht wie Pard. Er ist kein Troll. Ein Troll hätte Zran nicht allein gelassen. Pard hätte niemals einen Troll im Stich gelassen. Anders Kinder sind nicht wie wir.« Es war ruhig geworden, doch irgendwo in der Ferne erklang ein Hornstoß. Auf der Straße war niemand außer ihnen zu sehen, aber es würde nicht lange dauern, bis Menschen kamen. »Warum haben sie uns angegriffen?« fragte Kerr. Natiole, der neben einem gefallenen Vlachhaken kniete und mit gesenktem Haupt dessen Augen schloss, murmelte, »Sichere Wege, mögen die Geister auf den dunklen Pfaden über dich wachen.« Dann richtete er sich auf und sah Kerr an. »Ich weiß es nicht, aber wir müssen hier weg, es werden mehr kommen.« »Können wir nicht mit Sargan reden oder mit ihrem Anführer, sie haben uns angegriffen?« »Und die?« fragte Natiole und wies auf die goldgerüsteten Krieger der Garde. Kopfschüttelnd wandte der junge Mensch sich ab. »Nein, was sollen wir sagen? Wir es erklären. Wir haben ihre Männer getötet, in ihrer Stadt. Wir sind Fremde, Monster. Aber kein aber«, herrschte Natiole den Troll an. In seiner Stimme lag Bitterkeit und eine tiefe Wut, die Kerr nur erahnen konnte. »Wir müssen von hier verschwinden, aus der Stadt, aus dem Imperium, verschwinden und hoffen, dass sie uns vergessen.« Der Mensch stand inmitten der überlebenden Vlachhaken. Nur vier Krieger waren halbwegs unverletzt, und sie stützten zwei weitere, die kaum noch gehen konnten. Ihre Kleidung war zerrissen und schmutzig und schmutzig Blut befleckt. »Der Speer«, knurrte Kerr, »wir sind bis hierher gezogen. Ich kehre nicht mit leeren Händen um.« »Dann komm«, erwiderte Natiole düster und wies mit dem Schwert die Straße hinab. »Dort ist das Mausoleum. In welche Richtung wir fliehen, ist ohnehin egal. Wir sollten uns einen Ort suchen, an dem wir sterben wollen. Das Mausoleum ist dafür so gut oder schlecht wie jeder andere. »Sterben?« fragte Wrag, der sich zu Kerr gesellte. »Hier sterben nur unsere Feinde.« »Ach«, entgegnete Natiole und sah zu Zrahns Leichnam, »hier sterben wir alle, du dummer Troll.« Wütend tat Wrag einen Schritt vor, aber Kerr legte ihm die Hand auf die Brust und hielt ihn zurück. »Wir sind mitten in der Stadt und irgendwann wird die Sonne aufgehen. Selbst wenn wir es aus den Mauern hinaus schaffen, sind wir von diesem Land umgeben. Wir können nicht fliehen, denn die Sonne wird uns aufhalten. Und wir können nicht kämpfen, denn wir sind neun gegen Abertausende. Bislang hatte sich Kerr noch keine Gedanken über ihr weiteres Vorgehen gemacht, aber er erkannte, dass Natiole recht hatte. Sie saßen in der Falle, und ihre Feinde mussten nur warten, bis die Sonne aufging. Spätestens dann waren sie hilflos, und die sieben Menschen würden sie nicht beschützen können. Wie Pard und Druan in Terremi, dachte er, kaum Freunde in den Höhlen der Feinde. Brechen wir auf, befahl Natiole, holen wir den dreimal verfluchten Speer aus dem Mausoleum, und dann lassen wir uns zu Tode hetzen wie Hasen von einem Rudel Vrasier. Grübelnd blickte Kerr die leere Straße hinunter und dann hinauf zu den Hügeln. Sein Blick wanderte über die Häuser und Paläste. Er fürchtete den Tod nicht, aber er hatte noch nicht vor zu sterben. Holen wir den Speer, bekräftigte er, und dann folgt mir. Der Herbst hatte endgültig in Vlachkis Einzug gehalten. Ein kalter Wind pfiff um die Feste Remis, und ein steter Regen trommelte auf die Dächer und gegen die Fenster. Ohne die zahlreichen Kamine, in denen Holz verbrannt wurde, wäre es bereits empfindlich kühl innerhalb der Mauern der Festung gewesen. Selbst so waren es eher einzelne Inseln der Wärme innerhalb der Feste, die das Leben erträglich machten. Noch immer war das Hauptgebäude wenig mehr als eine gut gesicherte Ruine, denn der Wiederaufbau war noch nicht im erhofften Umfang vorangeschritten, da andere Aufgaben die Aufmerksamkeit der Vlachhaken erfordert hatten. Steenkalter Braun stand am Fenster seines Schlafgemachs und spähte durch die gefettete Haut, mit welcher der Fensterrahmen bespannt war, hinaus in das trübe Dämmerlicht des frühen Abends. Zwanzig Jahre, dachte er, zwanzig Jahre ist es her, dass Vicinia und ich hierher gekommen sind, um Ionnas Erbe anzutreten. Ich habe mich nicht danach gesehnt, über Vlachkis zu herrschen. Ich war in Dabran zufrieden. Aber Vicinia war als Ionnas Schwester die nächste Verwandte der Voivodin gewesen, und so hatte sich die Frage nach einer anderen Thronfolgeregelung nie gestellt. Gemeinsam mit Nathiole, der damals noch ein Säugling gewesen war, hatten sie nach der großen Schlacht, in der die Voivodin gefallen war, die Reise in die Hauptstadt angetreten. Und seitdem hatten sie versucht, aus dem ausgebluteten und zerrissenen Land eine gemeinsame Heimat für Vlachhaken und Masriden zu schaffen. Tamar war ihnen dabei stets eine große Hilfe gewesen, auch wenn Sten den Marzek oft als arrogant empfunden hatte, war dieser doch verständig gewesen, wenn es darum ging, bei Schwierigkeiten eine Lösung zu finden, mit der die Menschen in beiden Teilen des Landes leben konnten. Dass er sein halbes Leben lang mit einer Vlachhaken liiert gewesen war, die sich stur wie ein Maulesel geweigert hatte, ihn zu heiraten, mochte dazu beigetragen haben. Und jetzt sieht es so aus, als seien all unsere Bemühungen umsonst gewesen. Wenn Siglos Bekesar Marzek wird, werden wir wieder in den Krieg ziehen müssen. Ich werde Natiola ein Land hinterlassen, das nicht friedlicher ist, als es bei seiner Geburt war. Besorgt dachte der Volvode an seinen Sohn und die Trolle, die wohl im fernen Dyrien von den erschreckenden Nachrichten noch nichts gehört haben konnten, die das Land zwischen den Bergen betrafen. Er fragte sich, wie die Dinge wohl in den Eingeweiden der Welt standen. Kerr hatte die Höhlen der Trolle nicht gern verlassen, das war ihm deutlich anzumerken gewesen. Er fürchtet, was mit Anders Brut geschieht, wenn er nicht da ist. Ich hoffe, Sargan gelingt es irgendwie, seinem Imperator das Anliegen der Trolle begreiflich zu machen, und noch mehr hoffe ich, dass Arteinis rasch genug nach Kolschas gelangt, um Nati vor einem Rückweg durch Ardoli zu warnen. Aber selbst wenn Arteinis Natiole und Kerr rechtzeitig erreichte, war die Lage kompliziert. Konnte Nati nicht durch das masridische Gebiet reisen, blieb ihm und den Trollen der Rückweg erst einmal versperrt. Und das wird weder den Trollen noch ihm schmecken. War es richtig gewesen, Nati ole gehen zu lassen? Seinen stillen, verschlossenen Sohn mit dem nur allzu leicht aufbrausenden Temperament, der im entscheidenden Moment alles für seinen Bruder gewagt hatte? Es klopfte, und der Volvode wandte sich der Tür zu. Komm herein! Er wusste, dass es Reklea war. Sie öffnete die Tür, blieb aber auf der Schwelle stehen, ohne einzutreten. Die halbe Stadt sucht dich, sagte sie leicht hin. Seit wir diesen Sylken hergebracht haben, geht es in der Festung zu wie in einem Bienenstock. Alle Gänge summen nur so von unzähligen Gerüchten. Die einen behaupten, die Sylken seien mit den Masriden verbündet, und die anderen, sie würden im Auftrag der Dürier handeln. Ich habe sogar schon gehört, dass uns demnächst gewiss eine Armee aus Sylken und Trollen angreifen werde. Die Vorstellung entlockte Steen ein Lächeln. Das wird wohl nicht mal geschehen, wenn Natiole in Kolschas furchtbar scheitert. Reklea lachte leise. Aber auch wenn die meisten Behauptungen Unsinn sind, irgendetwas müssen wir unternehmen, wir müssen herausfinden, in wessen Auftrag die Sylken gehandelt haben. Der Wojvode seufzte. Du hast recht. Gib Ionis und Vintila Bescheid. Und Cornel, wir sollten mit den Gefangenen sprechen. Seine Beraterin nickte und wurde plötzlich ernst. Und du solltest dir wirklich überlegen, ob es nicht das Beste wäre, jetzt ein für allemal die Masriden über die Berge zu treiben. Wenn wir nach Ardoli reiten, bevor sie einen neuen Marzhek haben, könnte das ein kurzer Kriegszug werden. Vlachkis wäre endlich wieder unser, und Natiole könnte sicher nach Hause kommen. Mit diesen Worten drehte sie sich um und verließ den Raum. Sie könnte die Wahrheit sagen, dachte er. Alle, die das wollen, könnten damit richtig liegen. So lange Tamar am Leben war, hatten wir einen guten Grund, den Frieden zu wahren. Aber mit seinem und Floris Tod sind auch meine Verpflichtungen ihm gegenüber gestorben. Es ist unser Land. Doch Vicinia hat so hart dafür gearbeitet, dass endlich Frieden herrscht. Nach all den Verlusten wollte sie, dass unsere Kinder in Frieden leben. Und solange das noch möglich scheint, fällt es mir schwer, einen Krieg vielleicht jetzt schon unausweichlich. Seine Gedanken wanderten im Kreis, und er konnte keinen endgültigen Entschluss fassen. Also machte er sich auf den Weg in die unteren Stockwerke der Feste, wo der gefangene Sülke eingekerkert war. Als er bei den Kerkern ankam, beschlich Steen ein altvertrautes Gefühl der Beklemmung. Da die Festung auf einem künstlichen Hügel erbaut worden war, hatte sie mehrere Untergeschosse, die ganz oder teilweise unterirdisch lagen. In den meisten dieser stets kühlen und trockenen Räume lagerten Nahrungsmittel und Brennholz, aber auch die Zellen für die Gefangenen waren hier untergebracht. Vor zwanzig Jahren war der Volvode selbst hier Gefangener des Marzex Zorpat Dimino gewesen. Und während Zorpats Männer Steen im Keller geschlagen hatten, war ihm die ganze Zeit bewusst gewesen, dass Vicinia sich nur wenige Stockwerke über ihm befand, als Zorpats Geisel, unerreichbar für ihn. Das alles war lange vorbei und Zorpat selbst hatte die große Trollschlacht nicht überlebt. Aber Steen vermied es üblicherweise noch immer, die Keller und damit seine furchtbaren Erinnerungen zu betreten, wenn es nicht sein musste. Vor dem niedrigen Eingang warteten schon Vintilla, Cornell, Ionis und Ricler auf Steen. Eine Wache, eine junge Frau in lederner Rüstung, stand vor der Holztür und mehrere Talglampen spendeten unruhiges Licht. »Keine langen Worte, Herr,« forderte der alte Geistseher, »ich will gar nicht hören, was seine lügnerische Zunge vorbringen mag. Übergeben wir ihn dem Wald, wie es althergebrachter Brauch ist.« »Einige Fragen sollten wir ihm auf jeden Fall noch stellen,« widersprach der Sonnenpriester dem alten Mann. »Immerhin ist er im Moment unsere einzige Möglichkeit herauszufinden, was diese Sülken hier getrieben haben.« Bestätigend nickte der Woivode. »Der Meinung bin ich auch. Fragen wir ihn, was sie hier wollten. Die Wache öffnete die Tür und führte sie in einen Gang, der gerade hoch genug war, dass den aufrecht gehen konnte. Vor der zweiten Tür auf der linken Seite hielt ihr kleiner Trupp an, und die Wache öffnete die Pforte. In dem engen Gelass dahinter konnte der Woivode einen Mann auf einer Strohmatratze erkennen. Die Matratze war neben einem Krug und einem Eimer das einzige Einrichtungsstück der Zelle, und der winzige Raum stank ebenso erbärmlich wie sein Insasse. Steh auf, Mann, herrschte ihn die Wache an, und der Gefangene erhob sich langsam und blinzelte in das Licht der mitgebrachten Lampe. Er war mittleren Alters, klein und drahtig, und hatte einen ungepflegten Bart. Nach vier Tagen im Kerker stand ihm die Angst deutlich ins Gesicht geschrieben. Darf ich, Herr? fragte Cornel vorsichtig, und der Woivode gab ihm durch ein Nicken sein Einverständnis. Wenn du darauf bestehst, knurrte Wintiler ärgerlich. Die Feindschaft dieser beiden ist nicht sehr förderlich für den Frieden in meinem Rat, grübelte Stehn, wenn ich nur wüsste, wie ich das ändern könnte. Die Geistseher und der Albus Sunas blieben wie Hund und Katze. Jeder beanspruchte für sich, die einzige Wahrheit zu verkünden. Und auch wenn Stehn sein Leben lang den Geistsehern gelauscht hatte, wusste er, dass das Wohlwollen der Sonnenpriester für den Frieden unerlässlich war. Ohne das wären sie in Ardoli immer Kräfte, die gegen die Vlachaken arbeiteten. Also, begann Cornel mit drohender Stimme, was habt ihr hier gemacht? Ich will nicht wissen. Bei den unbeholfenen Worten des Söken wurde Stehn klar, dass er die Vlachkische Sprache höchstens gebrochen sprach. Hilfesuchend wandte er sich an Ionis. Kannst du die Frage des Priesters übersetzen? Ja, natürlich. Er sprach den Mann in der wohlklingenden Zunge der Dyrier an, der daraufhin vor Ionis zurückwich, als ob es ihn erschrecken würde, seine eigene Sprache aus dem Mund eines Fremden zu hören. Dann stieß er einen Schwall Worte hervor. Ionis lauschte mit angestrengtem Gesichtsausdruck und unterbrach den Mann nur zweimal, um ihn aufzufordern, langsamer zu sprechen, wie Stehn vermutete. Er sagt, man habe sie dafür bezahlt, dass sie nach Vlachkis kamen, und dass er nicht weiß, warum sie hierher beordert wurden. Ihr Anführer habe das alles ausgemacht. Er sagt, er sei nur mitgeritten, weil es ihm befohlen wurde. Er wollte dich nicht töten, er hatte Angst. Stehn nickte, während sein Sohn die Worte des Gefangenen übersetzte. Er hegte keinen persönlichen Groll gegen den Sülken, weil dieser ihn angegriffen hatte. Krieg war selten persönlich. Zu oft hatte er Feinden gegenüber gestanden, deren Namen er nicht einmal kannte. Aber es gab etwas anderes, was sie unbedingt erfahren mussten. Frag ihn, ob sie etwas mit dem Feuer zu tun hatten, das auf Remis ausgebrochen ist. Frag ihn, ob jemand von ihnen dich angegriffen hat. Dann zögert es den auf eine so belastende Frage konnte ihm der Sülke kaum eine ehrliche Antwort geben, ohne zu wissen, dass er möglicherweise sein Leben verspielte. Und sag ihm, dass ich es nicht gegen ihn halten werde. Egal, ob er es leugnet oder zugibt, ich werde nicht ihn für das verantwortlich machen, was passiert ist. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ionis sprach auf den Mann ein, erklärte, überlegte und sprach dann weiter. Der gefangene Sülke blickte ihn erst mit weit aufgerissenen Augen an, dann senkte er den Blick. Seine Stimme war kaum mehr als ein heiseres Flüstern, als er antwortete. Nein, übersetzte Ionis, obwohl Sten die Antwort auch aus den Zügen des Gefangenen hätte lesen können. Sie haben kein Feuer gelegt, sie waren niemals in der Feste, und er sagt, an dieser Stelle schluckte sein Sohn hörbar, bevor er weitersprechen konnte, niemand von ihnen hätte sich in die Burg geschlichen, um mich anzugreifen. Dann frag ihn, doch weiter kam Sten nicht. Schritte näherten sich auf der Treppe, die nach unten führte. Ein Diener sprach aufgeregt mit der Wache an der Tür und hetzte dann den Gang entlang. Herr, rief er, Herr, ihr müsst sofort kommen, die Masriden haben einen Boten geschickt und man will ihn am Tor nicht passieren lassen, wenn ihr nicht rasch kommt, wird sicher ein Unglück geschehen. Sten seufzte, aber er ahnte, dass die Angelegenheit tatsächlich keinen Aufschub duldete. Also gut, bestimmte er, wir machen hier später weiter, jetzt hören wir erst einmal, was dieser Bote von uns will. Als sie den Hof betraten, saß den, dass es mittlerweile vollständig dunkel geworden war. Wie in jeder Nacht waren Fackeln und Feuerkörbe entzündet worden, am Tor herrschte Tumult, mehrere Wachen umstanden, zwei Reiter, während das Gesinde der Burg zusammengelaufen war und zornig gegen die Masriden wetterte. Sten wusste, dass hier nur eines helfen würde, Autorität. Also rief er mit lauter Stimme, aus dem Weg, lass die Booten durch, dreimal verflucht. Auf sein Wort hin öffnete sich sofort eine Gasse. Die zwei Reiter kamen sehr langsam in den Hof getrabt und Sten war überrascht, als er Batsai erkannte. Ihr kommt mit Nachrichten aus Turdui? fragte er statt einer Begrüßung und forderte die Masriden mit einer Handbewegung dazu auf, abzusteigen. Hauptsächlich tat er dies um ihrer Sicherheit willen, denn er wusste, dass sie zu Fuß weitaus weniger bedrohlich wirken würden, als auf ihren gerüsteten Pferden. Batsai und seine Begleiterin leisteten seiner stummen Aufforderung Folge und verneigten sich vor ihm. Ionis, Cornel, Wintela und Reklea bildeten einen Halbkreis um die beiden Boten. Sie waren ebenso begierig, wie er selbst zu erfahren, welche Neuigkeiten aus Ardoli die Boten mitgebracht haben mochten. »Herr, ich bin im Auftrag Tiradar Bekesars hier«, begann Batsai. »Mein Herr wünscht euch zu versichern, dass er keinen Streit mit Vlachkis sucht. Auch ist es nicht seine Absicht, die alten Grenzen zu verschieben. Mein Herr möchte euch wissen lassen, dass er gedenkt als Marzek zu den Vereinbarungen zu stehen, die ihr, Wojwode, mit Tamar Bekesar getroffen habt. Seinen Worten folgte ein Moment verblüffter Stille. Schließlich sprach Ionnes halblaut aus, was auch Stain dachte. Der Masride schlägt ein Bündnis gegen seinen Rivalen vor. Trotz des drängenden Gefühls der Eile stieg Anna gemessenen Schrittes die Stufen empor. Die beiden Gardewachen warfen ihr finstere Blicke zu, ließen sie jedoch ungehindert passieren. Das große Tor stand halboffen und sie klopfte nicht erst an, sondern trat einfach ein. Sie war allein. Es war ihr besser erschienen, keinen ihrer Söldlinge mitzunehmen, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, als sie schon sonst auf sich zog. die Die gesamten Reserven der Garde mussten im Einsatz sein, denn man sah ihre goldgeschubbten Rüstungen an jeder Ecke, vor allem hier, wo die Reichen und Mächtigen lebten und sich und ihre Besitzungen ohnehin durch Wachen vom einfachen Volk abschirmen ließen. Das Leben in Kolschers wirkte seit dem Zwischenfall mit den Trollen seltsam gedämpft. Die Menschen gingen ihren Geschäften nach, aber ihre Stimmen waren leiser, die Kleidung unauffälliger und die Straßen leerer. Als offensichtlich Fremde hatte Anna mehr als einen misstrauischen Blick ertragen müssen, aber sie hatte Übung darin, das getuschelt zu ignorieren, welches ihr Vorbeigehen begleitete. Zwei Diener stürzten auf sie zu, als sie in den Innenhof trat und versperrten ihr unaufdringlich, aber eindeutig den Weg. Ihr Lächeln war aufgesetzt und sie wirkten nervös. Ein Zustand, den Anna nur allzu gern verstärkte. Zu Sargan, schnell, sagte sie, ohne die beiden anzuschauen. Unter vielen Verbeugungen entfernte sich der eine, während der andere immer noch lächelnd vor ihr stehen blieb. Einen kurzen Augenblick lang erfreute sich Anna an dem Gedanken, dass sie einfach an ihm vorbeigehen konnte. Seine Versuche, sie aufzuhalten, wären vermutlich höchstens erheiternd. Aber er war nur ein Sklave. Ein Befehlsempfänger und alles, was sie ihm antat, würde zusätzlich eine schwere Strafe für ihn bedeuten. Das Imperium war voll von solchen Menschen, die nicht einmal mehr sich selbst besaßen. Also ignorierte sie ihn und wartete ab. es nicht lange, bis Sargan von Kopf bis Fuß in formelle Gewänder gehüllt in den Hof trat. Sein Kupasses war, wie hätte es anders sein können, reich verziert und verdeckte sein Bäuchlein gut. Seinen Schmuck hatte er sparsam ausgewählt, aber dennoch war ihm sein Reichtum natürlich anzusehen. Als er Anna erreichte, sandte er den Diener mit einer lässigen Handbewegung fort. Sein Blick wanderte zum Tor, zu den beiden Wachen, die außen standen und erhob die Augenbrauen. Anna, welch eine Freude! Schön, dass du dein Versprechen, mich zu besuchen, so pünktlich einhältst. Mit diesen Worten hakte er sich bei ihr unter und führte sie über den Hof. Natürlich, erwiderte Anna, ich halte mein Wort. Sonnen Sonnenstrahlen fielen durch das Laub einiger Bäume und zeichneten komplexe Muster aus Licht und Schatten auf die Fliesen. Ein Band aus Mosaiken lief über den Boden, auf dem Götter die Dinge taten, von denen die Dürier glaubten, dass Götter sie taten. In der Mitte war ein überdachter Brunnen und dorthin führte sie Sargan. Das Wasser plätscherte ruhig vor sich hin und im Schatten war es angenehm kühl. Zwei Vögel sangen und lieferten sich dabei einen wilden Wettstreit. Vermutlich haben sie gestutzte Flügel, dachte Anna bei sich. Was führt dich zu mir? Vorsichtig blickte Anna sich um. Niemand befand sich in ihrer Nähe und die Geräusche des Brunnens würden ihre Worte für jeden verborgenen Lauscher verschlucken. Ich habe Gerüchte gehört, erklärte sie trotz der Abgeschiedenheit flüsternd, von Kämpfen innerhalb der Stadt, toten Gardisten, Monstern auf freiem Fuß, die Menschen fressen und den Imperator bedrohen. An den Toren wurden die Wachen verdreifacht und in der Stadt sieht man sie auch überall. Ach, Gerüchte! Nun ja, dieses Gerede macht die Runde. Gerede über Monster, Sargan? Da hast du natürlich gleich an deinen Vetter gedacht, scherzte Sargan, aber er lächelte dabei nicht. Stattdessen blickte blickte er sie ernst an. Ja, irgendwer hat die Trolle gereizt. In der Stadt der Toten ist es zu einem Kampf gekommen. Sie haben fast zwei Dutzend Tyria erschlagen, darunter mindestens drei Gardisten. Jetzt heißt es, dass sie dem goldenen Imperator nach dem Leben trachteten und nur aus diesem einen Grund ins Imperium gekommen seien. Anna wurde unvermittelt kalt. Ein Kampf innerhalb der Stadt war schlimm genug, aber wenn jemand die Hand gegen die Person des goldenen Imperators selbst zu erheben gedachte, gab es nur eine Konsequenz. Das Imperium duldete nicht, dass jemand einen solchen Affront überlebte. Und was geschah dann? Tja, tja, die Trolle und ihre überlebenden vlachkischen Freunde haben offensichtlich ein Mausoleum aufgebrochen, wobei aufgebrochen eigentlich das falsche Wort ist. Sie haben einfach eine Wand komplett eingerissen und heute Morgen ist dann das ganze Gebäude in sich zusammengestürzt. Und dann? Dann, Sargan machte eine bedeutungsvolle Pause, sind sie verschwunden. Verschwunden? Was? Mitten in der Stadt? Ja, ja, es ist ein wahres Mysterium, erklärte der Dyria mit Unschuldsmine und sah sie unverwandt an. Kein Muskel bewegte sich in seinem Gesicht, doch in seinen Augen tanzte der Schalk mit der Angst. Du viermal verfluchter Bastard, dachte Anna, sie sind hier. Wollen wir hineingehen? fragte Sargan. Mir ist warm und drinnen gibt es kühlere Räume. Da sie nicht wusste, was sie sagen sollte, nickte Anna nur. Sie folgte dem kleinen Mann quer über den Hof und in einen Seitenflügel seines Palasts, der nicht nur schattig kühl, sondern auch überraschend still war. Hauptsächlich befinden sich hier simple Lagerräume, erklärte Sargan, als er sie durch einen langen Korridor führte. Rechts und links waren breite Türen, die hier und da einen Blick in die dahinterliegenden Räume ermöglichten. In den erwähnten Lagerräumen erkannte Anna Kisten, Tuchballen, Fässer und vieles mehr, Handelswaren aus allen Teilen der Welt. Dein Haushalt scheint großen Bedarf zu haben, wenn du so viel einlagerst, stichelte sie, was Sargan mit einer wegwerfenden Handbewegung beantwortete. Ein guter Kaufmann verkauft seine Waren zu einem günstigen Zeitpunkt und meine Leute kümmern sich darum, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich habe damit wenig zu tun. Ich bezahle es nur. Die gespielte Kränkung in seiner Stimme ließ Anna lächeln, aber dann betraten sie einen der Räume, der sich auf den ersten Blick nicht von den anderen unterschied. Mit schnellen Schritten war Sargan an einem Stapel Fässer angelangt und schob diese beiseite. Sie bewegten sich geräuschlos und leicht und gaben unter sich eine Falltür frei. Falsche Fässer? Mein Kind, ich habe einmal erlebt, was geschieht, wenn das Imperium sich einen neuen Imperator sucht. Ich habe eine Familie, für die ich die Verantwortung trage. Als ich damals die Leichen der Kinder auf den Karren gesehen habe, die durch just diese Straßen um mein Haus herum fuhren, da habe ich mir geschworen, dass ich niemals zulassen werde, dass meine Familie so von den Streitigkeiten der Mächtigen betroffen wird. Seine sonst so joviale Art war verschwunden, und in seiner Stimme klang der scharfe Stahl mit, vor dem ihre Mutter sie immer gewarnt hatte. Nach dir! Sie folgte seiner Aufforderung und stieg die Treppe hinab. Im Halbdunkel brannte weiter vorn ein Licht, doch noch konnte Anna nichts Genaues erkennen. Das musste sie auch nicht, denn ihr stieg ein Geruch in die Nase, der unverkennbar war. Trolle! Der Halbzwerg! konnte sie eine tiefe Stimme brummen hören. Sargans Seufzen war kaum hörbar. Aus den Schatten schälten sich einige Gestalten, als Annas Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Es waren zwei Trolle und eine Handvoll Menschen, die in dem Keller Zuflucht gesucht hatten, wobei der Keller sich eher als Wohnquartier erwies, mit mehreren Räumen, gemauerten Wänden und einem kleinen Brunnen, der die Insassen mit Wasser versorgen konnte. Anna? fragte eine der Gestalten, die sich beim zweiten Blick als Natiole entpuppte. Keine andere! Was machst du für Sachen, Vetter? Ich wusste ja, Vlachaken verrückt sind, aber so verrückt! Ein kleines Gefecht, mitten in Kolschers! Sehnst du dich nach dem Tod? Beschämt senkte der junge Vlachake den Kopf, dann aber sah er sie grimmig an. Es war eine Falle, wir wurden aus unserer Unterkunft gelockt und überfallen, nur die Geister wissen warum. Diese Menschlinge hatten das die ganze Zeit geplant, sie rochen nach Angst und Verrat, mischte sich Kerr ein. Aber du hast ihnen vertraut und das war falsch, knurrte Wrag, worauf Kerr nur betrübt nickte. Offenkundig bestanden Spannungen zwischen ihm und dem tiefen Troll. Anna wandte sich an Sargan. Eine Falle? Der kleine Dürer zuckte mit den Schultern. Laut Pilon war eine Gesandschaft da, die unsere Gäste unterhalten sollte. Eine Führung oder dergleichen. Die Gardisten bestätigen diese Version. Sargan bemerkte Natioles düsteren Blick und beeilte sich hinzuzufügen, aber ich glaube natürlich euren Worten. Hinter dieser Sache steckt sicher mehr, aber ich kann auch nicht sagen, was genau. Momentan wird überall nach den Trollen gesucht und ich halte es für besser nicht aufzufallen, während ihr meine Gäste seid. Vermutlich stehe ich ohnehin unter Verdacht. Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? erkundigte sich Anna. Kerr hat uns auf die Idee gebracht. Die Trolle haben sich in einem der Grabhäuser versteckt, nachdem wir den Speer geholt hatten und ich habe mich zu Sargan geschlichen. Er hat uns hierher geschmuggelt, wofür wir ihm ziemlich dankbar sein müssen. Alles im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, wehrte der Dürer ab und hob die Hände. Zufällig hatte ich Wagen und diesen Keller hier. Und ein verborgenes Geheimtor zum Palast und sehr verschwiegene Helfer, vervollständigte Nathiole. Wie auch immer, jedenfalls seid ihr in Sicherheit für den Moment. Der große Troll schnaubte vernehmlich. Erst haben wir uns in dieser toten Höhle verkrochen und jetzt verkriechen wir uns hier. Wir verstecken uns wie feige Beute, nicht wie Trolle. Das macht uns schwach. Die andere Möglichkeit wäre, gegen eine ganze Stadt zu kämpfen. Das schaffen wir nicht. Ein kluger Jäger ist kein schwacher Jäger. Du redest wie ein Mensch, Kerr. Mit jedem Dreg hörst du dich mehr an wie sie. Kerr knurrte vernehmlich. Wrag nahm die Herausforderung nur zu gern an, entblößte seine Hauer und baute sich drohend über dem kleineren Troll auf, bis Kerr abwehrend die Pranken hob und murmelte, das führt zu nichts, frag. Der große Tiefentroll machte einen Schritt rückwärts, aber Anna konnte sehen, dass er enttäuscht war, sich nicht mit Kerr schlagen zu können. Was für ein Riesenhaufen Mist in den ihr da geraten seid, stellte Anna fest. In ihren Gedanken formten sich vage Ideen und Möglichkeiten, aber noch nichts greifbares. Was glauben die Gardisten, wo ihr seid? Sargan räusperte sich verlegen, während Kerr erheitert schnaubte. Wracks Gesichtsausdruck verfinsterte sich sofort wieder. Überrascht sah Anna den Dyrier an. Was äh? Nun, ich gelte ja seit meiner aktiveren Zeit als ein Experte für Trolle. So kam man noch in den frühen Morgenstunden zu mir, als die Wachen sie nicht finden konnten. Vielleicht verdächtigte man mich auch. Ich bin jedenfalls kaum zum Schlafen gekommen und in meinem Alter ist Schlaf lebensnotwendig. Zu wenig Schlaf kann sogar gefährlich sein, wie Hesuates in seinen Schriften dargelegt hat. Immerhin sind die Träume ein Geschenk der Götter und die Trolle erinnerte ihn Anna Rüde. Ja, also fragte man mich, wohin die Trolle verschwunden sein könnten, und ich wusste keine Erklärung, die jeden Verdacht von mir weisen würde. Meine Gedanken rasten und dann kam mir die Lösung. Ich erzählte, Trolle als unterirdische Kreaturen, die sie nun einmal sind, mit ihren bloßen Händen Tunnel graben können, wie manche Käfer oder Würmer. Ich sollte dir den Hals umdrehen, Halbzwerg, und das Mark aus deinen Knochen saugen, verkündete Wrack mit einem bösen Lächeln. Er hat uns gerettet. Ist ein beschissener Schädel zu dick, um das zu verstehen? widersprach ihm Kerr heftig. Ungläubig blickte Anna von dem kleinen Mann zu den Trollen und wieder zurück. Würmer? Der tiefen Troll zog sich noch weiter ins Zwielicht zurück und stieß ein grollendes Geräusch aus. Ja, es erschien mir naheliegend und man hat es mir sofort geglaubt, verkündete Sargan gezwungen munter. Also, warf Natiole ein, wenn man dir erzählt, dass unter Kolschers menschenfressende Monsterhausen, die jeden Moment aus dem Boden hervorbrechen und dich verschlingen können, glaub es nicht. Nichtsdestotrotz ist das hier keine dauerhafte Lösung, erklärte Sargan. Wir müssen einen Weg finden, euch aus der Stadt zu schmuggeln. Einige Tage sollten wir warten, bis der Staub sich wieder ein wenig gelegt hat, aber dann müsst ihr aufbrechen. Der Dyrier blickte Anna treuherzig an. Und genau dabei kommst du ins Spiel. Ich habe Verbindungen, aber dein Haufen wäre eine weit bessere Tarnung, als ich sie liefern kann. Zweifelnd rieb sich Anna über die Lippen. Für einen winzigen Moment wog sie das Risiko ab, dann jedoch nickte sie. Für die Familie fragt man nicht nach den Kosten. Über ihnen knirschte die Falltür, und Anna wirbelte herum die Hände an ihren Kurzschwertern. Aber Sargan legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Vor der hellen rechteckigen Falltür zeichnete sich ein dunkler Schatten ab, ein Mensch, der langsam die Treppe herabkam. Darf ich vorstellen? Skiloy Kasson. Sie ist meine rechte Hand und pflegt exzellente Verbindungen nach Ardoli und Vlachkis. Sie wird eure Reise organisieren, wenn ihr erst einmal die Mauern der Stadt hinter euch gelassen habt. Die Frau war schon älter, ähnlich wie Sargan, und ihr Haar war ergraut. Sie war klein und drahtig, und ihre Kleidung war äußerst schlicht. Sie nickte in die Runde. Es freut mich, Mitglieder der Familien Karl de Braun und Bekessar zu treffen. Es ist lange her, dass ich dieses Vergnügen zum letzten Mal hatte. Erst jetzt erkannte Anna den Namen. Skiloi war eine Scharkin, die einst Zorpat gedient hatte und dann in die Dienste des Imperiums gewechselt war. Eine weitere Person, vor der Flores mich stets gewarnt hat, dachte die junge Söldnerin, mit ihr und dem unberechenbaren Wrack zu reisen wird keine Kleinigkeit. Mir scheint, ich werde mich in nächster Zeit besonders vorsehen müssen. Ich habe es eurem Freund zwar schon erklärt, aber ich kann es euch gern noch einmal erklären, sagte Arteinis mit betont geduldiger Stimme. Ich bin die Tochter eines dyrischen Händlers aus Theramee. Da dort die Lage immer schlechter wird, hat meine Familie sich entschlossen, mich nach Hause ins Imperium nach Alewacha zu schicken. Einer der beiden jungen masridischen Soldaten, die sie abgepasst hatten, kaum dass sie den kleinen Gasthof an der Landstraße verlassen und ihr Pferd aus dem Stall geholt hatte, schüttelte unschlüssig den Kopf. Und da reist ihr ganz allein? Gerade jetzt, wo das Wetter immer schlechter wird? fragte er misstrauisch. Sein Kamerad war mittlerweile im Inneren des Wirtshauses verschwunden. Die Bemerkung des Soldaten über das Wetter war durchaus zutreffend, auch wenn er ansonsten nicht besonders helle auf die junge Dürierin wirkte. Seit sie Teremi verlassen hatte, war noch kein Tag ohne Regen vergangen. Aber bislang war das Wetter zwar unangenehm gewesen, aber glücklicherweise nicht schlecht genug, um sie zu längeren Pausen zu zwingen. Anders als dieser übereifrige Masride hier, dachte sie Düster, ich hätte darauf verzichten sollen, in einem Gasthaus einzukehren. Aber der Regen hatte ihr gesamtes Gepäck durchweicht, und der kleine Gasthof dicht hinter der Grenze zwischen Vlachkis und Ardoli hatte so verschlafen ausgesehen, dass die junge Dürierin geglaubt hatte, gefahrlos eine Nacht im Trockenen verbringen zu können. Ein Trugschluss. Wenn die Masriden jeden Reisenden anhalten, weil sie Spione fürchten, müssen ihre Kriegsvorbereitungen wirklich schon weit gediehen sein. Mit einer gewissen Dringlichkeit in der Stimme erwiderte sie, »Meine Familie ist weder reich noch mächtig, Herr, und Terremi wird immer unsicherer wegen all der Flüchtlinge, die in die Stadt strömen. Deshalb wollten meine Eltern nicht warten, bis im Frühjahr wieder Karawanen die Berge überqueren, sondern haben mich jetzt schon fortgeschickt. Arteinis hoffte inständig, dass der junge Soldat ihr diese Scharade abkaufte. Falls nicht, hielt sie mit der Linken den sie im Ärmel ihres Gewandes verborgen hatte. Aber wenn ich gezwungen bin, auf offener Straße einen masridischen Soldaten anzugreifen, wird der Rest meiner Reise wohl eher eine Treibjagd werden. Nein, eigentlich darf ich es nicht so weit kommen lassen. Was genau befürchtet ihr denn eigentlich? fragte sie mit einem unschuldigen Augenaufschlag. Das schien den jungen Soldaten endlich zu besänftigen. Er betrachtete sie noch einmal genau und lächelte dann. Ach, diese verfluchten Vlachhaken könnten jederzeit auf die Idee kommen, über die Grenze zu ziehen, um ein paar Dörfer zu plündern, sagt mein Hauptmann, antwortete er im Plauderton. Und es heißt, sie hätten sich wieder mit den Trollen verbündet, vor nicht allzu langer Zeit, soll der Sohn ihres dreckfressenden Voivoden mit einigen Trollen hier aufgekreuzt sein, um masridische Reisende auf der Straße zu überfallen. Arteinis schlug rasch die Hand vor den Mund und hoffte, dass ihr unterdrücktes Glucksen auch als Laut des Entsetzens durchgehen konnte. »Trolle? Wie grausam!« presste sie angemessen erschrocken hervor. »Ich hoffe, ihr konntet diese Monster einfangen!« Betrübt schüttelte der Junge den rasierten Kopf. »Sie sind unserer Patrouille entkommen. Die Männer hatten viermal verfluchtes Glück, dass die Kreaturen sie nicht aufgefressen haben, heißt es. Oh ja, das hatten sie gewiß,« beeilte sich zu versichern. Als ich daraufhin schweigend zwischen ihnen ausbreitete, erkundigte sich die Dürierin vorsichtig. »Wenn ich euch davon überzeugen konnte, dass ich nicht mit diesen Trollen im Bunde stehe, spricht etwas dagegen, dass ich nun meine Reise fortsetze? Ich würde gern noch eine längere Strecke hinter mich bringen, bevor es dunkel wird.« Der Soldat nickte zustimmend. »Das wird sicher das Beste sein. Wenn ihr dem Flusslauf folgt, kommt ihr gegen Abend in ein anderes Dorf. Im dortigen Gasthaus könnt ihr die Nacht verbringen. Es ist sicher und sauber. Ich kenne es, denn ich bin dort aufgewachsen. »Wie Wie schön für dich«, dachte Arteinis, deren Unmut durch die unnötige Unterhaltung allmählich geweckt wurde. Zu schade, dass ich an diesem zweifelsohne lauschigen Ort sicher nie einkehren werde. »Ich danke euch«, entgegnete sie jedoch überschwänglich, »und ich wünsche euch viel Glück bei der Jagd nach den Trollen. Lasst euch nicht fressen!« Noch bevor der Soldat etwas entgegnen konnte, hatte sie sich auf ihre Fuchsstute geschwungen und trieb das Pferd an. Die gestammelten Abschiedsworte des Soldaten verklangen hinter ihr im Wind. Das Land um sie begann sanft anzusteigen, während sie der Landstraße folgte. Die weiten Felder, viele davon bereits abgeerntet, blieben langsam hinter ihr zurück und machten einem Bewuchs aus niedrigen Büschen und Bäumen Platz, der immer wieder von Wiesen unterbrochen wurde. Auf vielen Weiden stand noch Vieh, das aber gewiss bald in die Stelle geschafft werden würde. Seit sie am Morgen aufgebrochen war, schien die Sonne und sie hatte die Hoffnung, dass der ewige Regen sie heute verschonen würde. Bislang war sie langsamer vorangekommen, als sie gehofft hatte. Der Regen weichte die Straßen auf oder machte die gepflasterten Abschnitte rutschig und unsicher und sie konnte nicht so schnell reiten, wie sie es sich gewünscht hätte. Und sie musste häufig Pausen machen, um das Pferd zu schonen. In Dürien angelangt, würde es ihr einfach möglich sein, das Reittier an den zahlreichen Wegposten zu wechseln, aber in Ardoli wollte sie lieber nichts tun, was Aufmerksamkeit auf sie lenken konnte, und so wenig Menschen wie möglich begegnen. Es war nicht sehr wahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass jemand, den sie unterwegs traf, schon einmal in Teremie gewesen war und wusste, dass Seikos, der Dürische Händler gar keine Tochter hatte. Sten Calder Braun hatte darauf bestanden, dass sie nicht unter ihrem eigenen Namen reiste. Euer Vater würde mich umbringen, wenn man euch gefangen nimmt, um ihn oder mich zu erpressen, hatte er beim Abschied zu ihr gesagt, und sie hatte ihm zustimmen müssen. Arteinis lenkte ihre Stute eine weitere Anhöhe hinauf und blieb dann stehen, da sich ihr von der Kuppe des Hügels aus hatte sie freie Sicht auf die Hänge und Gipfel der Sorkaten, die von hier aus schon ganz nah wirkten, obwohl sie noch mindestens zwei Tagesritte entfernt waren. Die untergehende Sonne tauchte die Gipfel in blutrotes Licht, während die tiefer liegenden zerklüfteten Hänge schon in Schwärze gehüllt dalagen. Arteinis wusste, dass sie sich einen Lagerplatz suchen musste, aber sie blieb noch einen Moment im Sattel sitzen und bestaunte die Schönheit des Naturschauspiels, ehe sie weiterritt. Am nächsten Morgen erwachte sie davon, dass schwere Regentropfen auf ihre Decke fielen. Der Himmel war grau und düster und es war über Nacht deutlich kälter geworden. Mit einem blumigen Fluch rappelte sie sich auf und nach einem hastigen Frühstück sprang sie in den Sattel, zog ihren gewachsen Mantel fest um sich und machte sich auf den Weg. Man hatte ihr vieles im Imperium beigebracht und das Ertragen von Unannehmlichkeiten war nur ein Teil ihrer Ausbildung gewesen. Ihr Vater hatte dafür gesorgt, dass sie sich zu behelfen wusste, sowohl in den Intrigen am Hofe als auch in den unzivilisierten Gegenden der Welt. Damals hatte sie ihn dafür verflucht, aber jetzt war sie dankbar für seine Umsicht. Den ganzen Tag ritt sie durch den Regen, der immer kräftiger zu werden schien, je näher sie den Sorkaten kam. Die Straße wurde mehr und mehr zu einem schlammigen Pfad, der immer weiter anstieg. Gegen Abend war sie bereits hoch in den Ausläufern der Sorkaten. Vielleicht kann ich noch einen Tag reiten, dachte sie, als sie sich zum Schutz vor der Feuchtigkeit unter einem Felsüberhang zusammenkauerte. An ein Feuer war nicht zu denken. Das Pferd schien ebenso missmutig zu sein wie sie selbst und kaute mürrisch auf dem feuchten Inhalt seines Futtersacks herum. Zwei Tage später dachte sie mit Wehmut an die letzte Nacht zurück, die sie trocken und halbwegs warm in Ardoli verbracht hatte und an das prächtige Naturschauspiel, das sich ihr an diesem Abend geboten hatte. Seitdem hatte der Regen nicht mehr aufgehört und ein scharfer und kalter Wind sorgte dafür, dass sie nicht nur durchnässt war, sondern mittlerweile auch am ganzen Leib zitterte. In den Regen mischte sich immer häufiger Schnee, kalte, nasse Flocken, die Schlimmes ahnen ließen. Auf dem steinigen Pfad, der zum Erkölpass hinaufführte, quälte sich die Stute, die sie nun am Zügel führte, nur noch voran, und sie musste genau darauf achten, wohin das Pferd treten konnte. Das langsame Vorankämpfen auf dem Passpfad war anstrengend, und schon lange, bevor es dunkel wurde, beschloss Artheinis, einen Unterschlupf zu suchen. Nach einer Weile entdeckte sie eine Höhle, die groß genug für sie und die Stute war. Zwar bot der mannshohe weite keinen wirklichen Schutz vor dem Wind, aber zumindest vor der Nässe würde sie eine Weile in Sicherheit sein. Sie band ihrem Pferd die Vorderbeine locker zusammen, sattelte es ab und hängte ihm den Futtersack um. Mit klammen Fingern kramte sie in den Satteltaschen nach ihrer Öllampe. Beim dritten Versuch, sie zu entzünden, gelang es ihr endlich. Die Höhle war größer, als sie von außen angenommen hatte. Nachdem sie sich eines Teils ihrer nassen Sachen entledigt und etwas Brot und Käse gegessen hatte, nahm sie die Lampe und ging neugierig weiter in die Höhle hinein. Sie verspürte keine besondere Lust, sich zum Schlafen in ihre nasse Decke zu wickeln. Solange sie in Bewegung blieb, war ihr wenigstens warm. Im hinteren Teil der Höhle verengten sich die Wände und bildeten eine Art Gang. Arteinis zögerte einen Moment, aber da der Tunnel mehr als doppelt so breit war wie sie selbst, trat sie schließlich hinein. Nach vielleicht fünfzig Schritten erweiterte sich der Gang und sie gelangte in eine weitere Kaverne. Zu ihrer Überraschung wurde das Licht ihrer Lampe hier hundert-, nein tausendfach reflektiert. Helle Steinsäulen wuchsen aus dem Boden und von der Decke herab und bildeten bizarre und prachtvolle Formationen. Vorsichtig streckte Arteinis die Hand nach einem der Kristalle aus und brach ein winziges Stück ab. Es lag schwer und kühl in ihrer Hand. Dann entdeckte sie die Zeichnungen. Hinter einem besonders großen Stalagmiten hatte jemand eine Jagdszene an die Wand gemalt, eine schlichte Strichzeichnung, ausgeführt mit Kohlenstaub oder Pflanzenfarbe und doch erstaunlich lebendig. Trotz aller Einfachheit ließ sich sofort erkennen, was die Zeichnung zeigte. Ein Troll stand einer großen Katze gegenüber. Beute und Jäger umkreisten sich, dann sprang der Troll vor. Auf dem nächsten Bild rangen beide miteinander und auf dem letzten Bild trug der Troll, unzweifelhaft der Sieger der Begegnung, seine Beute auf den Schultern davon. Sie malen, schoss es Arteines durch den Kopf. So wie wir Bücher schreiben, um Erinnerungen aufzubewahren, malen sie ihre Geschichten auf die Wände. Sie dachte an die gefährlich aussehenden Troll-Pranken, die sie in Termi gesehen hatte, und versuchte sich vorzustellen, wie diese die kunstvollen Bilder hier geschaffen hatten, aber es fiel ihr schwer. Selbst Kerr, der Verständigste der Trolle, war immer noch ein urtümliches Wesen, und sein dunkler Begleiter Wrag war für die junge Dürierin mehr Naturgewalt als Kreatur gewesen. Sie löste sich vom Anblick der Zeichnungen und kehrte in die Haupthöhle zurück. Ihr Körper forderte sein Recht, sie war todmüde und sie wusste, dass der nächste Tag, der sie endlich über den Pass führen würde, nicht weniger anstrengend werden würde, als der hinter ihr liegende. Sobald sie sich in ihre klamme Decke gewickelt hatte, fiel sie rasch in einen unruhigen Schlaf. Sie träumte von Kerr und den übrigen Trollen, die überall um sie herum Bilder einer gewaltigen, unwirklichen Schlacht entstehen ließen. Ohne es zu planen, war Azoth näher an die Oberfläche gewandert. Die Luft war hier kühler und der Fels anders. Es war nicht mehr seine Welt, durch die er schritt. Hier lebten die alten Trolle. Noch weiter oben und damit für Azoth schon bedenklich nahe an der Oberwelt befand sich das Reich der Zwerge. Gutes Jagdgebiet mit vielen Feinden, aber auch fern seiner eigentlichen Heimat. Manchmal spürte Azoth Trolle im Schlag des Herzens, doch sie mieden ihn. Er war nicht auf der Suche nach ihnen, also schritt er unbeirrt weiter. Warum er so hoch stieg, hätte er nicht sagen können. Er brauchte keine Erklärungen für sein Tun, er handelte einfach. Seine Instinkte wiesen ihm den Weg, seine Verbindung zum Herzen des Landes war stark und er konnte ihr vertrauen. Die Jagd war einfacher hier oben. Es gab Graue und Schlinger, Beute und Jäger. Eine einfache Pirsch brachte genug Fleisch für viele Dreg und man fand leichter Wasser und Pilze. Die leuchtenden Flechten waren nicht so selten und die Gänge waren häufig weniger zerklüftet. Für Anders Brut war es zu einfach, hier die Eingeweide der Welt zu durchwandern. Das Überleben stellte kaum noch eine Herausforderung dar. Dennoch folgte Azoth den gewundenen Gängen, schritt durch Höhlen, überquerte tiefe Spalten und ging, wohin sein Weg ihn führte. Wenn er hungrig war, jagte er, wenn es ihn dürstete, suchte er Wasser. Nichts lenkte seine Schritte, kein Hindernis ließ ihn inhalten. So näherte er sich unaufhaltsam einer Kaverne, in der einst Zwerge gegraben hatten. Die Zwerge waren schon lange verschwunden, vielleicht vom Krieg vertrieben oder vielleicht hatten sie alles aus dem Stein gekratzt, was sie interessierte. In der Kaverne lagerten Trolle, ein ganzer Stamm. Sie wichen Azoth nicht aus, als er kam. Schon von Weitem spürte er ihre Anwesenheit, dann nahm er ihren Geruch wahr. Als er die Kaverne fast erreicht hatte, sah er das verhasste Licht, nur ein schwaches Funkeln von Flechten, aber dennoch erregte es seinen Zorn. Er trat in das Licht, das schmerzhaft in seine Augen stach. Wasser floss in den unsteten Schatten am Rande der Kaverne. Der Stamm hatte sich erhoben. Die Jäger traten Azoth entgegen, während die Jungen weiter hinten blieben. Die Jungen, die Alten und die Schwachen, wie Azoth mit einem verächtlichen Grinsen bemerkte. Wer das Leben nicht selbst meistern kann, sollte sterben. Was willst du? fragte einer der Trolle, ein Großer, der Azoth fast bis zum Kinn reichte. Seine Haut war von Narben übersät, seine Hörner lang und gewunden. Prüfend sog Azoth die Luft in seinen Nüstern. Er roch ihre Angst, aber sie waren bereit zu kämpfen. Trolle flohen nicht, das war gut. Ich bin Azoth, erklärte er. Für einige Momente stellte er sich den Kampf vor. Einer gegen viele, ein guter Kampf. Sie wären würdige Gegner, anders als Zwerge und Menschen und Spinnen. Sie verstanden es zu kämpfen und sie würden es gemeinsam tun, wie Trolle eben. Aber es gab einen Frieden zwischen ihnen und Azots Bindung an die Vereinbarung war stark. Ich bin Ukal, der Anführer. Habt ihr Nachricht von Kerl? Sein Gegenüber schüttelte den Kopf. Andere aus der Gruppe taten es ihm gleich. Seit vielen Dreck nicht mehr. Sofern er zurückgekehrt ist, wissen wir noch nichts davon. Sie hatten keinen Grund zu lügen und Azoth keinen ihnen zu misstrauen. Es überraschte ihn, dass sie nichts wussten. Vielleicht hatte er Trolle wie sie gesucht, in der Hoffnung, dass sich die Nachricht von Kerrs Rückkehr zuerst unter ihnen verbreiten würde. Hier haben früher Zwerge gehaust? Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Ja, ihr habt sie vertrieben und sie sind nicht wieder zurückgekehrt. Wir haben ihre Geräte zerschlagen und den Fluss wieder fließen lassen. Ukal wies in Richtung des Plätscherns. Sie hatten Holz aufgeschichtet und aus dem Fluss einen See gemacht. In seiner Stimme klang Verwunderung mit, die Azoth teilte. Es war unverständlich, warum man aus einem Fluss einen See machen sollte, oder warum man dort Höhlen grub, wo es keine gab, warum man Gänge in den Fels trieb, Stein fortschaffte. All dies war sinnlos. Das Land war ewig, gehorchte nur dem Schlag seines Herzens. Manche wussten dies, wie die Vinay an der Oberfläche in den Wäldern. Sie lebten unter der grausamen Sonne, aber sie schichteten keine Steine auf und gruben keine Löcher in die Welt. Sie wussten, wie man zu leben hatte. Wohin ist Kerl gegangen? An die Oberfläche, in das Land der Menschen, zu ihrem Anführer. Kennt ihr den Weg? Ukal nickte. Beschreibe ihn mehr. Aufmerksam lauschte Azoth den Erklärungen des Trolls. Wenn Kerl nicht von allein in die Welt unter den Bergen zurückkehrte, dann musste man ihn eben holen. An die Menschen dachte Azoth dabei nicht. Ihre Anwesenheit nahm in seinem Bewusstsein keinen Platz ein. Sie waren unwichtig. Nach Wochen der Übungen mit den Söldnern und dem Leben in Kolschas war die erzwungene Ruhe in Sargan Kellern für Natiole besonders unerträglich. Gerade da ich mich an die Stadt gewöhnt habe, passiert das. Der Gedanke ließ ihn schmunzeln. Als ob sein größtes Problem darin bestand, dass er nicht mehr auf dem Markt einkaufen konnte. Die beiden Trolle waren schweigsam und gingen sich gegenseitig so gut aus dem Weg, wie es den großen Wesen auf dem beengten Raum möglich war. Wenn sie sich trafen, dann tauschten sie sich zumeist über Knurrlaute und Gesten aus. Etwas stand zwischen ihnen, aber Natiole verstand sie nicht gut genug, um zu ergründen, was das genau war. Vielleicht ist das ihre Art, um Zran zu trauern, oder sie bedauern, dass sie ihn nicht auffressen konnten. Die Vlachaken hatten einen Raum in Beschlag genommen und waren von Sargan mit dem Nötigsten versorgt worden. Langsam verbesserte sich auch Arwans Zustand. Sie hatten die Wunde des Veteranen gesäubert und versorgt und sein Fieber war in der letzten Nacht zurückgegangen. Falls es Nacht war, überlegte Natiole. In dem Keller war ihm jedes Zeitgefühl abhanden gekommen und jetzt rächte sich sein nächtlicher Lebensstil der letzten Wochen. Sie schliefen einfach, wenn sie müde waren, und die einzige Möglichkeit, das Verstreichen der Zeit festzuhalten, waren die unregelmäßigen Besuche von Sargan oder Skiloi, die ihnen Essen und Wasser brachten. Die Scharkin schien über die ganze Angelegenheit beinahe amüsiert zu sein, auch wenn Natiole bislang kaum mehr als zwei Worte mit ihr gewechselt hatte. Die Frau war undurchsichtig und die Tatsache, dass sie vor vielen Jahren nicht nur Zorpat gedient, sondern auch Natioles Mutter das Leben gerettet hatte, trug nicht dazu bei, dass der junge Vlachage sie besser einschätzen konnte. Aber zumindest hatte sie es bislang nicht an Höflichkeit mangeln lassen, und sie schien Sargan treu ergeben zu sein. Ansonsten gab es kaum Kontakt zur Außenwelt. Anna organisierte ihre Abreise, wie sie die Flucht gern nannte, und kam nur selten zu Besuch. Laut Sargan beruhigte sich die Stadt langsam, auch wenn noch immer Geschichten von Trollen kursierten, in denen die Monster nachts auftauchten und kleine Kinder raubten. Einige wenige Male hatte Sargan dafür gesorgt, dass sein Palast menschenleer war, und die Vlachaken hatten einige Zeit im Hof verbracht. Das war möglicherweise der einzige Unterschied zu einem Aufenthalt im Kerker, wie Natiole nüchtern feststellte. Dank dem mysteriösen Angriff auf sie waren sie nun flüchtige Verbrecher, und zwar sogar die schlimmste Sorte, denn man lastete ihnen ein versuchtes Attentat auf den goldenen Imperator selbst an. Sargans Beschreibungen der üblichen Strafen für ein solches Vergehen waren sehr ausführlich und farbig gewesen, und Natiole hatte keine Lust herauszufinden, was all die fremdartigen Werkzeuge, von denen der Dürer erzählt hatte, tatsächlich mit einem Anrichten mochten. Die Trolle wurden mit jedem Tag der Verstrich unruhiger, und der junge Vlach Hake befürchtete, dass Wrag sich in absehbarer Zeit nicht mehr von Kerr zurückhalten ließe und einfach in die Stadt hinaus marschieren würde. Dabei waren sie der Gefahr noch lange nicht entronnen, auf den Straßen patrouillierten noch immer die Gardisten, und an den Stadttoren waren die Seufzend lehnte Nathiole sich auf seinem Stuhl zurück. Erst als Schritte auf der Treppe zu hören waren, öffnete er wieder die Augen. Zuerst fuhr seine Hand zur Waffe, die niemals fern war, doch die Schritte waren leicht, geruhsam, Soldaten würden anders klingen. Und vermutlich hätte Wrag sie längst gerochen, getötet und gefressen. Tatsächlich war es Sargan in Begleitung einer weiteren Person, der aus dem schattigen Durchgang trat. Sie hatten sich angewöhnt, nur das nötigste Licht brennen zu lassen, um die Trolle nicht unnötig zu reizen. Zuerst hatte sich Nathiole nur aufrecht hingesetzt, aber als er sah, wer Sargan begleitete, sprang er geradezu auf. Arteinis! Die junge Dürierin lächelte und neigte das Haupt. Es ehrt mich, dass ihr mich nach so langer Zeit noch erkennt. Sprachlos starrte Nathiole sie an. Ihre Kleidung war schlicht, offenkundig für eine Reise gedacht und abgenutzt. Sie trug keinen Schmuck und ihr Gesicht war ungeschminkt. Aber für eine Begrüßung reicht eure Wiedersehensfreude nicht? fragte sie lächelnd. Das riss den jungen Vlachhagen aus seiner Überraschung. Schnell verneigte er sich formvollendet, wie es im Imperium Brauch war. Ich begrüße euch, Arteinis Vulpon. Es erfreut mein Herz, dass wir uns wieder treffen und ich in eurer Anwesenheit weilen darf. Jetzt lachte sie leise. Habt ihr heimlich die Umgangsformen des Imperiums geübt, Natiole Caldebron? Nur ein wenig, erklärte Natiole und grinste verlegen. Das bleibt wohl nicht aus, und ich hatte ja inzwischen genug Zeit, Gelinde ausgedrückt. Sie musterte ihn genau und er konnte ihre Blicke geradezu auf seinem Körper spüren. Er trug die leichte Kleidung der Stadtbewohner, ein Geschenk ihres Vaters, zwar ohne Schmuck, aber aus gutem Stoff. Ihr machte ihn nervös, und Natiole strich sich unsicher eine Strähne hinter das Ohr. Unvermittelt fühlte er sich nach den Tagen und Nächten im Keller schmutzig und ungelenk, auf eine schwer bestimmbare Weise unzureichend. Gebückt betrat Kerr den Raum. Der Troll hielt inne und lächelte vorsichtig, als er Arteinis sah. Natiole zweifelte nicht daran, dass er sie schon längst am Geruch erkannt hatte, aber der Troll bemühte sich immer sehr, die Menschen nachzuahmen und sie nicht zu erschrecken. Ich freue mich, dass du da bist, sagte Kerr schlicht. Ich bin froh, euch alle erreicht zu haben, entgegnete sie, und ich bringe viele Nachrichten aus Vlachkis. Es ist eine Menge geschehen. Hier nicht minder, erwiderte Natiole düster, aber Sargan beschwichtigte ihn. Ich habe meiner Tochter die unangenehmen Ereignisse und eure Schwierigkeiten schon Auffordernd sah er Arteines an. Iones geht es gut, begann die junge Frau. Er ist aufgewacht und erholt sich beständig. In Natioles Leib löste sich die Anspannung, die sein Leben seit der fürchterlichen Brandnacht begleitet hatte. Ein Teil der Schwere, die ihn belastete, fiel von ihm ab. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Tamar Bekesar ist tot. Dann ist Ardoli ungeschützt und ohne Führung, dachte Natiole schnell. Erst dann erkannte er, dass diese Neuigkeit noch mehr bedeutete. Und Anna hat ihren Vater verloren. Schon bereute er den ersten Gedanken, aber Arteines sprach weiter, und deine Tante Flores auch. Sie wurden feige ermordet, als sie zusammen waren. Die Taubheit, die sich in seinen Gliedern ausbreitete, drohte Natiole zu übermannen. Er empfand nichts, keine Trauer über den Verlust, keine Wut. Es war, als spräche Arteines über eine Fremde und nicht über seine Tante und Annas Mutter. Neben ihm brummte Kerr traurig, als singe der Troll ein fast unhörbares Lied. Anna, muss davon erfahren, stieß Natiole mit rauer Stimme hervor. Ich habe bereits nach ihr gesandt, erwiderte Sargan. Das wird nicht leicht für sie. Der Tod ist niemals leicht. Seine eigene Antwort klang hohl in Natioles Ohren. Es war eine Floskel, mehr nicht. Der Tod kommt zu allen, Mensch oder Troll. Floris hat ihn nicht gefürchtet, sie war eine sehr starke Menschin, sagte Kerr. Es droht noch mehr davon, fuhr Arteinis leise fort. Zwischen Ardoli und Vlachkis braut sich ein neuer Krieg zusammen. Die Masriden beschuldigen die Vlachhaken, den Marzek umgebracht zu haben. Und in Vlachkis ist es nicht anders. Dort gibt man Ardoli die Schuld an Flores Tod. Krieg, murmelte Natiole und sah Sargan alarmiert an. Wir müssen zurückreisen. Wir müssen schnell aufbrechen. Ich muss nach Vlachkis. Ich weiß, aber du musst dich in Geduld üben. Anna wird ihre Anstrengungen nun sicherlich verstärken und ich auch, aber wir können uns keine Fehler leisten. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein. Die Pässe sind mittlerweile ohnehin nicht mehr zu passieren, denke ich, warf Arteinis ein. Ich bin gerade noch über die Berge gekommen. Ich muss es versuchen. Ich muss nach Vlachkis. Wir können unter den Bergen entlang gehen, schlug Kerr vor. Dort gibt es sicher Wege, die wir finden können. Unter der Erde ist der Winter egal. Wir könnten höchstens auf ein paar Zwerge treffen. Weg von hier und unter die Erde. Das ist das erste gute Wort, das ich seit langem von dir gehört habe, mischte sich Wrag ein, der bislang zu allen Neuigkeiten geschwiegen hatte, vermutlich, da ihm die Menschen, von denen Arteinis sprach, nichts bedeuteten. Grimmig nickte Nathiole. Er würde nach Vlachkis heimkehren, und wenn er sich dazu durch eine Zwergenbinge und alle Trollstämme kämpfen musste. Wenn es Krieg gibt, dann wird er im Frühjahr losbrechen, bis dahin muss ich Teremi erreichen. Was Was ist mit den Masriden, was ist mit meinem Vater, fragte er Arteinis. Ihre Antwort war lang und ausführlich. Sie berichtete ihm von den Sylten, von den Anwärtern auf den Thron des Marzex, von Cornels Reise, der Entdeckung des Sonnenpriesters und dem Angriff auf Vikuli Arcos. Schweigend lauschte Nathiole ihren Worten. Wrack lief unterdessen unruhig im Kreis um die Menschen herum, so als könne er ihren Aufbruch nun nicht mehr erwarten. Die Zwerge lasst nur meine Sorge sein, meinte er schließlich, als Arteinis geendet hatte, beinahe vergnügt. Wann verlassen wir dieses beschissene Loch? Niemand antwortete dem tiefen Troll. Das alles sind wichtige Neuigkeiten. erklärte Sargan stattdessen bedächtig, aber es gibt noch mehr, sehr gravierende Neuigkeiten, die Papa, unterbrach ihn Arteinis mit drängendem Unterton. Äh, ja, also es gibt Bestrebungen innerhalb der Bürokratie und der Kriegearistokraten einen Feldzug auszurufen. Einen Feldzug? Einen Vergeltungsangriff auf Vlachkis. Was? Nathiole konnte es kaum fassen. Das Imperium will einen Krieg führen? Gegen Vlachkis? Ja, zur Strafe für den Angriff auf den goldenen Imperator, wobei ich bezweifle, dass der Unterschied zwischen Ardoli und Vlachkis hier überhaupt ins Gewicht fällt. Ich befürchte, sie meinen einfach die gesamte ehemalige Provinz Vlachkis. Das Land zwischen den Bergen, von den nördlichen bis zu den südlichen Sorkaten, von der Quelle des Morgi bis zu seinem Verschwinden in der ewigen Dunkelheit unter der Welt. Das kann doch alles nicht wahr sein, entfuhr es Nathiole. Kraftlos ließ er den Kopf hängen und stöhnte leise. Der Gedanke, dass seine Reise in das Imperium derartige Folgen haben mochte, ließ ihn schwindeln. Es ist nicht deine Schuld, sagte Kerr leise mit der unheimlichen Fähigkeit, die Gedanken anderer zu erraten, die der Troll manchmal zeigte. Sie greifen an, wen sie angreifen wollen. Denk an den Überfall auf uns. Die Worte des Trolls ergaben Sinn, doch konnte der junge Vlachhake sie nicht annehmen. Ich muss zurück, erwiderte er, ich muss zurück und Vater warnen, ich muss diesen Krieg zwischen Ardoli und Vlachkis verhindern. Alle schwiegen einige Augenblicke. Schon bereute Nathiole seinen Ausbruch und er kam sich lächerlich vor. Ich werde meine Bemühungen hier in Kolschers verstärken, erklärte da Sargan gewichtig, mehr über die Bestrebungen innerhalb der Bürokratie zu erfahren. Mir scheint die Front der Unterstützer zu geeint, als dass es eine zufällige Koalition sein könnte. Wie meinst du das? Das Gerede des Halbzwergs ist unwichtig. Wann brechen wir auf? verlangte Vrak zu wissen. Terr knurrte und der tiefen Troll verstummte missmutig. Auffordernd blickte Nathiole Sargan an. Es ist komplex und ich kann es nicht einfach erklären, fuhr der Dürer fort, aber es klingen Stimmen in Harmonie, die sonst nur gegeneinander im Streit erhoben werden. Und die ganze Angelegenheit schreitet sehr schnell voran, nicht gerade typisch für die Vorgänge innerhalb der Bürokratie. Es wirkt, als ob sich ein Plan entfalten würde. Du meinst, jemand hat seine Finger im Spiel, dem es gelegen käme, wenn das Imperium Krieg führt? hakte Arteines nach und legte die Stirnenfalten. Das würde den Überfall auf Nathiole und die Trolle erklären. Aber wieso? fragte Nathiole. Wir haben uns doch keine Feinde geschaffen. Wir haben niemanden beleidigt. Und Vlachkis ist im Vergleich zu Dyrien ein armes Land, das noch immer unter den Folgen des Bürgerkriegs leidet und nicht daran denken kann, seinen großen Nachbarn zu überfallen. Was ist der Grund? Ach, Nathiole, als wenn man für Krieg einen Grund benötigte. Macht, Reichtum, suche dir einen aus, Vlachkis liegt an der Grenze, und es ist eine Frucht, die man pflücken kann. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Sargan klang bestimmt. Noch ist derjenige, der die Fäden zieht, hinter den lauten Fürsprechern verborgen, aber wenn dieser Krieg jemandem nutzen soll, dann wird er sich bald offenbaren müssen. Vielleicht lässt sich das Schlimmste noch verhindern. Dankbar lächelte Nathiole den Dyria an. Auch Artenis lächelte und der junge Vlachhake musste an ihre kurze gemeinsame Zeit in Vlachkis denken. Wie unhöflich und abweisend er gewesen war. Er hatte ihr Unrecht getan. Sie ist hergekommen, um uns zu warnen, dachte er. Das war sehr mutig von ihr. Dann besann er sich. Vlachkis droht unterzugehen, und ich denke daran, mich für mein Verhalten bei einer Frau zu entschuldigen, deren Volk vielleicht bald gerüstet gegen das Meine ziehen wird. Ich bin ein viermal verfluchter Narr. Aus dem Augenwinkel betrachtete er die Dyrierin. Eigentlich musste er Pläne schmieden, musste sich vorbereiten, aber er konnte seine Gedanken nicht von ihr lösen. »Pass auf, Forbes«, zischte der Soldat, der am steinernen Stadttor von Terme lehnte und den Durchgang bewachte. »Entweder du gehst sofort in die Stadt zurück, oder du machst dich auf den Weg zu deinen Freunden nach Ardoli. So oder so, wenn du in drei Augenblicken nicht weg bist, werde ich anfangen, dir Respekt vor uns Flachhaken einzuprügeln.« Der Wachsoldat funkelte den Sonnenpriester aus seinen hellen Augen an. Er ließ den Blick nicht von Kornell und schnippte ihm ins Gesicht. Der Sonnenpriester schloss die Augen und atmete langsam aus. Er war die Beschimpfungen und die Demütigungen gewohnt. Seit vielen Jahren waren sie seine ständigen Begleiter. Aber diesmal war es anders. Diesmal konnte er seinen Zorn nicht im Zaum halten. Er war hier, weil er herausfinden wollte, was in der Nacht wirklich geschehen war, als es in der Feste Remis gebrannt hatte. Er war hier, weil er dem Woivoden helfen wollte, vielleicht doch einen Krieg zu verhindern. Und er verspürte plötzlich nicht mehr die geringste Neigung, sich von dem dicklichen Wachposten, der sich so offenkundig von seinen Vorurteilen leiten leiten ließ, herumschubsen zu lassen. Hör mir zu, du dreimal verfluchter, starrsinniger Bastard, begann er mit leiser, aber eindringlicher Stimme, dein Herr schickt mich, um zu ermitteln, warum es in der Feste Remis gebrannt hat und wie wahrscheinlich es ist, dass bald eine Armee aus Masriden, Scharken und Sylken Wachkes überrennt. Du kannst natürlich hier stehen bleiben und dich weiter aufblasen, bis du platzt, oder du sagst mir, was ich wissen will und ich bin erstens schnell wieder verschwunden und zweitens nicht länger in Versuchung, deinen fetten Hintern in den Morgi zu befördern. Der Soldat starrte den Sonnenpriester aus großen Augen an. Noch nie hatte er diesen so aufgebracht erlebt. Da er offenkundig nicht wusste, was er sonst sagen sollte, erwiderte er schlicht, Sittai und Yalea. Ich weiß es genau, weil wir so oft über den Brand geredet haben und darüber, dass die verdammten Masriden dem Prinzen den Schädel einschlagen wollten. Sittai und Yalea also? Und wo finde ich die beiden jetzt wohl? Ihr findet sie entweder in den Soldaten Unterkünften in der Festung oder in einer Schenkel, denke ich. Ganz sicher könnt ihr sie aber heute Abend hier treffen. Sie werden bei Sonnenuntergang unsere Ablösung sein, Herr, fügte er nach einem kurzen Zögern hinzu. Ich danke dir, erwiderte Kornell betont freundlich und überließ die Wache wieder ihren Aufgaben. Geht doch, dachte er mit einem gewissen Stolz, für den er sich jedoch sofort schämte. Ich werde zu gegebener Zeit den Tempel mit besonderer Inbrunst reinigen, versprach er sich selbst, aber immerhin hat mir der fette Narr so eine anständige Antwort gegeben. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Sitai und Yalea dazu ebenfalls bereit sind. Am nächsten Morgen war der Sonnenpriester schon früh auf den Beinen. Er hatte sich entschieden, das Versprechen, das er sich selbst gegeben hatte, lieber rasch einzulösen, und so reinigte und schmückte er den Tempel bereits für die Morgenandacht, obwohl der Sonnenaufgang noch fern war. Als er die Tür zum Innenhof der Festung öffnete, um den Schmutz herauszukehren, stellte er jedoch fest, dass er nicht der Einzige war, der zu dieser frühen Stunde schon unterwegs war. Der Woivode wanderte ziellos im Burghof auf und ab. Als er Kornell sah, blieb er stehen. Ich grüße euch, begann der Sonnenpriester zögerlich, der nicht wusste, ob es den Karl de Braun möglicherweise störte, doch wollte er dem Woivoden gern erzählen, was er herausgefunden hatte, und jetzt konnte er vielleicht die ungeteilte Aufmerksamkeit des Herrschers auf sich ziehen. Woivode, ich habe gestern mit zwei der Torwachen Teremis gesprochen, die dort auch in jener Nacht Dienst hatten, als das Feuer ausbrach. Sie sind sich sicher, dass zumindest durch die Tore keine Sülken in die Stadt gekommen sind. Überhaupt keine Fremden, soweit sie das erkennen konnten. Also sagt der Sülke im Kerker möglicherweise die Wahrheit. Sten nickte nachdenklich. Ich denke, den Auftrag, für den die Sülken nach Teremie geholt wurden, haben sie noch nicht ausgeführt. Aber die Frage bleibt, wer dann das Feuer gelegt hat. Herr, ihr wisst, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, nicht wahr? Wenn sich niemand in die Festung eingeschlichen hat, muss es jemand gewesen sein, der sich ohnehin leicht Zutritt verschaffen konnte. Mit gerunzelter Stirn fragte der Woivode, was wollt ihr damit sagen, Priester? Ich meine einen Vlachhaken, Herr. Müde fuhr sich Steen über die Augen. Ein Vlachhake, wiederholte er, eigentlich haben wir das die ganze Zeit gewusst. Wir wollten es nur nicht laut aussprechen, oder? Wer sonst könnte bis in Vintilas Gemächer gelangen, ohne Aufsehen zu erregen? Aber die Lage wird dadurch nur noch komplizierter. Allerdings, grübelte Kornell. Es war ein Glück für den Geistseher, dass er die Stadt an diesem Abend verlassen hatte. Wer das Feuer in Vintilas Gemächern gelegt hat, hätte sicher keine Skrupel gehabt, ihn ebenso niederzuschlagen wie meinen Sohn. Plötzlich zuckte ein Gedanke durch den Geist des Sonnenpriesters. Was wenn es kein Glück gewesen ist und auch keine Gunst der Geister? Was wenn er die Stadt verlassen hat, weil er genau wusste, dass ein Feuer ausbrechen würde? Aber dann schallt Kornell sich einen Narren. Nur weil der Geistseher und er seit Jahren Gegner waren, machte das den Alten noch nicht zu einem Mordbrenner. Vintila war ein Mentor des älteren Prinzen, und es gab wohl kaum etwas, was so sehr mit Vlachkis verbunden war, wie der Glaube an die Geister. Ihr habt Recht, Herr, es war ein großes Glück für Vintila und den Rat, dass er uns erhalten blieb, antwortete Kornell dem Woivoden demütig. Trotzdem sind die Sylken nicht ohne Grund hier gewesen, Priester. Lasst mich euch um einen Gefallen bitten. Kehrt mit Ionis noch einmal zu dem Gefangenen zurück, auch wenn er und seine Begleiter nicht in der Burg waren, hatten sie einen Auftrag, und ich wüsste zu gern, worin dieser Bestand, findet so viel heraus wie möglich, jede Information kann wichtig für uns sein. Es war das erste Mal, dass Anna sich in ihrem eigenen Körper fremd war. Ihr ganzes Leben lang war sie fremd gewesen, im Imperium, im Land zwischen den Bergen, eine Heimatlose, die allein im Verbund der Söldlinge Gemeinschaft gefunden hatte. Aber sie war stets sie selbst gewesen, unerschütterlich. Zumindest hatte sie das immer von sich geglaubt, aber es hatte sich als falsch erwiesen. Natiole sah sie an, unerwünschtes Mitleid zeigte sich in seinen Zügen, vielleicht redete er, aber sie hörte seine Worte nicht. In all den Jahren ihres Lebens war Flores ihr fester Bezugspunkt gewesen, bei ihr hatte Anna sich niemals fremd gefühlt. Ihr ferner Vater hatte sie geliebt, dessen war Anna sich sicher, und sie wusste, dass sie um ihn trauern würde. Aber Flores Tod war mehr. Er überschattete alles, als bräche die Welt unter Anna zusammen und ließ sie allein im Nichts zurück. Anna vergoss keine Tränen, der Schmerz war zu groß, um an die Oberfläche zu gelangen. Es gab nichts, was ihm angemessen gewesen wäre, keine Regung, keine Tränen, keinen Schrei. Er fraß sie auf, ließ sie hohl zurück, eine Larve ihrer selbst, die ungerührt ihren Vetter anblickte. Als 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 jemand anders ihren Platz in ihrem Leib eingenommen, jemand Fremdes, den all dies nicht berührte. Anna? Natioles Worte kamen wie von weit her. Sie kannte das, nach mancher Schlacht hatte sie sich ähnlich gefühlt, jenseits ihres Lebens irgendwie, einen Schritt neben der Welt, außerhalb von Zeit und Raum. Wir müssen diesen Keller und Dyrien verlassen und sofort nach Vlachkis, drängte ihr Vetter erneut. Das Land ist von Feinden umgeben und wenn wir Vater und die anderen nicht warnen, droht es unter zu gehen. Wirst du uns begleiten? Die Frage kam überraschend. Annas schweifende Gedanken wurden unangenehm ins Hier und Jetzt gestoßen. Was nach Vlachkis? Ja, wir können dich gut gebrauchen, dich und deine Söldlinge. Es wird Krieg geben und für Vlachkis steht alles auf dem Spiel, was wir uns erkämpft haben. In Natioles Stimme schwang Sorge mit, aber seine Mine war trotzig. Er war gewillt, sich allem entgegen zu stellen, was seine Heimat bedrohen mochte. Er zog Kraft daraus und Gewissheit. Eine Gewissheit, um die Anna ihn beneidete, denn ihre Welt hatte ihr Fundament verloren. Ich werde euch ein Stück weit begleiten, aber dann muss ich zurückkehren und mich um meine Aufgaben kümmern. Das ist nicht mein Krieg. Natürlich ist er das, brauste Natiole auf. Floris ist auch zurückgekehrt, als Zorpat gegen das Mardev zog. Sie hat die Würde der Volvodin angenommen, als Vlachkis vom Untergang bedroht war. Sie wusste, woher sie stammte. Sprich nicht von ihr, als würdest du sie kennen, herrschte ihn Anna an. In ihrem Leib kochte Wut empor. Ihre Mutter lag in Ardolis Erde. Sie hatte gegen und für die Masriden gefochten, und am Ende war sie dem Hass, dem sie immer entfliehen wollte, doch erlegen. Jemand hatte diese Schuld auf sich geladen. Mörder Bergen Der Gedanke an die Mörder fachte Annas Zorn weiter an. Sein Feuer vertrieb die Kälte aus ihren Gliedern und sie nahm ihn dankbar auf. Egal was geschah, die Schuldigen würden für ihre Taten büßen müssen. Unwillkürlich glitt ihre Hand zu dem kurzen Schwert an ihrer Hüfte. Wenn jemand Flores rächt, dann ich. Wenn jemand Tamars Tod sühnt, dann ich. Wer auch immer dahinter steckt, ich werde sie finden, und sie werden für alles bezahlen, was sie angerichtet haben. Noch immer konnte Anna nicht trauern, aber sie konnte hassen. Ich werde dich begleiten, Natiole. Er wollte etwas erwidern, aber sie hob die Hand und schnitt ihm das Wort ab. Nicht um für Vlachkes zu kämpfen, sondern um die Mörder meiner Eltern zur Strecke zu bringen. Und wenn ich dafür das ganze Land zwischen den Bergen umgraben muss, mir werden sie nicht entkommen. Zum allerletzten Mal, Wrag, wir brauchen die beschissenen Karren, um aus dieser verfluchten Stadt herauszukommen. Wenn dir das nicht passt, kannst du von mir aus hier bleiben. Arteinis hörte Kerrs Stimme schon, kaum, dass sie einen Fuß in den Keller gesetzt hatte. Der Troll klang aufgebracht und auch resigniert, so als habe er denselben Satz schon hunderte Male gesagt. »Es war falsch, an diesen Scheiß Ort zu kommen, falsch, falsch und Mist«, entgegnete der tiefen Troll. Dann hörte sie, wie sich seine schweren Schritte entfernten. »Ich hätte ihn nicht mit herbringen dürfen«, sagte Kerr unglücklich. »Das kann man nicht wissen«, antwortete Natioles Stimme aus den Schatten. »Wäre Wrack bei dem Angriff auf uns nicht dabei gewesen, dann hätten wir wohl jetzt selbst einen Platz in der Stadt der Toten. Kein Troll würde so etwas wollen«, entgegnete Kerr kategorisch. »Und kein Mensch«, Natiole verstummte mitten im Satz, und der Troll verzog die Lippen zu einem Troll-Lächeln, da Arteinis um die Ecke bog und sich dabei laut und vernehmlich räusperte, um auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen. »Diesmal hätte ich daran gedacht, mich von euch zu verabschieden«, versicherte ihr der junge Vlachake mit abwehrend erhobenen Händen, noch bevor Arteinis etwas sagen konnte. »Ich bin nicht hier, um euch Vorwürfe zu machen«, entgegnete sie lachend, »ich wollte euch nur bitten, diesen Brief an Iones mitzunehmen und euch eine gute Reise wünschen.« Natiole's Miene hältte sich auf und der Troll nickte gewichtig. »Wenn wir erst mal unter der Erde sind, wird es eine gute Reise werden. Schwieriger ist es aber, dorthin zu gelangen. Kerr deutete vielsagend auf die niedrige Tür, durch die Wrack offenbar verschwunden war. »Ich werde ihm besser nachgehen«, murmelte er mit einem grollenden Seufzen, »bevor er noch anfängt, wirklich Löcher in die Erde zu graben, so wie der Halbzwerg behauptet.« Arteinis unterdrückte ein Kichern, als Kerr grummelnd verschwand. »Es ist gut, dass wir aufbrechen«, erklärte Natiole und legte die Post zu ihrem Reisegepäck. »Die Geister allein wissen, wie lange es Wrack sonst noch in diesem Keller ausgehalten hätte. Er ist wie eine Naturgewalt, man kann nicht vorhersehen, was er als nächstes tun wird.« Sie schwiegen einen Augenblick, bevor Natiole fortfuhr. »Und ihr? Habt ihr schon Pläne, was eure Zukunft hier angeht?« »Das solltet ihr vielleicht lieber meinen Vater fragen«, meinte sie, bemüht, alle Bitterkeit aus ihrer Stimme herauszuhalten. Nach der großen persönlichen Freiheit, die sie in Terremi genossen hatte, schien ihr die Aussicht auf eine machtpolitische Vernunft eher, wie sie ihr nun vermutlich im Imperium bevorstand, verheerender denn je. »Vielleicht seid ihr bei meinem nächsten Besuch in Kolschers, ja schon die nächste Frau des goldenen Imperators?« fragte er. »Die Worte waren sicherlich nur scherzhaft gemeint, doch der Witz misslang.« »Wenn mein Vater den Krieg zwischen Dyrien und Vlachkis nicht verhindern kann, dann werden wir uns vermutlich nie wiedersehen«, stellte Nathiole zu Boden. »Verzeiht mir.« Plötzlich sah er wieder so verloren aus wie in Terremi, als sie gemeinsam in der Küche gesessen hatten. Wenn Anna ihren Führungsanspruch nicht durchsetzen kann, und wenn es zwischen Ardoli und Vlachkis zu einem Bürgerkrieg kommt, dann mögen die Geister mit meinem Volk erbarmen haben. Am Ende bräuchte die dyrische Armee bloß zu warten, bis wir uns gegenseitig umgebracht haben, und könnte das gesamte Land zwischen den Bergen dann ganz einfach überrennen. Vorsichtig griff Kerr an den Beutel und fühlte nach, ob die Speerspitze noch sicher war. Für sie hatten sie die ganze endlose Reise getan, hin und zurück, für sie war Zran gestorben, für sie würde Vlachkis vielleicht in den Krieg ziehen. Immer wieder berührte der Troll das unscheinbare Stück Metall, als befürchtete er, dass es einfach verschwinden könnte, wenn er es nicht tat. Aber die Speerspitze blieb fest und wirklich, ein leichtes Gewicht in seiner Hand. Kerrs Blick wanderte zu Wrack, der einige Trollschritt entfernt von ihm lief. Die Bewegung und die Aussicht auf eine Heimkehr in die Welt unter den Bergen belebte Anderskind sichtlich, aber Kerr konnte immer noch seinen Zorn auf den anderen fühlen. Zu deutlich hatte er noch Zrahns Tod vor Augen, dem Wrack hätte beistehen sollen. Beistehen müssen, wie ein richtiger Troll, dachte Kerr, nur gut, dass ich die Speerspitze habe. Wenn der Dunkelgeist erst geheilt ist, werden vielleicht auch anders Kinder geheilt und endlich wieder sein wie wir. Sie kamen gut voran. Es war vor allem Natiole, der sie antrieb. Auch Kerr wollte zurück in seine Heimat, aber der junge Mensch war von einer noch größeren Eile beseelt, die ihn vollkommen rastlos machte. Die Menschen hatten ihre Reittiere mehrfach gewechselt und auch die Zugtiere der Karren waren ausgetauscht worden. Einige Orte hatten sie umgehen müssen, bei anderen hatten die beiden Trolle sich in den Wagen verborgen. Aber die Menschen bewachten sie, sowohl Natiole mit seinen Vlachhaken, als auch Anna mit ihren sieben Kriegern, die sie begleiteten. Jede Nacht und mit jedem Schritt, den sie taten, wurde der Herzschlag des Landes lauter. Sein Klang rief Kerr heim. Wieder fuhr seine Hand zu dem Beutel. Die Speerspitze war zwar mit Gravuren verziert, aber letztendlich war sie ein einfaches Ding, eine metallene Spitze, dafür gemacht, zu verletzen und zu töten. Es verwunderte Kerr immer noch, dass so ein kleines Stück Metall dem weißen Bären solch eine furchtbare Wunde hatte zufügen können. Die Gerätschaften der Menschen, unscheinbar aber tückisch, sie machen aus schwachen Wesen gefährliche Krieger. Als hätte Wrag Kerrs Gedanken gespürt, schnaubte er abfällig. Aber vermutlich war es nur die Nähe Natiolis und Annas, die Anders Kind verärgerte. Mit einigen Schritten verschwand Wrag vom Weg, tauchte in die Dunkelheit ein und verschmolz mit ihr. Für die Menschen mochte er jetzt unentdeckbar sein, doch Kerr spürte seine Anwesenheit immer noch. Der Herzschlag des Landes war hier schon viel stärker und sein steter Klang beruhigte sowohl ihn als auch Anders Kind. Kerr lief langsamer, ließ die Menschen auf ihren Pferden zu ihm aufschließen. Sie unterhielten sich leise, schwiegen aber, als sie ihn erreichten. Wo ist Wrag? erkundigte sich Natiole. Zur Antwort zuckte Kerr mit den Schultern. Bislang hatte Anna sie gut geführt, und Kerr vertraute darauf, dass es auch so bleiben würde, bis sie ihre heimischen Höhlen und Gänge erreichten. Hinter ihnen ritt eine dritte Person, die Menschenfrau, die Skiloi genannt wurde. Bei aller Zurückhaltung schien sie insgeheim mächtig zu sein, denn sowohl Natiole als auch Anna behandelten sie mit einer seltsamen Mischung aus Achtung und Vorsicht. Sie hielt Abstand von ihnen, aber ihre Witterung stieg Kerr dennoch von Zeit zu Zeit in die Nase. Ein Dreg wusch über ihn hinweg, drang durch ihn hindurch, laut und klar. Die Luft roch nach Heimat, sie war kühl, erfüllt vom Versprechen baldigen Schnees, aber es roch auch nach den Bergen, dem Fels und den Gängen. Heimkehr! Der Troll genoss den Klang des Wortes, seine Stärke, die es auch ihm verlieh. Bald schon waren sie nicht mehr der gnadenlosen Sonne ausgesetzt, sondern wieder jederzeit Herren ihrer selbst, Trolle in den Tiefen der Welt, dort, wo ihr Platz war. Wirst du einen Eingang finden, wenn ihr noch niemals auf dieser Seite der Berge wart? begann Anna, aber Kerr unterbrach sie. Ich kann schon jetzt die Eingänge spüren, ich kann die Luft riechen, die Spalten im Fels ahnen, keine Sorge, außerdem, wer hat behauptet, dass Trolle niemals jenseits eurer Berge waren? Ich dachte nur, unsere Heimat liegt auch jenseits der Berge. Die Gänge sind lang, aber wir gehen nur selten dorthin. Es ist Zwergengebiet und man entfernt sich von den Dreg. Und ein Stamm, erkundigte sich Nathiole, ich werde sie finden, so wie ihr eure Stämme finden werdet. Nicht alle von uns, murmelte der junge Vlachake. Erstaunt spitzte Kerr die Ohren. Neben ihm seufzte Anna leise. Was heißt das? fragte Kerr. Nathiole wollte antworten, aber Anna kam ihm zuvor. Mein Vetter denkt, dass ich in das Land zwischen den Bergen gehöre, zu meiner Familie. Aber du kommst doch woanders her, erwiderte Kerr unsicher. Aus Kolschas? Nein, nicht wirklich. Wir sind schon immer viel gereist, wohin die Aufträge uns eben getrieben haben. Aber ich denke, mein Stamm... sie betonte das Wort deutlich, sind meine Kameraden. Flores war eine starke Kriegerin, sagte der Troll bestimmt. Wie immer, wenn es um die feineren Aspekte des menschlichen Lebens ging, war er vorsichtig. Sie hat gemeinsam mit Sten und uns gekämpft. »Ich weiß, ich habe viel darüber nachgedacht.« Ihre Reaktion überraschte Kerr. Sie wirkte niedergeschlagen. Mit gerunzelter Stirn schaute er Natiole an, der zu Boden sah und leicht den Kopf schüttelte. »Es war eine gute Schlacht,« erklärte Kerr ernsthaft. »Du solltest zurückkehren,« warf Natiole ein, so oder so nach Hause. »Heimkehr ist gut,« bekräftigte Kerr, dann hob er den Kopf. Über ihnen erhoben sich die abweisenden Wipfel der Sorkaten. Das Mondlicht ließ ihre weißen Gipfel kalt schimmern. Der Pfad führte sie direkt auf den Pass zu, den sie vor scheinbar ewiger Zeit in die andere Richtung genommen hatten. Aber Kerrs Blick wanderte zur Flanke des Berges, glitt über graues Gestein, bis er fand, was sein Herz schon gespürt hatte. Dort! Es war kaum auszumachen, wenig mehr als ein Fels Vorsprung. Aber Kerr wusste, dass sich dahinter eine kleine Höhle befand, die erst enger wurde, sich dann aber weitete. Von dort zweigte ein Gang ab, der sie in die Tiefen der Welt führen würde. Wir erreichen den Stein noch vor Sonnenaufgang, stellte der Troll zufrieden fest. Keine Himmelslichter mehr! Endlich! donnerte Wrag, der sich aus den Schatten zweier Felsblöcke löste. Anderskind rieb sich die Hände und zum ersten Mal seit langer Zeit breitete sich ein Trollgrinsen auf seinem Gesicht aus. Keine Scheiß Wagen, keine Scheiß Sonne, keine Scheiß Menschlinge mehr! Ohne auf Wrags Ausbruch zu achten, bestimmte Kerr, wir rasten im Dunkel der Höhle. Sobald alle erholt sind, ziehen wir durch die Gänge. Eure Tiere können nicht mit. Durch unsere Welt geht es nur zu Fuß. Stumm nickten die beiden Menschen. Die Berge schienen sie niederzudrücken, während ihre Nähe Kerr erleichterte. Die Last der letzten Zeit fiel von ihm ab. Er war nicht mehr Gefangener einer Welt, die er nicht verstand, sondern wieder ganz Troll. Nachdem er so lange den Ratschlägen der Menschen gefolgt war, konnte er nun wieder Kerr sein, dessen Rat vom Stamm und weit darüber hinaus geachtet und befolgt wurde. Wrak, der dies noch ursprünglicher als Kerr gespürt haben musste, ließ ihre Zeit im Imperium einfach hinter sich. Es war, als sei Anderskind ausgewechselt worden, als habe es die vielen Dreg an der Oberfläche gar nicht gegeben. Tief in sich spürte Kerr Neid, als er Wraks Veränderung bemerkte. Aber dann erinnerte er sich an die Geschichte seines Volkes. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Wir vergessen sie nicht, wir schreiben sie auf. Das ist stark, nicht schwach. Aber auch diese Gedanken vergingen, als sie endlich die Höhle erreichten und die segensreiche Dunkelheit den Troll umfing. Sie lagerten den halben Tag. Während Kerr sich ein Stück getrocknetes Fleisch nahm und es langsam aß, gesellte sich Anna zu ihm. Bald, schon bald kann ich aufhören, diesen getrockneten Mist zu essen. Der Gaumen des Trolls sehnte sich nach frischem Fleisch, nach Blut und Knorpel. Zuerst schien die Menschen nicht sagen zu wollen, sondern blickte ihn nur an. Dann jedoch sprach sie, hier seid ihr zu Hause. Unsicher worauf sie hinaus wollte, brummte der Troll nur zustimmend, jenseits der Berge liegt das Land, das Land meiner Vorfahren, und dennoch habe ich nicht das Gefühl heimzukehren. Ihr Menschen seid anders, wir Trolle wissen, wo wir hingehören, das Herz schlägt hier, unser Leben ist hier, dort draußen, er wies unbestimmt in Richtung des Ausgangs, im Imperium, das ist nichts für Trolle, ich konnte es fühlen, Wrag und Zran konnten es fühlen, hier ist es richtig. In Ardoli steht ein verwaister Thron, ich hätte einen Anspruch auf ihn, ganz eindeutig, wenn ich ihn nicht geltend mache, besteigt ein anderer den Thron meines Vaters und es wird wahrscheinlich Krieg geben. Es gibt immer Krieg. Manchmal machten sich Menschen zu viele Gedanken. Die Zeit hatte Kerr eines gelehrt, Krieg war ewig. Und wie sollte ein neuer Anführer gewählt werden, wenn nicht durch Kampf? Wenn man nicht wusste, wer der stärkste oder der gerissenste Troll war, wie sollte man wissen, wem das Recht zustand, den Stammen anzuführen? Er und Anna saßen etwas abseits der anderen. Wrag hatte sich in die Dunkelheit geschlagen, so weit fort vom Sonnenlicht wie möglich, während der Höhle lagerten. Sie mochten sich nicht von ihrer Welt trennen und genossen die letzte Zeit des Lichts. Aber ich könnte ihn verhindern, wenn ich den Thron erringen könnte, wenn ich nicht ein Bastard wäre, ein halb wlachkischer Bastard. Der Beste führt den Stamm. Man muss seinen Anspruch verteidigen können. Wer es nicht kann, dem folgt keiner. Sie schwiegen eine Weile, während Kerr weiter sein Fleisch aß. Wie bist du zum Anführer der Trolle geworden? fragte Anna unvermittelt. War dein Vater oder deine Mutter euer Oberhaupt? Er schüttelte langsam den Kopf. Ich bin nicht ihr Anführer, nur ein Troll, auf den der Anführer hört. Manchmal. Die Männchen lachte leise. Du klingst ja fast wie Sargan. Überrascht hob der Troll die braun Wülste. Wie der Halbzwerg? Lass das nur nicht Wrag hören. Beide wurden wieder ernst. Kerr konnte spüren, dass Anna nachdachte, aber er selbst wusste nicht, was er zu ihren Sorgen sagen sollte. Für ihn war es einfach. Man kämpfte, bis der Feind besiegt oder vernichtet war, oder man selbst. In diesen Dingen hatte er die Menschen niemals verstanden. Die Zögerlichkeit dieser Kriegerin war etwas, was kein Troll begreifen konnte. Einige Zeit lang schwiegen Kerr und Anna, bis die Menschen seufzte, es ist schwer, wenn die eigene Welt zerbricht. Oben wird unten richtig wird falsch, wahr wird unwahr. Man weiß nicht mehr, wo man steht, wo man stehen kann. Du hast zwei Beine, oder nicht? Statt dauernd darüber nachzudenken, wo sie hinpassen, solltest du sie vielleicht einfach auf den Boden stellen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich ein Ratgeber sein wollte oder nicht. Ich habe gesagt, was ich für richtig hielt, und Pard und Turk haben auf mich gehört, wenn es das war, was du wissen wolltest. Wir Trolle leben in einer einfachen Welt, fügte er hinzu. Eine einfache Welt, wiederholte die Menschin, schwarz und weiß, leider ist es bei uns meist nicht so einfach. Eigentlich hätte Kerr ihr sagen sollen, dass es die Schuld der Menschen sei. Sie machten ihre Welt kompliziert, aber er schwieg, denn sie würde es nicht verstehen. So schlau die Menschen auch waren, in manchen Dingen waren sie unsagbar dumm. Langsam erhob sich Anna, sie streckte sich und sah den Troll eindringlich an. Aber in einer Sache hast du vielleicht recht. Manchmal muss man einfach eine Entscheidung fällen. Ich werde zu Skiloi gehen und sehen, was sie darüber denkt. Sie kennt Ardoli und die Masriden besser als ich. Es war eine überraschende Mischung aus Vorfreude und Nervosität, die von ihm Besitz ergriffen hatte. Seine Pläne zeigten endlich Wirkung auch jenseits der bereits eingeweihten Kreise. Doch nun war ihm nicht irgendwer auf die Schliche gekommen, sondern der alte Fuchs persönlich. Davor hatte Larzanes ihn bereits gewarnt, und sie hatten gemeinsam ihre Strategie besprochen. Dennoch war es sowohl eine Ehre als auch eine nicht ungefährliche Störung, dass Sargan Vulpon Kamros zu sich eingeladen hatte. Der Palast seines Gastgebers war ein Schmuckstück, dabei aber nicht protzig. Kamros bemerkte, als er nun durch den Innenhof von Sargans Anwesen geführt wurde, die edlen Materialien wohl, aber auch, dass der Reichtum subtiler zur Schau gestellt wurde, als bei so manch anderem Emporkömmling. Er wusste, die unterschwellige Botschaft durchaus zu verstehen. Sargan hatte es nicht nötig, seinen Wohlstand allzu offensichtlich zur Schau zu stellen, und er verstand es, auf dem schmalen Grad zwischen angemessen und übertrieben perfekt zu balancieren. Larzanes sagte, dass Sargan Wulpon ein gefährlicher Mann ist. Bei diesem Anblick wird dies umso deutlicher. Der Sklave führte Kamros weiter, eine Stufe empor und durch einen Torbogen, in dem seidene Vorhänge leicht im Wind wehten. Du musst Kamros sein, empfing der Gastgeber den Beamten mit einem breiten Lächeln. Sargan war ein kleiner Mann, etwas untersetzt und man mochte kaum glauben, dass hinter dieser jovialen Maske der Freude jener Verstand hauste, der all diesen Reichtum errungen hatte, der ihn nun umgab. Aber Kamros ermahnte sich noch einmal, diesen Umstand niemals zu vergessen. Andere Familien sind in den Wirren untergegangen, aber Sargan hat für die Seinen sicher alle Klippen umschifft. Nicht nur das, er hat den Grundstein für eine Dynastie gelegt. Das bin ich, und dazu bin ich von deiner Gastfreundschaft überwältigt, Sargan Wulpern. Dein Haus ist eine wahre Augenweide, und deine Einladung ist überaus großzügig und ehrt mich über die Maßen. Deine Worte beschämen mich, Kamros. Meine bescheidenen Mittel werden ihnen nicht gerecht werden, und am Ende stehe ich als Aufschneider da, entgegnete Sargan und hob die Hand, als Kamros ihm widersprechen wollte. Nein, nein, spare dir jedes Lob bis nach dem Mahl auf, dann will ich es gern annehmen. Wie du wünschst. Kamros neigte das Haupt einige Herzschläge länger, als es erforderlich gewesen wäre. Schon in diesem ersten Wortwechsel hatte Sargan die Konventionen sorgsam geändert, gerade genug, um die üblichen Floskeln wertlos werden zu lassen. Aus seiner vorgeblichen Situation der Schwäche heraus konnte er nun mit Stärke agieren, während seinem Gast diese Möglichkeit genommen wurde. Schon jetzt genoss Kamros das Geplänkel mehr als viele der letzten Zeit. Dafür bin ich Beamter geworden. Um meinen Geist mit Leuten wie Sargan Wulpon zu messen. Komm bitte, ich habe auf der Terrasse anrichten lassen. An klaren Tagen wie heute hat man von ihr einen guten Blick auf die Stadt. Wortlos folgte Kamros seinem Gastgeber. Das Innere des Palastes war nicht minder geschmackvoll eingerichtet als der Hof. Es herrschte eine besondere Zurückhaltung vor, welche die Kostbarkeiten nur umso mehr betonte. Sie gelangten durch ein lang gestrecktes Zimmer zu einem weiteren Torbogen, der sie hinaus auf die Terrasse führte. Die Aussicht war tatsächlich beeindruckend, aber Kamros erster Blick galt der Tafel und den Sklaven, die dienstbeflissen in der Nähe standen. Der niedrige Tisch war reich gedeckt, genauso wie der Beamte es erwartet hatte. Schon wollte er innerlich ein wenig feixen, da er glaubte, Sargans Spiel von zur Schaustellung und Bescheidenheit durch Schau zu haben, da trat eine junge Frau aus dem Schatten der gespannten Tücher. Sie war erlesen gekleidet, ihr Kypasses war von einem dunklen Rot, abgesetzt mit goldenen Stickereien. Dazu war sie dezent geschminkt und ihre Augen waren züchtig gesenkt. Ah, das ist meine Tochter Arteinis, sie wird uns bei unserem Mahl Gesellschaft leisten. Ich freue mich, dich kennenlernen zu dürfen, Kamros, erklärte sie mit ausgesuchter Höflichkeit. Dein Besuch ehrt und schmückt das Haus meines Vaters. Die Ehre liegt ganz bei mir, doch welches Haus bedürfte noch des Schmucks, wenn solch eine erhabene Schönheit unter seinem Dach lebt? Die Worte flossen leicht über Kamros Lippen, auch wenn sein Geist fieberhaft versuchte, sich an die neue Situation anzupassen. Dass eine Tochter des Gastgebers dem Essen beiwohnte, war mehr als ungewöhnlich, aber natürlich kein Bruch der Tradition. Was bezweckt Sargan damit? fragte sich Kamros, gab sich die Antwort aber sogleich selbst. Mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, und wenn ich nicht aufpasse, wird ihm das auch gelingen. Arteinis ist in der Kunst der Konversation geschult, erläuterte Sargan beiläufig, als er Platz nahm und mit der beringten Rechten auf einen Platz ihm gegenüber wies, den Kamros gern annahm. Und sie kann uns nachschenken, ich habe so ungern Sklaven beim Essen um mich. Es ist schwer, gutes Material zu finden, pflichtete Kamros ihm bei, was Sargan seufzen ließ. In der Tat, das Gute ist in allen Dingen selten. Arteinis ist meine gehorsamste Tochter, ein wahrer Edelstein der Züchtigkeit und Tugend. Jeder Vater wäre auf eine Tochter wie sie stolz. Sie galt während ihrer Ausbildung stets als sehr begabt. Es ist ihr anzusehen. Manche sagen sie gleiche ganz dem Vater, fuhr Sargan fort, während er einen noch dampfenden Leib Brot nahm und ihn vorsichtig brach. Der Geruch des Brotes erfüllte sofort die Luft und ließ Kamros das Wasser im Munde zusammen laufen, aber die Bemerkung seines Gegenübers brachte ihn auf andere Gedanken. Sie ist ausgebildet wie ihr Vater, schoss es ihm durch den Kopf, und wir wissen alle, was seine Profession war. Warum erwähnt er diesen Umstand also? Eine solche Tochter ist wertvoll. Will er sie mir vielleicht anbieten? Papa, warf Arteinis ein und lächelte Kamros zuckersüß an, das ist peinlich. Da, siehst du, ein liebender Vater ist seiner Tochter peinlich. Wohin geht dieses Land nur? Dorthin, wo immer der goldene Imperator es will, entgegnete Kamros und schlug die Augen nieder. Er ließ sich von Arteinis gekühlten Weißwein einschenken, den er mit einigen Eisstücken aus einer dickwandigen Schatulle verfeinerte. Der kühle Wein war erfrischend, denn trotz des leichten Windes wurde es unter den Sonnensegeln warm. Sorgfältig lud sich Kamros den silbernen Teller voll. Zwischen den Köstlichkeiten, die aufgetischt worden waren, fiel die Entscheidung nicht leicht, also nahm er von allem ein wenig. Duftendes Brot, dazu zwei Pasteten aus Kichererbsen und Knoblauch, gedünsteten Schakalsfisch, der trotz seines abstoßenden Namens ein Gaumenschmaus war, in gesüßte Milch eingelegte Jungschlangen, deren Fleisch so zart war, dass es auf der Zunge regelrecht zerfiel. Außerdem kaltes Ziegenfleisch, ein wenig Lamm, ein Schälchen mit kräftig schmeckenden, in Öl eingelegten Oliven und viele kleine Delikatessen, die exzellent zubereitet waren. Weniger hatte der Beamte nicht erwartet und sein anspruchsvoller Gaumen wurde nicht enttäuscht. Dabei plauderten sie zwanglos, aber wachsam, wie zwei Kontrahenten im Duell. Sargan war ein perfekter Gastgeber und sein Verhalten schien nicht mehr darauf ausgelegt, Kamros aus der Balance zu bringen. Seine Tochter schwieg die meiste Zeit über und steuerte nur hier und da einen kurzen Kommentar bei. Sie erwies sich tatsächlich als gebildet und intelligent, so dass Kamros ihre Anwesenheit schon bald genoss und der Überlegung, eine dauerhafte Bindung mit den Wulpons einzugehen, mehr und mehr abgewann. Nach dem Hauptteil der Mahlzeit räumten Sklaven die Speisen ab, während andere warme Getränke und Süßspeisen brachten, darunter Honigtörtchen, die gerade frisch aus dem Ofen kamen. Während er einige kandierte Früchte mit den Fingern auf einem Törtchen verteilte, leitete Sargan den vergnüglichen Teil des Abends ein. In der Bürokratie macht man sich Sorgen. Der Satz war beiläufig gesprochen und keiner der Essenden zollte ihm scheinbar besondere Aufmerksamkeit, aber innerlich lächelte Kamros. Deswegen war er hier. Deswegen hatte Sargan ihn eingeladen. Seine Gespräche mit Larzanes kamen ihm in den Sinn und er folgte dem Plan, den sie gemeinsam beschlossen hatten. Ist dem so? Oh ja, man redet davon, dass der goldene Imperator erzürnt sei. Was hat den Zorn des Gesalbten erregt? Das Verhalten seiner Gäste, du weißt schon, die Barbaren aus dem Süden, aus diesem kleinen Land, Vlachkis. Ah, nun, das war ja auch ein beklagenswerter Mangel an Vernunft und Zivilisiertheit, der sich dort so eklatant manifestierte. In der Tat, erwiderte Sargan ungerührt, ohne von der gesüßten Eiercreme aufzusehen, die er gerade verspeiste. Wobei es heißt, dass es Ungereimtheiten gegeben habe und noch gibt. Ungereimtheiten? Jetzt machst du mich neugierig. Soldaten, die nicht zur Garde gehörten, Söldlinge, die möglicherweise in dieser Angelegenheit verstrickt sein sollen. Ich hörte davon. Aber leider sind alle, die mehr erzählen könnten, unter den grausamen Klauen der Trolle gestorben. Hast du nicht einst ein Buch über diese Wesen geschrieben? Sargan räusperte sich. Ich kenne ihre Gewohnheiten gut, umso mehr verwundert mich ihr Verhalten. Menschenfresser, erklärte Kamros leicht hin. Barbaren, die sind nun einmal so. Aber das ist es nicht, was die Bürokraten beunruhigt, hob Sargan an, aber bevor er weitersprechen konnte, warf Kamros ein, auch wenn es heißt, dass sie noch unter der Stadt hausen. Was für ein grausiger Gedanke! Warst du es nicht, der uns erläuterte, dass sie derart gute Buddler sind? Sargan ignorierte die Frage. Es geht wohl vor allem darum, dass manche Beamte die Aussicht auf einen möglichen Krieg mehr als nur begrüßen. Du meinst den Krieg gegen Vlachkis? Gegen die Übeltäter, die unserem geliebten Imperator nach dem Leben trachteten? Ja, erwiderte Sargan, und jetzt fixierten seine Augen den Beamten. Sein Mund lächelte noch leicht, aber in seinem Blick lag Berechnung. Und etwas anderes. Ein raubtierhafter Ausdruck, der dem so gemütlich wirkenden Mann eine bedrohliche Aura verlieh. Er hat Morde für den Imperator begangen, erinnerte sich Kamros. Er hat mit diesen Fingern Leben ausgelöscht. Lass dich von seiner Freundlichkeit nicht einlullen. Eine gerechte Sache möchte ich meinen. Ein Angriff auf den göttlichen Leib des goldenen Imperators darf nicht ungesühnt bleiben. Was würden andere Barbaren denken, wenn sie davon erführen? Der Ruf nach einem Feldzug liegt zu Recht in der Luft, wenn du mich fragst. Das tue ich allerdings. Du musst verstehen, dass ich Verbindungen nach Flachkiss pflege, in beide Landesteile, um genau zu sein. Einträglicher Handel hat die unangenehme Eigenschaft, im Krieg weniger einträglich zu werden. Und warum berichtest du mir davon? fragte Kamros unschuldig. Doch es war Arteinis, die ihm antwortete. Weil alle Fäden dieses geplanten Krieges zu dir laufen. Wo Sargan und Kamros mit Spitzen Klingen fochten, verwendete sie einen Hammer. Weil es dein Name ist, der immer wieder fällt, und weil es eine noch nicht unterschriebene Urkunde gibt, die dich als Zertrapen von Vlachkis einsetzen wird, sobald das Land zwischen den Bergen erobert wurde. Das Lächeln verschwand aus Kamros zu Züge 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 Die kleine Göre gefiel ihm mit jedem Wort weniger. Er warf einen kurzen Blick zu Sargan, der seine vorlaute Tochter jedoch gewähren ließ, ohne ihr zu widersprechen. Dass seine Ernennung zum Satrapen bereits besprochene Sache war, hätte eigentlich niemand außerhalb eines kleinen Zirkels wissen dürfen. Die Tatsache, dass Sargan davon wusste und es seiner Tochter ließ ihn noch vorsichtiger werden. Ich fühle mich geehrt, dass man mir einen derart wichtigen Posten anbieten wird, und ich versichere dir, dass ich mein Möglichstes tun werde, damit deine einträglichen Verbindungen nach Vlachkis nicht abreißen. Vielleicht will er tatsächlich nur sein Vermögen schützen. Ein einfaches Geschäft, ein kurzer Handschlag, und die Sache ist erledigt. Das ist sehr großzügig von dir, erwiderte Sargan und nahm einen Schluck gesüßten Tees. Zwar würde mir die momentane Situation besser gefallen, aber dein Angebot ehrt dich. Mit so viel gespielter Demut, wie er aufbringen konnte, neigte Kamros sein Haupt. Aber die Idee des Kriegszugs gefällt mir im Allgemeinen nicht sonderlich, fuhr Sargan fort. Es gibt dringendere Angelegenheiten für unsere Armeen, als ein rückständiges armes Land, dessen Bewohner unzivilisiert und wild sind, zu erobern, wenn es sich nicht ohnehin um Menschenfresser handelt. Dann führe deine Bedenken doch öffentlich aus, empfahl Kamros, wohlwissend, dass sein Plan nicht mehr aufzuhalten war. Zu viele hatten ihr Gewicht bereits für ihn in die Waagschale geworfen, als dass ein Einzelner und mochte er noch so einflussreich sein, daran etwas ändern würde. Wie erwartet schüttelte Sargan den Kopf. Nein, ich bin nur ein alter Mann, der seine Gedanken nicht für sich behalten kann. Es steht mir nicht zu, den Kurs unserer Soldaten zu bestimmen. Nach einem solchen Attentat muss auch jeder aufrechte Dyrier für einen Gegenschlag sein, gab Kamros süffisant zu bedenken, selbst wenn man oder gerade wenn man gewisse Verbindungen pflegt. Wir sind doch alle Patrioten. Gewiss, erwiderte Sargan und lächelte Kamros an. Seine Tochter aber hatte eine nichtssagende Miene aufgesetzt und schwieg endlich wieder, wie es ihr gebührte. Sie sprachen noch über dies und das, rauchten ein wenig von den exotischen Kräutern aus dem Osten, bis Kamros sich ganz leicht fühlte. Das Gespräch war harmlos, keiner näherte sich den Klippen, die sie gerade erst umschifft hatten. Sie sprachen über die überfüllte Stadt, die mageren ernten und über die jüngsten Ergebnisse der Wagen rennen. Fast war Kamros geneigt anzunehmen, dass Sargan doch nur Konzessionen für seinen Handel mit Vlachkis herausschlagen wollte, und er nahm sich vor, als Zeichen guten Willens, schon im Vorfeld seine Zustimmung zu signalisieren. Als Sargan ihn jedoch verabschiedete, wurde die Sache plötzlich noch einmal ernst. Vergiss nicht, Kamros, das Imperium liebt seine Sieger, aber fast noch mehr liebt es gestürzte Helden, denn an ihnen kann es sich noch besser laben. Was? Willst du mir drohen? Sofort bereute Kamros seine hastigen Worte. Er hatte sich schnell wieder unter Kontrolle, aber Sargan lächelte, als wüsste er mehr als der Beamte. Bloß der Rat eines alten Mannes. Nimm ihn, wie du es willst. Ich bin in keiner Position, um dir zu drohen. Manchmal muss man das Rennen beobachten und akzeptieren, dass die eigene Mannschaft geschlagen ist, zitierte Kamros ein beliebtes dürisches Sprichwort. Wie wahr, entgegnete Sargan, aber am Ende zählt nur, wer zuerst ins Ziel einläuft, nicht wer die längste Zeit über geführt hat. Natürlich, hob Kamros an, aber schloss dann den Mund, weil ihn seine Schlagfertigkeit ausgerechnet in diesem Augenblick im Stich ließ. Und wer Trolle zum Tanz fordert, darf sich nicht wundern, wenn nachher die Füße schmerzen, erklärte Arteinis mit einem süßen Lächeln. Mit einem gezwungenen Grinsen nickte Kamros und entfernte sich. Ein Sklave brachte ihn zu seiner Sänfte, auch wenn es unhöflich war, warf er noch einen verstohlenen Blick zurück. Sargan und seine unbotmäßige Tochter saßen am Tisch, mit dem Rücken zu Kamros und flüsterten miteinander. Eines wusste Kamros genau, als er sich in die weichen Kissen seiner Sänfte fallen ließ. Wenn er erst Satrap war, würde er das Land zwischen den Bergen so ausbluten lassen, dass Sargan dort nicht einmal mehr genug Geld verdienen konnte, um sich einen Leib trockenes Brot zu kaufen. Der Gedanke erheiterte den Beamten und vertrieb die dunklen Sorgen, die sich durch Sargans Worte in seinem Geist wie Sturmwolken aufgetürmt hatten. Als er mit Iones auf den Hof trat, wurde Kornell bewusst, dass bald Schnee auf den momentanen Regen folgen würde. Die Winde kamen von den Sorkaten jeden Tag Eisiger herab, und der Herbst neigte sich seinem frühen Ende zu. Wenigstens waren die Stadt und die Feste nicht mehr so überfüllt. Zwar residierten mehr Bojaren in Teremie, als es für den Winter üblich war, aber ihre Gefolgschaft hatte sich in den letzten Wochen stetig verringert, denn viele der Soldaten waren aufs Land zurückgeschickt worden, um bei der Ernte zu helfen. Was auch immer geschehen mochte, in diesem Jahr würde es keinen Krieg mehr geben, auch wenn der Voivode die Befestigungen und die Truppen an der Grenze zu Ardoli verstärkt hatte. Der Winter würde bald kommen und das Land in seinem kalten Griff halten. Nur ein Verrückter würde jetzt noch einen Feldzug beginnen. Ihr Weg führte Kornell und den jungen Prinzen vorbei an der Baustelle, wo aus den Trümmern langsam wieder das Hauptgebäude der Feste Empor wuchs. Der Winter würde auch diese Arbeiten anhalten, aber es bestand die Hoffnung, dass zumindest das unterste Geschoss bis dahin wieder errichtet sein konnte. Die besten Handwerker der Stadt waren dort beschäftigt und Sten ließ sich bereits Entwürfe für neue Mosaike zeigen, welche die Wände schmücken sollten. Gefolgt von Ionis stieg Kornell hinab in die Kerker der Feste Remis. Sie wollten den Sylken noch einmal verhören, auch wenn sie die meisten seiner Antworten inzwischen wohl fast auswendig kannten. Der Mann sah auf, als sie seine Zelle betraten. Die Zeit im Kerker setzte ihm sichtlich zu. Seine Haut war bleicher als zu Beginn und unter seinen Augen waren tiefe Ringe. Als er Ionis erkannte, legte er sich wieder zurück auf seine Strohmatratze, als ahne er, was nun kommen würde. Entgegen seinem Willen verspürte Kornell fast Mitleid mit dem Söldner. Ionis eröffnete das Gespräch und die fremden Laute kamen so schnell über seine Lippen, dass Kornell nicht einmal die Worte auseinander halten konnte. Der Sylke gab einsilbige Antworten, die der Sonnenpriester schon so oft gehört hatte, dass er sie beinahe verstand. Ja, sie stammten aus dem Imperium, ja, sie waren Flores gefolgt, ja, sie hatten sie und den Marzek aus dem Hinterhalt überfallen, ehe sie nach Terremi kamen. Nein, sie waren nie in der Feste der Stadt gewesen, ja, sie hatten ihren Auftraggeber getroffen, ja, er war einmal in Begleitung bei ihnen im Lager erschienen, nein, der Sylke kannte keinen Namen, ja, er konnte beide beschreiben. Aber die Beschreibung war wertlos. Zwei Männer, der eine etwas größer als der andere in einfachen grauen Tuniken, dunkle Haare, kein Bart, keine Narben, nichts, woran man sie hätte erkennen können. Hunderte von Männern, auf die diese Beschreibung passte, lebten allein in Terremi, und es war nicht einmal sicher, dass der Auftraggeber und sein Begleiter aus Terremi kamen. Wie immer das erklärte Ionis müde, der Mann mit dem Beutel voller Gold und sein Untergebener der Freche. Er meint, dass sie eben wie Vlachaken aussahen. Cornel seufzte. Sein Schädel schmerzte wieder einmal. Zu wenig Schlaf oder zu viele Sorgen oder einfach beides. Er musste noch die Andacht für morgen vorbereiten und diese Fragen schienen ihm mit einem Mal alle sinnlos zu sein. Der Mann mit dem der Freche, wiederholte er, sie hatten das schon zu oft gehört. Zwei Blachaken, Gold und Frech. Seine Stimme war kaum mehr als ein Murmeln. Der Mann mit dem Beutel voller Gold gab ihnen die Befehle und sein Begleiter, der Freche. Plötzlich stockte Cornel. Frech? Warum frech? Mit schnellen Worten fragte Ionis den Sylten. Der Gefangene richtete sich ein wenig auf, hob den Arm und schnippte mit den Fingern. Cornel schüttelte verwirrt den Kopf, während Ionis weiterfragte. Als der Sylke antwortete, übersetzte der junge Prinz schnell, der Freche hat oft mit den Fingern geschnippt, für die Sylken ist das eine Beleidigung, es bedeutet, dass man sagt, der andere habe keine Eier. Erstaunt blickte Cornel von Ionis zu dem Sylken und wieder zurück. Warum haben wir das nicht vorher gefragt? Weil es nicht wichtig erschien? Weil niemand daran gedacht hat? Was soll es uns bringen? Ich weiß nicht, erwiderte Cornel, aber eine Unruhe ergriff Besitz von ihm. Es war, als läge ihm ein Wort auf der Zunge, das sich jedoch seinem Zugriff entzog. Irgendein Gedanke tanzte gerade außerhalb seines Bewusstseins, erkennbar, aber nicht zu deuten. Seine Müdigkeit verflog und sein Geist raste. Haben wir noch Fragen? sagte Ionis. Was? Nein, ich nicht. Gehen wir? Als sie den Raum verließen, drehte der Gefangene sich wieder auf seiner Matratze um, das Gesicht zur Wand. Cornel erinnerte sich wieder an Tamar Bekeshaars Leib, der in der Kapelle aufgebahrt gelegen hatte, an die Wunden des Marzecks und an Flores, die man in den Bergen einfach verscharrt hatte. Die Sülken waren Mörder, Söldlinge, die für Geld töteten. Keiner von ihnen verdiente sein Mitleid. Als sie in den Hof traten, hatten sich tatsächlich die ersten feuchten Flocken Schnee unter den Regen gemischt. Ein Trupp vermummter Soldaten schritt über den Hof. Sie lösten die Wache am Tor ab. Es gab offenbar einen kurzen Wortwechsel. Die Soldaten, deren Dienst endete, lachten gutmütig über die Neuankömmlinge, wiesen auf den Himmel und grinsten. Eine der neuen Wachen hob die Hand und schnippte in das Gesicht eines Gehenden. Cornel erstarrte mitten auf dem Hof, den Blick unverwandt auf den Soldaten gerichtet. Ihm war, als sei ein Blitz in seine Glieder gefahren und habe seinen dunklen Verstand erleuchtet. Er wartete. Selten war er geduldig genug, um länger an einem Ort zu bleiben, aber jetzt machte es ihm nichts aus. Von seinem ursprünglichen Plan, direkt zur Oberfläche zu wandern, war er abgekommen. Er konnte nicht sagen, warum. Seine Schritte hatten ihn einfach in eine andere Richtung geführt, aber er wusste, dass er an der richtigen Stelle war. Er konnte es im Herzschlag des Landes spüren, und er vertraute diesem Instinkt. Er hatte auf dem Weg gejagt, Flechten gesammelt und war dorthin gegangen, nicht bis zum Ende gefolgt. Selten kam er so nah an die Oberfläche und er spürte, dass es nicht notwendig war, weiterzugehen. Aber er konnte alles riechen, Pflanzen, Tiere, Wasser, die ganze Welt jenseits seiner Heimat, das Unbekannte, das Fremde. Ein guter Jäger hatte Respekt vor dem, was er nicht kannte, und Azoth war ein guter Jäger. Sie kamen einige Dreg später. Azoth spürte sie schon von Weitem, nicht nur Kerr und ein anderer von Anders Brut, sondern Menschen. Dann füllte ihr Geruch den Gang, unwillkommen und fremd, so wie die Witterung der Zwerge, und doch nicht so. Er wusste, dass Kerr ihn seinerseits ebenfalls spüren musste, und die Gruppe hielt auf ihn zu. Flackerndes Licht kündete ihr Kommen an, und Azoth entblößte seine Das Licht war schwach, aber es brannte in seinen Augen und auf seiner Haut. Du bist Azoth, sagte Kerr schlicht, als er zu ihm trat. Mit einem Nicken erhob sich Anders Brut. Das Licht wich vor ihm zurück, einige der Menschen rissen die Mäuler auf, gingen rückwärts, doch er beachtete sie nicht. Sie waren unwichtig, klein und schwach. Ihr Leben bedeutete ihm nichts, und ihre Angst brannte in seiner Nase. Ich habe auf dich gewartet. Ein anderer schob sich an Kerr vorbei. Seine dunkle Haut und die schwarzen Augen kündeten von seiner Herkunft. Sein Geruch stieg Azoth schwer in die Nüstern. Ich bin Wrag. Azoth spannte die Muskeln an, erwartete die Herausforderung. Das Brüllen seines Gegners halte durch die Dunkelheit, er schlug sich auf den Leib. Jetzt fletschte auch Azoth die Zähne. Der Angriff kam schnell. Wrag war stark, ein geübter Jäger. Seine Klauen rissen Furchen in Azoths Haut, blutige Wunden, gute Wunden. Azoth schlug zurück, sein Handballen traf Wrags Schädel, warf ihn herum. Ihre Leiber schlugen aufeinander, Krieger gegen Krieger. Zum ersten Mal in seinem Leben musste Azoth im Kampf zurückweichen, als Wrag sich gegen ihn schleuderte. Seine Füße rutschten über den Fels, fanden Halt und er stemmte sich gegen die Gewalt seines Feindes. Um sie herum war alles vergessen, nur noch Kampf und Sieg zählten. Die beiden Kontrahenten prallten gegen die Wand, Felsstaub rieselte auf sie herab. Wieder brüllte Wrag, als Azoth ihn an der Kehle packte und gegen den kühlen Fels presste. Ein Tritt traf Azoth, trieb ihn zurück, dann schlug Wrags Leib gegen ihn, und sie stürzten zu Boden. Klauen zerfetzten Fleisch, Hauergruben sich in Haut, etwas brach in Azoths Arm, als Wrag darüber rollte. Wieder und wieder schlug er gegen Wrags Schläfe. Sein Feind kniete auf seiner Brust, Blut vermengte sich in Azoths Mund mit dem bitteren Geschmack der Niederlage. Er bäumte sich auf, riss seine Schultern herum. Als Wrag zur Seite stürzte, kroch Azoth ihm nach. Sein Arm brannte bei jeder Bewegung wie Feuer, aber er schlug dennoch zu, hörte nicht auf, bis Wrag die Kehle zeigte. Entkräftet rutschte Azoth zur Seite, lehnte sich an die Wand. Sein Atem ging schwer und sein Leib war von Wunden übersät, doch die Risse in seinem Fleisch begannen sich bereits wieder zu schließen. Es stimmt, was sie über dich sagen, keuchte Wrag und spuckte dunkles Blut auf den Boden. Du bist stark! Bevor Azoth antworten konnte, näherte sich ihnen das Licht der Menschen. Kers Gestalt warf einen Schatten auf sie. Unwillig, sich auch nur irgendwie geschwächt zu zeigen, erhob sich Azoth, obwohl sein ganzer Leib schmerzte. Er ließ die Schultern kreisen, schürzte die Lippen und rieb sich über die Brust, Kampfes verschmierte und seine Nasenflügel sich blähten. Neben ihm blieb Wrack am Boden hocken. Kerr musterte sie. Was ist geschehen, während ich weg war? erkundigte er sich schließlich. Die Angst der Menschen lag schwer in der Luft, aber Kerr zeigte keine Furcht, roch nur nach Neugierde. Nichts, die Welt ist unverändert, wir müssen diese Menschlinge an die Oberfläche bringen, jenseits der Berge, dann will ich zum Dunkelgeist, wirst du mich begleiten? Ich denke, darum bin ich hier. Kerr nahm diese Worte mit einem schlichten Nicken an. Er schaute zur Höhlendecke. Es wird Krieg unter den Menschen geben. Azoth zuckte mit den Schultern. Es kümmerte ihn nicht. Ich werde die Stämme zusammen rufen, um den Menschen zu helfen. Wirst du mit uns kämpfen? Dort oben? Der Gedanke an die Oberwelt erfüllte Azoth mit Abscheu. Als Kerr nickte, spuckte er aus. Das ist kein Platz für Trolle, wenn die Menschen ihre Kriege unter der Welt führen, dann kämpfe ich. Damit drehte er sich um und trottete in die Dunkelheit voraus, weg von dem verhassten Licht. Der Weg unter den Bergen hindurch war nicht weit, und er wollte die Menschen so schnell wie möglich dorthin bringen, wo Kerr sie haben wollte. Sie gehören nach oben, sie sollten nicht hier sein. Vielleicht wussten sie es selbst oder ahnten es zumindest, denn sie hielten sich von Azoth fern, auch wenn sie ihm folgten, und das war gut so. Außer Atem lief der Woivode über den Hof. Sten wusste, dass seine Hast unziemlich war, und jeder, dem er auf seinem Weg begegnete, ihn verwundert ansah. Aber er scherte sich in diesem Augenblick nicht um Äußerlichkeiten und erklomm die Treppe zum Wehrgang, indem er zwei Stufen auf einmal nahm. Seine Blicke wanderten suchend über die Stadt. Noch immer war Teremi überfüllt, und für einen kalten Wintertag waren ungewöhnlich viele Menschen auf der Straße. Steins Atem ging stoßweise, bildete kleine Wölkchen in der klaren Luft, die vom Wind davongetragen wurden. Dann entdeckte er endlich, wonach er gesucht hatte. Eine kleine Gruppe, größtenteils beritten, dunkel vor den schneehellen Straßen, die sich der Burg näherte und schließlich wurde undeutlich, als dem Woivoden Tränen in die Augen stiegen. Er schloss die Hände zu Fäusten, öffnete sie wieder und atmete tief durch. Ihm war bewusst, dass die Wachen, dass seine Untergebenen ihn so sahen, aber seine Gedanken waren einzig auf seinen Sohn gerichtet. Als Nathiole endlich aufblickte, hob Steen die Hand und sein einfacher Gruß wurde erwidert. Selbst auf die Distanz konnte er den Neuankömmlingen die Entbehrungen ansehen. Die Strapazen der langen Reise zeichneten sich auf ihren Gesichtern ab. Dann tauchten sie in den Schatten des Torhauses ein, und Steen lief in den Hof hinab. Er versuchte, seine Gefühle unter Kontrolle zu bringen, doch als er Nathiole ansichtig wurde, der mit so langsamen Bewegungen wie ein alter Mann vom Pferd stieg, hatte er das Gefühl, als ob sein Herzschlag einen Moment aussetzen würde. Mit schnellen Schritten lief er zu seinem Sohn, und bevor dieser auch nur ein Wort sagen konnte, umarmte Steen ihn. Nach einem Augenblick des Zögerns legte auch Nathiole die Arme um seinen Vater. Der Woivode genoss die Nähe seines Sohnes, musste spüren, dass dieser lebendig zu ihm zurückgekehrt war. Erst dann ließ er Nathiole widerwillig los. Nathiole, gut, dass du wieder da bist, erklärte er, während er seinen Sohn auf armes Länge hielt und ihn forschend ansah. Die Reise hatte den jungen Mann verändert, das war augenfällig. Unter dem Schmutz der Reise, hinter dem unrasierten Gesicht und den dunklen Ringen unter den Augen lag etwas, was es vorher nicht gegeben hatte. Er ist gereift, er hat an Stärke gewonnen. Vater, geht es dir gut? Und wo ist Ionis? Dein Bruder wird jeden Moment hier sein. Er hat sich gut erholt und freut sich ebenso wie ich über deine Rückkehr, sagte der Woivode und Nathiole lächelte erleichtert. Doch dann wurden die Augen des jungen Vlachhaken sofort wieder ernst. Warte lieber, bis ich euch von der Reise berichtet habe, bevor du darüber urteilst, erwiderte der Prinz ungewohnt förmlich. Er warf einen kurzen Blick auf seine Begleiter. Nur eine Handvoll von ihnen war zurückgekehrt. Mit trauriger Miene musterte Stain die verbliebenen Soldaten an Nathiole's Seite, aber er schüttelte dennoch den Kopf. Unsinn, was auch immer geschehen ist, es ist gut, dass du hier bist, dass ihr alle hier seid. Er wandte sich an zwei Wachen, die im Innenhof standen und die Ankunft beobachtet hatten. Lasst die Pferde versorgen, gebt unseren Heimkehrern alles, was sie verlangen, essen, Bäder, betten. Das Imperium wird Genflachis ziehen. Flüsterte Nathiole, der einen Schritt näher herangetreten war und seinen Vater an der Schulter zu sich zog. Ein Krieg ist unvermeidlich, wir müssen uns wappnen. Die Neuigkeit traf Steen völlig unvorbereitet, aber es gelang ihm dennoch, eine ruhige Miene zu bewahren. Die Dürier wollen uns angreifen? Warum bei allen Geistern? flüsterte er seinem Sohn ins haben die Trolle angestellt. Natiole schüttelte den Kopf. Die Trolle und das Imperium passen nicht gut zusammen, Vater, aber sie haben ihren Speer bekommen, und Kerr hat mir versprochen, dass sie uns im kommenden Krieg helfen werden. Steen schloss schloss für einen Moment die Augen, versuchte die neuen Informationen richtig einzuordnen. Im Winter zieht niemand in den Krieg, meinte er dann bedächtig. Die Sorkaten werden uns schützen bis weit in den Frühling. Wir haben genug Zeit, um uns vorzubereiten. Wir werden noch heute mit dem Rat, den ich für Ionis und Kornell ohnehin einberufen habe, darüber sprechen. Möglicherweise bringt das selbst die Masriden zur Vernunft, wer immer auch bei ihnen die Macht erlangt. Vielleicht wird das Anna sein, Vater. Als Steen seinen Sohn verwundert anblickte, fuhr dieser fort, sie hat uns und die Trolle begleitet. Zran ist in Dyrien gestorben, und ohne sie hätte ich auch Kerr und Wrag niemals mehr lebendig aus Kolschers herausbekommen. Aber wir haben uns getrennt. Sie geht nach Turdui. Sie will den Platz ihres Vaters einnehmen. Großartig! Wenn Anna Marzek wird, dann werden die Masriden die Absprachen ihres Vaters ehren, erklärte der Volvode. Ich bin sicher, dass auch Tamar gewollt hätte, dass sie ihm auf den Thron folgt. Weiter kam er nicht, denn sein jüngerer Sohn stieß in diesem Moment zu ihnen. Natiole strahlte über das ganze Gesicht und umarmte Ionis. Trotz der schlechten Nachrichten, die Natiole mitgebracht hatte, fühlte sich Stehns Herz leicht an, als er seine Söhne sah. Willkommen daheim, murmelte er. Unter der Welt zu sein, machte Kern nicht nur zufrieden, es belebte ihn ungemein. Er fühlte sich freier als je zuvor, obwohl die Gänge und Höhlen ihn natürlich einengten. Mehrfach mussten sie sich sogar durch enge Felsspalten quetschen. Aber jedes Loch, durch das Wrack und Azoth passten, war auch für Kerr kein Hindernis. Obwohl Wrack schon gewaltig und deutlich größer als Kerr war, überragte Azoth ihn noch einmal. Wenn es so etwas wie einen Anführer unter Anders Kindern gab, dann Azoth, der bereits unzählige Kämpfe ausgetragen und gewonnen hatte. Er führte sie nun mit absoluter Sicherheit immer tiefer hinab, auf Wegen, die Kerr mehr und mehr vertraut vorkamen. Wann immer sie unterwegs Trolle trafen, gab Kerr seine Botschaft weiter. Die Nachricht würde sich verbreiten von Gruppe zu Gruppe, von Stamm zu Stamm und schließlich würden sich viele Trolle und viele der Kinder anders am gewohnten Ort versammeln, um Kerr zu lauschen. Er berichtete den Trollen auch von Zrahns Tod im Kampf, eine Neuigkeit, die mit stummen Zorn aufgenommen wurde. Die Erinnerung an Kolschers war schlecht und jeder Gedanke an Wracks Verhalten fachte Kerrs Wut wieder an. Aber Wrack blieb bei ihnen, obwohl er spüren konnte, dass Kerr ihm den Tod des Trolls vorwarf. Vielleicht wollte er es wieder gut machen, oder vielleicht wollte er auch nur beenden, was sie begonnen hatten. Kerr konnte es nicht sagen. Es war gut, die vertrauten Gerüche der Heimat zu wittern. Der Schlag des Herzens war hier stark und durchdrang nur wenige Leuchtflechten bei sich, sodass sie weite Strecken ganz ohne Licht liefen. Sie hatten die Gänge der Zwerge längst hinter sich gelassen. Hier unten waren sie sicher, denn ihre Instinkte warnten sie vor jeder Gefahr und führten sie zu Wasser und Nahrung. Immer wieder glitten Kerrs Finger zu der Speerspitze. Azots Fragen hatten ihn aufgewühlt, aber er war sich sicher. Sein Entschluss war richtig gewesen, auch wenn das Land zwischen den Bergen nun in einen Krieg geraten war. Ich hatte keinen Einfluss darauf, dachte der Troll bei sich, und wir werden unseren menschlichen Harek helfen. Kurz bevor das Trio den Schacht erreichte, der sie zum Herzen führen würde, blieb Wrack stehen. Anders Kind wies zu einem Gang zu ihrer Linken. Ich komme nicht mit, mein Weg geht dahin. Azoth nahm dies ohne Gemütsregung auf, aber Kerr sah Wrack überrascht an. Warum? Ich steige tiefer hinab, zu den anderen, ich berichte ihnen vom Krieg, vielleicht folgen mir einige. Damit hatte Kerr nicht gerechnet. Er wusste, dass er die Trolle in eine Schlacht führen konnte und dass viele ihm folgen würden, selbst wenn die fremde und gefährliche Oberfläche ihr Ziel war. Aber Anders Kinder waren nicht wie die Trolle und oft auch untereinander uneins. An ihre Hilfe hatte er niemals gedacht. Einzelne mochten ihm folgen, aber Organisation und Einigkeit war ihnen fremd. Du willst kämpfen mit den Menschen? Grimmig nickte Wrag und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Die goldenen Menschlinge haben uns angegriffen, sie haben einen Troll getötet, mein Krieg mit ihnen ist noch nicht vorbei. Ohne ein weiteres Wort drehte Wrag sich um und verschwand in dem Gang, auf den er zuvor gedeutet hatte. Azoth lief weiter, aber Kerr blieb einige Augenblicke stehen und lauschte den Schritten von Anders Kind. Dann erst folgte er Azoth. Oft hatte Kerr mit dem Gedanken gespielt, in diese Höhle zurückzukehren, die Schatten zu spüren, die Nähe des Herzens, den Gang zu betreten, in dem Part sein Ende gefunden hatte, tödlich verwundet, aber unbesägt. Auf seinen Wanderungen war er der Höhle manchmal nahe gekommen, aber er war niemals hineingegangen. Es war, als trieben ihn die Dreg immer wieder fort. Auch jetzt musste er sich überwinden, um die letzten Schritte zu wagen, beharrlich einen Fuß vor den anderen zu setzen. Deswegen bin ich den ganzen weiten Weg gegangen, schallt er sich selbst, ich muss mir ein Beispiel an Azoth nehmen. Anders als er trat Anderskind ohne zu zögern in die Höhle. Einige Herzschläge lang zögerte Kerr noch, dann tat er es ihm gleich. Anders als an der Oberfläche gab es unter der Welt nur wenige Veränderungen, und diese fanden oft langsam und kaum merklich statt. Die Höhle war noch so, wie Kerr sie in Erinnerung hatte, und noch immer gab es die Schatten, wirbelnde Formen, die selbst in der absoluten Dunkelheit zu erahnen waren. Von diesem Ort gingen die Dreg aus, hier lag das Herz des Landes in seinem von Albträumen erfüllten Schlaf. Kerr wusste mehr über den Dunkelgeist als jeder andere Troll. Einst hatte er dessen Essenz in sich aufgenommen, für wenige Momente nur, aber lang genug, um sich für immer zu verändern. Er war seither enger mit dem Herzen verbunden als die anderen Angehörigen seines Volkes, spürte seinen Schlag lauter, konnte seine Quale nachfühlen. Das Herz war unruhig. Kerr spürte seine Angst. Vielleicht erinnerte es sich an Ander, die das Herz verletzt hatte, um von seinem Blut zu trinken und seine Macht zu erlangen. Vielleicht spürte es den aufziehenden Krieg, all das Blutvergießen und den Schmerz, den es würde ertragen müssen. Kerr wusste, dass es alles spürte, was im Land geschah, an der Oberfläche und darunter, vom Himmel bis in die tiefsten Knochen der Welt. Das Herz war das Land. Nervös zog er die Speerspitze aus dem Beutel und hielt sie vor sich. Er spürte Azots Gegenwart, Anderskind beobachtete ihn genau. Als wäre sie ein Schild, hielt Kerr die Spitze vor sich und trat langsam an das Herz heran. Mit jedem Schritt fiel die Aufregung weiter von ihm ab. Sein Herz Schlag wurde langsamer, passte sich an die Dreg an, wurde schließlich zu den Dreg. Die Schatten vor ihm verloren ihren Schrecken, wurden einladend, freundlich. Er ging in ihnen auf. Das Land um ihn wurde weit, wurde alles, Bäume wuchsen auf ihm, und in den Bäumen sprangen Eichhörnchen und anderes kleines Getier umher. In den Blättern summten Insekten, Würmer bohrten sich durch seine Erde, Menschen Schritten über ihn, bauten Hütten und Häuser aus ihm. Unermüdlich schlugen Zwerge den Fels, gruben Metall aus ihm. Trolle zogen durch ihn, wie nahi verbargen sich in ihm. Sein Atem fuhr durch das Land, sein Herz Schlag war das Land. Eine ungeheure Traurigkeit erfüllte ihn. Das Land zersprang unter seinen Schritten. Seine Schritte wankten unter dem Land. Alles strömte auf ihn ein, stürzte auf ihn zu, riss ihn herum, schmerzte ihn. Die Qual schlug Krallen in seinen Geist, eine endlose unvergängliche Pein. Als Kerr zurücktaumelte, brannte seine Brust. Gierig atmete er ein, und die Luft war wie Feuer in seinen Lungen. Die verwirrenden Bilder tanzten noch durch seinen Geist, und er konnte nicht sagen, wo er war. In der Höhle? Oder war er die Höhle? Jemand packte ihn, trug ihn fort vom Herzen, dessen Schlag mit ungeheurer Wucht in seinem inneren echote. Es dauerte lange, bis der Troll sich seiner wieder bewusst wurde. Er war in den Dunkelgeist getreten, und der Dunkelgeist war in ihn getreten. Etwas warmes, feuchtes fiel auf seinen Leib. Trollblut! Was ist geschehen? Du warst fort! Wie lange! Nur einen Dreg! Du blutest! Azoth knurrte und rieb sich über die Haut. Eine alte Wunde, sie hat sich geöffnet. Du hast das Land war fern, ich war schwach, wie damals, als Part Ander getötet hat. Vorsichtig richtete Kerr sich auf. Seine Sinne spielten ihm Streiche. Er konnte kaum sagen, wo oben und wo unten war. Lediglich die Dreg spürte er laut und klar und sie zeigten ihm die Welt in aller Deutlichkeit. Ich war das Herz, ich, ich habe nach Antworten gesucht, nach Heilung. Hast du sie gefunden? Kerr lauschte in sich hinein, versuchte die Vielzahl von Eindrücken zu ordnen oder zumindest zu verstehen. Eine Botschaft unter dem Leid, den Schmerzen und der Angst zu finden. Doch dort war nichts. Nein! Seine Finger schmerzten. Vorsichtig öffnete er seine Rechte. Die Speerspitze fiel klirrend zu Boden, bedeckt von seinem Blut. Ihre stumpfen Schneiden hatten sich in seine Hand gegraben, das Metall hatte sich verbogen. Kerr konnte spüren, wie sich die Wunden in seiner Hand schlossen, aber es war nicht die Kraft der Speerspitze, sondern sein trollisches Blut, das die Verletzung heilte. Bitterkeit stieg in seiner Kehle auf. Sie ist wertlos, erkannte er, nur ein Stück Metall. Er nahm sie neben sich wahr, klein und nutzlos, und das plötzliche Wissen verschlug ihm die Sprache. Alles umsonst, Zran ist umsonst gestorben, alle Hoffnung enttäuscht, was für ein Dummkopf ich war. Wir sollten nicht auf die Dinge der Menschen achten, sagte Azoth langsam, nicht auf ihre Worte hören. Wir sind Trolle, wir sind auch ohne Metall stark, wir jagen, wir überleben. Lange saßen sie beieinander, sprachlos, bewegungslos. Azoths Wunden schlossen sich wieder, der Atem des Dunkelgeists war stark in Anders Kindern. Kerr dachte an die Reise, an Zran und Wrag, an Natiole und an Sargan. Er dachte an die Stämme, an die Kriege, die sie geführt hatten, an Anders Kinder und an das Blut, das durch ihre Leiber floss. Er dachte an die Vergangenheit und an die Zukunft. Schließlich erhob er sich schwerfällig. Sein Leib fühlte sich an, als wäre er alles, ein ganzes Land, und für wenige Augenblicke war er dies wirklich gewesen. Wohin gehst du jetzt? fragte Azoth. Zum Treffpunkt, ich will einen Krieg führen. Obwohl ihm Terremi nach den Erlebnissen in Kolschas plötzlich klein und nur allzu überschaubar vorkam, überwältigte Natiole das Gefühl, wieder zu Hause angekommen zu sein. Er fühlte sich geborgen und eine besondere Ruhe ergriff von ihm Besitz. Die dicken Wände der Feste Remis mochten an die unterirdische Welt der Trolle gemahnen, aber für den jungen Vlachhaken bedeuteten sie Heimat, anders als die luftigen, verwirrend leicht aussehenden Gebäude des Tyrischen Imperiums. Während Natiole sein Wams zuknöpfte, fiel sein Blick auf seine Reisekleidung, die er achtlos neben den Badezuber geworfen hatte. Behutsam hob er den Stoffgürtel auf, der eigentlich zu einem Kypasses getragen wurde. Der weiche Stoff glitt über seine Hand und kurz entschlossen band Natiole ihn sich um die Hüften. Ein letztes Mal rieb er sich die Haare mit einem trockenen Tuch ab, dann band er sie lose nach hinten und trat hinaus in den Gang. Die neue Verteilung der Räume war noch ungewohnt, aber der junge Vlachhake kannte die Feste seit Kindestagen. Die ehemalige kleine Halle war zur großen Halle umfunktioniert worden, bis im Frühjahr die Arbeiten am Hauptgebäude wieder aufgenommen werden konnten. Dorthin lenkte er seine Schritte, denn dort würde der Rat tagen. Sein schlechtes Gewissen trieb ihn an. Er hatte weit länger im Bade Zuber verbracht als gedacht, da er in dem warmen Wasser eingeschlafen war. Doch jetzt fühlte er sich ausgeruht und zum ersten Mal seit langer Zeit hatte die Vorahnung eines dunklen Schicksals von ihm abgelassen. Er war in Vlachkis, in Teremi bei seiner Familie. Gemeinsam würden sie jeden Sturm überstehen. Kurz bevor er den Saal erreichte, entdeckte er Ionis, der sich offenbar ebenfalls verspätet hatte und hastig um eine Ecke bog. Mit wenigen schnellen Schritten hatte Nathiole seinen Bruder eingeholt und boxte ihn spielerisch gegen die Schulter. Dass Ionis am Leben und wohl auf war, kam ihm noch immer vor wie ein Geschenk der Geister. Du siehst ja aus wie ein halber Dyrier, murmelte sein Bruder verblüfft und deutete auf Nathioles Taille. Und du wie ein ganzer Vlachake, du lässt dein Haar wieder wachsen, stellte Nathiole nüchtern fest. Wenn es Krieg gibt, wie du sagst, können wir wohl nichts anderes sein, entgegnete sein Bruder mit einer Bitterkeit in der Stimme, die Nathiole nicht von ihm kannte. Als sie den Saal erreichten, war der Großteil des Rats bereits anwesend. Während Ionis sich zu dem Sonnenpriester gesellte, nickte Nathiole einigen der Versammelten zu und trat an seinen Vater heran, der am Kopf der Tafel stand. »Warum hast du mich nicht früher rufen lassen?« flüsterte der junge Vlachake. »Gab es nicht noch etwas, was du mir vor Beginn der Ratsversammlung sagen wolltest?« »Cornell und Ionis haben eine wichtige Entdeckung gemacht. Ich begann Steen, dann aber trat Vintila zu den beiden und begrüßte Nathiole lächelnd. Während der junge Vlachake das Haupt vor dem alten Geistseher neigte, hatte Steen nur einen knappen Gruß für ihn übrig. Bevor Nathiole ihn jedoch nach dem Grund dafür fragen konnte, erhob Kornell die Stimme. »Beginnen wir! Wie alle sehen können, ist der Prinz von seiner Reise wohlbehalten zurückgekehrt, wofür ich dem göttlichen Licht danke. Ich bin sicher, dass er uns viel zu berichten hat.« Unsicher, ob hielten und ob der Sonnenpriester bereits vom kommenden Krieg wusste, lächelte Nathiole gequält. Dann berichtete er in allen Einzelheiten von den vergangenen Wochen. Als er schließlich zu dem hinterhältigen Angriff auf sie in Kolschers und den unverhohlenen Kriegsdrohungen kam, brach ein Tumult aus. Die Ratsmitglieder riefen durcheinander, einige sprangen von ihren Sitzen auf und es dauerte lange, bis den wieder Ruhe in die Versammlung gebracht hatte. Während Nathiole noch einen Moment wartete, ertönte Vintilas Stimme in der einsetzenden Stille. »Dann müssen wir gegen Ardoli ziehen. Wir können nicht zulassen, dass die Masriden sich mit dem Imperium verbünden. Nur ein geeintes Vlachkiss kann gegen die Macht der Fremden bestehen. Seine Worte wurden hier und dort mit einem Nicken quittiert, aber Nathiole hob abwehrend die Hand. »Die Tochter von Floris Karl da Braun, meine Cousine Anna Beccesar, ist bereits nach Turdui unterwegs, um den Thron ihres Vaters einzufordern. Wenn ihr das gelingt, werden die Masriden an unserer Seite stehen. Was? Der alte Geistseher hatte sich erstaunlich schnell erhoben. Eine halbe Masriden, das ist, das sollte nicht! Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch über etwas anderes sprechen, schlug Steen vor, während Vintila ihn fassungslos ansah. Auf die Vorgänge in Turdui und in Colchas haben wir ohnehin keinen Einfluss. Unser Vorgehen werden wir später noch diskutieren, aber vorher hat Ionis noch etwas zu sagen. Danke, Vater. Ionis hatte sich erhoben und sprach mit lauter fester Stimme. Wie uns die Ruine inmitten der Feste stets aufs Neue ins Gedächtnis ruft, gab es vor nicht langer Zeit einen Brand auf Remis. Ein Unglück, bei dem auch ich verletzt wurde. Während Ionis sprach, blickte Nathiole zu Cornel, den Sten eben noch einmal im Zusammenhang mit seinem Bruder erwähnt hatte. Aber der Sonnenpriester war so wenig einzuschätzen wie immer. Seine Miene blieb unbewegt, selbst als er Nathioles Aufmerksamkeit bemerkte. Aber es war kein Unglück! Überrascht blickte Nathiole zu seinem Bruder, der nun mit einer Faust auf den Tisch schlug. Es war ein Angriff! Ein heimtückischer feiger Mordanschlag! Hier, mitten im Herzen unserer Hauptstadt! Gemurmel brandete auf. Überall Sanatiole fragende Minen! Ein Angriff der Masriden! erklärte Vintila gerade laut genug, um das Murmeln zu übertönen. Durchgeführt von ihren Lakaien aus dem Imperium, diesen sylkischen Söldnern! Die Wahrheit ist viel schlimmer! warf Kornell ein, und Ionis ergriff wieder das Wort. Nein, es waren keine Masriden, sondern schlimmere Gegner, wie Kornell sagt. Wir haben herausgefunden, dass es Vlachaken waren, die... Weiter kam er nicht, denn zum zweiten Mal während dieser Versammlung ertönten laute Zwischenrufe. Stühle fielen um, als Ratsmitglieder aufsprangen und ihren Unglauben lauthals verkündeten. Bis den sich erhob und mit der Faust mehrfach auf den Tisch hieb, sodass das Holz erbebte. In seinem Innersten fühlte Nathiole, wie die Erkenntnis ihn ins Wanken brachte. Er zweifelte nicht daran, dass Ionis die Wahrheit sprach, aber der Gedanke an Vlachaken, die Vlachaken töteten, trieb ihm die Galle in den Mund. So muss Kerr sich gefühlt haben, als die Tiefentrolle seinen Stamm angriffen. Ruhe! Wir werden meinen Sohn zu Ende hören! Ein feiger Angriff, ausgeführt von Vlachaken, nicht von Hülken oder Masriden, fuhr Ionis mit kalter Stimme fort. Und ich sage Vlachaken, weil es mehr als einer war, eine ganze Bande, eine regelrechte Verschwörung in unserer Mitte. Kriegstreiber, Masridenhasser, nennt sie wie ihr wollt! Woher wollt ihr das alles wissen, Prinz? meldete sich Vintila wieder zu Wort. Er hatte sein Haupt gesenkt und sein weißes Haar fiel ihm in die Stirn. Wir haben einen der Auftraggeber der Sülken gefunden, ein Vlachake, ein Soldat in der Feste. Der sylkische Söldner hat ihn erkannt und er hat uns die Namen seiner Mitverschwörer verraten. Schon jetzt sind treue Krieger unterwegs, um jene zu verhaften, die diesem Zirkel angehören. Habt ihr bedacht, dass diese Anschuldigungen nichts als Lügen sein könnten? Jetzt mischte sich Steen ein. Habt ihr etwas zu sagen, Geistseher? Überrascht von der Schärfe in der Stimme seines Vaters, sah Natiole zu Vintila. Das kann doch nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Aber der alte Mann, der zusammengesunken auf seinem Stuhl saß, wirkte gebrochen. Nein! Du dreimal verfluchter Feigling, entfuhr es Ionis. Dein Name fiel als erstes. Du warst es. Du hast den Mördern den Weg zu meinen Gemächern gewiesen. Du hast die Sülken auf Floris und den Marzek gehetzt. Diesmal blieb es totenstill im Saal. Alle waren sprachlos, auch Natiole, der mit offenem Mund an der Tafel saß und versuchte, das Unfassbare zu fassen. Dann straffte Vintila die Schultern. Ich habe es zum Wohl des Landes getan. Neben sich sah Natiole, wie die Hand seines Vaters zum Schwertgriff fuhr. Aber der Wojvode schritt nicht ein, als der Geistseher weitersprach. Es ist unser Land. Wir sind die Vlachhaken. Die Masriden haben uns Vlachkis geraubt, und wir tun nichts dagegen. Wir lassen sie einfach gewähren. Sein Blick schweifte über die Runde. Natiole erkannte, dass er nicht zu Steen oder Ionis, sondern zu den versammelten Ratsmitgliedern sprach. Demütigung um Demütigung mussten wir hinnehmen. Und dann befreien wir Terremi, die Stadt unserer Vorfahren, sitzt es Krall, und danach werden wir einfach faul und feige. Turdui liegt eigentlich in unserem Land. Auch Brakkatsch gehört rechtmäßig uns. Die Masriden haben uns unterdrückt, unsere Traditionen vernichtet, unsere Ahnen mit Füßen in den Staub getreten, die Geister verspottet und alle wie mich gejagt wie tollwütige Wölfe. Aber das Land zwischen den Bergen ist unser Land. Die Worte halten in Natioles Geist wieder. Er verstand die Botschaft, sein Herz schlug schneller, aber da sagte Steen leise, und darum hast du Flores ermorden lassen. Es ging um Tamar, bekannte Wintila, aber sie war seine Buhle, wenigstens im Tod sollte sie uns nützen. Sie hat ihr Volk verraten, uns verraten. Uns, sinierte Steen. Sein Blick ging über Wintilas weißen Haarkranz hinweg. Es schien, als sehe der Voivode durch die Mauern des Saales, ja der ganzen Feste bis zu den Bergen, die sein Land einschlossen. Ruhig fuhr er fort, Tamar war euch im Weg, weil er den Frieden hielt. Aber warum Ionis? Warum Wintila? Ein Jüngling, der den goldenen Hintern des Imperiums küsst, der sich lieber mit dem Schmuck der Fremden behängt, als dass er auf sein Land stolz ist, das ist kein vlachkischer Prinz, nicht wie Natiole. Die Augen des Geistsehers fixierten den jungen Vlachhaken. Natiole konnte seinen Blick nicht von ihnen lösen. Ihr seid ein wahrer Vlachake, mein Prinz. Ihr versteht uns. Ihr wisst, was für Abschaum die Masriden und ihre Speichelle lecker sind. Bei den letzten Worten blickte er zu Kornell, der immer noch ungerührt am Tisch saß, und es war als viele ein Bann von Natiole. Langsam stand er auf, die Miene sorgsam unbewegt. Mein Bruder, begann er, und seine Stimme versagte kurz, als das Bild von Iones vor sein inneres Auge trat, wie er bleich und leblos im Krankenbett lag. Mein Bruder, meine Tante, wer als nächstes, Vintila? Mein Vater? Der alte Geistseher schwieg und sein Leib erschlaffte, als wiche aller Widerstand aus ihm. Du schätzt die Traditionen, Vintila, sagte Steen schließlich entschlossen, und wir werden sie ebenfalls ehren. Du wirst dem Wald übergeben, alter Mann! Mögen die Geister dir gnädig sein! Auf einen Wink hin lief Iones zur Tür und ließ zwei Soldaten ein, die Vintila in die Mitte nahmen. Unbändige Wut kochte in Natiole empor, Wut auf sich selbst. Wartet! befahl er und die Wachen hielten inne. Was ist mit dem Speer, den wir auf deinen Rad hin aus Tyrien geholt haben? Was ist mit der Hoffnung der Trolle? Niemand kann den Dunkelgeist heilen, erwiderte der Geistseher finster. Warum dann das alles? Um dir ein Königreich anzubieten, wenn du zurückkehrst. Aber das Haus Karl der Braun ist es nicht wert, den Thron des Landes zu besteigen. Ihr seid keine Vlachhaken, ihr schafft ihn raus! Während die Soldaten Vintila abführten, griff Natiole an seinen Gürtel. Der Stoff war kühl unter seinen Fingern, glatte Seide. Er sah den Blick, den Steen ihm zuwarf, stolz zeigte sich unter der zornigen Maske seines Antlitzes. Ich war ein dummer Bengel, dachte Natiole leicht betreten, und dann versprach er sich in Gedanken, aber ich bin es nicht mehr und werde es nie mehr sein. Warten Warten war noch niemals einfach für Anna gewesen. Ruhelos schritt sie durch den kleinen Raum auf und ab wie eine Gefangene. Ihre Söldner hatten es sich am Tisch bequem gemacht, tranken heißen Gewürzwein und unterhielten sich leise. Sie wussten, dass es besser war, Anna nicht zu stören, wenn sie in dieser Stimmung war. Aber es war nicht nur Zorn, der sie umtrieb, sondern sie spürte etwas in ihren Eingeweiden, was sie kaum kannte. Angst. Als endlich Skiloi in den Raum schlüpfte, blieb Anna stehen. Die Scharkin bewegte sich leise mit einer Grazie, die man einer Frau ihres Alters kaum zugetraut hätte. Ohne ein Wort zu sagen, nickte sie Anna zu und trat in den Gang zurück. Los! herrschte Anna die Söldner an und folgte Skiloi. Kühle Luft wehte ihr entgegen. Die dicke Kleidung saß ungewohnt an ihrem Leib, der masridische Schnitt beengte sie mehr, als ihr lieb war. Aber die dicken Metallplatten der Rüstung wirkten eindrucksvoll, auch wenn die junge Söldnerin eigentlich leichteren Schutz bevorzugte. Doch jetzt musste sie masridin sein. Sie konnte die lauten Stimmen schon von weitem hören, wütende Worte, die durch die Burg halten. Ohne sich davon beirren zu lassen, führte Skiloi sie zu einem kleinen Vorraum, in dem zwei Wachen standen, die sie jedoch anstandslos passieren ließen. Ein letztes Mal nickte Skiloi ihr zu, als sie an die zweiflüglige Tür trat, ein letztes Mal holte Anna tief Luft und ihre Angst verschwand. Mit einem kräftigen Stoß öffnete sie die Tür. Alle Stimmen im Saal verstummten, als sie mit hocherhobenem Haupt eintrat. Ich grüße die Anführer der Masreden, erklärte sie, während sie ihren Blick von Gesicht zu Gesicht wandern ließ. Mein Name ist Anna Bekesar. Ich bin gekommen, um den Thron meines Vaters einzunehmen. Und um den Mord an meinen Eltern zu rächen, fügte sie in Gedanken hinzu. Sie war schon oft in die Schlacht gezogen, hatte Gegnern in die Augen gesehen, die gnadenlos ihren Tod wollten. Sie hatte allen die Stirn geboten, war keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen, hatte sich stets und überall ihren Weg erzwungen. Doch hier, inmitten der fremden Masreden, fühlte sie sich insgeheim unwohl. Sie erwartete jeden Moment, dass sich einer erheben würde, der sie verhöhnte oder einfach nur nicht sehr groß für einen Masreden mit schütterem kurzgeschorenem Haar, der eine breite Narbe auf der Stirn hatte. Dann ziehe ich meinen Anspruch zurück und unterstütze die Tochter des Marzex. Lautlos und unauffällig hatte Skiloi sich in den Raum geschoben und neben der Tür an der Wand Aufstellung bezogen. Anna konnte sie aus dem Augenwinkel sehen und sie ahnte, dass die Scharkin ihren Verbündeten kaum sichtbare Zeichen gab. Alle Aufmerksamkeit ruhte unterdessen auf ihr, Anna, bis ein vierschrötiger Mann aufsprang. Selbst im Rat trug er ein kurzes Kettenhemd und sein Schädel war bis auf die traditionelle Locke am Hinterkopf kahl rasiert. Was soll das? Marzex Tamar hat keine Kinder! Du bist wohl Siglos, was? vermutete Anna, ohne den Gedanken auszusprechen, und trat langsam an den Tisch heran. Sie fixierte den Mann, der ihrem Blick nicht auswich, sondern sie wütend anstarrte. Macht euch nicht lächerlich! Natürlich hatte mein Vater eine Tochter! Meine Mutter ist Floreskall! Weiter kam sie nicht, denn ihr gegenüber brüllte lachend auf. Ein Bastard! Eine Vlachakin! Kühl musterte Anna den Mann, der nun um den Tisch herumging. Sie ist keine Masridin! Sie ist ein Bastard, die Tochter einer Vlachkischen Buhle! Ihr Anspruch ist nichtig! Dabron und mein Vater Tamar Bekesar! beendete Anna den Satz, als habe sie seine Worte nicht gehört. Das Blut in meinen Adern ist das meines Vaters! Es verbindet mich in einer Linie mit Arkas Diminu, dem ersten König der Masriden! Du solltest einen solch ehrwürdigen Namen nicht in den Mund nehmen! giftete Siglos. Sein Gesicht verzog sich vor Hass. Verschwinde aus diesem Saal, bevor ich dich rausprügeln lasse! Darauf lächelte Anna. Hinter sich hörte sie, wie ihre Söldner in den Saal kamen, ein halbes Dutzend Bewaffneter, die sich vor der Tür aufstellten. So ist das also, erkannte der Masride und wandte sich an den Narbigen. Du wusstest davon, Tiradar! Du verkaufst deinen Anspruch an sie! Sie ist seine Tochter, erwiderte der Angesprochene scheinbar ruhig, aber Anna sah, wie sein Blick von Siglos zu Skiloi huschte. Mit einem finsteren Grinsen im Gesicht wandte Siglos sich wieder Anna zu. Glaubst du, dass es so einfach ist, dass du einfach mit deinen Schergen hier herein marschieren kannst und den Thron an dich reißen, dass unser Volk, mein Volk, dich als Marzek akzeptiert? Mit der Antwort ließ sich Anna einige Herzschläge lang Zeit. Sie hatte das irreale Gefühl, dass ihr die Stimme versagen könne, wenn sie den Mund öffnete und sie nur wirres Gestammel hervorbringen würde. Aber sie ließ Siglos nicht aus den Augen. Nein, erwiderte sie dann ruhig, es wird nicht einfach sein. Aber ich wage es dennoch, weil ich den Masriden etwas geben werde, was zu geben du nicht in der Lage bist. Stärke! Nur wenn wir zu dem Bündnis mit Vlachkis stehen, werden wir den nächsten Sommer noch erleben. Skiloi hat das Vertrauen verdient, das Sargan in sie setzte, erkannte Anna, die Hälfte steckt in ihrer Tasche und die andere Hälfte wartet ab. Anna hob die Hände in einer fragenden Geste. Nun? Du bist verrückt, vollkommen verrückt! Wir sind Masriden, keine Speichellecke aus dem Imperium, keine dreckigen Vlachhaken! Mein Blut ist rein! Mit so etwas wie dir kämpfe ich nicht! Ich zertrete es! Sein lederner Handschuh knirschte, als er die Faust vor Annas Gesicht ballte. Du hast Angst, stellte sie ungerührt fest, und du willst ein stolzes Volk wie die Masriden führen, wenn du nicht einmal bereit bist, deinen Anspruch mit der Waffe zu verteilen. Ihr Vorwurf war falsch, sie konnte es in seinen Augen sehen, er war kein Feigling. Er fürchtet meinem Anspruch Gewicht zu verleihen, wenn er darauf eingeht. Mangelndes Selbstbewusstsein konnte man ihm nicht vorwerfen, aber die Situation überforderte ihn. Genau wie Skiloi es vorausgesagt hat. Und dann wird er sich auf seine Stärke besinnen. Was kann eine Vlachhaken ihm im Kampf schon entgegensetzen? Also gut, bestätigte Siglos ihre Gedanken, aber nicht hier drinnen, im Hof, sobald jeder seine Rüstung und Waffen angelegt hat. »Ich bin bereit, aber nimm du dir ruhig alle Zeit, die du brauchst. Alle hier anwesenden Anführer der Masriden sind als Zeugen geladen.« Damit drehte sie sich um und schritt aus dem Saal. Gleich würde sich im schneebedeckten Hof der Festung ihr Schicksal entscheiden. »Was bei allen Geistern ist das?« Eine ähnliche Frage ging auch Natiole durch den Kopf, aber Sten hatte sie ausgesprochen. Neben ihnen zuckte Anna mit den Schultern. »Tredare aus dem Osten. Das Imperium richtet sie für den Krieg ab. Werden sie dort nicht gebraucht, lässt man sie manchmal in der Arena kämpfen,« fügte Ionis hilfreich hinzu. Während sich unterhalb ihrer Position die Armee des Imperiums formierte, war die Aufmerksamkeit der Vlachaken und Masriden vor allem auf eines gerichtet, die gewaltigen zweimanngroßen Wesen mit den geschwungenen Hörnern, die auf vier kurzen Beinen zwischen menschlichen Kriegern einher stapften und diese allein durch ihre Größe wie Zwerge erscheinen ließen. Ihre Haut war von einem hellen Braun, das mit unruhigen dunklen Streifen durchsetzt war. Sie wirkten behäbig, aber kraftvoll. »Es ist eine Waffe, die Furcht unter den Feinden säen soll,« führte Anna aus. »Sie werden vor Beginn der Schlacht in Raserei versetzt und stürmen mitten in die gegnerischen Reihen. Man kann sie kaum töten, ihre Haut ist wie ein Panzer und die meisten Waffen machen sie nur noch wütender. Widerwillig löste Natiole seinen Blick von den Wesen und ließ ihn über die Reihen ihrer Feinde wandern. Die Krieger des Imperiums schienen aus allen Teilen des gewaltigen Reiches zu stammen. Im Zentrum marschierten goldgeschubte, schwergerüstete Soldaten in perfekter Formation. Aber an den Flanken gab es Hilfstruppen, Krieger in unterschiedlichsten Rüstungen und auch Fußvolk, das gar nicht gerüstet war. Der Anblick war beeindruckend, aber der Vormarsch der Armee wurde vom Pass behindert und eingeengt. Wirklich erschreckend war die Länge des Heerwurms, ein scheinbar unendliches Meer aus Leibern, das bereit war, die Verteidiger aus dem Pass zu treiben und sich wie eine Flutwelle in das Land zwischen den Bergen zu den Besprechungen die Berichte der Späher gehört, aber die Zahlen waren nur Worte gewesen. Wer kann sich schon fünfundzwanzig tausend Krieger vorstellen? Jetzt wälzten sie sich Vlachkis entgegen und zeigten eindrucksvoll die ganze Macht des Imperiums. Was können wir gegen diese Tredare tun? Lass das meine Sorge sein, erwiderte Anna leicht hin. Skeptisch blickte Nathiole sie an. Seit sie Siglos im Duell niedergestreckt und damit ihren Anspruch bestätigt hatte, sah er sie mit anderen Augen. Politisch klug hatte sie Allianzen geschmiedet und ihre Position gefestigt, auch wenn Nathiole vermutete, dass Giloj dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hatte. Die Sharkin war mehrfach in Teremi gewesen, um im Namen Annas mit Sten zu verhandeln und Beziehungen zu einflussreichen Adligen und Händlern auch unter den Vlachaken waren außergewöhnlich. Geld regiert die Welt, dachte Nathiole zynisch, vor allem Sargans Geld. Sollte uns das Sorgen machen? Dann musste er fast über sich selbst lachen. Sie standen einer gewaltigen Übermacht gegenüber, die bereit war, Vlachkes anzugreifen. Sargans Geld war wohl das letzte, worüber er sich im Augenblick Gedanken machen musste. Für einen Augenblick erinnerte er sich an Artheines, die vielleicht in Colchas auf Nachrichten vom Krieg wartete, doch dann schob er auch dieses Bild beiseite und konzentrierte sich auf das, was vor ihnen lag. Sie werden gegen Mittag bereit sein, schätzte Steen. Unsere Stellung ist gut. Sie müssen gegen den Hang angreifen, und der schmale Pass nimmt ihnen die Möglichkeit, ihre überlegene Stärke vollkommen gegen uns zum Einsatz zu bringen. Nicht weit hinter ihnen befanden sich die vereinten Reihen von Vlachaken, Masriden und Scharken. Mit Beginn der Schneeschmelze hatten alle Völker ihre kampffähigen Männer und Frauen zusammengerufen und unter den Bannern ihrer Anführer versammelt. Es mochten knapp zehntausend sein, eine beeindruckende Zahl, aber gegen die Masse ihrer Angreifer wirkte sie klein. Zudem war sich Nathiole bewusst, dass sie schlechter gerüstet waren als viele der imperialen Soldaten. Hinter den vordersten Linien des Imperiums wurde schon schweres Gerät bereit gemacht. Abgesehen von einigen Ballisten aus Turdui konnte das Land zwischen den Bergen diesen nichts entgegensetzen. Vielleicht hat es den die Zweifel in Nathioles Blick gesehen. Jedenfalls lächelte der Woivode und nickte, wir sind so gut vorbereitet, wie wir es sein können. Wir stehen gut und vergesst nicht, wir müssen diesen Pass nur bis zum Sonnenuntergang halten, dann kommen unsere Verbündeten. Angesichts der dyrischen Armee fragte sich Nathiole, wie viel wohl die Trolle ausrichten mochten. Obwohl Kerr viele seines Volkes um sich versammelt hatte, darunter sogar einige Dutzend Tiefentrolle, würden sie wenige gegen viele sein. Die Generäle des Imperiums werden mit den Trollen rechnen, gab Ionis zu bedenken. Sie werden vorbereitet sein. Du hast sie noch nicht kämpfen sehen. Vorbereitung ist eine Sache, ein rasender Troll eine andere, entgegnete Nathiole. Ich würde mir keine Sorgen um die Effektivität der Trolle machen, mischte sich Anna ein, sondern mich eher fragen, ob wir überhaupt bis zum Anbruch der Dunkelheit aushalten werden. Ich kenne das Imperium. Ich würde wetten, dass sie darauf setzen, uns rasch zu vernichten. Der erste Schlag wird bald kommen, und er wird hart sein. Unsere Reihen dürfen nicht brechen, und selbst wenn wir standhalten, sie werden wieder und wieder angreifen, bis wir besiegt sind. Das wird nicht geschehen, versichert es den. Hier kämpfen freie Vlachhaken und Masriden, dort drüben gezwungene Soldaten und angeheuerte Söldner. Wir kämpfen mit der Heimat im Rücken. Darauf antwortete Anna nicht. Natiole versuchte, an den Flanken der Berge zu erkennen, wo die Trolle lauerten, doch er fand keinen Hinweis auf ihre Anwesenheit. Sie hatten Tunnel gegraben bis fast unter die Oberfläche, aber das letzte Stück würden sie erst öffnen, wenn die Sonne untergegangen war. Und wenn wir bis dahin durchhalten, werden sie uns helfen. Wieder wanderte sein Blick zu den Massen ihrer Feinde. Falls wir durchhalten. Denn nicht weit von ihnen entfernt bereitete sich das Imperium darauf vor, eine kleine widerspenstige Provinz zurück in seinen Schoß zu holen. Die Sonne stand hoch über dem Pass, als die Reihen des Imperiums zur Ruhe kamen. Doch Anna wusste, dass dies nur die Ruhe vor dem Sturm war, ein kurzes Sammeln bevor die Schlacht begann. Die Nervosität der letzten Wochen fiel von ihr ab, als die Stille auch von ihr Besitz ergriff. Die politischen Ränke, die Ratsversammlungen, das Feilschen und Buhlen um Posten und Macht, all das war vergessen. Die Gefahr der Invasion hatte es ihr leichter gemacht, sich den Thron zu sichern, auch wenn ihr dies ohne Skileus Einfluss niemals gelungen wäre. Aber jetzt standen sie alle hinter ihr, wortwörtlich, aufgereiht in den Schlachtreihen der Masriden. Selbst Siglos Fraktion hatte sich schlussendlich dem Unvermeidbaren gefügt, auch wenn Anna sicher war, dass die Anhänger des Adligen ihr noch Schwierigkeiten bereiten würden. Sofern wir den heutigen Tag überleben, dachte sie, was nicht nur angesichts der Zahl unserer Feinde ungewiss ist. Ein Marzek führte sein Volk in die Schlacht, daran gab es keinen Zweifel. Im Imperium mochten die Generäle zurückbleiben und den Verlauf der Kämpfe aus mit allen Bequemlichkeiten ausgestatteten Zelten verfolgen, während ihnen Sklaven kandierte Früchte reichten. Aber Anna würde kämpfen, an vorderster Front. Mit meinen Klingen habe ich Siglos erschlagen und mir den Thron gesichert. Jetzt werden meine Schwerter mir den Respekt der Masriden erringen. Ihr Blick wanderte zu der kleinen Gruppe um Steen, Natiole und Ionis, die weiter an der linken Flanke ihres Heeres standen. Der Woivode musste sich keine Sorgen um die Loyalität seines Volkes machen. Im Angesicht der Gefahr waren die Vlachaken einig. Sag den Schützen, dass sie sich bereit halten sollen, befahl Anna kühl. Es wird bald beginnen. Ihre Befehle wurden weitergeleitet, huschten von Mund zu Mund. Sie erreichten nicht nur die Bogenschützen, sondern auch die anderen Soldaten. Unruhe kam in den Reihen auf, als die Nachricht vom baldigen Beginn der Schlacht sie durchlief. Obwohl der Himmel wolkenlos war, blieben die Strahlen der Sonne schwach, denn noch war es Frühlingsanfang und in den letzten Nächten hatte es manchmal Frost gegeben. Die imperialen Armeen waren mit Beginn der Schneeschmelze aus ihrem Winterlager nahe Makatze aufgebrochen, aber die vereinten Truppen von Vlachhaken und Masriden hatten den Pass vor ihnen erreicht und befestigt. Der Kampf am Pass war Stehns Idee gewesen und Anna hatte ihm zugestimmt. Hier hatten sie einen klaren Geländevorteil, den wir bitter benötigen. Ruhig überprüfte Anna ein letztes Mal ihre Waffen, den Sitz der Rüstung, die Gurte des Sattels. Zwar hatte sie das schon vorher mehr als einmal getan, aber diese allerletzte Kontrolle half ihr, ihre Gedanken auf das kommende zu konzentrieren. Sie blickte hinab zu ihren Feinden. Es war ihr, als könne sie die Kraft der zukünftigen Ereignisse zwischen den beiden Armeen spüren, als wabere dort eine Wolke von Krieg und Tod, in die sie nur noch hinein marschieren müssten. Als wären alle Entscheidungen ohne Konsequenz, da größere Kräfte über sie verfügten, denen schwache Menschen nichts entgegen zu setzen hatten. Sie schüttelte den Kopf, vertrieb die seltsamen Vorstellungen und konzentrierte sich wieder auf die imperialen Soldaten. Die Infanterie würde direkt nach dem Sturm der Tredare marschieren, mit den schwer gerüsteten goldenen Garden im Zentrum. Die Enge des Passes würde verhindern, dass sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit direkt ausnutzen konnten, aber sie würde auch die schwere Kavallerie der Masriden einschränken. Anna schob sich den masridischen Helm ins Gesicht und hob den Arm. Stille legte sich über die Reihen, als alle Blicke zu den Feinden wanderten. Oft genug hatte Anna für das Imperium gefochten, sie kannte alle Taktiken und Armäen. Und ich kann sie kontern, dachte sie selbstbewusst. Ein Horn ertönte, der Laut wehte zu ihnen herüber. Flaggen wurden geschwenkt, zuerst schwerfällig, dann immer schneller setzten die Tredare sich in Bewegung. Ihre knurrenden, wütenden Rufe waren Anna wohl bekannt, ließen die Reihen der Masriden jedoch unruhig werden. Hinter den Kreaturen wurden Befehle gebrüllt, und die vordersten Reihen des Imperiums begannen ihren Marsch in die Schlacht. Aber Anna beachtete sie gar nicht, sondern sah nur zu den Tredaren, die jetzt die vorrangige Bedrohung darstellten. Sie kamen näher und näher. Dann endlich ließ Anna den Arm fallen, und hinter ihr erklang der Gesang von Hunderten von Bogensehnen. Die Pfeile zogen glühende Spuren über den Himmel. Ich kenne das Imperium, dachte Anna. Ich hoffe nur, ich kenne es wirklich gut genug. Doch für Selbstzweifel war es nun zu spät, denn die Schlacht um das Land zwischen zwischen den Bergen hatte mit aller Macht begonnen. Es fiel Steen schwer abzuwarten. Aber er wusste, dass viele Augen auf ihn gerichtet waren, und was er tat, diente seinen Kriegern als Beispiel. Also blieb er äußerlich stoisch ruhig, während gleichzeitig in ihm der Sturm tobte. Das Imperium griff an. Wie Anna es vorausgesagt hatte, sandten sie ihre tierischen Monstren vor, um die Reihen der Verteidiger aufzubrechen und in Verwirrung zu stürzen. Die gewaltigen Wesen stürmten mit gesenkten Hörnern immer weiter vor und stießen dabei seltsame Laute aus. Die Pfeile der Masriden wirkten gegen eine solche Naturgewalt auf den ersten Blick nutzlos, mochten es auch noch so viele sein. Und die meisten der brennenden Geschosse fielen auch nicht auf die Wesen nieder, sondern senkten sich vor ihnen in die karge Gebirgslandschaft. Aber einige fanden ihr Ziel. Sorgsam abgedeckte Gruben. Und die Treffer reichten aus, um das Öl in den Höhlungen in Brand zu setzen. Innerhalb weniger Herzschläge schlugen die ersten Flammen empor. Das Öl war eine besondere Mischung, Schiloi über ihre verschlungenen Kanäle besorgt hatte, und es brannte heißer und heller als alles, was den bislang in seinem Leben gesehen hatte. Wer hätte gedacht, dass Schiloi einmal unsere Retterin sein könnte? Ich hätte damals nicht gezögert, sie zu töten, und doch hat sie Vichinia das Leben gerettet und hilft nun uns. Das Leben geht seltsame Wege. Aus Feinden werden Verbündete und aus Freunden Feinde. Es war keine geschlossene Feuerwand, die sich einige Dutzend Schritt vor ihnen erhob, sondern eher einzelne Inseln aus Flammen, aber die brennenden Abschnitte genügten, um die Tredare wirkungsvoll aufzuhalten. Die Monstren wichen den Flammen aus, einige blieben mitten auf dem Schlachtfeld stehen, andere warfen sich gegen ihre eigenen Artgenossen und einige wendeten sogar und rasten auf die Soldaten des Imperiums zu. Der Woivode konnte seine Schadenfreude nicht verhehlen, als die gefürchteten Bestien sich gegen ihre vermeintlichen Herren richteten. Zwar gelang es den Kriegern im Zentrum Gassen für die Tredare zu schaffen, doch an der linken Flanke brachen zwei direkt in die Reihen der dyrischen Soldaten und wüteten unter den Menschen. Es kostete das Imperium wertvolle Zeit, die Kreaturen zu töten oder einzufangen und die Reihen wieder zu schließen. Einige Soldaten, die sich zu weit vorwagten, um die außer Kontrolle geratenen Tiere vom Schlachtfeld zu führen, wurden sogleich von den Masriden unter Beschuss genommen. Das Chaos war perfekt. Genau wie sie es vorher gesagt hat, feigste Ionis. Gefährliche Tiere, wenn man sie nicht kennt. Ein guter Anfang, pflichtete Nathiole ihm bei. Sie haben uns für Barbaren gehalten, die man einfach überrennen kann. Jetzt werden sie vorsichtiger sein. Und umso gefährlicher, ermahnte den seine Söhne. Er konnte nur hoffen, dass dieser rasche Erfolg sie nicht zu leichtsinnig werden ließ. Der Voivode blickte zu ihren Feinden hinab. Man konnte die Befehle hören, die Signalhörner die wehenden Flaggen sehen. Die Soldaten versammelten sich wieder um ihre Feldzeichen, und die erstaunliche Fähigkeit des Imperiums, sich zu organisieren und geschlossen zu handeln, wurde wieder deutlich. Schneller begann der Vormarsch der Feinde erneut. Jetzt gilt es, das Geplänkel ist vorüber, erklärte Steen. Während sich die gegnerischen Truppen näherten, ritt er die Reihen der Vlachhaken ab. In den Gesichtern seiner Krieger sah er die verschiedensten menschlichen Regungen, Furcht, Zorn, Hass, Angst und Entschlossenheit. Mit erhobenem Schwert deutete er den Pass hinab. Freie Vlachhaken, ihr alle wisst, dass sich hier das Schicksal unseres Landes entscheidet. Unsere Töchter und Söhne werden Lieder über diese Schlacht singen, in der wir unsere Heimat verteidigten. Gebt nach, aber gebt niemals auf. Nichts kann unsere Linien brechen, denn wir sind freie Vlachhaken. Tirea! Noch einmal wiederholte der Voivode den alten Schlachtruf seines Volkes, den Namen des letzten Krall, der viele Jahre lang ein Symbol des Widerstandes gegen die Masriden gewesen war. Jetzt stand er für das neue Vlachkiss, und viele stimmten in den Ruf ein, bis er aus tausenden von Kehlen in den Himmel stieg. Tirea! Die Flammen brannten nur noch an wenigen Stellen, aber noch stieg öliger Rauch auf und wehte über den Ort, der bald ein Schlachtfeld sein würde. Er gab dem Pass etwas Finsteres, als zöge eine schattenhafte Erinnerung an den Dunkelgeist über das Land, die Steen bis ins Mark fuhr. Auf der gegenüberliegenden Seite des Passes bereiteten sich die Masriden auf den Angriff vor. Als habe sie Steens Blick gespürt, ließ Anna ihren Bannerträger das Signal geben. Der Greif fuhr in den Himmel, flatterte widerspenstig im Frühlingswind. »Zeig das Banner!« befahl Steen heiser. »Lass den Raben fliegen!« Er musste sich nicht umsehen, um zu wissen, wann das Rabenbanner über ihren Köpfen gehisst wurde. Als er zu seinen Söhnen zurückkehrte, deutete er zu ihrer linken Flanke. »Nati, übernimm den Flügel. Ich führe rechts. Ionis, halte die Reserve bereit. Wir werden sie benötigen, bevor der Tag vorbei ist.« In In den Gesichtern seiner Söhne konnte Steen Konzentration und Anspannung erkennen, aber auch Mut und Kampfbereitschaft. Er nickte ihnen zu, dann trieb er sein Pferd an, langsam zunächst, dann schneller. Die Bogenschützen sandten Pfeilhagel über ihre Köpfe, als sich die Heeresspitze der Vlachhagen auf ihre Feinde warf. Von seiner Warte aus konnte Kornell das ganze Schlachtfeld überblicken. Er sah, wie sich die vordersten Schlachtreihen langsam lösten und dann dem Feind entgegenstürmten. Allen voran die Reiter auf beiden Seiten, schwer gerüstete Masriden und Vlachhagen. Dahinter das Fußvolk mit Speeren und Schilden, andere mit Pieken. Das Imperium setzte seine Reiterei noch nicht ein. Kornell konnte sie weiter unten im Pass sehen, hinter den aufgestellten Bogen und Schleuderschützen. Um ihn herum verband sich das leise Murmeln der betenden Sonnenpriester zu einem dissonanten Lied. Die Mitglieder des Albus Sunas hatten sich an der rechten Flanke versammelt, um die Schlacht mit ihren Gebeten zu unterstützen. Hauptsächlich Masriden, aber es waren auch einige Vlachhagen darunter, die dem Orden dienten. In dieser Stunde der Not machte niemand mehr Unterschiede. Auch Cornell betete, allerdings so leise, dass sich nur seine Lippen bewegten. Die Sonne stand an einem makellosen Himmel, aber noch war ihr Licht schwach vom Winter. Dennoch war ihr Strahlen ein gutes Omen. Irgendwo an der linken Seite des Passes hatten sich einige Geistseher versammelt, die von den Geistern des Landes Unterstützung erbaten. Einst wäre es undenkbar gewesen, dass sie und der Albus Sunas an einem Strang zogen, aber der Angriff des Imperiums stellte viele alte Regeln in Frage. Vielleicht sollten wir dafür dankbar sein, dachte Cornell zynisch, sah dann aber im Geist Vintilas wutverzerrtes Gesicht vor sich. Nein, dankbar sollten wir erst sein, wenn wahrer Frieden herrscht und die Vintilas und Sieglosse dieser Welt kein Gehör mehr finden. Die Nachricht vom Tod des Thronanwärters im Duell gegen Anna hatte Cornell mehr erfreut, als es einem Sonnenpriester eigentlich gebührte, und er war zufrieden gewesen, als den Vintila in den Wald hatte schaffen lassen und man ihn an einen Baum gebunden seinem Schicksal übergeben hatte. Unwirsch blickte Cornell wieder zu Boden, versuchte sich auf sein Gebet zu konzentrieren. Seine abschweifenden Gedanken ärgerten ihn. Da erklang das Geräusch, auf das er bereits den ganzen Morgen gewartet hatte. Stahl auf Stahl, Krieger gegen Krieger, Armee gegen Armee. Davon wie magisch angezogen, blickte er auf und beobachtete, wie sich die Schlacht unter ihm entfaltete. Die Reiterei war in die Reihen des Imperiums eingebrochen. Die schwere Infanterie versuchte, dem Ansturm standzuhalten, aber schon brachen die Linien auf. Atemlos verfolgte Cornell Steens Banner, das in der Nähe des Voivoden wehen musste. Die Vlachaken fochten gegen die goldenen Garden, und der Lärm drang bis zu den Wipfeln der Sorkaten. Dann sah Cornell für einen Moment Steen, der sein Pferd in das dichteste Getümmel trieb. Der Voivode sprengte die Feinde auseinander und zog seine Krieger mit sich. Weiter entfernt schlug sich Nathiole. Seine Reiter hatten die Front des Imperiums zurückgedrängt, dort, wo die Soldaten weniger diszipliniert waren. Die hintersten Reihen wandten sich schon zur Flucht, als die Fußsoldaten der Vlachaken den Kampf erreichten. Unwillig seiner eigenen Position. Anna hatte ihren Angriff zielsicher zwischen zwei verschiedene Truppenteile getrieben, und sie spaltete die Formation ihrer Gegner geradezu. Sie flog auf ihrem Pferd voran, gefolgt von ihrer Garde, und die nachrückenden Masriden drängten in die Lücke. Bogenschützen waren vorangelaufen und sandten nun Pfeilregen um Pfeilregen auf die Feinde nieder, während diese aufgrund ihrer schlechten Position den Beschuss kaum erwidern konnten. Der Anblick der Schlacht überwältigte Cornel. Doch er wusste, dass der Kampf um Vlachkis gerade erst begonnen hatte. Menschenkrieg ist langweilig. Missmutig kratzte sich Wrack mit einer Klaue den Schädel. Kerr ignorierte den Einwurf von Anderskind und blickte zu dem dünnen Lichtstrahl, der weit vorn im Gang durch ein winziges Loch fiel. Es kostete ihnen Überwindung, so nah an das Sonnenlicht heranzugehen, aber sie mussten es beobachten. Es war ihre einzige Möglichkeit, den Einbruch der Nacht zu erkennen. Kämpfen die da draußen noch? Ich spüre gar nichts mehr. Jetzt wandte der Troll sich doch seufzend zu Wrack um, der ihm fast ganz bis nach vorn gefolgt war. Die anderen Kinder Anders waren weiter hinten geblieben, die Nähe der Oberfläche machte sie ohnehin nervös, und das Sonnenlicht erfüllte sie mit Ekel. Aber Kerr spürte ihre Bereitschaft zu kämpfen, ebenso wie er die Schlacht an der Oberfläche spüren konnte. Blut benetzte dort den Boden, Blut, dessen Geruch ihm in die Nüstern stieg und ihn unruhig machte. Sie kämpfen noch, keine Sorge. Gut. Anders Kind schwieg eine Weile, aber Kerr konnte schon die nächste Frage in seinen Gedanken reifen sehen. Was ist, wenn die Goldmenschen das Loch zudecken, dann denken wir, es ist Nacht und dann ist es draußen noch hell. Hast du Angst? fragte Kerr, obwohl an das Kind nicht danach roch. Aber die ständige Fragerei ging Kerr auf die Nerven. Erzürnt schüttelte Wrag das mächtige Haupt. Nein, aber Menschlingen ist alles zuzutrauen. Wir spüren den Dreck. Ich denke, wir würden es merken, wenn das Licht zu früh verschwindet. Wir müssen einfach nur warten. Warten, pah! Wrag schnaugte. Kerr konnte seine Ungeduld wittern. Er konnte an das Kind verstehen. Auch ihn gelüstete es nun nach Kampf. Sie hatten diesen Krieg nicht gesucht, aber sie würden ihm auch nicht aus dem Weg gehen. Viele Trolle waren gekommen, und sogar eine ganze Menge von Anders Kindern, die Wrags Versprechen von Kampf und Blut gefolgt waren. Sie hatten Tunnel gegraben, dort, wo Steen und die Seinen ihre Schlacht schlagen wollten. Es fehlte nicht mehr viel, um an die Oberfläche zu gelangen. In den meisten Tunneln verbargen sich Trolle der alten Stämme, aber Kerr war mit Anders Kindern gegangen. Die Nähe der Oberfläche war ihnen unangenehm, doch auch die Ansammlung ihrer selbst war für sie ungewohnt. Sie kamen stets nur für kurze Zeit zusammen und waren sonst Einzelgänger, anders als die anderen Trolle. Ich hoffe, Natiole lässt uns noch etwas zu tun übrig. Nicht, dass wir hier umsonst rumhocken, brummelte Wrag. Geistesabwesend nickte Kerr. Er hatte in der Nacht die Feuer des Imperiums gesehen, die vielen Lichtpunkte, die den Sternenhimmel zu spiegeln schienen. Der Troll hatte schon in Schlachten der Menschen gekämpft, aber er hatte noch niemals so viele von ihnen gesehen. Der Kampf wird nicht schnell vorbei sein, erklärte er schließlich, vorausgesetzt unsere Harreg halten bis zum Abend durch. Wir werden viel zu töten haben. Gut, befand Wrag grimmig und schlug die Faust in die Hand. Goldmenschen zum Zerquetschen, darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Kerr achtete nicht auf ihn, sondern blickte wieder zum Sonnenlicht. Über ihnen tobte die Schlacht und mit jedem Dreg wuchs Kers Unbehagen. Er befürchtete, dass am Abend keine Harreg mehr leben würden, denen die Trolle helfen konnten. Der Schwung des ersten Sturms trug sie weit in die imperialen Reihen. Allen voranritt Nathiole, trieb seinen Speer einem Krieger in die Brust, zog sein Schwert und schlug eine Bresche. Hinter sich spürte er seine Krieger mehr, als dass er sie hörte. Sie säten Tod und Vernichtung unter den Dyrian. Ihre Feinde wichen zurück, doch sie konnten nicht entkommen. Zu schnell war der Angriff, zu sehr öffneten sich ihre Linien. Der Helm nahm Nathiole einen Teil der Sicht. Der Lärm der Schlacht drang nur gedämpft an seine Ohren. Seine Welt beschränkte sich auf den Sicht Schlitz. Er schlug nach rechts, traf einen Krieger an der Schulter, ritt aber weiter, ohne abzuwarten, was sein Schlag bewirkt hatte. Immer wieder traf seine Klinge auf Widerstand. Zwei Schläge donnerten gegen seinen Schild, sandten Wellen des Schmerzes durch seinen Arm. Aber dann war schon ein anderer Vlachake an Nathiole's Seite, und der Angreifer fiel unter den Hieben. Nathiole's Atem ging stoßweise, beinahe im Rhythmus mit seinen Schlägen. Menschen wurden unter die Hufe der Pferde geschleudert, Knochen brachen unter Hieben, Blut besudelte Nathiole's Rüstung. Weiter und der die Vlachaken in einen wahren Siegestaumel versetzte. Nichts schien sie aufhalten zu können. Immer noch brüllten einige den Schlachtruf, und rechts und links zogen die ersten vlachkischen Kämpfer an Nathiole vorbei. Schlagartig wurde er sich der Gefahr bewusst. Hektisch blickte er sich um, versuchte in dem Getümmel Ordnung zu finden. Vom Pferderücken aus sah er, wie die Front des Imperiums aufgebrochen war und sich keilförmige Fluten von Masriden und Vlachaken in die Lücken ergossen. Ganz im Osten trieb Anna ihre Feinde vor sich her wie eine Herde Schafe. Doch im Zentrum war Steen weniger weit gekommen. Die Goldenen Garden leisteten erbitterten Widerstand und sie hatten den ersten Angriff verlangsamen können. Anders als die Truppen an den Flanken wichen sie nicht zurück, sondern stellten sich dem Kampf. Zu mir! brüllte Nathiole und lenkte sein Pferd weiter nach Osten. Sein Bannerträger folgte ihm und die Krieger würden dem Banner folgen. Wir dürfen unsere Reihen nicht zerreißen lassen. Wenn wir sie zu sehr dehnen, liefern wir uns der überlegenen Stärke des Imperiums aus. Als hätten seine Feinde seine Gedanken gelesen, zog unvermittelt ein heller Streifen über den Himmel. Nur kurz war das Geschoss in seinem Blickfeld, aber Nathiole erkannte sofort, dass die imperialen Katapulte den Beschuss begonnen hatten. Noch entschlossener trieb er sein Reittier an, drängte die Truppen des Feindes zurück, wobei er immer mehr in Richtung Zentrum ritt. Schon tauchten die ersten goldgerüsteten Krieger vor ihm auf, die nach vorn liefen, um den Kampf gegen Steens Soldaten zu unterstützen. Mit seiner Reiterei fiel Nathiole ihnen in die Flanke, traf sie unvorbereitet und spaltete ihre Formation. Jetzt brach Chaos auch unter den Elite Kriegern des Imperiums aus, und viele wurden zwischen Nathioles und Steens Truppen wie zwischen Hammer und Amboss zerquetscht. Mit gnadenloser Wut dezimierten die Vlachaken die besten Soldaten des Imperiums, die wenig mehr tun konnten, als kämpfend unterzugehen. Doch der Triumph wehrte nicht lange. Schon erklangen Horn-Signale und weitere Einheiten des Imperiums setzten sich in Bewegung. Langsam marschierten sie den Hang hinauf. »Frische Krieger«, erkannte Nathiole, während wir allmählich müde werden. Sie hatte jedes Zeitgefühl verloren. Zu irgendeinem Zeitpunkt hatte ein Hieb sie vom Pferd geholt, aber ihre Krieger waren zur Stelle gewesen, um sie zu beschützen, bis sie sich aufgerappelt hatte. Anna kämpfte wie eine Besessene, aber für jeden gefällten Feind schienen zwei neue nachzuwachsen. Schon längst drängten sie ihre Feinde nicht mehr zurück, sondern kämpften nur noch darum, die Stellung zu halten. Das Schlachtfeld war von Gefallenen übersät und von Verwundeten, von Sterbenden und jenen Verletzten, die noch versuchten, sich mit letzter Kraft vor wirbelnden Klingen und donnernden Pferdehufen in Sicherheit zu bringen. Geschickt duckte Anna sich unter dem Stich eines Speers hinweg und sprang nach vorn. Zielsicher drang ihre Klinge durch den Spalt unter der Achsel in die Rüstung ihres Gegners ein. Blutstropfen regneten durch die Luft, als sie ihr Schwert herauszog und den nächsten Angriff parierte. Ihre zweite Waffe fand den Hals des Dyrias, der Gurgeln zu Boden stürzte. Blut färbte seine Zähne rot, indes er zu schreien versuchte, aber Anna beachtete seinen Tod nicht, sondern wandte sich einem weiteren Feind zu. In der Hitze des Gefechts konnte sie nicht sehen, wie die Vlachhaken sich hielten. Ihre einzigen Gedanken galten ihrem eigenen Überleben. Ihr Atem ging stoßweise, der rechte Arm schmerzte von einer langen Schramme und ihre Seite war feucht, ohne dass sie wusste, ob von ihrem eigenen Blut oder von dem ihrer Feinde. Ihre Instinkte leiteten ihre Bewegungen, ließen sie sich ducken, parieren, angreifen und ausweichen in einer endlos scheinenden Abfolge. Dann erschallte ein Horn und die Reihen des Imperiums zogen sich plötzlich zurück. Keuchend blieb Anna stehen, sog gierig Luft in ihre Lungen. Erst als einige Krieger vorstürmten, um die Feinde zu verfolgen, richtete sie sich wieder auf. Halt! Zurück! Zurück! Viermal verflucht! Unwillig wurde ihrem Befehl Folge geleistet. Der Moment der Ruhe gab ihr Zeit, sich umzusehen. Die Vlachaken hatten sich ebenfalls etwas zurückgezogen. Ihre Reihen hatten sich gelichtet, aber ihr Angriff hatte die Goldenen Garden schwer getroffen. Doch ein Stück weiter unterhalb ihrer eigenen Position formierten sich die imperialen Armeen wieder. Sammelt alle Reiter, die noch ein Pferd haben, befahl Anna Brüsk, haltet sie hinter den Fußsoldaten. In einiger Entfernung registrierte sie die trügerisch langsame Bewegung eines Katapults und und raste das feurige Geschoss auf sie zu. Nur wenige Schritt über Anna brauste es durch die Luft und schlug hinter ihr und ihren Söldnern ein. Flüssiges Feuer spritzte umher, umhüllte Krieger, fraß sich durch Rüstungen und Fleisch, fiel in unlöschbaren Tropfen auf Leiber. Zurück! Wir müssen aus der Reichweite dieser verdammten Bastarde! Sie rannte den Hang hinauf. Ein Soldat wälzte sich auf dem Boden, Flammen leckten über seine Haut. Ein anderer versuchte, das Feuer zu löschen, schlug mit einem Umhang auf ihn ein. Mit hartem Griff packte Anna den Mann und zerrte ihn mit, obwohl ihr die bestialischen Schreie des Sterbenden in den Ohren gelten. Das kann man nicht löschen, erklärte sie. Weg hier! Schosse fanden ihr Ziel, doch der Rückzug rettete viele von Annas Kriegern. Auch die Vlachhaken hatten sich wieder auf ihre ursprüngliche Position zurückgezogen, gerade außerhalb der Reichweite der Katapulte. Die haben die Hosen gestrichen voll, feixte Tiradar, der sich mit einem fleckigen Tuch den Schweiß von der Stirn wischte, als er Anna entdeckte. Das? Das war nur ein Geplänkel, eine kurze Begrüßung, erwiderte sie mit einem prüfenden Blick zum Himmel. Und es ist so wenig Zeit verstrichen. Bald wird die zweite Welle kommen, und die Sonne steht noch hoch über dem Horizont. Wie viele dieser Angriffe können wir überstehen, bevor unsere Reihen brechen? Sie wusste die Antwort auf die Frage nicht, aber die erschöpften Gesichter der Masriden und Scharken um sie herum sprachen eine deutliche Sprache. Der Abend war noch fern, und das Imperium hatte genug Reserven, um viele weitere Angriffe frischer Soldaten gegen die müden Kämpfer des Landes zwischen den Bergen einzuleiten. Eine leichte Brise war aufgekommen, und die bunten Wimpel, mit denen das Zelt der dyrischen Heerführer geschmückt war, flatterten geräuschvoll im Wind. Arteinis versuchte, sich davon nicht ablenken zu lassen, sondern weiterhin den Gesprächen im Inneren zu lauschen. Aber ihre Gedanken waren nicht bei den endlosen Floskeln und Höflichkeiten, die ein weiterer Bote kniend vortrug, der soeben von dem Pass gekommen war, an dem sich die Armeen gesammelt hatten. Das Zelt selbst war mit goldener Stickerei geradezu überladen, und die Männer, die darin saßen und mit lauter Stimme über Taktik und Truppen redeten, mussten auf keinen Luxus verzichten. Während ihre Soldaten in die Schlacht reiten, lassen sie sich die teuersten Köstlichkeiten aller Art reichen, dachte Arteinis und konnte sich des Gefühls des Ekels nicht erwehren, dass ihr in der Kehle aufstieg, während sie Kamros beobachtete. Der imperiale Beamte thronte inmitten des Zeltes und hielt Hof, sei er der goldene Imperator selbst. Seit Stunden schon trafen immer neue Berichte von den vordersten Linien der Front ein, darüber, wie die Vlachaken sich aufgestellt hatten, welche Einheiten den Kern ihrer Truppen bildeten und welche die Flanken. Die ersten Gefechte waren ohne deutliches Ergebnis geblieben, aber der Tag war noch lang. Arteinis stand bescheiden im Hintergrund, bei den Dienern, wie Kamros es verlangt hatte, obwohl er genau wusste, was für einen Affront das gegen sie und das Haus Vulpon darstellte. Aber sie musste sich fügen, denn wenn sie nicht in Kamros Nähe sein konnte, würde sie nicht aus erster Hand erfahren, wie es um den Dürischen Kriegszug bestellt war. Und das war der Grund, warum Arteinis hier war. Eigentlich hatte Sargan einen ihrer Brüder dazu ausersehen, mit dem Heer zu ziehen, um Augen und Ohren vor Ort zu haben. Es hatte Arteinis all ihre Überzeugungskraft und Geschicklichkeit gekostet, dass ihr Vater schließlich sie anstatt ihres Bruders für diese Aufgabe ausgewählt hatte. Sie hatte seit Natiolis Aufbruch keine Nachricht aus Flachkis erhalten und untätig in Kolschers herum zu sitzen, während der Krieg näher und näher rückte, hatte sie schier um den Verstand gebracht. »Nur wenig schwere Reiterei! Sie versammeln sich wieder und ihre Aufstellung ist unverändert, Frükos!« beendete der Bote soeben seinen Bericht und senkte die Augen dann untertänig zu Boden. »Gibt es irgendein Anzeichen dafür, dass die Vlachaken ihre Trollverbündeten zu Hilfe gerufen haben?« erkundigte sich Kamros. »Keines Herr!« Der dyrische Beamte knurrte zufrieden und trank einen Schluck Wein aus dem Pokal, den er in der Linken hielt. »Sie sind erstaunlich zäh!« erklärte einer der Generäle mit einem süffisanten Lächeln in Kamros Richtung. »Aber letztendlich werden wir sie zerschmettern!« Soweit uns berichtet wurde, reiten die Anführer der Barbaren direkt mit ihren Truppen, Soldaten!« meinte Kamros grüblerisch. »Es könnte von Vorteil sein, sie direkt auszuschalten, um die Moral zu untergraben!« Arteinis biss die Zähne zusammen. »Sten führt die Vlachhaken an!« dachte sie trostlos. »Ihr seht blass aus! Vielleicht wird all dies doch zu viel für euch, Fröka!« erkundigte sich Kamros in eben diesem Moment zuckersüß!« Arteinis neigte höflich den Kopf. »Nein, mir geht es gut. Ihr braucht keine Rücksicht auf mich zu nehmen!« erwiderte sie mit freundlicher Stimme, obwohl sie innerlich vor Zorn kochte. »Wir sollten die Söldner bald einsetzen!« sagte der Mann, der rechts neben Kamros stand. »Das wird eine unangenehme Überraschung für den neuen Marzek werden!« Die Verachtung in seiner Stimme war nicht zu überhören. Er nahm eine Handvoll kandierter Feuertrauben von dem goldenen Tablett und aß sie genussvoll. Ein schmales Lächeln zeigte sich auf Kamros Zügen. »Eine hervorragende Idee, Denixer von den Skleron!« gab er zu. Dann nickte er in Richtung des Boten. »Die Söldner sollen sich bereit machen!« Der Bote erhob sich und verließ das Zelt ebenso hastig, wie er gekommen war. Arteinis umklammerte mit der Linken das Päckchen, das sie damals bei ihrem Aufbruch aus Termi von Ionis erhalten hatte, und das sie, noch immer ungeöffnet, heimlich bei sich trug wie einen Talisman. Sie wusste, dass sie nichts tun konnte, außer das Geschehen zu beobachten, so schwer ihr das auch fallen mochte. Aber irgendwann Zug zur Rechenschaft gezogen werden, Kamros, du Hund, dachte sie, mein Vater wird dafür sorgen. Bis dahin konnte sie nur inständig hoffen, dass die Prinzen von Vlachkis nicht unter den Toten sein würden, die dieser Wahnsinn kostete. Sie bewegen die Katapulte! Der Aufschrei riss Kornell aus seiner Konzentration und er blickte auf. Das Schlachtfeld war mit Leibern übersät. Hier und da brannten noch Feuer, über manche Leichen leckten noch die Flammen und schwarzer Rauch stieg auf, nur um bald von den Winden verwirbelt zu werden. Das Imperium ließ sich Zeit mit seinem nächsten Angriff und jetzt konnte Kornell sehen, warum. Trauben von Menschen zogen die Katapulte den Hang hinauf durch die vordersten Reihen der imperialen Armeen. Schon bald würden sie eine Position erreicht haben, von der aus sie die Stellungen der Verteidiger unter Feuer nehmen konnten. Das Imperium arbeitete auch im Krieg mit erschreckender Effizienz. Wenn sie die Katapulte noch weiter nach vorn bringen, dann müssen wir uns zurück ziehen, erklärte die Keralja eben. Nein, entfuhr es Kornell heftig. Einige Sonnenpriester blickten ihn überrascht an. Wenn wir uns zurück ziehen, fuhr er fort, dann geben wir den unseren ein schlechtes Zeichen. Wir sind der Glaube dieser Menschen. Unsere Gebete zum göttlichen Licht geben ihnen hoffen, Wir müssen ihnen ein Vorbild sein. Aber was sollen wir tun? Gegen die Katapulte können wir nichts ausrichten, warf Wiglas abschätzig ein. Betet mit mir, Brüder und Schwestern, betet mit mir um die Gnade des göttlichen Lichts. Lasst uns unsere Feinde mit der Macht des göttlichen Lichts niederstrecken. Unsicher blickte Wiglas erst zu den Katapulten, dann zur Keralja und wies mit der Hand den Pass hinab. Das ist viel zu weit entfernt. Wir müssen uns dem Entschluss des göttlichen Lichts fügen. Wir können nichts, nein, wir können nicht aufgeben und wir werden nicht aufgeben. Das göttliche Licht wird uns beschützen. Ohne ein weiteres Wort senkte Kornell das Haupt erneut und nahm sein Gebet wieder auf. Diesmal sprach er laut und schon nach den ersten Silben fielen andere mit ein. Mit Genugtuung erkannte er die Stimme der Keralja, dann wurde sein selbstgerechtes Ich von den brandenden Wogen der göttlichen Macht davongespült. Fiebrig hasteten seine Lippen durch die Fürbitten, lauter und lauter wurden ihre Anrufungen. Es war Kornell, als spüre er die brennende Kraft der Sonne in seinem Inneren. Die Schmerzen waren schier unerträglich und er legte den Kopf in den Nacken und schrie sie heraus. Mit einem Ruck schien er sich aus seinem Körper zu lösen. Er konnte seinen Leib unter sich sehen, regungslos zusammengebrochen, umringt von den anderen Mitgliedern des Albus Sunas. Sein Selbst war Licht und einige starrten hoch zu ihm mit offenen Mündern. Aber es waren nicht diese Menschen, denen seine Aufmerksamkeit galt. Er konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Er wusste nicht mehr, wer er war, aber er wusste, dass dort in der Ferne Feinde waren. Die Bewegung seiner Hand war wenig mehr als ein Gedanke. Er hatte keinen Körper mehr, der langsam und schwerfällig gehorchen musste. Lanzen aus Licht fielen vom Himmel. Dort, wo sie auftrafen, verging alles unter ihrer sengenden Hitze. In wenigen Augenblicken fingen die Katapulte Feuer und wurden von den Flammen verschlungen. Ein tiefer Friede erfüllte die Lichtgestalt. Sie blickte hinab, wo Menschen um etwas herum standen, was ihr vage vertraut vorkam. Sie wusste, dass sie etwas Gutes getan hatte. Nichts hielt sie mehr zurück, und sie ging im Licht der Sonne auf. Unter ihr, auf dem kühlen Felsen, hauchte Kornell, der vlachkische Sonnenpriester, seinen letzten Atem in diese Welt. Nach langer Wanderung begriff Azoth, dass er sich in einer immer enger werdenden Spirale um das Herz des Landes herum bewegte. Unbewusst hatten seine Schritte ihn gelenkt, ihn Kreise ziehen lassen, voll innerer Unruhe und immer hastiger. Die Dreg riefen ihn, dringlicher als je zuvor, ihr Klagen zunehmend unerträglich in seinem Herzen. Als die Dreg mehr und mehr Finsternis mit sich brachten, lief er bereits in Richtung des Schachts und der Höhle. Etwas hatte sich im Schlag des Herzens verändert. In ihm schwang eine Anspannung mit, die auch von Azoth Besitz ergriff. Wie die Vorahnung einer blutigen Zukunft, wie in den Augenblicken vor einem Kampf, wenn jede Faser seines Leibes sich bereit machte. Je näher Azoth dem Herzen des Landes kam, desto deutlicher konnte er es spüren. In der Höhle wirbelten die Schatten chaotischer umher als sonst. Das Herz schlief, doch seine Träume waren unruhig, und jeder Dreg brachte Azoth Erinnerungen an Bilder, an Gerüche, an Geräusche. Ein unauflösliches Wirrwarr aus Gefühlen überflutete ihn, Doch sein Geist war stark. Unbeholfen ließ er sich in der Nähe nieder. Er wusste nicht, was er tun sollte, was er tun konnte. Er wusste nur, dass etwas von ihm erwartet wurde, und er vertraute darauf, dass das Herz ihn wissen lassen würde, was das war. Als der nächste Angriff an ihren Linien abprallte und die imperialen Truppen sich wieder zurückzogen, schob Anna sich den Helm in den Nacken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wie viele waren es? Drei? Oder schon vier? Sie musste einige Momente nachdenken, bevor sie erkannte, dass das Imperium bereits viermal gegen sie angerückt war. Die Schlacht hatte breite Lücken in die Reihen der Masriden gerissen, der Geruch von Blut, Tod, Feuer und Exkrementen hing in der Luft, aber Anna bemerkte ihn kaum noch. Jemand reichte ihr einen Wasserbeutel und sie trank gierig. Sie formieren sich neu, knurrte Tiradar neben ihr. Seine Rüstung war ebenso verbeult und angeschlagen wie Annas, und offenkundig hatte er sich den Inhalt eines weiteren Wasserschlauchs einfach über den Kopf gegossen. Die Masriden konnte ihn verstehen, glühte doch ihr eigener Körper ebenso von der Hitze des Kampfes, der ihnen kaum Ruhepausen gönnte. Tatsächlich bereiteten sich die imperialen Armeen bereits auf den nächsten Angriff vor. Um die Reste der verbrannten Katapulte sammelten sich wieder Soldaten, frische und ausgeruhte Krieger, die sich schon bald mit neuer Macht auf sie stürzen würden. Wenigstens stellten die Katapulte keine Gefahr mehr dar. Was auch immer sie vernichtet hatte, war sehr mächtig gewesen und hatte ihnen einige Zeit erkauft, bis ihre Feinde sich von dem Schrecken erholt hatten. Macht euch bereit, befahl Anna. Ihre Stimme war heiser, sie hatte heute bereits zu viele Befehle geschrien. Jedes Wort kratzte in ihrem Hals, aber sie kümmerte sich nicht darum. Ich werde noch viel mehr schreien, bis das hier vorüber ist. Die Sonne sank langsam gen Horizont, quälend langsam. Zu langsam, erkannte Anna. Das Imperium ließ sich mit seinen Angriffen kaum Zeit, Welle folgte auf Welle, und die Verteidiger hatten bereits alles in die Schlacht geworfen, was ihnen zur Verfügung stand, selbst Ionnes Reserven. Doch dann sah Anna, welche Truppen sich zum Sturm bereit machten, und neue Hoffnung keimte in ihr. Im Zentrum, dort, wo Sten sie empfangen würde, stand ihr einstiger Söldnerhaufen. Macht die Flaggen bereit! Unvermittelt konnte sie den nächsten Angriff kaum erwarten, freute sich sogar auf ihn. Noch mochte die Moral der imperialen Armeen gut sein, aber gleich würden sie ihr einen Schlag versetzen, der vielleicht die Schlacht entscheiden würde. Die Erschöpfung war aus ihren Gliedern gewichen, und ihre Blicke waren nur noch auf ihre früheren Söldner gerichtet, die sich in den gegnerischen Reihen formierten. Die anderen Truppen des Imperiums hatten keine Bedeutung mehr. Das Schlachtfeld mit all den Toten und Verwundeten verschwand für den Augenblick aus ihrem Bewusstsein. Ihr ganzes Ich konzentrierte sich auf diesen einen Punkt. Dann ertönten die Hörner und der Angriff begann. Noch immer setzte das Imperium seine Reiterei nicht ein, und so stürmte Fußvolk den Hang hinauf. »Gebt den Vlachhaken das Zeichen!« Banner wurden entrollt, und Anna warf einen bangen Blick nach Westen. Sie fürchtete, dass ihr Signal ungesehen blieb, doch das Ausbleiben von Pfeilen zeigte ihr, dass den es erkannt hatte. Ihre einstigen Söldner stürmten an der Spitze vor, zogen die anderen Soldaten mit sich. Noch waren sie hundert Schritt entfernt, dann nur noch fünfzig. »Jetzt!« Ein weiteres Banner flog hoch. Flores Kriegszeichen, der doppelte Rabe. Annas Herz setzte einen Schlag aus. Die Söldner stürmten. Jeden Moment musste Berufan das Signal sehen, musste seine Leute herumwerfen und dem Imperium in den Arm fallen. Jeden Augenblick. Da stürzten sich die Söldner mit voller Wucht auf die Vlachhaken. Ungläubig blickte Anna zu der Stelle hinüber, konnte den Verrat nicht fassen. Sie kommen, brüllte Tiradar. Bereit machen! Seine Worte rissen sie aus ihrer Stache. Sie wandte sich den heranstürmenden Feinden zu, doch bevor sie auch nur den Helm ins Gesicht schieben konnte, waren sie heran und fielen über die Masriden her wie ausgehungerte Wölfe über Schafe. Innerhalb weniger Herzschläge war aus Triumph Schrecken geworden. Anstatt sich gegen das Imperium zu stellen, brachen die Söldner, die einst Floris unterstanden hatten, in Steens Rhein ein. Fassungslos starrte Natiole auf das Geschehen in der Mitte der Front. Aber ihm blieb kaum Zeit, darüber nachzudenken, was das für die Schlacht bedeutete, denn schon musste er sich an der Flanke mit seinen Leuten der eigenen Haut erwehren. Seine Arme protestierten schmerzhaft, als er Schild und Schwert hob, um den ersten Gegner zu empfangen. Er blockte den Schlag ab, trat kurz nach vorn und schlug selbst zu. Doch sein Hieb traf nur den Schild seines Feindes. Ein Speer zuckte von der Seite heran, zwang ihn wieder zurück. Geschickt reihte sich Natiole wieder ein, Schild an Schild empfing den nächsten Angriff und stieß zu. Diesmal fand er eine Lücke und seine Klinge kratzte über Metall, fand Fleisch und er zog sie blutbesudelt zurück. Immer mehr Soldaten drangen auf sie ein, Schritt für Schritt wurden Natiole und die Kämpfer, die neben ihm fochten, zurückgedrängt. Erschöpft ließ sich Natiole zurückfallen und andere nahmen seinen Platz ein, während er einige Schritte die Flanke des Berges emporlief, den Helm abnahm und seinen Blick suchend über das Schlachtfeld sandte. Was er sah, versetzte ihm einen Stich ins Herz. In der Mitte war ihre Front zurückgefallen, immer mehr Imperiale stürmten dorthin und die Linien der Verteidiger wurden dünner und dünner. Weiter im Osten schienen die Masriden ihre Position halten zu können, Annas Banner aber sah Natiole nahe beim Zentrum, dort, wo Masriden neben Vlachhaken fochten, war die schwächste Stelle ihrer Formation und Anna schien diese Gefahr erkannt zu haben. Der Lärm war ohrenbetäubend, dennoch waren Natioles Gedanken klar. Wir müssen zurückfallen. Wenn das Zentrum noch weiter einbricht, reißen sie Lücken und dann mögen die Geister uns gnädig sein. Seine Augen suchten das Banner seines Vaters und für einige schreckliche Herzschläge konnte er es nicht entdecken. Dann tauchte es auf, blutig, halb zerfetzt, aber hoch erhoben. Langsam zurück, befahl er so laut er konnte. Schließt zur Mitte auf! Ein Rückzug im Kampf konnte mörderisch sein, und der junge Vlachake wusste um die Gefahren. Die Moral konnte jeden Moment schwinden und aus einem geordneten Manöver eine heillose Flucht werden lassen. Um Um das zu verhindern, blieb Natiole dicht bei seinen Leuten, feuerte sie an, gab Befehle, sprang immer wieder in die erste Reihe und kämpfte dort, wo die Übermacht am größten war. Doch sie mussten weiter und weiter zurückweichen, denn ihr Zentrum gab immer weiter nach, und das Imperium sandte ihnen einfach immer mehr Krieger entgegen. Jetzt fiel auch Annas Flanke zurück, verfolgt von der schieren Masse der Imperialen. Der stärkste Angriff aber traf nach wie vor Steen. Natiole ballte die Hände zu Fäusten, während ihm klar wurde, dass er nichts tun konnte, um seinem Vater zu helfen. Ich will, dass sie zerschmettert werden! Ja, Frückos. Schickt ihnen alles entgegen, was wir haben! Brecht ihre Reihen, zerstört ihren Willen! Wie kann es sein, dass sie noch immer gegen uns stehen? Es sind Barbaren! Ruhig Blut, Kamros, warf Denixer ein, was den Beamten jedoch nur noch mehr zürrte. Ruhig Blut? Wie kann ich ruhig sein, wenn unsere Truppen im Kampf versagen und Schande über das Imperium bringen? Ganz einfach! Die Reserven unserer Gegner sind aufgebraucht und ihre Truppen sind erschöpft. Wir aber haben noch Tausende von Soldaten. Sie können uns nicht widerstehen! Missmutig kratzte sich Kamros am Kinn und nahm eine Handvoll Honig gebackener Pfauen Zungen aus einer Silberschale. Die Siegesgewissheit des Kriegearistokraten beruhigte ihn etwas. Sie sollten schon längst besiegt sein. Sie sind zäher als erwartet. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dennoch am Boden liegen und um Gnade winseln. Keine Sorge, lange bevor die Sonne untergeht, ist Vlachkiss dein. Du meinst, ist Vlachkiss des Imperators? Meldete sich Sargans impertinente Tochter zu Wort. Sie bemühte sich sichtlich, keine Gefühle zu zeigen, aber Kamros konnte spüren, dass sie nervös war. Lächelnd wandte er sich ihr zu. Natürlich, genau das wollte Denixer von den Skleron sagen. Ist die Macht unseres wundervollen Reiches nicht beeindruckend? Wer könnte jemals an unserem Sieg zweifeln? Ebenfalls lächelnd neigte sie das Haupt, blieb ihm aber eine Antwort schuldig. Nachdenklich betrachtete Kamros sie, vielleicht gibt sie doch eine gute Ehefrau ab. Man muss sie nur brechen, damit sie fügsam wird und lernt, wo ihr Platz ist. Sargan hat ihr zu viele Freiheiten gelassen. Vielleicht sollte ich mein Wohlwollen als Satrap gegenüber der Familie Wulpon von ihrer Hand abhängig machen. Ein Jubelschrei riß ihn aus seinen Gedanken. Was? Was ist geschehen? fragte er aufgeregt. Es dauerte qualvolle Momente, bis endlich ein Bote ins Zelt kam, hastig alle Ehrbezeigungen erwies, und dann zu Denixer lief und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Das Banner des Woivoden der Vlachhaken ist gefallen, erklärte der Kriege Aristokrat zufrieden. Von diesem Schlag erholen sie sich nicht. Dann sollten wir jetzt den endgültigen Schlag führen, stellte Kamros mit grimmiger Freude fest. Denixer nickte nur und gab dem Boten Anweisungen. Kamros drehte sich noch einmal zu der jungen Frau um. Freut euch, Arteinis von den Wulpern, jetzt wird dieses grausame Spektakel rasch enden, und wir werden alle bald nach Colchast zurückkehren können. Zu seiner Verwunderung war Sargans Tochter leichenblass geworden und gab ihm auch keine Antwort. Frauen, Frauen fehlt die Natur zum Kriege, dachte er achselzuckend und griff nach seinem Pokal. Ein Dreg rauschte durch die Welt und füllte den Stein und seinen Körper. Neben sich nahm Azoth die Speerspitze wahr. Als er sie aufhob, lag sie kühl in seiner Hand. Ein kleines Ding nur, eine winzige Waffe der Menschen. Und dennoch hatte sie den Dunkelgeist zu dem gemacht, was er war. Und sie hatte Kerr, der ein gerissener Troll war, zu einer närrischen Suche angestachelt und schließlich die Hoffnungen der Stämme zerstört. Nichts, was von den Menschen kommt, ist gut, dachte Azoth grimmig. Die Dreg kamen nun immer schneller und sie brachten immer stärkere Gefühle mit sich. Angst und Zorn, Hass und Wut. Selten zuvor hatte Azoth wirklich Angst verspürt, aber hier in der Nähe des Herzens wurden seine Gedärme kalt. Etwas geschah mit dem Herzen, mit dem Land. Er spürte tausendfachen Tod, endloses Leid, mehr und anders, als er es je erfahren hatte. Mehr und mehr wurde seine Aufmerksamkeit von den wirbelnden Schatten angezogen, die er selbst in der Finsternis wahrnehmen konnte. Das Herz schlug und für einen Augenblick glaubte Azoth, die Schläge ertönten nur für ihn allein. Du hast mich gerufen, erkannte er unvermittelt. Sein Blut Anders Blut verband ihn mit dem Wesen, das dort in der Nische lag, verletzt, ängstlich, verwirrt und unglaublich mächtig. Hast du auch Kerr auf seine Reise geschickt? Der Dunkelgeist gab keine Antwort, aber Azoth hatte auch nicht damit gerechnet, eine zu bekommen. Nachdenklich ließ er die Speerspitze von einer Pranke in die andere wandern. Er spürte das Metall, konnte sich fast vorstellen, wie es durch Haut stieß, in Fleisch eindrang, tötete. Ein einfaches Ding und dennoch tödlich. Plötzlich verspürte er einen unwilligen Respekt vor den Wesen, die dies geschaffen hatten. Kerr wollte dich heilen, weil er denkt, dass wir und die Stämme der Trolle dann wieder eins werden, aber wenn es so einfach wäre, dann hätte es geklappt. Azoth erinnerte sich daran, wie Kerr in die Schatten getreten war. Sie hatten ihn verschluckt. Azoth hatte Kerr mit keinem Sinn mehr wahrnehmen können, und die Dreck hatten einen Schlag ausgesetzt. Niemand sonst außer Ander war dem Herzen jemals so nahe gekommen. Mit einem Ruck erhob er sich. Deshalb hast du mich gerufen, erkannte er, ließ die Speerspitze fallen, atmete tief ein und trat dann entschlossen in die Schatten. Seine Verbindung zum Herzen war stark. Er wurde zum Herzen. Der Schlag hallte nur noch in ihm selbst wieder. Er war das Land und alles, was auf und in ihm lebte. Er spürte die tobende Schlacht, sah, wie die Menschen des Landes getötet wurden, wie sie ihren Krieg verloren, wie die goldenen Menschen sie abschlachteten. Angst wogte durch ihn hindurch, Angst vor den goldenen Menschen und ihren Waffen. Urtümliche Furcht, stärker als alles bisher gekannte. Er konnte diese Angst in sich aufnehmen, konnte das Herz davon befreien. Und mit einem Mal wusste er, was er tun musste. Er öffnete sich. Der Angst, dem Schmerz, den Schatten. Er nahm sie auf sich. Dunkelheit drang in ihn ein, übernahm die Herrschaft über ihn. Er wurde die Dunkelheit. Was sterblich gewesen war, fiel von ihm ab. Nur was ganz troll gewesen war, blieb zurück. Er wurde der Dunkelgeist. Sein neues Wesen nahm die Welt staunend wahr. Etwas bewegte sich von ihm weg. Eine helle Gestalt, deren weißes Fell grell in seinen Augen brannte. Noch immer war er das Land, doch er war nicht allein. Der weiße Bär betrachtete ihn traurig, dann wandte er sich ab und trat in die Wand der Höhle. Zurück blieb, was einst Azoth gewesen war. Eigentlich war Nathiole so erschöpft, dass er kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. Doch dieser eine kreiste dennoch in seinem Kopf und ließ sich nicht abschütteln. Wir verlieren. Noch hatten sie die Linie gehalten, noch kämpften sie, aber es würde nicht mehr lange dauern, bis sie nachgeben mussten. Das Zentrum war weit zurückgedrängt worden. Neue Krieger des Imperiums führten dort mit aller Macht Sehns-Truppen. Nathiole konnte ihnen nicht helfen. All ihre Reserven waren schon im Einsatz und auch die Flanken erwehrten sich nur mit Mühe der gegnerischen Massen. Und immer noch stand die Sonne mehr als zwei Handbreit über dem Horizont. Es würde eine kleine Ewigkeit dauern, bis sie verschwunden war. Bis dahin sind wir alle tot, erkannte er mit furchtbarer Klarheit. Trotz der grenzenlosen Enttäuschung kämpfte er weiter. Kapitulation war keine Option, und er verschwendete nicht einen Gedanken daran, während er seinen Kriegern Mut zurief, sie wieder gegen ihre Feinde führte, selbst noch einmal den bleischweren Schild und die Kling hob. Der nächste Angriff, die nächste Gefahr sandten Schockwellen durch seinen Leib, weckte seine Lebensgeister, ließ ihn handeln, instinktiv ausweichen, zuschlagen, blocken, stechen. Der Tod war allgegenwärtig. Um den jungen Vlachaken herum herrschte Chaos. Er fand keine Zeit, mehr Luft zu holen, zurück zu treten und sich einen Überblick zu verschaffen. Jeder einzelne Soldat wurde in der Schlachtreihe gebraucht, jede Klinge, jeder Schild. Die Toten der Vlachaken lagen auf dem Hang verstreut, säumten einen blutigen Pfad in das Land zwischen den Bergen, über den das Imperium bald einmarschieren würde. Wir haben alles getan, was wir konnten, versuchte er sich selbst zu überzeugen, doch der Gedanke spendete keinen Trost. Ein Blick zurück zeigte Natiole, dass die ersten Kämpfer davonliefen. Nur wenige zwar, aber aus dem Tröpfeln würde bald ein Strom werden, wenn die Verzweiflung in Panik umschlug. »Tirea!« brüllte Natiole noch einmal, und für den Augenblick sammelten die Männer und Frauen um ihn herum noch einmal ihre Kräfte. Der Schrei rief jene zurück in die Schlacht, die unsicher waren, die zweifelten. Ich sollte bei Vater sein, wenn es endet, erkannte Natiole. Ich sollte zu ihm gehen. Doch sein suchendes Auge fand das Banner seiner Familie nicht. Dort, wo es sein sollte, wehten die Kriegszeichen des Imperiums, Gülden im Sonnen glänzend, es schien, als verhöhnten sie den jungen Vlachhaken. Sein Leib wurde eisig kalt, als er seinen Vater nirgends entdecken konnte. Eine Lücke öffnete sich in der Mitte der Linien, ließ die Feinde aus dem Imperium hinein, weitete sich aus. Das ist das Ende. Beinahe wäre Natiole von einem Speer niedergestreckt worden, so sehr konzentrierte er sich auf das Bild der Niederlage, das sich ihm bot. Doch ein Krieger warf sich mit dem Schild dazwischen und fing den Stoß ab. Gerade als Natiole sich von dem grausamen Anblick losreißen konnte, ertönte ein Schrei. Die Sonne! Ein Murmeln lief durch Freund und Feind. Für einige Augenblicke wandten sich alle Köpfe der Sonne zu. Auch Natiole vergaß die Schlacht um sich herum, als er den schmalen Streifen Dunkelheit sah, der sich vor das helle Gestirn schob. Ein Ruck ging durch die Welt. Eine Veränderung, so tiefgründig, dass Kerr für den Augenblick nicht mehr wusste, wo er war. Ein Dreg blieb aus, fehlte einfach, und die entstehende Lücke war ein fürchterliches Gefühl, so als ob oben unten sei. Dann kehrte der Atem der Welt zurück, voller Macht, doch mit einem neuen Ton. Die Welt war anders, aber Kerr konnte nicht sagen, wie sie sich verändert hatte. Was war das? fragte auch Wrag. Anders Kind hielt sich den Schädel, als brenne dieser vor Schmerzen. Ich weiß nicht. Diese scheiß Menschlinge! Wrag fluchte ausgiebig. Die haben irgendwas gemacht, goldene Bastarde! Ich glaube nicht. Doch, unterbrach ihn Anders Kind, sie haben das Herz verletzt, deswegen sind sie gekommen, weil sie das zu Ende bringen wollten, was sie einmal angefangen haben, wenn nur dieses verdammte Himmelslicht nicht wäre. Er sagte nicht, was er dann tun würde, aber seine grimmige Miene drückte es deutlich genug aus. Kers Blick wanderte zu dem hellen Lichtstrahl, der gerade in diesem Moment immer dunkler wurde. Wrag das Licht Gebannt betrachteten sie den Strahl, der langsam aber eindeutig schwächer wurde. Zunächst war es nur so, als ob sich Wolken vor die Sonne schieben würden, aber die Verdunkelung hörte damit nicht auf. Zu früh, das ist eine Falle, erklärte Wrag bestimmt. Die wollen uns nur ins Licht locken. Unsicher blickte Kerr ihn an und sah dann wieder zum Lichtstrahl. Er horchte in sich hinein, lauschte den Dreg und damit in die Welt. Unvermittelt erkannte er, was der neue Ton war. Zwei Herzenschlagen! Nein! Nein, spürst du das nicht, sagte er. Das ist keine Falle, das sind keine Menschen, das ist etwas anderes. Einige Drehklang schwiegen sie beide. Der neue Klang faszinierte Kerr, und er versuchte zu erfassen, was er bedeutete, ohne dass es ihm ganz gelang. Schließlich wandte er sich wieder dem Licht zu, das beinahe verschwunden war. Sag allen, sie sollen kommen! Wir greifen an! Ohne ein Wort des Widerspruchs lief Ragh den Gang entlang. Vorsichtig ging Kerr näher an das Licht heran. Die Oberwelt war immer ein Ort der Gefahren gewesen, und die Reise ins Imperium hatte ihn wieder daran erinnert, warum Trolle in der Tiefe lebten. Sonnenlicht war ihm verhasst, doch dieser sterbende Lichtfinger faszinierte ihn. Die Welt hatte sich verändert, und der Tod des Lichts kündete davon. Hinter sich spürte er an das Kinder näher kommen. Seine Klauen kratzten über den Stein. Das letzte Licht erstarb. Mit roher Gewalt warf Kerr sich auf die Wand, grub mit bloßen Händen, riss Felsbrocken heraus und schleuderte sie davon. Andere kamen ihm zu Hilfe, dann stürzte die Wand tosend ein, und die Trolle traten an die Oberfläche. Ein diffuses Licht empfing sie, und dort, wo die Sonne sein sollte, war eine schwarze Scheibe am Himmel zu erkennen, um die herum Helligkeit loderte. Diese Sonne hatte keine Macht mehr über sie. Weder die Trolle noch anders Kinder wurden von ihr beeinträchtigt. Aber Kerr hatte keine Zeit, das seltsame Phänomen zu bestaunen. Gefolgt von Wrack und den anderen, stürzte er den Hang hinab und warf sich auf die Feindes Menschen, die dort kämpften. Die Menschen aus Tyrien versuchten, sich zu schützen, aber überall brachen nun Trolle aus dem Boden hervor, und sie wurden von allen Seiten angegriffen. Einige stürzten in Löcher und wurden dort von Trollpranken gepackt und zerfetzt. Andere hoben ihre Waffen. Ein Speer bohrte sich in Kerrs Brust, und der Gedanke an die Wunde des Dunkelgeists ließ den Troll grimmig lachen, als er den Menschenkrieger ergriff, der die Waffe geführt hatte. Der Speer zerbrach, da Kerr sich vorn überbeugte und dem Gerüsteten seine Hauer ins Fleisch schlug. Die Schreie starben mit dem Menschen, den Kerr achtlos zur Seite warf. Weiter oben am Pass standen die Vlachhaken, und Kerr lenkte seine Schritte in ihre Richtung. Anders Kinder folgten ihm, als er durch die Reihen des Imperiums pflügte und überall Tod und Vernichtung säte. Seine Schläge sandten Menschen mit gebrochenen Knochen zu Boden, seine Klauen zerrissen Panzer und Fleisch, seine Hauer waren blutbesudelt. Er war ein Troll, und die Menschen fürchteten ihn, so wie es richtig war. Neben ihm kämpfte Vrak. Er schrie bei jedem Hieb vor Freude auf, stürzte sich mit urtümlicher Wildheit auf die dichtesten Ansammlungen von Gegnern, deren Waffen er einfach beiseite fegte. Wunden überzogen schon bald seinen Leib, dunkles Blut lief an ihm herab, aber er beachtete die Angriffe der Menschen gar nicht und tötete mit sorgloser Kraft, während seine Verletzungen heilten. Sie trieben eine Gruppe Kämpfer in die Arme anderer Trolle, zerquetschten die Menschen zwischen sich. Der metallische Geschmack von Blut ließ Kerr erfreut aufheulen. Doch je näher sie den Vlachhaken kamen, desto mehr formierte sich der Die ersten Trolle fielen unter den gemeinsamen Angriffen der Dyrier, die endlich erkannt hatten, dass nur viele von ihnen einen Troll besiegen konnten. Stammesmitglieder starben, aus zahllosen Wunden blutend, zerhackt von scharfen Klingen. Der Vormarsch der Trolle geriet ins Stocken, als sie auf die goldgerüsteten Krieger der Garten trafen. Die unwirkliche Dunkelheit machte den Masriden zu schaffen. Viele von ihnen riefen das göttliche Licht an, baten flehendlich darum, die Sonne möge wiederkehren. Anna konnte spüren, wie um sie herum die Disziplin bröckelte, wie die Zuversicht schwand, die ohnehin nur noch an einem seidenen Faden gehangen hatte. Doch das Auftauchen der Trolle veränderte alles. Ihr gnadenloser Angriff brachte den Menschen neue Hoffnung, neuen Mut. Und wenn es nur der Mut der Verzweiflung ist. Anna versammelte alle um sich, die noch kämpfen konnten. Gemeinsam schlossen sie zu den Vlachhaken auf. Der Druck des Angriffs ließ nach, da sich die imperialen Truppen mehr und mehr den Trollen entgegenstellten. Doch die Linien der Verteidiger waren verwüstet. Noch niemals hatte Anna eine Armee gesehen, die einem solchen Angriff standgehalten hatte. Sten hatte Recht. Wir kämpfen für unser Land. Das lässt uns Dinge vollbringen, die ich früher für unmöglich gehalten hätte. Aber noch war die Schlacht nicht gewonnen. Auch wenn die Trolle die Niederlage noch einmal abgewendet hatten. Die Monstren waren wie Naturgewalten, unaufhaltsam und unberechenbar. Ihre Angriffe ließen Schilde splittern und Waffen brechen. Sie fielen mit einer Wildheit über die Dürier her, dass Anna der Atem stockte. Dennoch waren die Trolle wenige, und schon formierten sich die schier endlosen Menschenmassen des Imperiums gegen sie. Im Zentrum war Stains Banner nun wieder zu sehen, und dort sammelte sich der Widerstand. Kleine Inseln von vlachkischen Kämpfern inmitten des Meeres von Dürian. Dorthin führte Anna die ihr verbliebenen Truppen für ein letztes verzweifeltes Gefecht. Ihr Blick fiel auf den Hang im Westen, wo Natiole seine Flanke in einem zähen Rückzugsgefecht verteidigte. Ein weißer Fleck war dort zu erkennen. Zuerst dachte Anna, es wäre eine Wolke oder Schnee hell vor dem dunklen Stein. Dann aber erkannte sie, worum es sich wirklich handelte. Eine Gestalt aus den Legenden, ein Wesen, das seit Jahrhunderten niemand gesehen hatte. Der weiße Bär schrie sie voller Euphorie. Das Land selbst kommt uns zu Hilfe. Kämpft Maschriden, kämpft Flachhaken, der Bär, der Bär. Der Ruf eilte von Mund zu Mund, erklang bald hundertfach. Kraft kehrte in geschundene Leiber zurück, Verzweiflung wurde zu Hoffnung, Angst zu Mut. Der weiße Bär, war ein Symbol der Hoffnung und der Freiheit. Sein Erscheinen allein gab den Kriegern des Landes zwischen den Bergen Kraft und auch der Zorn der Trolle wurde von ihm neu entfacht. Sie waren Kinder der Felsen und der Steine und durch sie äußerte sich die so plötzlich neu erwachsene Macht des Landes unmittelbar. Mit der Urgewalt einer gigantischen Lawine brachen sie durch die Reihen der Garden. Ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit warf sich Anna in die Reihen ihrer Feinde. Ihre gerade noch müden Arme flogen umher schneller als jemals zuvor. Mit unaufhaltsamer Wucht folgten ihr die Masriden, folgten ihrem Marzek in die Schlacht. Sie kämpfte wie besessen, keine Klinge konnte sie berühren, kein Schlag sie treffen. Niemals hatte sie eine derartige Klarheit verspürt. Es war, als ahne sie jeden Angriff bevor er kam, als bewege sie sich schneller als der Rest der Welt. Jeder ihrer Schläge fällte einen Feind. Blut wirbelte durch die Luft, und die Tropfen folgten den Bögen ihrer Waffen. Der weiße Bär! riefen Vlachhaken und Masriden nun gemeinsam, deren Kampfes Mut in dem seltsamen Halbdunkel neu entfacht worden war. Nichts konnte ihnen widerstehen. Sie trieben die Dyrier den Pass hinab in die Arme der Trolle. In heilloser Flucht wurden ihre Feinde zu Opfern der riesigen Wesen, die schattenhaft im Zwielicht der Sonnenfinsternis gnadenlos blutige Ernte hielten. Als die Sonnenfinsternis endete und das Licht der Sonne die Trolle endlich zu Boden fallen ließ, zogen sich die Streitkräfte des Imperiums bereits Hals über Kopf von dem Land zwischen den Bergen zurück. Nicht einmal in seinen eigenen Gedanken konnte Natiole erklären, was er beim Anblick seines aufgebarten Vaters empfand. Er hatte geholfen, den Voivoden zu waschen, sein Haar zu kämmen und ihm feinste Kleidung anzuziehen, wie es die Tradition verlangte. Wäre nicht die Blässe der Haut gewesen, man hätte denken können, dass den nur schlief. Seine Züge waren ruhig, entspannt, wie die eines Mannes, der nach langer Anstrengung endlich Ruhe gefunden hat. Für Natiole war der Verlust noch kaum greifbar, ein Schemen mehr als echter Schmerz. Er hörte die Stimmen der übrigen Vlachhaken, aber ihre Worte blieben seltsam verschlüsselt für ihn. Steen, voivode des Landes, verehrt, geliebt, tot? Natiole hatte seine Gegenwart immer als gegeben hingenommen, so unwandelbar wie die Sorkaten. Das Bild seines Vaters verschwamm, als dem jungen Vlachhaken Tränen in die Augen stiegen. Es ist nicht gerecht. In der Stunde seines größten Triumphs wird dem Land sein bester Mann genommen und mir mein Vater. Der Gedanke war egoistisch und er wusste es, geboren aus dem Gefühl der Verlassenheit, das sich in ihm breit machte, ohne dass er es hätte verhindern können. Natiole wurde auf erschreckende Weise bewusst, dass er noch so viel von Steen hätte lernen wollen. Du hinterlässt mir ein großes Erbe und ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin. Sichere Wege, Vater, flüsterte er schließlich. Er wartete einige Momente, in denen seine Stimme zu versagen drohte. Wir sehen uns auf den dunklen Pfaden wieder. Als er sich umdrehte, sah er seinen Bruder in der Tür stehen. Ohne dass er es bemerkt hatte, war Ionis in das Zimmer getreten, auch seine Augen waren rot gerendert. Natiole legte seinem jüngeren Bruder eine Hand auf die Schulter und drückte ihn kurz an sich. Dann wandte er sich ohne ein Wort ab, damit auch Ionis sich in Ruhe verabschieden konnte. Natiole's Schritte führten ihn aus Deens Gemächern und bis in den Hof. Die kühlen Winde von den Sorkaten wehten noch, aber der Frühling war weit fortgeschritten und bald würde es Sommer werden. Trauernde, die dem Woivoden die letzte Ehre erweisen wollten, aber auch jene, die schon jetzt das Gespräch mit Deens ältestem Sohn suchten, um dem neuen Herrscher ihre Interessen ans Herz zu legen. Wie hast du das nur ausgehalten? fragte sich Natiole nicht zum ersten Mal, seit er vom Tod seines Vaters erfahren hatte. Hier in Teremie kamen alle zusammen, die Würdenträger, die Reichen und die Mächtigen des Landes, Gesandte und Händler aus Turdui, Blachaken, Masriden, Scharken, und sie alle suchten den Rat und den Beistand des Woivoden. Aus einem Impuls heraus sprang Natiole die drei Stufen empor, die zur neuen Haupthalle führten. Das Gebäude war wieder errichtet worden, wenn auch noch nicht geschmückt, und schon bald würden sie sich dort einfinden, sich stehen Karl de Brons erinnern, Geschichten erzählen und das Andenken an ihn lebendig halten. »Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid!« rief der junge Vlachake, so laut, dass sich alle zu ihm umwandten. »Schon bald wird der Haushofmeister euch zu meinem Vater führen, damit ihr ihm alle die letzte Ehre erweisen könnt!« Die Anwesenden murmelten und nickten sich Sie erwarteten nicht mehr von ihm, noch nicht und wollten sich schon abwenden, aber Natiole war noch nicht fertig. »Und ich will von dem Woivoden sprechen, der dort oben tot in seinem Bett liegt!« Damit hatte er wieder ihre Aufmerksamkeit. »Mein Vater hat trotz seiner kriegerischen Vergangenheit stets den Frieden für unser Land gesucht. Er hat Abkommen geschlossen, Kompromisse ausgehandelt. Er ist Marzek Tamar auf Augenhöhe entgegengetreten. Er kannte den Widerstand gegen die Unterdrücker und er kannte die Schrecken des Krieges und er wollte sie uns ersparen.« Mit hat hat ein Land geschaffen, in dem eine Generation in Frieden heranwachsen konnte, und das brachte ihm auch Feinde ein. Wut stieg in Natiole auf, Zorn darüber, dass er diesen Verlust ertragen musste. »Wlachaken haben Wlachaken getötet! Kriegstreiber und Mörder haben alles dafür getan, den Frieden in unserem Land zu zerstören. Beinahe wären wir wieder übereinander hergefallen, Masriden gegen Wlachaken, Bruder gegen Schwester. Wir hätten Kriege geführt, das Land ausgeblutet und alles mit Füßen getreten, wofür Sten Karl de Brawn gelebt hat. Er schwieg einige Momente. Und ich habe auch so gedacht. Ich wollte den Krieg. Ich verstand nicht, was mein Vater mir sagen wollte. Die Zuhörer hingen nun an seinen Lippen, das konnte Natiole spüren. Wir haben das Imperium geschlagen. Wir haben gegen das mächtigste Reich der Welt gesiegt, aber nur, weil das Land zwischen den Bergen einig war. Einzeln wären wir gefallen. Ein Sonnenpriester aus Vlachkis starb für unseren Sieg. Wir schimpften Kornell einen Forbes und doch war er bereit für uns zu sterben. Masriden, früher unsere Feinde, standen an unserer Seite und verteidigten uns mit ihrem Leben. In den Adern ihres Marzecks fließt das Blut meiner Familie. Er nutzte ihre Aufmerksamkeit, sammelte die richtigen Worte in seinem Geist. Dann fuhr er fort. Wenn ihr nun hineingeht und den Volvoden ehrt, dann bedenkt, wofür er einstand, bedenkt, wofür er gelebt hat, was er uns gegeben hat und was wir von ihm lernen sollten. Ich weiß, was ich gelernt habe. Dieses Land braucht Frieden! Es gab keinen Jubel, keine Beifallsbekundungen. Vielmehr waren viele Häupter gesenkt. In einigen Tagen würde Natiole der neue Voivode des Landes sein. Seine Herrschaft wurde bereits jetzt als schicksalsgegeben angesehen. Zu ihrem Beginn war der weiße Bär erschienen und hatte das Land gerettet. Einige munkelten sogar, dass Sten eine Inkarnation des weißen Bären gewesen sei, der mit Stens Tod wieder in seiner ursprünglichen Gestalt in die Welt zurückgekehrt sei. Aber das glaubte Natiole nicht. Er kannte Kers Geschichte. Vielleicht hören sie nicht auf mich. Vielleicht werden die Kriegstreiber weiter Macht ansammeln und Verbündete suchen, dachte Natiole, als er in die Vorhalle schritt, wo Handwerker damit beschäftigt waren, die alten Mosaike nachzuarbeiten. Aber ich werde niemals vergessen, was Vater mir beizubringen versucht hat. Er trat in die neue große Halle. Inmitten der Säulen war er allein, einen kostbaren Moment lang. Er wusste, dass dies nicht lange so bleiben würde. Ein Woivode hatte selten Zeit für sich. Die Wände um ihn her waren noch nackt. Der Halle fehlte noch Leben. Seine Schritte auf dem glatten Boden hallten von den Wänden wieder. Hier würden die Entscheidungen getroffen werden, die über das Schicksal von Vlachkis bestimmten. Die Zukunft lag vor ihm. Er war bereit, sie anzunehmen. Er hastete so schnell durch die Gänge, wie es sich gerade noch geziemte. Sein Kypassis behinderte ihn, das Gewicht des golddurchwirkten Stoffes lastete schwer auf seinen Schultern, und in der Wärme des Gebäudes war der dicke Stoff eine Tortur. Aber es war sein prunkvollstes Gewand, und er musste den bestmöglichen Eindruck machen. Die Diener und Beamten machten ihm höflich Platz, als er an ihnen vorübereilte. Er hatte keinen Blick für sie übrig. Auch die wundervollen Kostbarkeiten, die Kunstwerke aus allen Teilen des Reiches, die Edelstein besetzten Säulen, all die Pracht und der Prunk des größten Palastes der Welt konnten seine Aufmerksamkeit nicht binden. Vielleicht hätte er sich am Reichtum und an der Macht ergötzen können, wenn er es nicht derartig eilig gehabt hätte. Als er zur Säulenhalle kam, verlangsamte er seine Schritte wieder. So würdevoll, wie er es außer Atem und schwitzend sein konnte, schritt er den Säulengang entlang. Bevor er jedoch in die erste der Vorhallen eintreten konnte, versperrten ihm zwei goldene Gardisten den Weg. Ihre Minen waren unbewegt und sie sahen ihn nicht einmal an. Fort mit euch, forderte er sie auf. Ich habe eine Audienz. Weiter kam er nicht, denn ein Beamter trat aus dem Durchgang und verneigte sich vor ihm. Willkommen, Kamros. Die verkürzte Anrede missfiel ihm, weshalb er nur leicht nickte. Pilon, danke für den Empfang, führ mich hinein. Ich fürchte, das ist nicht möglich, Frühkos. Nicht möglich? Ich habe eine Audienz beim goldenen Imperator. Das Gesicht seines Gegenübers zeigte ein entschuldigendes Lächeln, aber Kamros sah in Pylons Augen, dass er von der Schroffheit beleidigt war. Gut so, du aufgeblasene anmaßender Emporkömmling. Das ist mir bewusst, Frühkos, doch derzeit ist ein anderer in der salbungsvollen Nähe unseres geliebten Herrschers und genießt seine segensreiche Aufmerksamkeit. Es kann sich nur noch um wenige Augenblicke handeln. Doch bis dahin muss ich dich untertänigst bitten, zu warten. Zur Antwort brummte Kamros nur. Die angemessene Höflichkeit war balsam für sein geschundenes Selbstbewusstsein. Mit einer weiteren Verbeugung verschwand Pylon wieder in den Schatten des Durchgangs. Vielleicht ist es so besser, erkannte Kamros, während Körper und Geist sich beruhigten. Atemlos vor den Herrn des Reiches zu treten, wäre wohl nicht ratsam gewesen, und so konnte der Beamte noch einmal all die Sätze durchgehen, die er sich auf der langen und beschämenden Reise zurechtgelegt hatte. Die Schuld an der Katastrophe lag eindeutig bei den Skleron und den Virus. Ihre Inkompetenz hatte das Imperium seinen sicheren Sieg über die Barbaren gekostet. Die härtesten Strafen waren nur angemessen für ihr Versagen. Er, Kamros, war ein loyaler und effizienter Diener, der dies seinem Herrn zur Kenntnis brachte. Er lächelte zufrieden, als er die wohlgesetzten Worte ein weiteres Mal in seinem Kopf vortrug. Sie würden jeden überzeugen. Hinter dem Durchgang ertönte Gemurmel, und Kamros konnte Bewegungen erkennen. Bald schon würde seine Zeit kommen. Vielleicht belohnt der Imperator mich ja sogar für meine emsige Arbeit für das Wohl des Imperiums und meine uneingeschränkte Loyalität, grübelte der Beamte. Dann trat Pilon erneut aus dem Durchgang und verneigte sich noch tiefer als zuvor. Ein Lächeln umspielte die Lippen des Mannes, aber Kamros war zu sehr in seine Gedanken versunken, um dem viel Beachtung zu schenken. »Treten wir ein, Frökos. Du wirst bereits erwartet.« In besserer Stimmung folgte Kamros der Aufforderung. Er wurde bereits erwartet. Eine Floskel, die ihn mit Freude erfüllte. Bis er sah, wer ihnen durch den Gang entgegenkam. Weitaus weniger prächtig gekleidet als er selbst, aber jovial grinsend. »Sargan!« »Genau der!« erwiderte der kleine Mann vergnügt. »Wie ist es dir ergangen, Kamros?« Die Gedanken des Beamten hasteten so durch seinen Geist, wie er gerade durch den Palast gehastet war. Doch eine Erkenntnis floh vor ihm, so dass er sie nicht zu fassen bekam. »Das weißt du ganz genau!« erwiderte er giftig. »Ja, das stimmt. Meine Tochter Arteinis, du erinnerst dich gewiss an diese Zierde ihres Geschlechts, hat mir einen ausführlichen Bericht geschickt. Sie kann sehr pflichtbewusst sein, zumindest wenn es ihren Interessen dient. Frauen, was?« »Was tust du hier?« fragte Kamros, der kaum noch ein Flüster zustande brachte. Ein fürchterlicher Verdacht keimte in ihm. »Ich habe lediglich unserem geliebten Herrscher von deinen Plänen und dem dazugehörigen Versagen deinerseits berichtet, mein Freund.« Die Säulen entfernten sich. Der Boden gab unter seinen Füßen nach. Alle Geräusche verstummten. Kamros' Welt brach in sich zusammen. Das Grinsen auf Sargans Zügen erstarb, als er sich vorbeugte. »Du hättest dich nicht in meine Geschäfte einmischen sollen, Kamros. Du hättest auch das Ansehen meiner Tochter und damit meiner Familie nicht mit Füßen treten sollen. Und ganz gewiss hättest du niemals den Zorn der Trolle herausfordern dürfen.« »Ich, ich«, stammelte Kamros, dem die Kehle wie zugeschnürt war. »Ich werde mich um deine Familie kümmern,« erklärte Sargan ernst und nun wieder ganz der höfliche ehemalige Beamte. »Du kannst in der Gewissheit sterben, dass dein Unvermögen ihnen nicht schaden wird.« Damit wandte der rothaarige Mann sich ab und verließ die Vorhalle. Immer noch unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, blieb Kamros zurück, bis Pilon sich höflich räusperte. »Unser geliebter Herrscher erwartet dich bereits, Frükos. Er möchte dich wirklich sehr dringend sprechen.« Musik brandete durch die große Halle, ein altes Volkslied, bei dem der Sänger zuerst eine Strophe vorgab und die Menge der Gäste diese dann wiederholte. »Obwohl die Melodie schlicht war, nahm ihr treibender Rhythmus Arteines gefangen, und bei der nächsten Wiederholung stimmte auch sie in den Refrain ein.« Die Vlachaken waren heute in Terremi zusammengekommen, um ihren neuen Voivoden zu ehren, aber auch viele Masriden waren hier. Und eine kleine Abordnung aus Dyrien. Denn der mächtige Sargan-Wulpon hatte völlig zu Recht angemerkt, dass es jetzt notwendiger denn je sei, die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder zu verbessern. Seine Tochter als dyrische Botschafterin in Vlachkis vorzuschlagen, war ihm dennoch nicht leicht gefallen, aber schließlich hatte er Arteines Forderungen nachgegeben, wenn auch nicht, ohne zu behaupten, dass sie gewiss der Grund für seinen frühen Tod sein würde. Doch er hatte bei diesen Worten gelächelt. Und so war die junge Dyrierin nun wieder einmal zu Gast auf der Feste Remis, diesmal allerdings nur für kurze Zeit. Denn der neue Voivode hatte angeregt, dass sich die dyrische Gesandte doch erst einmal ein Bild vom gesamten Land Vlachkis machen solle, und sie deshalb gebeten, seinem Bruder Ionis auf einer Reise Gesellschaft zu leisten, die ihn für einige Wochen durch ganz Vlachkis führen sollte, bevor er als Boyar des Mardews nach Däsa umziehen würde. Arteines betrachtete die ausgelassene Menge in der Halle. Viele tanzten zu der Weise, bei der Musiker auf Lauten und einer Harfe den Sänger begleiteten. Unter den Tänzern entdeckte die junge Dyrierin Wojka und ihren Mihalis. Also hat alles für die beiden ein gutes Ende genommen, dachte sie zufrieden. Dann ließ sie den Blick zwischen dem neuen Voivoden und seinem Bruder wandern. Die beiden jungen Männer waren sich in den letzten Wochen und Monaten ein Stück weit ähnlicher geworden. Ionis, der sein Haar nun nach Art der Vlachhaken lang trug, und Nathiole, der sich in seine neue Rolle viel besser eingefunden hatte, als sie es jemals vermutet hätte. Gerade sprach er mit einem alten Mann, dessen Tiraden er so geduldig ertrug, dass Arteines meinte, ein Abbildsden Karl de Bruns vor sich zu sehen. Ionis stand gegen eine Säule gelehnt und folgte dem Lied des Barden mit geschlossenen Augen. Man hatte ihr berichtet, dass er während der großen Schlacht seine Truppen mitten unter die Feinde geführt hatte, dorthin, wo sein Vater gefallen war. Er hatte das Banner freigekämpft und wieder aufgenommen, und als die Vlachhaken sahen, dass der Rabe wieder flog, hatten sie neue Hoffnung geschöpft und waren ihm ins dichteste Schlachtgetümmel gefolgt. Eine warme Welle des Stolzes wusch über sie hinweg, als sie ihn betrachtete, und ihre Hand tastete über das Päckchen, das noch immer eingewickelt in ihrer Tasche ruhte. Ionis hatte gelacht, als er sah, dass sie es niemals geöffnet hatte. Aber es hatte ihr tatsächlich Glück gebracht, und nun hatte sie nicht mehr vor, es zu öffnen, solange sie sich nicht endgültig von ihm verabschieden musste. Als habe er ihren Blick bemerkt, sah Natiole zu ihr hinüber. Er lächelte, sagte einen kurzen Satz zu dem Mann, mit dem er sich eben unterhalten hatte, stand auf und kam zu ihr. »Nun, Artheines, von den Wulpern, genießt ihr das Fest?« fragte er mit einem verschmitzten Grinsen. Sie sprachen sich schon lange nicht mehr in dieser Weise förmlich an, aber offenkundig gefiel es dem jungen Woivoden, sie aufzuziehen. »Gewiss, ich hoffe allerdings, dass trotz so manch giftiger Blicke mein Wein nicht vergiftet ist,« gab sie leicht hinzurück. Natürlich waren nicht alle Vlachhaken von der Idee begeistert gewesen, wieder eine Dürierin am Hof von Remis zu haben, aber sie nahm die Ablehnung einzelner Adeliger gelassen hin. Ihre Ausbildung hatte sie gut genug auch auf schwierige Diplomatie vorbereitet. Vergiftete Becher und feige Mordpläne gehören hoffentlich der Vergangenheit an. Ionis hatte die Augen nun geöffnet und blickte zu ihnen hinüber. Er winkte und begann sich durch die übrigen Gäste zu ihnen durchzuschlängeln. »Wenn du erst mit Ionis in Desa lebst, werden die Leute schnell vergessen, dass du eigentlich eine fremde Spionin aus dem Imperium bist,« meinte Natiole nun wieder in scherzhaftem Tonfall. »Solange ich meine Wurzeln unter euch Barbaren nicht vergesse, soll mir das durchaus recht sein.« Natiole lachte. »Wenn ein Vlachhake kein Barbar ist, dann sicher Ionis. Ich fürchte, du hast ihn ein für allemal verdorben.« Sie hob vorwurfsvoll eine Augenbraue. »Ein wenig mehr von dieser Verderbnis könnte auch dir und deinen ungewaschenen Kumpanen nicht schaden.« »Ich werde meinen Bruder vermissen,« gestand Natiole nach einer kurzen Pause, in der ihr Lachen verklang. »Ihr müsst oft hierher nach Terremi kommen.« Er sah sie lange an. Dann setzte er leise hinzu, »denn dich werde ich auch vermissen.« Sie blickte ihn überrascht an. Doch bevor sie noch etwas erwidern konnte, hatte Ionis sie erreicht. Er legte einen Arm um ihre Taille. »Ich glaube, der Sänger ist am Ende angelangt,« sagte er. »Möchtest du tanzen?« Der doppelte Schlag des Herzens schwang in Kersbrust. Die Veränderung war für ihn in jedem Moment spürbar. Er nahm sie gelassen hin. Seine Wege führten ihn durch die Unterwelt, durch jene Grenzregionen zwischen den Gebieten der Trolle der alten Stämme und jenen von Anders Kindern, wo er selten jemand traf. Er wanderte ziellos, jagte, wenn er hungrig war, trank, wenn er durstig war. Alle Verantwortung war von ihm abgefallen, seit sie in ihre Heimat zurückgekehrt waren. Die Vlachaken und Masriden hatten die Trolle nach der Schlacht beschützt, bis die Sonne endgültig untergegangen war. Der Weiße Bär war zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden, aber Kerr konnte seine neue Lebenskraft spüren. Was ihm, Kerr, trotz aller Anstrengungen nicht gelungen war, hatte Azoth vollbracht. Der Weiße Bär war von seinen Wunden geheilt, und seine Zuversicht durchströmte alle Trolle, die der alten Stämme und Anders Kinder gleichermaßen. Aber Anderskind hatte einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Der Dunkelgeist existierte noch immer, mit all seiner Pein. Nur war es jetzt Azoth, der in der Höhle bei dem Schacht lag und dessen Atem durch die Welt fuhr. Noch wusste Kerr nicht, ob Azoth sich dessen bewusst gewesen war, oder ob Anderskind überhaupt noch existierte, unter den Schatten, den Schmerzen und dem Leid. Doch irgendwann würde er dorthin gehen und in die Schatten treten und ihm seinen Dank sagen. Irgendwann, aber nicht jetzt. Und er würde weiterhin zu der Höhle nahe der Oberfläche gehen und dort den Sohn treffen, der nun ihr Hareg war. Aber auch diese Begegnung lag noch viele Dreg in der Zukunft. Und vielleicht würde er sogar dereinst den Weißen Bären suchen und ihn fragen, was die Trolle nun waren. Aber nicht jetzt. Jetzt genoss Kerr das Gefühl der Freiheit, das Wissen aller Pflichten entbunden zu sein, das Trollsein. Die Welt würde früh genug zu ihm zurückkehren. Die Zwerge würden sich regen. Es würde Streit zwischen Anderskindern und den Stämmen geben. Neue Gefahren würden auftauchen. Und dann würde Kerr bereit sein, sich ihnen entgegenzustellen. Die Dreg ertönten. Die Trennung von Dunkelgeist und Weißem Bären hatte Veränderungen mit sich gebracht. Und noch mehr würden folgen. Kerr wusste nicht, ob das gut oder schlecht war. Doch das würde er sehen, wenn sie kamen. Jetzt war er einfach Troll. Das war der Zorn der Trolle Band 2 von Christoph Hardebusch. Gelesen von Michael Pahn. Änderungen von Michael Pahnen am Ende. Vielen Dank.